Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Zersplittert von Terry Terry. Gelesen von Vanida Karun. Eine Produktion von der Audio Verlag. Regen ist für vieles gut. Die Stechpalmen und Buchen um mich herum brauchen ihn, um zu wachsen und zu gedeihen. Pferden und Fußabdrücke werden verwischt. Spuren lassen sich schwerer verfolgen, was heute ein Vorteil ist. Vor allem aber wäscht er meine Haut und meine Kleider von dem Blut rein. Zittern stehe ich da, als sich die Schleusen öffnen. Ich strecke meine Hände und Arme aus und reibe sie im eiskalten Regen immer wieder aneinander, obwohl die tiefroten Spritzer längst verschwunden sind. Doch auch meine Seele ist blutbefleckt. Und die lässt sich nicht so einfach reinwaschen. Aber dann fällt mir wieder ein, wie es geht. Erinnerungen können verschnürt werden, in Angst und Verleugnung verpackt und hinter Mauern weggesperrt werden. Hinter Steinwänden, wie die, die Wayne gebaut hat. Ist er tot? Stirbt er gerade? Ich zittere nicht nur wegen der Kälte. Habe ich ihn leidend zurückgelassen? Soll ich umkehren, um ihm zu helfen? Egal, wer er ist oder was er getan hat, hat er es wirklich verdient, dort allein und mit Schmerzen zu liegen? Wenn allerdings jemand herausfindet, was ich getan habe, bin ich erledigt. Denn eigentlich sollte ich gar nicht imstande sein, jemanden zu verletzen. Auch wenn ich mich nur verteidigt habe, weil Wayne mich angegriffen hat. Slater sind nämlich nicht in der Lage, Gewalt anzuwenden. Aber ich habe es trotzdem getan. Genauso wie Slater nichts mehr von ihrer Vergangenheit wissen, ich mich aber erinnern kann. Die Lorda werden mich holen. Wahrscheinlich werden sie mein Gehirn auseinandernehmen, um herauszufinden, was bei mir schiefgegangen ist und warum mein Levo mich nicht im Griff hat. Vielleicht sogar bei lebendigem Leib. Niemand darf jemals erfahren, was passiert ist. Ich hätte mich vergewissern müssen, dass er tot ist. Aber jetzt ist es zu spät. Ich kann nicht riskieren, noch einmal zurückzugehen. Du konntest ihn in dem Moment nicht umbringen? Warum solltest du es dann jetzt tun können? Höhnt eine Stimme in mir. Taubheit fährt mir in die Glieder, in die Muskeln und in die Knochen. Es ist so kalt. An einen Baum gelehnt, lasse ich mich zu Boden gleiten. Ich will mich ausruhen. Mich ausruhen und nicht mehr bewegen. Nicht mehr denken, fühlen oder Schmerzen empfinden. Nie mehr wieder. Bis die Lorda kommen. Lauf. Ich stehe auf, setze stolpernd einen Fuß vor den anderen. Dann beginne ich zu joggen. Und schließlich fliege ich über den Pfad, der mich aus dem Wald hinaus zu den Feldern führt. Hin zu der Straße, wo ein weißer Lieferwagen die Stelle markiert, an der Wayne verschwunden ist. Best Builders steht auf der einen Wagenseite. Ich bekomme Panik, dass jemand sehen könnte, wie ich zwischen den Bäumen neben seinem Wagen auftauche, an dem Ort, an dem sie ihre Suche beginnen werden, sobald sie sein Verschwinden bemerken. Aber da es gewittert, ist die Straße menschenleer, und Regentropfen fallen so schwer auf den Asphalt, dass sie von dort wieder hochspritzen. Regen. Er ist noch für etwas anderes gut. Hat noch eine weitere Bedeutung. Aber diese andere Bedeutung verschwindet, ehe ich sie greifen kann. Bevor ich die Tür öffnen kann, geht sie auch schon auf. Mit einem besorgten Blick zieht Mom mich ins Haus. Sie darf nichts erfahren. Vor ein paar Stunden hätte ich meine Gefühle noch nicht verbergen können. Ich hätte nicht gewusst, wie das geht. Jetzt setze ich ein neutrales Gesicht auf und lasse die Panik aus meinen Augen verschwinden. Mein Ausdruck wird leer, wie das bei einem Slater der Fall sein sollte. Kyla, du bist ja völlig durchnässt. Tröstend streicht sie mir über die Wange und schaut mich besorgt an. Ist dein Level in Ordnung? fragt sie, nimmt mein Handgelenk, um mein Level zu prüfen und auch ich starre gebannt darauf. Es sollte niedrig sein. Sogar gefährlich niedrig. Aber jetzt ist alles anders. 6,3. Es hält mich für glücklich. Puh. Ich werde zu einem heißen Bad verdonnert. Dort versuche ich es noch einmal mit Nachdenken. Das Wasser in der Wanne dampft und ich entspanne mich. Aber ich bin immer noch völlig benommen und zittere weiterhin am ganzen Körper. Obgleich mich die Wärme beruhigt, sind meine Gedanken ein einziges wirres Durcheinander. Was ist nur passiert? Alles, was vor meiner Begegnung mit Wayne geschehen ist, verschwimmt in meinem Kopf wie durch Milchglas. Als würde ich auf einen anderen Menschen schauen, der von außen genauso aussieht wie ich. Kyla. Etwa 1,50 Meter groß, grüne Augen, blondes Haar. Geslated. Vielleicht unterscheide ich mich ein bisschen von anderen Slatern, denn ich bin aufmerksamer und schwieriger zu kontrollieren. Aber ich wurde geslated. Als Strafe für Verbrechen, an die ich mich nicht mehr entsinnen kann, haben die Lorda mein Gehirn leergefegt. Meine Erinnerungen und meine Vergangenheit sollten für immer vergessen sein. Was ist also passiert? Diesen Nachmittag war ich spazieren. Das ist passiert. Ich wollte über Ben nachdenken. Bei dem Gedanken an ihn überkommt mich unendlicher Schmerz. Schlimmer noch als zuvor. Am liebsten würde ich laut aufschreien. Konzentrier dich. Was ist dann passiert? Wayne, dieser Abschaum, ist mir in den Wald gefolgt. Ich zwinge mich daran zu denken, was er getan hat und wie er mich gepackt hat. Angst und Wut steigen wieder in mir hoch. Ich war so wütend auf ihn, so unglaublich wütend, dass ich um mich geschlagen habe, ohne nachzudenken. Und etwas in mir hat sich verändert, ist eingestürzt und hat sich neu zusammengesetzt. Ich sehe seinen blutenden Körper vor mir und zucke zusammen. War das tatsächlich ich? Irgendwie ist ein Slater, ich, gewalttätig geworden. Und das war nicht alles. Ich konnte mich plötzlich an Gefühle und Bilder aus meiner Vergangenheit erinnern. Aus der Zeit, bevor ich geslated wurde. Dabei ist das unmöglich. Von wegen. Es ist passiert. Jetzt bin ich nicht mehr nur Kyla, der Name, der mir vor einem knappen Jahr im Krankenhaus gegeben wurde. Ich bin etwas jemand anderes. Und ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Ratatatat. Ich fahre aus dem Wasser hoch und es schwappt auf den Boden. Kyla? Ist bei dir da drin alles in Ordnung? Die Tür. Mom hat an die Tür geklopft. Das war alles. Vorsichtig löse ich die geballten Fäuste. Ich beruhige dich. Alles gut, schaffe ich es zu antworten. Deine Haut wird ganz schrumpelig, wenn du da noch länger drin bleibst. Essen ist fertig. Unten sind außer Mom noch meine Schwester Amy und ihr Freund Jazz da. Amy wurde ebenfalls geslated. Und genau wie ich der Familie Davis zugewiesen. Aber sie ist in vielerlei Hinsicht völlig anders als ich. Immer heiter, voller Leben und plappert den ganzen Tag. Amy ist groß und ihre Haut hat die Farbe von Schokolade. Ich dagegen bin klein, hellblond und schweigsam. Ihr Freund Jazz ist normal, also nicht geslated. Und ganz vernünftig, wenn er die hübsche Amy nicht gerade verträumt, anstarrt. Ich bin froh, dass Dad nicht da ist, denn dann brauche ich seinen wachsamen Blick nicht zu fürchten, der einen abmisst, beurteilt und dafür sorgt, dass man keinen falschen Schritt macht. Das Gespräch beim Essen dreht sich um Amys Kurse und Jazz' neue Kamera. Amy erzählt aufgeregt, dass sie gefragt wurde, ob sie nach der Schule in der Arztpraxis aushelfen möchte, wo sie zuvor ein Praktikum gemacht hat. Mom schaut mich an und meint, wir werden sehen. Doch ich weiß schon, was dahinter steckt. Sie möchte nicht, dass ich nach der Schule allein bin. Ich brauche keinen Babysitter, sage ich, obwohl ich nicht ganz sicher bin, ob das stimmt. Langsam geht der Abend zu Ende und ich laufe nach oben. Ich putze mir die Zähne und blicke in den Spiegel. Grüne Augen starren zurück, groß und vertraut. Aber sie sehen Dinge, die ihnen zuvor entgangen sind. Normale Dinge, aber nichts ist mehr normal. Ein stechender Schmerz in meinem Knöchel zwingt mich stehen zu bleiben. Mein Verfolger ist in weiter Ferne, aber er kommt immer näher. Er wird nicht aufgeben. Ich muss mich verstecken. Ich tauche ins Dickicht ab und warte durch einen eiskalten Bach, um meine Spuren zu verwischen. Dann robbe ich auf dem Bauch durch dichtes Gestrüpp, ungeachtet der Dornen, die sich in meinem Haar und meinen Kleidern verfangen. Schmerz durchfährt mich, als sich ein Dorn in meinen Armen bohrt. Er darf mich nicht finden. Nicht nochmal. Ich grabe mich in den Boden ein, bedecke meine Arme und Beine mit den kalten und fauligen Blättern auf dem Waldboden. Ein Lichtkegel fällt durch die Bäume über mir. Ich erstarre. Er wandert immer tiefer, direkt über mein Verstecken weg. Erst als das Licht ohne innezuhalten an mir vorüber schwenkt, atme ich weiter. Schritte. Sie nähern sich, gehen vorbei, werden leiser und entfernen sich, bis ich nichts mehr höre. Nun muss ich warten. Ich zähle eine Stunde ab, während ich starr vor Kälte in feuchten Kleidern auf dem Boden liege. Bei jeder vorbeihuschenden Kreatur, jedem Zweig, der sich im Wind bewegt, zucke ich ängstlich zusammen. Aber je mehr Zeit vergeht, umso mehr glaube ich daran, dass es mir diesmal vielleicht gelingt. In der Morgendämmerung krieche ich vorsichtig aus meinem Versteck, Zentimeter um Zentimeter. Die Vögel singen und ich jubiliere mit ihnen. Habe ich endlich bei Nikos Version von Verstecken gewonnen? Könnte ich die erste sein? Licht blendet mich. Hier bist du also. Niko packt mich am Arm, reißt mich auf die Beine und ich schreie wegen meines schmerzenden Knöchels auf. Aber er brennt nicht so sehr wie die Enttäuschung, die heiß und bitter in mir aufsteigt. Wieder habe ich versagt. Er streicht mir Blätter von den Kleidern, legt mir einen Arm um die Hüfte und stützt mich, damit ich es ins Lager zurückschaffe. Trotz allem tut mir seine Nähe gut. Du weißt doch, dass du nie entkommen kannst. Oder? Sagt er. Innerlich triumphiert er. Gleichzeitig ist er aber enttäuscht von mir. Alles auf einmal. Ich werde dich immer finden. Niko beigt sich zu mir und küsst meine Stirn. Eine seltene Geste der Zuneigung, von der ich weiß, dass sie die Strafe, die er sich für mich ausdenken wird, in keiner Weise mildert. Ich kann niemals entkommen. Er wird mich überall finden. Irgendwo klingelt es. Ich bin noch halb am Träumen und weiß nicht, wo ich bin. Langsam drifte ich wieder in den Schlaf. Erneut klingelt es. Was soll das? Mit einem Schlag bin ich wach und springe auf. Aber etwas hält mich zurück und ich schreie fast. Ich ringe damit, werfe es zu Boden und kauere in Kampfstellung. Bereit für den Angriff. Bereit für alles. Aber nicht dafür. Vor meinen Augen werden aus fremden, bedrohlichen Dingen Alltagsgegenstände. Ein Bett, ein Wecker, der immer noch auf meinem Nachttisch klingelt. Der Gegner entpuppt sich als meine Bettdecke, die ich um mich geschlungen hatte. Trübes Licht fällt durchs offene Fenster. Vor mir sitzt ein verstimmter Kater, der aus Protest laut maunst, weil er sich in der Decke auf dem Boden verheddert hat. Reiß dich zusammen. Ich schalte den Wecker aus und zwinge mich ruhiger zu atmen. Ein, aus, ein, aus, um mein pochendes Herz zu beruhigen. Aber meine Nerven sind gespannt wie Drahtseile. Sebastian starrt mich mit gesträubtem Fell an. Kennst du mich noch, Kater? flüstere ich und strecke ihm die Hand hin, damit er daran riechen kann. Dann streichle ich ihn, um uns beide zu beruhigen. Ich lege die Decke wieder ordentlich aufs Bett und er springt darauf. Schließlich legt er sich hin, lässt die Augen aber halb geöffnet. Zur Sicherheit. Beim Aufwachen dachte ich, ich wäre dort. Im Halbschlaf war mir jedes Detail vertraut. Die provisorischen Unterkünfte, die Zelte, die Luft war feucht und kühl. Der Rauch von Holzfeuern lag in der Luft und man konnte das Rauschen der Bäume, die Vögel und leise Stimmen hören. Doch je wacher ich werde, umso mehr verschwimmen die Einzelheiten. Habe ich nur geträumt? Oder gibt es diesen Ort wirklich? Mein Level liegt mit 5,8 im mittleren Bereich. Und das, obwohl mein Herz immer noch schnell schlägt. Nachdem was gerade passiert ist, hätte mein Level eigentlich steil abfallen müssen. Ich ziehe an meinem Level, diesmal fest sogar, doch nichts passiert. Zumindest sollte es Schmerz verursachen. Geslatete Straftäter können weder sich selbst noch anderen Gewalt antun, nicht mit einem Level, das jede Stimmungsschwankung misst. Und zu Ohnmacht oder Tod führt, wenn sich der Träger zu sehr aufregt oder wütend wird. Eigentlich hätte ich bei dem Vorfall gestern sterben müssen. Der Chip, der beim Slating in meinem Gehirn eingepflanzt wurde, hätte mich ausschalten sollen. In mir klingt noch der gestrige Albtraum nach. Ich kann niemals entkommen. Er wird mich überall finden. Nico. So heißt er. Er ist keine flüchtige Traumgestalt. Es gibt ihn wirklich. Ich sehe seine blassblauen Augen vor mir. Augen, die binnen einer Sekunde von kalt zu heiß wechseln können. Er wird wissen, was all das zu bedeuten hat. Denn als lebendiger Teil meiner Vergangenheit ist er plötzlich in meinem jetzigen Leben aufgetaucht. Ausgerechnet als mein Bio-Lehrer. Eine seltsame Wandlung von... von... was eigentlich? Die Erinnerungen entgleiten mir. Wütend balle ich die Fäuste. Ich hatte ihn vor mir. Klar und deutlich. Und dann... nichts. Nico kennt die Antwort. Aber soll ich ihn fragen? Eines weiß ich nämlich sicher. Er ist gefährlich. Wenn ich nur an seinen Namen denke, verkrampft sich mein Magen vor Angst und vor Sehnsucht. Ich möchte um jeden Preis bei ihm sein. Koste es, was es wolle. Er wird mich überall finden. Es klopft an der Tür. Kyla, bist du wach? Du kommst noch zu spät zur Schule. Ihr Wagen, die Damen, sagt Jazz und verbeugt sich. Er stemmt einen Fuß gegen das Auto, um die Tür aufzureißen. Ich klettere auf den Rücksitz, Amy steigt vorn ein. Und obwohl es sich wie ein Ritual anfühlt, das sich jeden Morgen wiederholt, ist es mir fremd. Eine Monotonie, die mir zu schaffen macht. Unterwegs schaue ich aus dem Fenster. Bauernhöfe und Stoppelfelder ziehen an uns vorüber. Kühe und Schafe stieren friedlich kauend vor sich hin. Wie unterscheiden wir uns eigentlich von ihnen? Auch wir werden wie eine Viehherde jeden Morgen zur Schule gekarrt und bewegen uns auf vorgeschriebenen Bahnen, ohne je das Warum zu hinterfragen. Kyla? Erde an Kyla! Amy hat sich in ihrem Sitz herumgedreht. Sorry, hast du was gesagt? Ich habe gefragt, ob es dir was ausmacht, wenn ich nach der Schule arbeiten gehe. Vier Tage die Woche, von Montag bis Donnerstag. Mom ist sich nicht sicher, ob es gut ist, wenn du so viel allein bist. Sie wollte noch mit dir darüber reden. Kein Problem, wirklich. Es macht mir nichts aus. Wann fängst du an? Morgen, sagt sie mit schuldbewusstem Blick. Du hast doch ohnehin schon zugesagt, oder? Frage ich. Erwischt, meint Jess. Aber was ist mit mir? Wann hast du überhaupt Zeit für mich? Die restliche Fahrt über tun sie so, als würden sie sich deshalb streiten. Der Vormittag rauscht einfach so an mir vorbei. Ich scanne meinen Schülerausweis vor jeder Stunde ein und tue im Unterricht so, als würde ich zuhören. Versuche auszusehen, als wäre ich aufmerksam und lernwillig, damit niemand Grund hat, mich genauer ins Visier zu nehmen. Nach der Stunde scanne ich meine Karte dann wieder. Ich esse allein und wie üblich werde ich von den anderen Schülern ignoriert, die sich von den Slatern fernhalten. Ben mochten die meisten, aber ich bin nicht besonders beliebt. Vor allem jetzt nicht mehr, seit er verschwunden ist. Ben, wo bist du? Sein Lächeln, das warme, sichere Gefühl seiner Hand in meiner, das Leuchten in seinen Augen. Die Erinnerung schmerzt, als würde mir jemand ein Messer in den Bauch rammen. Der Schmerz ist so real, dass ich die Arme um mich schlingen muss, um nicht laut loszuschreien. Insgeheim weiß ich aber, dass ich das nicht mehr viel länger aushalte. Gefühle lassen sich nicht für immer verschließen. Aber nicht hier, nicht jetzt. Dann ist es endlich Zeit für den Bio-Unterricht. Mein Unbehagen wächst auf dem Weg zum Labor. Was, wenn ich durchgedreht bin und er gar nicht Nico isst? Gibt es ihn überhaupt? Was, wenn er es ist? Was dann? Ich lese meine Karte an der Tür ein, gehe nach hinten und setze mich, bevor ich es wage, aufzublicken. Vielleicht hätten mir die Beine versagt, wenn ich ihn, der mir ständig im Kopf herumspukt, nun in Natura vor mir sehe. Und da ist er. Mr. Hatton, unser Bio-Lehrer. Ich starre ihn an, aber das ist nichts Außergewöhnliches, denn das tun alle Mädchen. Er ist nicht nur zu jung und zu gut aussehend für einen Lehrer, er hat etwas Besonderes an sich. Und das hängt nicht nur mit den schönen Augen, dem welligen, blond gesträhten Haar, das für einen Lehrer ziemlich lang ist oder seiner großen, durchtrainierten Gestalt zusammen. Es liegt vielmehr an seinem Auftreten. Ruhig, aber immer alarmbereit wie ein Gepard, der auf den Sprung wartet. Alles an ihm verströmt Gefahr. Nico. Es ist Nico, keine Frage, kein Zweifel. Seine unvergesslich hellblauen Augen mit den dunklen Rändern schweifen durch den Raum. Unsere Blicke begegnen sich. Wir sehen uns an und seine Augen bekommen einen warmen Ausdruck. Wir erkennen uns wieder und es ist fast wie ein körperlicher Schock, der alles real macht. Als er den Blick schließlich löst, fühlt es sich an, als würde er mich aus einer Umarmung entlassen. Das bilde ich mir nicht ein. Genau in diesem Moment steht er, Nico, auf der anderen Seite des Raums. Bislang habe ich es nur geahnt. Doch jetzt, mit meinem neu erwachten Bewusstsein, bin ich mir hundertprozentig sicher. Dann fällt mir ein, dass ihn zwar die anderen Schülerinnen anstarren, ich das aber normalerweise nicht tue. Zumindest nicht so auffällig. Also versuche ich es während des Unterrichts nicht zu tun. Aber vergeblich. Seine Augen suchen immer wieder meine. Lese ich darin Neugierde? Fragen? Amüsiertes Interesse? Vorsicht. Er darf nicht wissen, dass sich etwas verändert hat, ehe ich nicht herausgefunden habe, wer er ist und was er will. Ich zwinge mich auf das Heft, um den Stift vor mir zu schauen, der über die Seite fliegt und wie zufällig blaue Wirbel und halbfertige Skizzen hinterlässt, wo eigentlich Notizen stehen sollten. Als würde meine Hand ein Eigenleben führen. Der Stift. Die Hand. Die linke Hand. Ohne nachzudenken halte ich ihn in der linken Hand. Aber ich bin Rechtshänderin. Oder? Ich muss Rechtshänderin sein. Mir stockt der Atem und ich bekomme Angst. Ich zittere. Alles um mich herum wird schwarz. Sie streckt die Hand aus. Die rechte Hand. Tränen laufen ihr übers Gesicht. Bitte. Hilf mir. Sie ist so jung. Noch ein Kind. Ein solch bettelnder, flehentlicher Ausdruck liegt in ihren Augen, dass ich alles tun würde, um ihr zu helfen. Aber ich erreiche sie einfach nicht. Je näher ich komme und umso mehr ich versuche, nach ihrer Hand zu fassen, desto weiter ist sie von dort entfernt, wo sie zu sein scheint. Durch irgendeinen optischen Trick rutscht sie mehr und mehr nach rechts. Und Emma ist sie ein Stück zu weit weg, um nach ihr greifen zu können. Bitte, hilf mir. Gib mir deine andere Hand, sage ich. Doch sie schüttelt den Kopf und reißt die Augen weit auf. Aber ich wiederhole die Bitte, bis sie schließlich die linke Hand hebt, die bislang neben ihrem Körper lag, sodass ich sie nicht sehen konnte. Die Finger sind gekrümmt und blutig, gebrochen. Eine plötzliche Erinnerung schießt mir durch den Kopf. Ein Ziegel. Finger, die von einem Ziegel zertrümmert werden. Ich koche auf. So verletzt, wie sie ist, kann ich ihre Hand nicht anfassen. Ihre Hände sinken nach unten. Sie schüttelt den Kopf und ihr Körper verblasst. Sie löst sich allmählich auf, bis ich durch sie hindurchsehen kann, wie durch feinen Nebel. Ich will sie festhalten, aber es ist zu spät. Sie ist weg. Mir geht's schon wieder gut. Ich habe letzte Nacht einfach zu wenig geschlafen, das ist alles. Mir geht's wirklich gut, beteure ich. Kann ich jetzt in meine letzte Stunde gehen? Die Schulschwester schenkt mir nicht mal ein Lächeln. Diese Entscheidung musst du schon mir überlassen, sagt sie. Stirnrunzeln scannt sie mein Level. Mein Magen verkrampft sich, weil ich Angst habe, dass alles auffliegt. Nachdem was passiert ist, hätte mein Level fallen müssen. Als das Level noch richtig funktioniert hat, bin ich manchmal selbst von Albträumen ohnmächtig geworden. Aber wer weiß, was es jetzt anzeigt. Sieht aus, als ob du einfach nur umgekippt bist. Dein Level ist in Ordnung. Es ist sogar ganz gut. Hast du zu Mittag gegessen? Sie braucht einen Grund. Nein, ich war nicht hungrig, lüge ich. Sie schüttelt den Kopf. Keila, du musst essen. Sie hält mir einen Vortrag über Blutzucker, gibt mir Tee und Kekse und ehe sie durch die Tür verschwindet, befiehlt sie mir, dass ich bis zum Unterrichtsende in ihrem Büro bleiben soll. Als ich allein bin, gerate ich wieder ins Grübeln. Das Mädchen mit der gebrochenen Hand in diesem Albtraum, dieser Vision oder was es auch war. Ich weiß, wer sie ist. Ich erkenne sie als eine jüngere Version von mir selbst. Sie hat meine Augen, meinen Körperbau, alles. Lucy Connor. Vor Jahren aus ihrer Schule in Keswick verschwunden. Laut MIA war sie zu diesem Zeitpunkt zehn Jahre alt. Missing in Action, so heißt die illegale Webseite, die ich vor Wochen bei Jazz Cousin gesehen habe. Lucy war ein Teil von mir, bevor ich geslated wurde. Aber selbst mit meinen neuen Erinnerungen kann ich mich nicht mehr in Lucy hineinversetzen und weiß nicht, wie ihr Leben ausgesehen hat. Ich kann sie mir noch nicht einmal als ich oder mich vorstellen. Sie ist anders, unabhängig, losgelöst von mir. Wie passt Lucy in das Chaos in meinem Gehirn? Frustriert trete ich gegen den Tisch. Es gibt so viele Dinge, die ich nur halb verstehe. Ich habe das Gefühl, dass ich bestimmte Sachen weiß, aber wenn ich mich auf die Details konzentriere, entgleiten sie mir, lösen sich auf. Als mir bewusst wurde, dass ich mit der linken Hand schreibe, kamen all diese Erinnerungen auf einmal wieder in mir hoch. Hat Nico etwas gemerkt? Falls er mitbekommen hat, dass ich mit links schreibe, weiß er, dass sich etwas verändert hat. Ich müsste Rechtshänderin sein und es ist wichtig, so wichtig. Warum ist es so wichtig, dass ich Rechtshänderin bin? Warum war ich das vorher und warum jetzt nicht mehr? Es fällt mir einfach nicht ein. Die Erinnerung ist so deformiert wie die Finger, die von einem Ziegel zertrümmert wurden. Beim letzten Klingeln erscheint Mom im Schwesternzimmer. Hallo, Kyla. Hi. Haben sie dich angerufen? Sieht so aus. Tut mir leid. Mir geht's gut. Deswegen bist du auch mitten im Unterricht umgekippt und hier gelandet? Naja, also jetzt geht's mir jedenfalls gut. Mom holt Amy und fährt mit uns nach Hause. Dort will ich gleich hoch in mein Zimmer. Kyla, warte. Komm, wir unterhalten uns ein bisschen. Mom lächelt. Aber es ist eines jener Lächeln, die nicht bis zu den Augen reichen. Soll ich dir eine heiße Schokolade machen? fragt sie und ich folge ihr in die Küche. Sie plaudert nicht, als sie die Milch aufsetzt. Mom redet nie besonders viel, außer wenn sie etwas Konkretes zu sagen hat. So wie jetzt. Mir wird mulmig. Ist ihr aufgefallen, dass ich mich verändert habe? Vielleicht kann sie mir helfen, wenn ich ihr alles erzähle und trau ihr nicht. Nach dem Slating war ich ein leeres Blatt. Neun Monate habe ich im Krankenhaus gebraucht, um wieder zurechtzukommen, um zu lernen, wie man läuft, spricht und mit dem Level umgeht. Dann wurde ich dieser Familie zugewiesen. Mit der Zeit habe ich in Mom eine Freundin gesehen, auf die ich mich verlassen kann. Aber wie lange kenne ich sie tatsächlich schon? Noch keine zwei Monate. Vor ein paar Tagen ist mir meine Zeit hier noch länger erschienen, weil ich außer dem Krankenhaus ja nichts kannte. Nun, da sich mein Blickfeld erweitert hat, weiß ich, dass man Leuten mit Argwohn und nicht mit Vertrauen begegnen sollte. Mom stellt den Kakao vor uns auf den Tisch und ich wärme meine Hände an dem heißen Becher. Was ist passiert? fragt sie. Ich bin wohl ohnmächtig geworden. Aber wieso? Die Schwester meinte, dass du nichts gegessen hast, aber dein Pausenbrot ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Ich schweige, nippe an meiner Schokolade und konzentriere mich auf die bittere Süße. Nichts, was ich als Erklärung hervorbringen könnte, ergibt viel Sinn. Nicht mal für mich. Bin ich ohnmächtig geworden, weil ich mit der linken Hand geschrieben habe? Und dann dieser Traum. Was hat er nur zu bedeuten? Keila, ich weiß, wie schwer gerade alles für dich ist. Wenn du mit mir sprechen möchtest, kannst du das jederzeit. Das weißt du, oder? Über Ben und alles andere. Weck mich, wenn du nicht schlafen kannst. Wirklich. Meine Augen füllen sich mit Tränen, als sie Bens Namen erwähnt, und ich blinzle wie wild. Wenn sie nur wüsste, wie schwer alles gerade wirklich ist. Wenn sie die ganze Geschichte kennen würde. Ich möchte ihr alles erzählen, aber was würde sie von mir denken, wenn sie wüsste, dass ich möglicherweise jemanden umgebracht habe? Ihr macht es vielleicht nichts aus, nachts geweckt zu werden. Aber Dad wohl schon. Wann kommt Dad zurück? Frage ich. Und plötzlich wird mir bewusst, dass er schon ziemlich lange weg ist. Er ist oft wegen seiner Arbeit unterwegs, installiert und wartet landesweit die Computer der Regierung. Aber normalerweise verbringt er mindestens eine oder zwei Nächte die Woche zu Hause. Es kann sein, dass er eine ganze Weile nicht mehr daheim sein wird. Warum? Frage ich und versuche mir meine Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Sie steht auf und spült unsere Tassen. Du siehst aus, als brauchtest du dringend ein wenig Schlafkeiler. Warum legst du dich nicht noch mal hin vor dem Abendessen? Gespräch beendet. Mitten in der Nacht verliere ich mich in verwirrenden Träumen. Ich renne, jage und werde gejagt. Alles auf einmal. Als ich gefühlt zum zehnten Mal aufwache, boxe ich verzweifelt ins Kissen. Von draußen dringt ein leises Geräusch herein. Ein Knirschen. Vielleicht bin ich diesmal doch nicht wegen eines Albtraums wach geworden. Ich gehe zum Fenster und ziehe den Vorhang auf einer Seite zurück. Der Wind ist stärker geworden und hat Blätter durch den Garten geweht. Die Bäume scheinen plötzlich kahl. Der Sturm von gestern hat die Welt verändert. Orange und rote Flecken wirbeln durch die Luft und um ein dunkles Auto herum, das vor unserem Haus steht. Die Autotür geht auf und eine Frau steigt aus. Langes, lockiges Haar fällt ihr ins Gesicht. Ich halte vor Überraschung die Luft an. Kann das sein? Als die Frau die Autotür schließt und sich das Haar zurückstreicht, erkenne ich sie. Es ist Mrs. Nix, Bens Mutter. Ich klammere mich an den Fenstersims. Warum ist sie hier? Vor Aufregung kann ich kaum noch klar denken. Vielleicht hat sie Neuigkeiten von Ben. Doch meine Hoffnungen werden sogleich zunichte gemacht. Ihr Gesicht sieht im Mondlicht verkniffen und bleich aus. Wenn sie irgendwelche Nachrichten hat, dann keine guten. Schritte knirschen auf dem Kies, dann klopft es leise an die Haustür. Womöglich fordert Mrs. Nix eine Erklärung von mir, was mit Ben passiert ist. Vielleicht wird sie morgen berichten, dass ich dort war, bevor die Lorda ihn mitgenommen haben. Bilder blitzen schmerzhaft in mir auf. Ben im Todeskampf. Das Rütteln an der Tür, ehe seine Mutter hereinkam. Ich habe ihr nur erzählt, dass ich ihn mit dem abgeschnittenen Levo vorgefunden habe. Das Rütteln an der Tür. Sie musste erst aufschließen, um reinzukommen. Ihr gegenüber habe ich behauptet, dass ich ihn so vorgefunden habe. Aber sie weiß, dass es eine Lüge war. Wie hätte ich durch die verschlossene Tür kommen sollen? Unten geht die Haustür auf und man hört Gemurmel. Ich muss es wissen. Lautlos schlüpfe ich aus dem Zimmer und die Treppen hinunter. Der Wasserkessel pfeift leise und ich höre gedämpfte Stimmen. Sie sind in der Küche. Behutsam setze ich einen Fuß vor den anderen. Die Küchentür steht halb offen. Etwas berührt mich am Bein und ich schrecke auf. Fast hätte ich laut aufgeschrien, doch es ist nur Sebastian. Schnurrend streicht er mir um die Beine. Bitte sei stell, flehe ich stumm und beuge mich hinab, um ihn hinter den Ohren zu kraulen. Dabei stoße ich mit dem Ellbogen an das Tischchen im Gang. Ich halte den Atem an. Schritte. Schnell verstecke ich mich im dunklen Büro gegenüber. Es ist nur der Kater, höre ich Mom sagen. Dann bewegt sich etwas und ich höre ein leises Miauen. Mom schließt die Küchentür hinter sich. Ich schleiche mich wieder in den Gang und lausche abermals. Es tut mir so leid, was mit Ben passiert ist, sagt Mom. Ich höre, wie Stühle gerückt werden. Aber sie hätten nicht herkommen sollen. Bitte, sie müssen mir helfen. Ja, aber wie denn? Wir haben alles versucht, um herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Alles. Man sagt uns überhaupt nichts. Ich dachte, vielleicht können sie... Sie verstummt. Mom hat Beziehungen. Politische Beziehungen. Ihr Vater war Premierminister, bevor er ermordet wurde und hat das System der Lorde eingeführt. Kann sie ihr helfen? Angestrengt spitze ich die Ohren. Es tut mir leid. Ich habe bereits für Kyla versucht, etwas herauszufinden, aber ich renne da gegen eine Wand. Man sagt mir rein gar nichts. Ich weiß nicht, an wen ich mich noch wenden soll. Dann höre ich leise schniefen und schluchzen. Sie weint. Bens Mutter weint. Hören Sie mir zu. Zu Ihrem eigenen Wohl müssen Sie aufhören, Fragen zu stellen. Vorerst zumindest. Mein Verstand schaltet sich aus und ich kann nichts dagegen tun. Meine Augen füllen sich mit Tränen. Meine Kehle schnürt sich zu. Mom hat versucht, in Erfahrung zu bringen, was mit Ben passiert ist. Meinetwegen. Das hat sie mir nie gesagt, weil sie nichts herausgefunden hat. Was für ein Risiko sie eingegangen ist. Es ist gefährlich, Nachforschungen zu Geschehnissen anzustellen, in die Lorda involviert sind. Vielleicht sogar lebensgefährlich. Und auch Bens Mutter setzt gerade viel aufs Spiel. Während sie sich verabschieden, schleiche ich zurück in mein Zimmer. Zu der Erleichterung, dass Bens Mutter nichts von meiner Anwesenheit an jenem Tag gesagt hat, mischt sich Trauer. Mrs. Nix leidet wie ich unter dem schrecklichen Verlust. Ben war seit mehr als drei Jahren ihr Sohn, seit er geslated wurde. Er hat mir gesagt, dass sie sich nahe standen. Ich sehne mich danach, zu ihr zu gehen, damit wir unseren Kummer teilen können, traue mich aber nicht. Fest schlinge ich die Arme um mich. Ben. Ich flüstere seinen Namen, doch er kann nicht antworten. Der Schmerz fühlt sich an, als wollte er mich zermalmen. Niedertrampeln. Mich in tausend Stücke reißen. Bislang hatte ich diese Gefühle immer unterdrücken müssen, sonst hätte mich mein Levo ausgeschaltet. Doch jetzt, da es nicht mehr funktioniert, ist der Schmerz dermaßen übermächtig, dass ich laut aufstöhne. Mir ist, als würde ich ohne Narkose operiert. Es ist kein dumpfer Schmerz, sondern ein tiefer Schnitt mit dem Skalpell. Ben ist weg. Trotz der wirren Erinnerungsfetzen funktioniert mein Gehirn jetzt besser. Er ist weg und kommt nicht wieder. Selbst wenn er das Abschneiden des Levus überstanden hat, gibt es keine Hoffnung, dass er die Lorda überlebt hat. Mit meinen Erinnerungen kehrt auch diese Erkenntnis zurück. Wen die Lorda einmal mitgenommen haben, kehrt nie mehr zurück. Diese Einsicht tut so weh, dass ich sie wegschieben und mich davor verstecken will. Aber die Erinnerung an Ben will ich mir erhalten. Der Schmerz ist alles, was mir von ihm bleibt. Seine Mutter tritt Augenblicke später aus der Haustür. Sie setzt sich ins Auto und ehe sie losfährt, bleibt sie noch ein paar Minuten über das Lenkrad gebeugt sitzen. Als sie den Motor anlässt, fängt es leicht an zu regnen. Sobald sie außer Sichtweite ist, mache ich das Fenster weit auf, beuge mich nach draußen und strecke die Arme in die Nacht. Kalte Tropfen fallen auf meine Haut und heiße Tränen laufen mir über das Gesicht. Regen. Er erinnert mich an etwas Wichtiges. Doch gleich darauf ist der Gedanke wieder verschwunden. Ich beuge mich über meine Skizze, zeichne wie wild Blätter und Äste und achte darauf, dass ich die rechte Hand benutze. Der neue Kunstlehrer, den die Schule jetzt endlich eingestellt hat, sieht weder gefährlich noch inspirierend aus. Er wirkt völlig uninteressant und kann Janelli, dem Mann, den er ersetzen soll, überhaupt nicht das Wasser reichen. Aber solange ich irgendetwas zeichnen kann, selbst wenn es wie heute nur Bäume sind, ist es mir egal, wie öde der Lehrer ist. Er geht durch den Raum, macht ab und zu nichtssagende Kommentare, bis er bei mir stehen bleibt. Hm. Nun, das ist interessant, sagt er und geht weiter. Ich schaue auf das Papier vor mir. Ich habe einen Wald voller wütender Bäume gezeichnet, in dessen Schatten eine dunkle Gestalt mit leuchtenden Augen lauert. Was würde Janelli wohl davon halten? Er würde sagen, mach langsamer und arbeite sorgfältiger. Und er hätte recht damit, aber die Wildheit der Zeichnung würde ihm trotzdem gefallen. Ich fange von vorn an. Das Kratzen des Kohlestifts auf dem Papier beruhigt mich. Die Bäume wirken freundlicher und diesmal blickt Janelli selbst aus dem Schatten zu mir herauf. Niemand außer mir würde ihn erkennen, denn ich weiß, was mit Leuten wie Janelli passiert, die Vermisste zeichnen. Stattdessen male ich ihn, wie ich ihn mir als jungen Mann vorstelle. Nicht als den alten Mann, den die Lorda mitgenommen haben. Eine Stunde später scanne ich meinen Schülerausweis an der Tür zur Stillarbeitsstunde ein und betrete das Klassenzimmer. Ich gehe nach hinten. Keila? Ich bleibe stehen. Diese Stimme. Hier? Ich drehe mich um. Nico lehnt am Lehrerpult vorn im Raum und grinst verschmitzt. Hoffentlich geht's dir heute wieder besser. Mir geht's gut, sage ich und schaffe es, mich umzudrehen und zu meinem Platz zu gehen, ohne umzukippen. Dass er den gelangweilten Aufsichtslehrer geben muss, der dafür sorgt, dass wir konzentriert lernen, ist eigentlich keine große Überraschung. Die Lehrerschaft wechselt die ganze Zeit durch und es war klar, dass Nico früher oder später dran sein würde. Trotzdem hatte ich nicht schon so bald wieder mit ihm gerechnet. Ich muss die Hände einen Augenblick lang im Schoß zusammenpressen, damit sie weniger zittern. Dann schlage ich meine Mathehausaufgabe auf, weil ich dabei ohne große Mühe so tun kann, als ob ich beschäftigt wäre. Den Blick aufs Heft gerichtet, halte ich den Stift in der rechten Hand. Nico hat einen Rotstift und ein Blatt Papier vor sich auf dem Tisch liegen. Trotzdem sehe ich, dass auch er nur so tut, als würde er arbeiten, dabei aber die ganze Zeit in meine Richtung schaut. Das weiß ich natürlich nur, weil ich ihn beobachte. Seufzend mache ich mich an eine Gleichung mit einer Unbekannten. Die Zahlen verschwimmen jedoch vor meinen Augen. Gedanken versunken, kritzele ich am Rand der Seite herum, zeichne Weinranken und Blätter um das Datum, das ich wie immer oben auf die Seite geschrieben habe. Plötzlich springt mir das Datum direkt ins Auge. Dritter Elfter. Heute ist der dritte November. Mit einem beinahe hörbaren Klick geht mir ein Licht auf. Heute ist mein Geburtstag. Ich wurde heute vor 17 Jahren geboren. Aber außer mir weiß das niemand. Eine Gänsehaut breitet sich über meinen Armen aus. Ich kenne mein richtiges Geburtsdatum. Und nicht nur das, was mir im Krankenhaus zugewiesen wurde, als meine Identität geändert und ich meiner Vergangenheit beraubt wurde. Mein Geburtstag? Ich versuche mir etwas darunter vorzustellen, aber mir fällt nichts weiter dazu ein. Kein Kuchen, keine Feste, keine Geschenke. Ich entsinne mich nur noch an das Datum. Erlebnisse kommen keine in mir hoch. Aber ich spüre, dass mehr dahinter steckt. Ich noch mehr herausfinden und erfahren kann. Einige meiner wiedererlangten Erinnerungen sind nüchterne Tatsachen. Als würde ich eine Akte über mich selbst lesen und mich an Auszüge erinnern. Gefühle sind keine damit verbunden. Von der Vermissten-Webseite weiß ich, dass ich Lucy hieß und mit zehn Jahren verschwunden bin. Aber ich habe keine Erinnerung an dieses Leben. Irgendwann später tauche ich dann mit Nico wieder auf. Und erst von da an schleichen sich Bruchstücke meiner Vergangenheit ein. Nico ist derjenige, der womöglich die Antworten hat. Ich müsste ihm lediglich sagen, dass ich mich erinnern kann, wer er ist. Aber will ich sie wirklich hören? Als es läutet, trödle ich noch herum, obwohl ich mir vorgenommen hatte, schnell zu verschwinden und die Entscheidung, ob ich mit ihm sprechen soll oder nicht, erst einmal zu verschieben. Ein Schauder von was? Aufregung? Angst? Rieselt meinen Rücken hinab. Ich gehe langsam nach vorn, wo Nico an der Tür steht. Die anderen Schüler sind weg. Wir sind allein. Geh einfach, sage ich zu mir selbst und will an ihm vorbeilaufen. Herzlichen Glückwunsch, Rain, sagt er leise. Ich drehe mich um. Unsere Blicke treffen sich. Rain, flüstere ich. Ich drehe und wende den Namen in meinem Mund. Rain. Regen. Eine andere Zeit und ein anderer Ort kommen zurück, klar und deutlich. Ich habe mir diesen Namen an meinem 14. Geburtstag selbst ausgesucht. Ich erinnere mich. Es ist mein Name. Nicht Lucy, wie mich meine Eltern bei meiner Geburt genannt haben. Nicht Kyla, den Jahre später eine gleichgültige Krankenschwester in ein Formular eingetragen hat. Rain ist mein Name. Und es fühlt sich an, als ob der Klang dieses Namens endlich den letzten Widerstand in meinem Kopf weggepustet hätte. Seine Augen werden groß und leuchten auf. Er kennt mich und weiß, dass ich ihn kenne. Gefahr. Adrenalin strömt durch meinen Körper und setzt ungeahnte Energien in mir frei. Kampf oder Flucht. Im nächsten Augenblick sieht mich Nico an, als wäre nichts geschehen und macht den Weg für mich frei. Vergiss deine Bio-Hausaufgaben für morgen nicht, Kyla. sagt er mit einem Blick über meine Schulter. Ich drehe mich um und sehe Mrs. Ellie. Hass durchströmt mich und dann Angst. Aber das ist Kylas Angst. Ich habe keine Angst vor ihr. Rain fürchtet sich vor überhaupt nichts. Vergiss es nicht, wiederholt Nico und lässt diesmal die bedeutungslose Hausaufgabenanspielung für Mrs. Ellies Ohren weg und verschwindet im Flur. Vergiss es nicht. Wir müssen uns mal kurz unterhalten, sagt Mrs. Ellie und lächelt. Dann ist sie am gefährlichsten. Aber das kann ich auch. Ich lächle zurück. Natürlich, antworte ich und versuche den Jubel in meinem Inneren zu unterdrücken. Mein Name. Ich bin Rain. Ich werde dich nicht mehr zwischen den Schulstunden begleiten. Du kennst ja jetzt deine Wege in der Schule. Dann, vielen Dank für ihre Hilfe, erwidere ich, so süß ich kann. Ihre Augen werden schmal. Ich habe gehört, dass du während des Unterrichts herumhängst, traurig aussiehst und überhaupt nicht aufpasst. Aber heute scheinst du ganz glücklich zu sein? Tut mir leid, dass es Beschwerden gab. Heute geht es mir viel besser. Nun, Keila, du weißt, wenn du etwas auf dem Herzen hast, kannst du jederzeit zu mir kommen. Sie lächelt wieder und mir läuft ein Schauer über den Rücken. Vorsicht. Ihr offizieller Titel mag Betreuungslehrerin sein, aber sie ist viel mehr als das. Sie hat mich die ganze Zeit über beobachtet und jede klitzekleine Veränderung an mir wahrgenommen. Jedes auffällige Verhalten, das von dem abweicht, was von einem Slater erwartet wird, jeder Hinweis darauf, dass ich wieder auf die schiefe Bahn gerate, kann dazu führen, dass ich von den Laudern abgeholt und zurückgegeben werde. Liquidiert. Alles ist gut. Ehrlich. Nun, dann sieh zu, dass es so bleibt. Du musst in der Schule dein Bestes geben, zu Hause und in der Gemeinschaft um. Meinen Vertrag zu erfüllen, meine zweite Chance zu nutzen, ja, ich weiß, aber danke, dass Sie mich daran erinnert haben. Ich gebe mein Bestes. Ich grinse. Ich bin so glücklich, dass ich sogar einem Lorderspion mein Lächeln schenke. Dass Mrs. Ellie nicht mehr mein Schatten in der Schule sein wird, ist ein unerwartetes Geschenk. Ihre Gesichtszüge schwanken zwischen Verwirrung und Wut. Und, war meine Antwort übertrieben? Dann tu das, sagt sie mit eiskalter Stimme. Offenbar gefällt es ihr besser, wenn ich in ihrer Gegenwart zittere. Zu dumm, dass Rain nicht zittert. Rot, Gold, Orange. Die Eiche in unserem Vorgarten hat das Gras mit bunten Blättern überzogen und ich hole mir ein Rechen aus dem Schuppen. Ich habe einen Namen. Mit dem Rechen gehe ich auf die Blätter los, schiebe sie erst zu einem Haufen zusammen, um dagegen zu treten und wieder von vorn anzufangen. Ich habe einen Namen. Einen, den ich selbst ausgewählt habe. Das wollte ich sein. Die Lorder haben versucht, ihn mir zu nehmen. Aber das ist ihnen nicht gelungen. Ein Auto, das ich noch nie gesehen habe, hält auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ein Junge, etwa in meinem Alter oder ein wenig älter, steigt aus. Er trägt eine weite Jeans und ein zerknittertes T-Shirt, als wäre er stundenlang gefahren oder als hätte er darin geschlafen. Hoffentlich nicht beides gleichzeitig. Aber der Schlabberlook steht ihm. Er holt eine Kiste aus dem Kofferraum und trägt sie ins Haus. Als er wieder zurückkommt, sieht er mich und winkt. Ich winke zurück. Kyla würde das nicht tun. Sie würde wahrscheinlich einfach nur rot anlaufen. Doch Rain hat Mut. Dann trägt er noch eine Kiste rein. Auf der anderen Seite des Autos wird er immer kleiner und tut so, als würde er eine Treppe runtergehen. Er blickt sich um, ob ich ihm auch zusehe. Ich verdrehe die Augen zum Himmel. Er macht noch ein paar solcher Spielchen, während ich die Blätter auf eine Schubkarre lade, sie hinter das Haus fahre und reingehe. Danke, dass du dich um das Laub gekümmert hast, sagt Mom. Der Garten sah chaotisch aus. Kein Ding, ich hatte Lust, irgendwas zu machen. Dich zu beschäftigen? Ich nicke und ermahne mich, etwas weniger unternehmungslustig zu sein, ehe sie mich wegen Stimmungsschwankungen zur Kontrolle ins Krankenhaus bringt. Dieser Gedanke beunruhigt mich tatsächlich ziemlich und mein Lächeln fällt in sich zusammen. Mom legt mir eine Hand auf die Schulter und drückt mich. Wir essen sobald. Die Tür geht auf. Bin da, ruft Amy. Kurz darauf sitzen wir am Tisch und hören uns einen ausführlichen Bericht über Amys ersten Tag in der Arztpraxis an. Wie sich herausstellt, ist die Arbeit dort eine unglaubliche Quelle für Dorftratsch. Bald wissen wir, wer schwanger ist, wer nach zu viel Whisky die Treppe runtergefallen ist und dass der neue Junge auf der anderen Straßenseite Cameron ist, der aus dem Norden Englands stammt und aus irgendwelchen Gründen bei seiner Tante und seinem Onkel wohnt. Es ist super, dort zu arbeiten. Ich kann es kaum erwarten, bis ich Krankenschwester bin, sagt Amy ungefähr zum zehnten Mal. Hast du irgendwelche ekligen Krankheiten zu Gesicht bekommen, neckt Mom sie. Oder Verletzungen, füge ich hinzu. Oh ja, das habe ich ganz vergessen, zu erzählen. Da kommt ihr nie drauf. Was? Frage ich. Es ist heute Morgen passiert, also habe ich es nicht gesehen, aber alles darüber gehört. Na dann erzähl mal, sagt Mom. Man hat einen Mann mit furchtbaren Verletzungen gefunden. Oh je, meint Mom. Was ist denn passiert? Mir schwant nichts Gutes. Das weiß keiner. Man hat ihn im Wald gefunden, am Ende des Dorfes, wo ihn jemand halb tot geprügelt haben muss. Er hatte Kopfverletzungen und litt an Unterkühlung. Sie vermuten, dass er schon seit ein paar Tagen da draußen lag. Ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Hat er gesagt, wer ihn angegriffen hat? Frage ich und versuche, meine Atmung unter Kontrolle zu halten und normal zu wirken. Nein, und er sagt vielleicht nie wieder was. Als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, lag er im Koma. Wer ist es denn? fragt Mom, aber ich weiß es, ehe Amy es ausspricht. Wayne Best. Du weißt schon, der komische Maurer, der die Mauern für die Schrebergärten hochgezogen hat. Mom verbietet uns, in den Wald zu gehen oder uns von den Wegen zu entfernen. Sie fürchtet, irgendein Verrückter könnte frei herumlaufen. Aber ich bin dieser Verrückter. Kann ich nach oben gehen? frage ich, weil mir plötzlich schlecht ist. Mom dreht sich zu mir um. Du bist ja ganz blass. Sie legt mir eine warme Hand auf die Stirn. Vielleicht hast du Fieber. Ich bin ein bisschen müder. Na, dann leg dich schlafen. Wir können den Abwasch übernehmen. Amy stöhnt und ich gehe die Treppe hoch. Ich starre im Dunkeln die Wand an, während sich Sebastian wie ein warmes Band an meinen Rücken kuschelt. Ich habe einen Mann ins Koma geschlagen. Oder besser, Rain hat es getan. Sie ist in jenem Augenblick zurückgekehrt. Wie konnte das nur passieren? Sind wir ein und dieselbe Person? Oder zwei in einer? Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich sie bin, als ob ich ihre Erinnerungen und ihre Persönlichkeit übernommen hätte. Manchmal, wie jetzt gerade, entgleitet sie mir, als hätte es sie nie gegeben. Aber wer war Rain wirklich? Und irgendwie gehört Lucy ebenfalls zu Rains Vergangenheit. Nur wie? Der gleiche Geburtstag verbindet uns alle. Der dritte November. Ich hüte dieses Wissen wie ein Geheimnis in meinem Inneren. Egal wie diese Teile von mir zusammenpassen, das ist der Tag, an dem ich auf die Welt gekommen bin. Allmählich drifte ich in den Schlaf. Doch die Daten lassen mich nicht los. Mit einem Schlag bin ich wieder hellwach. Heute bin ich 17 geworden. Im September hat man mich aus dem Krankenhaus entlassen, in dem ich neun Monate lang war. Also wurde ich vor weniger als elf Monaten geslatet und war zu diesem Zeitpunkt bereits 16. Es ist illegal, jemanden zu slaten, der über 16 Jahre alt ist. Es stimmt, dass Lorde hin und wieder ihre eigenen Gesetze brechen, wenn sie einen triftigen Grund dafür haben. Aber was für einen Grund gab es in meinem Fall? Immer noch fehlen mir Verbindungen. Sobald ich das Gefühl habe, alles zu verstehen, sehe ich genauer hin und schon entgleiten mir die Zusammenhänge. Als ließe sich die Vergangenheit nur aus den Augenwinkeln erhaschen. Nico hätte bestimmt ein paar Erklärungen für mich parat, zumindest was Rain betrifft. Aber was würde ich er im Gegenzug dafür haben wollen? Vielleicht ist es besser, wenn ich Rain einfach vergesse, mich von Ärger fernhalte und Nico links liegen lasse, ihn meide und so tue, als sei nichts geschehen. So oder so könnte Wayne noch alles verderben. Du hättest ihn umbringen sollen. Sch. Am nächsten Tag gibt es im Bio-Unterricht eine Überraschung. Der Neue, Cameron, steht in der Tür. Als er mich entdeckt, steuert er direkt auf den leeren Stuhl neben mir zu. Grinsend setzt er sich. Das ist Bens Platz. Ich verschränke die Arme vor der Brust, blinzle und würdige ihn keines Blickes. Der leere Platz neben mir war schmerzhaft für mich, aber wenn dort jemand sitzt, führt es sich noch schlimmer an. Nico dreht sich zur Tafel um. Jedes Mädchen starrt ihn an, starrt auf seinen knackigen Hintern in der engen Hose und auf die muskulösen Schultern und den Rücken, die sich bei jeder Bewegung unter dem dünnen Seidenhemd abzeichnen. Dann wendet er sich wieder der Klasse zu und lässt den Blick durch den Raum schweifen. Was bedeutet das? Und zeigt auf die Worte, die er gerade an die Tafel geschrieben hat. Survival of the fittest Nur die Stärksten überleben, meint ein Schüler. So kann man das sicherlich verstehen. Aber um zu gewinnen, muss man nicht unbedingt der Stärkste sein. Sonst hätten die Dinosaurier unsere Vorfahren längst zum Mittagessen verspeist. Er sieht sich im Raum um, bis sich unsere Blicke treffen. Um zu überleben, muss man einfach nur der der Beste sein. Sein Blick hält meinen fest, während er die Worte langsam ausspricht. Schließlich sieht er weg und klärt uns über die Evolution und Darwin auf. Ich versuche, mir Notizen zu machen und dabei so zu tun, als wäre ich woanders. Oder besser, jemand anders. Ich muss einfach nur diese Stunde überstehen und hier rauskommen und etwas landet auf meinem Heft. Ein Stück Papier? Ich falte es auseinander. Darauf steht und so treffen wir uns wieder. Ich schaue zu Cameron. Er zwinkert mir zu. Ich verkneife mir ein Grinsen. Wir haben uns noch nicht getroffen, schreibe ich darunter. Dann strecke ich mich unauffällig und lasse dabei den Zettel auf sein Heft fallen. Einen Augenblick später kommt der Zettel zurück. Ich schaue zu Nico. Keine Reaktion. Er redet immer noch von Dinosauriern. Auf dem Papier steht Doch, haben wir. Du bist die, die auf Blättern springt? Ich bin der, der schwere Kisten aus dem Kofferraum hieft. Auch bekannt als Cam. Dann heißt er also Cam, nicht Cameron, wie bei Amys Dorftratsch. Und er ist genauso verrückt, wie er schon gestern gewirkt hat. Ich kaue eine Weile auf meinem Bleistift herum. Ignorieren oder? Ein Stift piekt mich in den Arm. Er ist anscheinend verrückt und ungeduldig. Aber ich weiß ja, wie es ist, die Neue zu sein und keinen zu kennen. Okay, also schreibe ich Blätterfrau, auch bekannt als Keiler. Ich knülle das Papier zusammen und schnipse es zu ihm rüber. Glückwunsch, sagt eine Stimme rechts von mir. Nico. Er steht direkt neben unserer Bank und sieht mich an. Genau wie alle anderen Augenpaare im Klassenzimmer. Äh. Du bist die glückliche Gewinnerin einer Stunde nachsitzen während deiner Mittagspause. Jetzt pass für den Rest des Unterrichts auf. Hitze steigt mir ins Gesicht, aber nicht wegen der peinlichen Situation und weil mich alle beobachten, sondern weil Nico damit quasi erwischt sagt. Der Gepard hat zugeschlagen und ich kann nichts dagegen tun. Cam protestiert ehrenhaft, dass es seine Schuld sei, aber Nico ignoriert ihn. Der Unterricht geht weiter und ich starre auf die Uhr. Die Minuten ziehen vorbei und ich bete, dass sich noch jemand anders etwas zu Schulden kommen lässt, damit wir nicht allein sind. Aber keine Chance. Nicht unter Nicos Argus-Augen. Es läutet und alle packen ihre Sachen. Cam steht mit betroffenem Gesicht auf. Tut mir leid, formt er mit den Lippen und folgt den letzten Schülern. Die Tür fällt hinter ihm ins Schloss. Wir sind allein. Nico starrt mich ausdruckslos an. Sekunden ziehen sich endlos in die Länge und ich bin was? Ängstlich? Aber eigentlich fühlt es sich anders an. Wie die Angst vor etwas, das schrecklich und aufregend zugleich ist. Als würde man bei Sturm auf einem Bergkamm stehen oder sich von einer Klippe abseilen. Er bedeutet mir, mit einer Kopfbewegung ihm zu folgen. Über den Flur gelangen wir zu einer Reihe von Büros. Er schaut sich um, nimmt einen Schlüssel aus der Tasche und schließt eine der Türen auf. Komm, sagt er. Kein Lächeln, nichts, keinerlei Gefühlsregung. Zögernd trete ich nach ihm ein. Was bleibt mir auch anderes übrig? Angst steigt in mir auf. Er schließt die Tür ab, dreht mir mit einer schnellen Bewegung den Arm auf den Rücken und drückt mein Gesicht gegen die Wand. Wer bist du? zischt er leise. Wer bist du? Diesmal etwas lauter, aber kontrolliert, damit es niemand hören kann. Er packt noch fester zu. Und als wäre der Schmerz in meiner Schulter der Auslöser, fällt es mir wieder ein. Ich bin woanders, zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort, wo Nikos unvorhergesehene Prüfungen wie diese hier die Unachtsamen erwischen. Aber ich weiß, wie ich entkommen kann. Mit einem Satz nach oben löse ich den Arm, fahre herum und rahme ihm die Faust in die harten Bauchmuskeln. Lachend lässt er mich los und reibt sich den Bauch. Ich musste sicher gehen. Tut mir leid. Ist dein Arm in Ordnung? Auch ich muss lächeln. Ich lasse die Schulter kreisen. Alles gut. Hättest du mich wirklich festhalten wollen, hättest du den Arm höher gezogen. Du wolltest mich ganz offensichtlich auf die Probe stellen. Ja, dieser Trick war nur für Rain. Er lacht wieder und seine Augen glänzen. Rain, wiederholt er, streckt die Arme aus und ich gehe auf ihn zu, bis er mich in seiner warmen und festen Umarmung hält. Und ich habe das Gefühl, an den Ort zurückzukehren, an den ich gehöre, an dem ich immer sein sollte. Ein Ort, an dem ich weiß, wer und was ich bin, weil Nico es weiß. Dann schiebt er mich auf armes Länge von sich weg und sieht mir abschätzend ins Gesicht. Nico? frage ich unsicher. Er lächelt. Du erinnerst dich. Gut. Ich wusste immer, dass du durchkommst, weil du etwas Besonderes bist, Rain. Er schiebt mich auf einen Stuhl und setzt sich vor mich auf den Tisch. Dann nimmt er meine Hand und schaut auf mein Level. Hat doch geklappt, oder? Dieses Ding ist nutzlos. Und er dreht an meinem Handgelenk. Kein Schmerz, gar nichts. Das Level zeigt einen mittelglücklichen Wert an. Mein Lächeln verblasst. Was hat geklappt? Nico, bitte, erklär mir alles. Ich erinnere mich an Einzelheiten, aber in meinem Kopf herrscht ein furchtbares Durcheinander. Ich verstehe nicht, was mit mir passiert ist. Sei nicht so ernst. Wir sollten uns freuen und feiern. Und weil sein Strahlen so ansteckend und lebendig ist, erscheint jetzt auch auf meinem Gesicht wieder ein Lächeln. Du musst mir sagen, was letztendlich deine Erinnerung freigesetzt hat. Daran will ich gar nicht denken. Wenn er von Wayne erfährt, kümmert er sich darum, wie um jede andere Gefahr, die einem der Seinen droht. Die Seinen. In meinem Inneren klammere ich mich an diese Zugehörigkeit. Du warst ein paar Mal nah dran, das konnte ich sehen. Ich dachte, diese ganze Geschichte mit Ben hat es ausgelöst. Ben. Bei dem Namen durchfährt mich ein heftiger Schmerz. Nico kann mir offenbar die Gefühle vom Gesicht ablesen. Wirf den Schmerz ab. Er macht dich schwach. Weißt du noch, wie das geht, Rain? Du bringst ihn zu einer Tür in deinem Kopf und verschließt ihn dahinter. Störrisch schüttel ich den Kopf. Ich will Ben nicht vergessen. Oder doch? Gedankenfetzen von gestern Abend drängen sich in mein Bewusstsein. Nico und seine Methoden sind gefährlich. Ich spreche laut aus, was ich Er nimmt meine Hand. Benutzt nicht den Namen, den uns die Lorda gegeben haben, Rain. Wir sind Free UK. Wir sind die Zähne, die die Mitglieder von Freedom UK in der Zentral Koalition hätten zeigen sollen, was sie aber nie getan haben. Wir sind die Splitter, die wehtun. Ich, aber genauso auch du. Die Lorda fürchten uns. Bald schon werden sie von hier verschwunden sein. Und dieses großartige Land wird wieder frei sein. Wir werden gewinnen. Ein Gesang aus der Vergangenheit heilt in meinem Kopf wieder. Free UK. Free UK. Und mir fällt ein, was Nico von den Dingen erzählt hat, die im Geschichtsunterricht weggelassen werden. Nachdem Großbritannien aus der EU ausgetreten war und die Grenzen geschlossen wurden, nachdem es all die Studentenaufstände und Zerstörungen in den 2020er Jahren gegeben hatte, sind die Lorda hart gegen Aufständische, Banden und Terroristen vorgegangen, ganz egal, wie alt sie waren. Für sie gab es nur Gefängnis oder Tod. Aber als sich alles etwas beruhigt hatte, mussten sie einen Kompromiss mit Freedom UK in der Zentralkoalition akzeptieren, woraufhin die härtesten Strafen für unter 16-Jährige abgeschafft wurden. Das Slating wurde erfunden, um Jugendlichen eine zweite Chance und ein neues Leben zu geben. Aber Freedom UK wurde zur Marionette der Lorda, die ihre Macht immer mehr missbrauchten. Also erhob sich Free UK im Gegenzug gegen das System und wehrte sich gegen die Unterdrückung durch die Lorda. Um jeden Preis. Die Zähne sind der Terror. Ich schüttle den Kopf, weil ein Teil von mir nicht wahrhaben will, was ich weiß. Ich bin keine Terroristin, oder? Nein, das ist keiner von uns. Aber du warst beim Kampf für die Freiheit auf unserer Seite. Und das wärst du noch jetzt, wenn die Lorda dich nicht erwischt hätten und du nicht geslated und deiner Erinnerung beraubt worden wärst. Zumindest waren sie davon ausgegangen, sie hätten sie dir genommen. Trotzdem bin ich hier und ich kenne dich. Ich erinnere mich an einiges, aber ich ist das nicht ein bisschen zu viel auf einmal für dich? Hör mir zu, Rain. Du musst nichts tun, was du nicht willst. Wir sind nicht wie die Lorda. Wir zwingen niemanden zu etwas. Echt nicht? Wirklich nicht. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht und du wieder du selbst bist. Er lächelt und umarmt mich noch einmal. Immer mehr Erinnerungen schwappen an die Oberfläche. Nico ist nicht gerade bekannt für seine Zuneigungsbekundungen oder sein Lächeln. Beides ist so selten, dass es wie ein Geschenk für mich ist. So viel Anerkennung bekommt man von ihm nur, wenn man seiner Meinung nach genug geleistet hat. Wir haben immer um seinen Respekt gekämpft. Wir hätten dafür getötet. Wir alle. Für ein kleines Lächeln hätten wir alles getan. Hör zu, nur eine Sache. Ich muss unbedingt wissen, wie du das alles überstanden hast, damit wir auch anderen Slatern helfen können. Das willst du doch, oder? Natürlich. Ich habe hier etwas für dich, sagt er und greift in die Schreibtischschublade. Sie hat ein Geheimfach, in dem ein dünnes und biegsames Metallgerät versteckt ist. Schau, das ist ein Kommunikator, ein Komm. Du drückst auf diesen Knopf hier und wartest auf meine Antwort. Dann können wir miteinander sprechen. Du kannst mich jederzeit rufen, wenn du mich brauchst. Und noch während ich mich frage, wo ich dieses höchst verbotene Teil verstecken soll, zeigt er es mir. Er schiebt es unter mein Level und befestigt es daran. Die dünnen Haken sind nicht zu sehen und kaum zu spüren. Hier kann es niemand finden. Selbst wenn du gescannt wirst, sieht es wie ein Teil deines Levels aus. Ich ziehe an meinem Level. Nicht einmal ich könnte mit Sicherheit sagen, dass sich das kommen daran befindet. Und jetzt ab mit dir. Hol dir was zu essen. Wir unterhalten uns, wenn du so weit bist. Er streicht mir übers Gesicht. Ich bin so froh, dass du wieder bei uns bist, sagt er. Die Berührung sendet einen Stromschlag durch mich. Er schließt die Tür auf. Geh, sagt er, und ich laufe völlig benebelt weg. Nach ein paar Schritten drehe ich mich um. Nico lächelt und schließt dann die Tür. Ist verschwunden. Mit jedem Schritt wird die Wärme und Freude, die ich in seiner Gegenwart empfunden habe, von Kälte und Einsamkeit abgelöst. Bruchstückartig kehren die Erinnerungen zurück. Dieses Trainingscamp in meinem Traum mit Nico und Free UK. Es war echt. Ich habe mich in den Wäldern versteckt, mit anderen, die so sind wie ich. Wir haben gelernt, zu kämpfen und mit Waffen umzugehen. Alles, womit wir die Lorda angreifen können. Im Namen der Freiheit. Jedes Jungs wollten sein wie er. Nur ein paar Minuten mit ihm allein waren nötig und ich habe sofort empfunden wie damals. Sobald ich mich durch seine Augen gesehen habe, wusste ich wieder, wer ich macht mir dieser Gedanke Angst. Kyla, du hast Besuch, ruft Mom die Treppe hoch. Besuch? Ich gehe runter und da steht Cam, blickt verlegend rein und hält einen Teller in den Händen. Sein blondes Haar ist fast ordentlich gekämmt. Er trägt ein Poloshirt mit Kragen und hat eindeutig Aftershave aufgetragen. Hi. Äh, hi. Ich wollte mich nur entschuldigen, beginnt er und hält mir den Teller hin. Schokokuchen? In Gedanken versuche ich ihm zu vermitteln, dass er jetzt bitte nichts sagen soll, aber es funktioniert nicht. Dass du diese Strafe aufgebrummt bekommen hast, war allein meine Schuld. Strafe? fragt Mom. Ich funkle Cam an. Oh, sorry, du wolltest nicht, dass sie davon erfährt, oder? Danke, dass du das Offensichtliche aussprichst. Ich seufze. Kyla? fragt Mom. Ja, ich musste über die Mittagspause nachsitzen und ja, es war Cam's Schuld. Zufrieden? Mom lacht. Ich sehe schon, wenn Cam hier wohnt, kannst du keine Geheimnisse mehr haben. Tut mir wirklich leid, sagt er wieder und sieht noch erbärmlicher aus. Schon gut, ehrlich, danke für den Kuchen, erwidere ich, nehme den Teller und hoffe, dass er den Wink versteht und geht. Komm doch rein, bittet ihn Mom. Ich mache uns einen Tee. Wieder kein Glück. Das Wort Kuchen lockt Amy vom Fernseher weg und zu uns herüber. Der ist richtig gut, sage ich, während ich mir das erste Stück auf der Zunge zergehen lasse und tatsächlich, der Kuchen ist aus köstlicher dunkler Schokolade und hat genau die richtige Menge an Zucker. Hast du den selbst gemacht? Glaub mir, wenn ich den gemacht hätte, würdest du ihn nicht probieren wollen. Mein Onkel hat gebacken. Warum wohnst du jetzt bei deinem Onkel und deiner Tante? Bleibst du länger hier? Fragt Amy. Amy, tadelt Mom. Cam lacht und bekommt dabei auf jeder Wange ein Grübchen. Schon gut, ich weiß nicht, wie lange meine Mutter auf einer Bohrinsel in der Nordsee forschen wird. Hängt wohl davon ab, wann sie dort was Interessantes finden. Und was ist mit deinem Dad? erkundigt sich Amy. Er hat sich letztes Jahr von meiner Mom getrennt, antwortet Cam ohne weitere Erklärungen, wirft Amy dabei aber einen Blick zu, der andeutet, dass sie sich auf gefährliches Terrain vorgewagt hat. Mom wechselt schnell das Thema und erkundigt sich nach seiner Tante und seinem Onkel. Als Cam mich fragt, was wir bisher in Bio durchgenommen haben, verlassen Mom und Amy die Küche. Als ob ich aufgepasst hätte. Dennoch hole ich meine Mitschriften. Tut mir leid, da bin ich wohl keine große Hilfe. Ich gebe ihm mein Heft und Cam blättert es durch, merkt aber schnell, dass viel davon nicht zu verwenden ist. In Bio kann ich mich immer schlecht konzentrieren, gebe ich zu. Du hast heute Morgen auch geträumt, sagt er. Ich habe dir den Zettel nur geschrieben, damit du nicht die ganze Zeit über diesen gottgleichen Lehrer anstarrst. Das ist lächerlich, widerspreche ich und werde nervös, weil ich mich frage, wie viel er gemerkt hat und wie auffällig ich mich verhalten habe. Ach, komm schon, du und jedes andere Mädchen, ihr seid völlig hin und weg von diesem angeberischen Schönling. Sowas fällt mir auf, aber irgendwie es hätten ganz schön unheimlich, finde ich. Wieso? Er zieht ein Stück Papier aus der Tasche und zeigt mir einen Comic, den er gemalt hat. Darüber steht Survival of the fittest. Zuerst sieht man ein süßes kleines Häschen, dann ein Fuchs, der das Häschen jagt, auf dem nächsten verfolgt ein Löwe den Fuchs, dann rennt ein Dinosaurier, ein T-Rex, dem Löwen hinterher, der schließlich von Nico gejagt wird. Wie ein Höhlenmensch in Felle gekleidet hält Nico eine Keule umklammert und hat einen eindeutig bösen, beinahe wahnsinnigen Ausdruck im Gesicht. Ich lache. So siehst du ihn also? Oh ja, er ist ein totales Tier. Wie hat er nur seine Zulassung als Lehrer bekommen? Ich rechne jeden Augenblick damit, dass er uns in ein Kühlhaus sperrt und aus uns Hackfleisch macht. Wie hatte er tatsächlich seine Zulassung als Lehrer bekommen? Obwohl er mehr über Bio weiß als ich, bin ich mir sicher, dass er keinen Abschluss hat. Vielleicht gab es einen echten Mr. Hetten, einen Bio-Lehrer, der nun nicht mehr existiert. Abwesend beginne ich, Schüler in der Schuluniform von Lord Williams zu zeichnen. Hackfleischbällchen, die in einer Reihe marschieren. Wow, du kannst ja richtig gut zeichnen. Danke, deine Sachen sind auch nicht schlecht. Nee, ich male ja nur Comics, dummes Zeug. Nein, das meine ich ernst, das ist gut, aber ein bisschen Hilfe kannst du noch gebrauchen. Aha. Also, zum einen ist das hier, sage ich und tippe auf seinen Comic, nicht Survival of the fittest, das ist eher eine Nahrungskette. Und? Dinosaurier kommen nicht mehr in der Nahrungskette vor. Cam bleibt bestimmt eine Stunde und erzählt mir belangloses Zeug. Er zeichnet noch mehr Cartoons von anderen Lehrern. Wie er wohl Mrs. Ellie darstellen würde. Es ist so schön, dich wieder lächeln zu sehen, Kyla, sagt Mom, als ich abends nach oben gehe. Ich überlege, ob es nicht schön wäre, einfach dieses Mädchen zu bleiben, das Witze über Lehrer reißt und nur Schule und Jungs im Kopf hat, die ihr Kuchen bringen. Cam ist nett, lustig, unkompliziert und albern. Überhaupt nicht wie Ben. Ben. Wie vom Donner gerührt, frage ich mich, was er wohl von Cam halten würde. Wahrscheinlich würde er denken, dass Cam einfach nur nett ist. Und vielleicht hätte Ben damit sogar recht. Was geht da nur in mir vor? Auf einmal verblasst der Abend, der Gedanke an ein anderes Leben, das ich führen könnte. Schuld und Schmerz Bäumen sich in mir auf. Ich habe überhaupt nicht mehr an Ben gedacht. Mom meinte, dass es schön sei, mich lächeln zu sehen. Aber wie kann ich Cam anlächeln, wo Ben doch... Ja, was ist er eigentlich? Neulich Abend war Bens Mutter überhaupt nicht zum Lächeln zumute. Sie wirkte völlig verzweifelt und Mom konnte ihr auch nicht helfen. Aber vielleicht kann ja ich ihr helfen, indem ich ihr eine sinnvolle Aufgabe gebe, Ben bei MIA als vermisst zu melden. Vielleicht gibt ihr das etwas Hoffnung, damit sie weitermachen kann. Vielleicht hasst sie mich dann nicht, sollte sie jemals die Wahrheit erfahren. Ich renne. Im Sand rutsche ich immer wieder weg. Die salzige Seeluft kratzt mir im Hals und ich ringe nach Atem. Los, schneller! Trotz aller Angst höre ich immer noch die Möwen schreien und sehe die Sterne auf dem Wasser glitzern. Das Boot liegt dort hinten am Strand. Schneller! Ich bin so müde, dass ich die Füße beim Laufen nicht richtig hebe und stürze. Ich fliege durch die Luft und schlage hart auf. Aus meiner malträtierten Lunge wird auch noch der letzte Atem gepresst. Alles dreht sich und verändert sich. Die Nacht ist sanfter, ferner. Ich kann mein fassend. Vergiss nie, wer du bist, ruft eine Stimme und verstummt dann, bricht ab. Steine türmen sich in einer Mauer um mich herum auf und ich höre ein scharrendes Geräusch, wie eine Schaufel im Sand. Um mich ist nur Dunkelheit, Stille, schwer und undurchdringlich. Schwarze Jacke, Jeans, warme Handschuhe, eine dunkle Mütze, damit das blonde Haar im Mondlicht nicht auffällt und meine Ohren warm bleiben, denn es ist kalt heute Nacht. Wie ein Schatten schleiche ich die Treppe hinab, öffne dann leise und vorsichtig die Seitentür und trete hinaus in die Nacht. Ich staune, wie geräuschlos ich mich bewegen kann. So überraschend ist es aber gar nicht, denn diese verborgenen Talente habe ich dem Training bei Free UK zu verdanken. Bislang waren sie nur verschüttet und lagen brach, bis ich sie wieder brauchte. Wer weiß, was ich sonst noch alles kann. Ein Auto fährt vorbei und ich verschmelze mit dem Schatten. Wo wollen die bloß um drei Uhr morgens hin? Ich will Bens Mutter besuchen. Auf alten Wanderkarten, die ich zu Hause im Bücherregal gefunden habe, sieht man, dass die Kanäle hinter Bens Haus zu dem Fußweg oberhalb unseres Dorfs führen und auf dem Weg nur ein paar Feldwege kreuzen. Es sind gerade mal zehn Kilometer, vielleicht zwölf. Wenn ich jogge, sollte ich das in einer Stunde schaffen und ich muss unbedingt mal wieder laufen, um meinen Traum abzuschütteln. Ein Traum, der mich in verschiedenen Versionen seit dem Slating verfolgt. Ich fange gemächlich an und halte mich im Dorf im Dunkeln, für den Fall, dass irgendwelche schlaflosen Bewohner an den Fenstern stehen. Es gibt einen brenzligen Moment, als ein verschlafener Hund ein paar Mal halbherzig bellt, doch keine Tür geht auf und es bleibt weiterhin ruhig. Sobald ich den Fußweg am Ende des Dorfes erreicht habe, laufe ich los, langsamer als normalerweise und ich passe dabei auf, im fahlen Mondlicht nicht über Wurzeln zu stolpern, aber allmählich gewöhnen sich meine Augen an das Licht. Diesen Pfad sind Ben und ich gemeinsam hochgegangen. Am Aussichtspunkt haben wir über den nebelverhangenen, nicht vorhandenen Ausblick gelacht und er wollte mich gerade küssen, als Wayne uns gestört hat. Bevor Bens Level fiel und er ohne die illegalen Happy Pills sicher ohnmächtig geworden wäre, eigentlich waren die Pillen schuld an allem. Und das nur wegen Waynes Angriff und der Tatsache, dass Ben sich nicht dagegen wehren konnte. Was wäre wohl passiert, wenn Amy und Jazz uns nicht geholfen hätten? Wären meine Erinnerungen schon damals zurückgekehrt? Mir wird ganz anders. Doch nun brauche ich vor nichts mehr Angst zu haben. Nicht seit mir wieder eingefallen ist, was Nico mir beigebracht hat. Wayne hat es am eigenen Leib erfahren. Ziemlich bald gabelt sich der Pfad. Den linken Weg kenne ich. Er führt zurück zum anderen Ende des Dorfes. Der rechte ist neu und wird mich heute zum Ziel bringen. Das Laufen, die Dunkelheit, die Nacht, einfach wunderbar. Viel zu lange war ich eingeschlossen. Die kalte Luft, der Rhythmus meiner Beine und der weiße Atemhauch erfüllen meinen ganzen Körper, bis es nur noch das Laufen gibt. Aber als ich mich meinem Ziel nähere, kommen mir Bedenken. Was soll ich machen, wenn ich dort bin? Was wird Bens Mutter denken, wenn ich um vier Uhr früh bei ihr an die Hintertür klopfe? Was soll ich zu ihr sagen? Es gibt nur einen Weg damit umzugehen. Ich muss die Wahrheit sagen. Ich muss ihr erzählen, was wirklich passiert ist. Ich würde ihm niemals wehtun. Nicht um alles in der Welt. Aber das hast du. Nein, so war es nicht. Er hätte sich das Lavo sowieso abgeschnitten. Ich habe noch versucht, ihn aufzuhalten. Dann hättest du dir mehr Mühe geben müssen. Da ist die knallharte Wahrheit. Ich hätte mir mehr Mühe geben müssen. Schließlich wurden wir immer gewarnt, dass jeder Schaden am Levo tödlich endet. Dennoch war Ben so wild entschlossen, sich von seinem Levo zu befreien, dass er nicht auf mich gehört hat. Und obwohl ich ihn schrecklich vermisse, ist die Erkenntnis, dass es mir nicht gelungen ist, ihn aufzuhalten, viel schlimmer. Damals hielt ich es für das Beste, ihm zu helfen, denn so standen seine Überlebenschancen besser. Ohne mich wäre er garantiert gescheitert. Er ist trotzdem gescheitert oder nicht. Ist er das? Mit der Flex hatte ich das Levo ziemlich schnell durch. Danach hat er noch gelebt. Aber der Schmerz. Die leichteste Berührung an einem funktionierenden Levo tut so weh, als würde jemand einem mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf hauen. Der Schnitt durch das Levo muss sich wie eine Amputation ohne Narkose angefühlt haben. Ich kann nicht ausblenden, was anschließend passiert ist. Bens Mutter kam unerwartet nach Hause und fand Ben in meinen Armen vor, wo er sich vor Schmerzen wand. Sein Gesicht war Tränen überströmt, das Levo abgeschnitten und sein Körper zuckte in Krämpfen. Für Fragen blieb keine Zeit. Seine Mutter hat die Sanitäter gerufen und mich fortgeschickt, damit ich nicht noch damit in Verbindung gebracht werde. Und ich bin gegangen, um mich selbst zu retten. Ben lag mit grauenhaften Schmerzen da, die schönen Augen fest zusammengepresst. Zumindest hat er nicht gesehen, wie ich ihn einfach verlassen habe. Dann kamen die Lorder und haben ihn mitgenommen. Ich blinzle die Tränen weg und konzentriere mich beim Laufen auf meine Füße, den Pfad, die Nacht und darauf standhaft zu bleiben. Bens Ihr Haus ist jetzt nahe, aber irgendetwas stimmt nicht. Es riecht seltsam. Zuerst nur ein bisschen, dann stärker. Rauch? Der Geruch wird immer intensiver und ich werde langsamer, bis ich schließlich nur noch gehe. Jetzt ist er sehr stark. Die Luft ist dick und trüb, verdeckt das Mondlicht. Meine Augen brennen und ich kämpfe gegen den Hustenreiz. Vorsichtig. lautlos weitergehen. Jetzt ist Bens Straße zu sehen. Dunkle Häuser hinter Zäunen und Hecken zu beiden Seiten. Langsam steigt Rauch auf und dreht sich im Wind. Unwirklich, silbrig und rot, oben vom Mond erleuchtet, unten von der roten Glut. Doch dort steht kein Haus mehr. Als ich näher komme, erkenne ich das ganze Ausmaß der Zerstörung. Vor mir befinden sich nur noch die Überreste eines Hauses. Eine Ruine. Das kann unmöglich Bens Haus sein. Ich suche die Häuser links und rechts ab. Keines sieht aus wie das seiner Familie, mit der Werkstatt nebenan, in der seine Mutter die Metallfiguren gebaut gebaut hat. Es muss sein Haus sein. Der Wind dreht sich und ich ziehe mir den Pullover als Atemschutz übers Gesicht. Mir wird schlecht und nun kann ich das Husten nicht länger unterdrücken. Es sind keine Feuerwehrleute da. Niemand ist zu sehen. Vom Haus sind nur noch Trümmer und glühende Asche übrig. Rauch. Wie? Im was hier? Ist es wirklich Bens Haus? Kann das sein? Was ist nur geschehen? Verschwinde. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Gar nichts. Wenn sich jemand im Haus aufgehalten hat, dann ich starre auf die Ruine. Die Nachbarhäuser sind unversehrt, aber Bens ist vollkommen zerstört. Darin konnte niemand überleben. Niemand. Seinen Vater habe ich nie kennengelernt, aber seine Mutter war so voller Leben, so erfüllt von ihrer Kunst und dann von dem Schmerz um Ben. Jetzt nicht mehr. Verschwinde von hier. Ich bekomme es mit der Angst zu tun. Ich muss hier schleunigst weg. Meine Füße treten den Rückmarsch an und im Schutz der Bäume laufe ich den Kanalweg entlang. Bestimmt wird hier heute Nacht alles überwacht. Ich bleibe hier habe ich einen besseren Blick. Versteck dich. Wenn ich von oben alles sehen kann, kann man mich auch von unten erspähen. Schnell tauche ich im Schatten der Bäume ab. Jeder meiner Instinkte schreibt mir zu, dass ich wegrennen soll, mich verstecken. Aber ich kann nicht wegsehen. Kann die Augen nicht von dem rauchenden Gemäuer abwenden. War jemand im Haus? Sind Bens Eltern etwa darin verbrannt? Mich schaudert. Ich bin fassungslos. Jemand packt mich von hinten an den Schultern. Mit Wucht ramme ich den Ellbogen in die Person hinter mir, die daraufhin japsend gegen einen Baum prallt. Ich fahre herum, trete mit dem Fuß zu, die Faust erhoben, um den Schädel meines Gegners gegen den Baum zu schmettern und überrascht lasse ich die Hände sinken. Vor mir steht ein Mädchen zusammengekrümmt da und hält sich keuchend den Bauch. Lange schwarze Haare fallen ihr ins Gesicht. Auch wenn in diesem Licht kaum etwas zu erkennen ist, kommt mir das Haar irgendwie bekannt vor. Tori? Sie blickt auf. Vertraute, makellose Züge, schöne Augen. Doch es sind nicht dieselben. Sie sind leer und voller Tränen. Tori? frage ich wieder. Mit einem schwachen Nicken sinkt sie zu Boden. Was machst du denn hier? Wie? Sie schüttelt den Kopf, weil sie nicht sprechen kann. Wo kommt Tori nur auf einmal her? Weshalb ist sie überhaupt irgendwo? Tori war eine Freundin von Ben und geslated, genau wie wir. Ich habe sie kaum gekannt, aber Ben ist vor mir mit ihr zusammen gewesen, auch wenn er das nie zugeben wollte. Angeblich hätten sie sich nie geküsst, aber das habe ich ihm nie so ganz abgekauft. Wer könnte Tori schon widerstehen? Doch dann wurde sie von den Lordern abgeholt. Niemand kehrt je von dort zurück. Du Schlampe, bringt sie schließlich hervor. Warum hast du sprich leise. Wie bist du? setze ich an, aber meine Stimme versagt. Ich weiß nicht, wo ich überhaupt anfangen soll. Ich bin abgehauen und wollte zu Ben, aber er, ihre Stimme bricht und Tränen laufen ihr über die Wangen. Verschwinde von hier, das ist nicht sicher. Tori, wir müssen weg, hier können wir nicht bleiben, sonst schnappen sie uns. Was ändert das jetzt noch? Ohne Ben bin ich und sie schüttelt den Kopf. Sie sind alle tot. Sie haben niemanden gerettet. Ich habe alles gesehen. Weg von hier. Aber vorher muss ich es erfahren. Erzähl mir, was passiert ist. Ich bin vor ein paar Stunden hier angekommen. Das Haus hatte gerade angefangen zu brennen und ich habe mich versteckt, weil Feuerwehrautos mit lauten Sirenen angerast kam. Aber sie haben nicht eingegriffen. Warum nicht? Die Lorde waren schon da. Die Feuerwehrleute mussten zusehen, wie das Haus abgebrannt ist. Sie haben nur dafür gesorgt, dass das Feuer nicht auf die Nachbarschaft überspringt. Ich habe ihre Schreie gehört, Keiler. Und ich habe nicht geholfen. Einer von den Feuerwehrleuten hat mit den Lordern gestritten. Und sie haben ihn einfach erschossen. Sie haben was? Sie haben ihn einfach erschossen. Sie schluchzt lauter. Ben ist tot und ich habe nichts dagegen unternommen. Ich weiß, wie schrecklich diese überwältigenden Schuldgefühle sind. In Bezug auf Ben kann ich sie aber beruhigen. Tori, er war nicht im Haus, er war nicht hier. Ihre Schultern beben und sie nimmt meine Worte nicht wahr. Hör mir zu, Ben war nicht da, okay? Langsam dringen meine Worte zu ihr durch. Sie blickt auf. War er nicht? Wo ist er dann? Ich erzähle dir alles, aber erst müssen wir hier weg. Wo soll ich denn hin? Nach Hause kann ich nicht, da suchen sie als erstes nach mir. Ich habe doch sonst niemanden. Komm mit. Ich ziehe Tori mühsam auf die Beine. Sie ist in keiner guten Verfassung. Sie trägt dämliche Sommerschuhe, bibbert in ihrer zerrissenen Kleidung und kann sich nur humpelnd vorwärts bewegen. Ihre nackten Arme glänzen im Mondlicht wie Leuchtfeuer. Ich nehme sie an der Hand, um sie weiter zu ziehen, greife ihr dann unter den Arm. Ihre Haut ist eiskalt. Schließlich lege ich einen Arm um ihre Hüfte, um sie beim Gehen zu stützen. Was ist mit dir passiert? Mir ging's ganz gut, bis du deine Karate Übungen an mir ausprobiert hast. Lügnerin. Ich bin sehr weit gelaufen. Ich kann nicht mehr weiter. Ihre Stimme ist schwach und ihr federleichter Körper hängt wie ein Meelsack an mir. Halt an, ich brauche eine Pause, sagt Tori. Wir können jetzt nicht anhalten. Los komm Tori, flehe ich sie an, aber sie sackt einfach zusammen. Es gelingt mir gerade noch sie aufzufangen und langsam auf den Boden zu setzen. Wo soll ich mit ihr hin? Sie ist von den Lordern abgehauen. Jeder, der ihr hilft, macht sich strafbar. Allein schon in ihrer Nähe zu sein, ist gefährlich. Lass sie. Survival of the fittest. Nein, das kann ich nicht. Das werde ich nicht. Ich denke an Cam's Zeichnungen und Nico, den Höhlenmenschen. Haben wir denn überhaupt eine Wahl? Selbst wenn sie bis zu mir nach Hause laufen könnte, kann ich sie nicht dorthin mitnehmen. Das kann ich Mom nicht antun. Selbst wenn sie bereit wäre, Tori zu helfen, könnte Amy nie ein Geheimnis bewahren und es ihr zu verheimlichen, wäre unmöglich. Und wenn Dad heimkäme? ich zittere. Als Ben verschwunden ist, hatte er mich im Verdacht und hat mir damit gedroht, mich zu den Lordern zurückzuschicken, sollte ich noch einmal aus der Reihe tanzen. Das wäre ein guter Grund für ihn, mich endlich loszuwerden. Vielleicht könnten Jazz und sein Cousin Mac helfen. Aber ich habe keine Möglichkeit, sie zu kontaktieren oder dort hinzukommen. Zu Fuß wäre es viel zu weit für sie. Bleibt nur noch Nico. Er wird Rasen vor Wut. Nicos Wut darf man nicht unterschätzen, aber er hat gesagt, dass ich ihn rufen soll, wenn ich Hilfe brauche. Schließlich hat er mir das Gerät doch für Notfälle gegeben. Ich fummle im Dunkeln unter meinem Levo herum, bis ich den Knopf an dem Komm finde. Bitte sei wach, Nico. Sekunden später antwortet er alarmiert. Ich hoffe, du hast einen guten Grund. Das war dumm von dir, Rain. Nico hief Tori auf den Rücksitz seines Autos. Was soll ich mit ihr machen? Ich gebe keine Antwort, weil ich nicht daran denken will, was er vorschlagen könnte. Ich steige vorn neben ihm ein, ziemlich erschöpft, weil ich die halbbewusstlose Tori im Dunkeln den Fußweg hinauf schleppen und ihr ständig gut zureden musste, um sie bis zur ersten Kreuzung mit einem Feldweg zu bringen, dem hastig arrangierten Treffpunkt mit Nico. Danke, sage ich zu ihm und meine es mit jeder Faser meines Körpers. Ich war so erleichtert, ihn zu sehen, dass ich mich ihm am liebsten in die Arme geworfen hätte, aber er war nicht in Kuschelstimmung. Schnurrend nimmt der Wagen den Berg, auch wenn er nicht danach aussieht, hat er einen starken Motor. Nico hält Augen und Ohren offen, als wir auf die Hauptstraße abbiegen. Welche Erklärung könnten wir für die mittlerweile bewusstlose Tori auf dem Rücksitz haben? Wir müssten die Flucht ergreifen. Du riest nach Rauch. Wirklich? Wie spät ist es? Fast fünf. Ich muss bald daheim sein, sonst fliege ich auf. Mom ist immer früh wach. So wie du riest, kannst du nicht nach Hause. Nico fährt jetzt schnell. Tori wimmert und ist dann wieder still. Wir erreichen ein dunkles Haus auf einem Hügel mit einer seitlichen Auffahrt, die hinter das Gebäude führt. Nachbarn gibt es keine. Nico legt sich Tori über die Schulter und trägt sie ins Haus. Ich folge ihm. Die Räume sind klein, modern und sauber, nicht das übliche Free UK Versteck. Hier wohnst du also? frage ich überrascht. Er funkelt mich an. Wir hatten schließlich keine Zeit, sie irgendwo anders hinzubringen. Er legt Tori auf die Couch und zieht die schweren Vorhänge vor den Fenstern zu, ehe er das Licht einschaltet. Erst jetzt sehe ich, in was für einem Zustand sie wirklich ist. Dünne, bunte Kleider hängen in Fetzen an ihr herunter, als wollte sie zu einer Party gehen, anstatt so weit durch die Kälte zu laufen. Ihre Haut ist voller Kratzer und blauer Flecken. Ein Knöchel ist geschwollen, ein Wunder, dass sie überhaupt noch gehen konnte. Sie bewegt sich. Ihre Augenlider flattern und öffnen sich ein wenig. Und dann ganz, als sie Nico entdeckt. Mit panischem Gesichtsausdruck setzt sie sich auf. Ich nehme ihre Hand. Tori, alles in Ordnung, das ist... Und ich unterbreche mich, weil ich nicht weiß, welchen Namen er benutzen will. Ein Freund, er kümmert sich um dich. Nico kommt herüber und lächelt. Hi, Tori, ich bin John Hatton. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Kann das nicht warten? frage ich leise. Ich fürchte nein. Tut mir leid, Tori, aber du verstehst, welches Risiko ich für dich eingehe. Ich muss etwas mein Blut rauscht. Ein falsches Wort und seine Entscheidung könnte endgültig sein. Nun, Tori, drängt er sie sanft. Sie sieht auf ihre Hände, dreht und wendet sie, als gehörten sie nicht zu ihr. Ich habe ihn umgebracht, sagt sie mit leiser Stimme. Mit einem Messer? Wen? Ein Loch da. Ich habe ihn umgebracht und bin weggerannt. Sie schließt die Augen. Hier bist du in Sicherheit. Ruhe dich aus, Tori, sagt er. Sie dreht den Kopf zur Seite und ist gleich wieder eingeschlafen. Mit hochgezogener Augenbraue sieht Nico mich an. Besser hätte sie nicht antworten können, wenn wir es vorher abgesprochen hätten. Wahrscheinlich fragt er sich jetzt gerade, ob wir das haben. Geh duschen, ich kümmere mich um sie. Aber du bist mir was schuldig, Rain, und zwar einiges. Tori ist ein unglaubliches Risiko, eine unnötige Komplikation, die unsere Pläne durchkreuzen könnte. Los, Abmarsch. Ich gehe ins Bad, schnappe mir ein Handtuch, ein unauffälliges schwarzes T-Shirt und Shorts, die Nico mir zuwirft. Unsere Pläne? Meint er die von Free UK, die mich irgendwie mit einschließen? Im Eiltempo wasche und trockne ich meine Haare. Dabei fallen mir ein paar Dinge an Nico auf. Ich war nie zuvor bei ihm zu Hause. Anscheinend hat er ein Fable für teures Duschgel und Seife. Sein Duft umgibt mich und ich kann nicht umhin. Ich atme ihn tief in mich ein. Hat er einen Föhn? Ich verknall für mir ein Grinsen. Doch plötzlich bekomme ich Angst, dass Nico Tori möglicherweise schmerzlos ins Jenseits befördert, während ich hier sein Designer-Bart bewundere. Aber als ich zurückkomme, hat er sie in eine Decke gewickelt, die sich mit jedem ihrer Atemzüge hebt und senkt. Sie schläft tief und fest. Los, komm, sagt er. Ich bringe dich zurück. Und wenn sie aufwacht, solange wir weg sind? Das wird sie nicht. Wir sind schon auf der Straße, ehe ich mich zu Fragen traue. Woher willst du wissen, dass sie nicht aufwacht? Ich habe ihr eine Spritze gegeben, sie wird nicht aufwachen. Eine Spritze? Schau nicht so panisch, es war nur ein Beruhigungs- und Schmerzmittel, das wird ihr guttun. Er flucht leise. Wenn das in die Hose geht, hältst du den Kopf dafür in Rain. Tut mir leid, erwidere ich. Mir stockt der Atem. Ich bin nicht gerne die Ursache für Nikos Verstimmung, zumal sie mir Angst einflößt. Übrigens dachte ich, du hättest gesagt, dass sie auch geslated wurde. Wurde sie auch, aber sie trägt kein Lervo. Ich schaue ihn überrascht an und denke dann nach. Unterwegs habe ich ihre Hand gehalten, aber mir ist nichts aufgefallen. Ich hatte andere Sachen im Kopf. Und da ich so daran gewöhnt bin, mein eigenes Level zu ignorieren, habe ich überhaupt nicht an ihres gedacht. Doch bei allem, was sie heute Nacht und davor durchgemacht hat, hätte sie das Level auf der Stelle ausgenockt. Was wohl damit passiert ist, frage ich. Eine der vielen Fragen, die sie uns bald beantworten wird. Außerdem habe ich ein paar Dinge mit dir zu bereden, aber jetzt erzählst du mir erst mal von dem Feuer. Ich blinzle die Tränen weg, die mir plötzlich in die Augen steigen. Bens Haus, also das Haus seiner Eltern. Es ist abgebrannt. Tori hat zugesehen. Sie hat erzählt, dass Bens Eltern drin waren und geschrien haben. Aber die Lorde haben alle davon Welchen Tag haben wir heute? Den 5. November. Der 5. November. Guy Fawkes, sagt er bitter. Das war nicht der einzige Brand heute Nacht. Als du angerufen hast, kamen gerade Meldungen rein. Die Lorde haben diesen Tag an sich gerissen. Er hat uns gehört. Erinner dich, Rain. Denk an diesen Tag. Bilder tauchen vor meinem inneren Auge auf. Feuerwerk, Razzien, Lagerfeuer. Vor über 400 Jahren gab es eine Verschwörung von Guy Fawkes, der das Parlament in die Luft jagen wollte. Wir haben diesen Tag gewählt, um den Lordern zu demonstrieren, dass ihre Macht nicht allumfassend ist. Um den Leuten zu zeigen, dass auch sie eine Stimme haben. Jetzt nutzen die Lorder diesen Tag, um uns daran zu erinnern, dass Guy Fawkes für sein Vorhaben gehängt wurde. Dass sie so offen gegen die Menschen vorgehen, die sie beschützen sollten. Es wird immer schlimmer, Kyla. Die Lorder gewinnen an Macht. Bald traut sich niemand mehr, sich mit uns zu verbünden, sich gegen sie zu stellen. Doch der Tag der Abrechnung ist nah. Unterhalb unserer Straße hält er an. Du musst das große Ganze im Blick behalten, Rain. Wir sprechen morgen Ich steige aus dem Auto und laufe vorsichtig im Schatten der Häuser entlang. Es ist zwar immer noch dunkel, aber bereits kurz vor sechs, sodass vielleicht schon jemand wach sein könnte. Es würde definitiv Aufmerksamkeit erregen, sollte mich jemand in diesem Aufzug herumschleichen sehen, aber ich kann niemanden entdecken. Als ich unseren Garten erreiche, nehme ich drüben auf der anderen Straßenseite eine Bewegung war. Ich drücke mich an die Hauswand und sehe mich um. Vergeblich. Trotzdem bin ich mir sicher, dass da etwas war. Ich zwänge mich durch den Seiteneingang und schleiche leise die Treppen in mein Zimmer hoch. Endlich in Sicherheit. Vorerst. Sebastian liegt zusammengerollt und mit offenen Augen auf meinem Bett. Nachdem ich Nikos Klamotten aus und meinen Schlafanzug angezogen habe, stopfe ich seine Sachen in meine Schultasche, um sie später loszuwerden. Mir bleibt gerade noch eine Stunde, um zu schlafen. Schlaf, den ich jetzt dringend brauche. Doch daran ist nicht zu denken. Nicht mit den Flammen, die vor meinen Augen tanzen. Mein Kopf schwirrt vor lauter Fragen. Wie ist Tori den Lordern entkommen? Sie ist zurückgeschickt worden, das hat Ben von ihrer Mutter erfahren. Warum haben wir nie erfahren? An einem Tag war sie noch da, am nächsten verschwunden, vermisst. Und was ist mit ihrem Level geschehen? Was mit Bens Eltern passiert ist, ist dagegen klar. Sie haben zu viele nervige Fragen gestellt. Die Lorder, die sind ihnen passiert. Und ausgerechnet nachdem uns Bens Mutter am Vorabend noch um Hilfe gebeten hat. Mir stockt das Blut in den Adern, als mir wieder einfällt, was Mom zu ihr gesagt hat. Sie hätten nicht herkommen sollen. Hat Mom die Lorder informiert? Ihr Vater war schließlich der Premierminister, der die Lorder überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Ich bekomme den Anblick ihres zerstörten Hauses nicht aus meinem Kopf. Ihr Haus wurde zu ihrem Grab. Werden sie die Leichen bergen? Eingeäschert sind sie ja schon. Laut Nico hat sich an anderen Orten ähnliches zugetragen, mit anderen Opfern. Ich will um Bens Eltern weinen, aber das kann ich nicht. In mir ist nur Kälte und blinde Wut. Sie verdrängen all meinen Schmerz. Und diese Wut will raus. Keiler, warte! Ich bleibe an der Bibliothekstür stehen und drehe mich um. Cam kommt angerannt. Wollen wir zusammen essen? Er schaut sich nach links und rechts um und flüstert, ich habe Kuchen. Ich weiß nicht, Schoko? Er sieht in seine Tasche. Heute mit Biskuit. Mein Onkel ist ein frustrierter Koch und backt für sein Leben gern. Also gut, sage ich. Süßes und Ablenkung kann ich gerade gut gebrauchen, denn ich muss die ganze Zeit an Bens Eltern denken und an das, was die Lorda ihnen und anderen angetan haben. Und dass ich später Nico treffen werde, dass wir etwas tun müssen. Wir gehen über das Schulgelände und entdecken eine freie Bank. Als die Jungs, die auf der anderen Bank sitzen, uns kommen sehen, verteilen sie sich schnell auf beide Bänke. Wie nett, sagt Cam. Daran habe ich mich schon gewöhnt. Bist du dir sicher, dass du mit mir gesehen werden willst? Machst du Witze? Du bist doch echt süß. Ich lache. Süß und geslatet, vergiss das nicht. Was haben die denn für ein Problem? Er dreht sich um. Soll ich denen mal eine Lektion verpassen? Er geht in Boxer Position und reißt die Fäuste hoch. Allen drei? Was würdest du tun, wenn ich ja sage? Er schaut sich um. Wegrennen. Aber ich habe Mittel und Wege, den Leuten heimzuzahlen, wenn sie am wenigsten damit rechnen und ergibt ein übertriebenes Schurkenlachen von sich. Klar, natürlich. Es ist dir egal, wie sie dich behandeln? Früher nicht, aber ich unterbreche mich. Aber was? Ständig verschwinden Leute aus meinem näheren Umfeld. Das könnte ein Grund für ihr Verhalten sein und irgendwie kann ich es ihnen auch nicht verübeln. Verschwinden? Sein Gesicht nimmt einen ernsten Ausdruck an. Anscheinend hat er auch eine andere Seite. Das passiert überall. Mich überrascht die Bitterkeit in seiner Stimme. Schau, da ist eine andere, sage ich und zeige auf eine leere Bank hinter dem Verwaltungsgebäude. Wenn du dich traust. Lass mich kurz überlegen, hast du ein tragbares Bermuda-Dreieck, das dir überall hinfolgt? Ich blicke an mir hinab. Hab ich heute wohl zu Hause vergessen. Schmierst du mir Unsichtbarkeitscreme auf Sandwich, wenn ich gerade nicht aufpasse? Nein? Dann werde ich's riskieren. Den eigentlichen Grund, warum es mir nicht mehr so viel ausmacht, sage ich ihm nicht. Die Liste der Dinge, die mir Sorgen machen, ist wirklich und wahrhaftig lang genug. Dumme Schüler, die mich ignorieren, stehen da ganz weit unten. Schweigend essen wir unsere Brote und dann holt er den Kuchen raus. Es sind ja zwei Stücke, sage ich. Hast du das etwa geplant? Wer ich? Nein, ich wachse gerade und packe deshalb immer zwei Stück Kuchen ein. Aber ich teile gern. Er reicht mir eines und ich nehme einen großen Bissen davon. Er ist leicht, süß, lecker. Ich wünschte, meine Mom würde gern backen. Wie lang wohnst du schon hier? Ich sehe ihn von der Seite an. Noch nicht lang, knapp zwei Monate. Fragst du dich manchmal, wer deine anderen Eltern waren? Meine anderen Eltern? Ich zögere, obwohl ich weiß, was er meint. Dieses Gespräch nimmt gerade eine völlig verbotene Richtung und handelt von Dingen, an die ich besser gar nicht erst denken, geschweige denn, darüber reden sollte. Slater haben keine Vergangenheit, sie fangen neu an. Zurückblicken ist nicht erlaubt. Du weißt schon, bevor du geslated wurdest. Manchmal gebe ich zu. Würdest du sie ausfindig machen wollen, wenn du das könntest? Weil mir dieses Gesprächsthema unangenehm ist, beschäftige ich mich mit Kauen. Mein altes Leben zurück zu verfolgen wäre vollkommen illegal. Es könnte bereits gefährlich sein, wenn jemand dieses gerade zuhört. Den Lordern würde ich es durchaus zutrauen, dass sie jede Bank in der Schule verwanzen. Sie und ihre Spione wie Mrs. Ellie sind überall. Und du? frage ich, als von meinem Kuchen nur noch Krümel übrig sind. Was? Du hast gesagt, dass dein Vater abgehauen ist. Hast du noch Kontakt zu ihm? Der ernste Blick ist wieder zurück und das Schweigen dauert an. Keiler, hör zu, seine Stimme wird leiser. Vorhin habe ich doch gesagt, dass überall Menschen verschwinden. Ich nicke. Mein Vater ist nicht abgehauen. Die Lorde haben ihn geholt. Sie sind mitten in der Nacht in unser Haus eingebrochen und haben ihn verschleppt. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Entsetzt starre ich ihn an. Nach außen hin wirkt er so sorglos, so unkompliziert. Aber auch er trauert um einen Menschen, der einfach so verschwunden ist, wie Ben. Ja, er war in ein paar Dinge verwickelt, die ihm nicht gepasst haben. Hat was damit zu tun, Vermisste zu finden. Illegale Webseiten und so. M. I. A. Ich sehe mich nervös um. Niemand ist in Hörweite, dennoch ist mir das Gespräch nicht ganz geheuer. Und deine Mutter? frage ich dann doch. Uns hätten sie bestimmt auch noch geholt, wenn ihre Forschungsarbeit nicht sehr wichtig wäre. Viel weiß ich nicht darüber, aber die Lorda wollen, dass sie weitermacht. Mich haben sie zu meiner Tante und meinem Onkel gebracht, um sie bei der Stange zu halten. Wie sagt er. Hast du Lust später eine Runde mit dem Auto zu drehen? Ich würde wirklich gern reden, aber hier ist das nicht möglich. Ich bin neugierig, aber trotzdem vorsichtig. Doch ich muss keine Entscheidung treffen, noch nicht. Heute kann ich nicht, muss heute länger bleiben. Warum das? Hab noch was zu erledigen. Was? Irgendwelche Sachen. Was für Sachen? Hey, Mr. Neugierde, ich hab einfach noch zu tun, okay? Er schweigt. Ich kann warten. Soll ich dich heimfahren? Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Macht nichts, ich hab sonst eh nichts vor. Ich versuche, es ihm auszureden, sonst reite ich ihn womöglich noch rein und bringe ihn mit meinen magischen Fähigkeiten auch noch zum Verschwinden. Das will ich auf keinen Fall, seine Mutter hat schon genügend Probleme. Aber er lässt sich nicht davon abbringen, beim wagen auf mich zu warten. Also sollte ich nachher lieber auftauchen, wenn ich nicht will, dass er bis morgen früh dort steht. Der Flur ist leer. Ich klopfe einmal an. Nikos Tür geht auf. Ich gehe rein und er verschließt sie. Wie geht's Tori? Frage ich. Sie putzt ganz gut, sagt er. Sie braucht nur ein paar warme Mahlzeiten und muss ihren verstauchten Knöchel schonen. Das genügt schon. Körperlich zumindest. Sie hat keinen Ärger gemacht? Nein, bisher nicht. Falls doch, wirst du sicher erfahren. Bald kann ich sie anderswo unterbringen. Ich muss nur noch ein paar Details klären. Obwohl sie behauptet, dass sie kochen kann. Vielleicht behalte ich sie auch bei mir. Sie putzt ganz gut. Sie kann kochen. Vor meinen Augen blitzt plötzlich eine Szene auf, wie Nico und Tori heute Abend bei einem gemütlichen Essen sitzen, im Schein der Kerzen, die ich auf dem Tisch gesehen habe, und mit einer offenen Flasche Wein. Nico grinst, als würde er haargenau wissen, was ich denke. Ein auf den Stuhl neben seinem Tisch zeigt, setze ich mich. Mir ist letzte Nacht etwas aufgefallen, sagt er und nimmt auf dem anderen Stuhl Platz, den er sehr nah vor meinen zieht. Mein Blick ist fest auf seinen gerichtet, auf die langen Wimpern, die zu dunkel scheinen für seine hellblaue Iris, die Locke, die ihm in die Stirn fällt und die ich ihm am liebsten zurückstreichen würde. Ich schlucke. Was denn? Er beugt sich vor. Rain ist zurück, haucht er mir ins Ohr und mein ganzer Körper beginnt zu prickeln. Er lächelt und lehnt sich auf seinem Stuhl zurück, ein kleiner Schulhocker, der unter ihm lächerlich wirkt. Sie ist wirklich wieder da. Ich war mir nicht sicher, wie viel von ihr in dir steckt. Aber hast du letzte Nacht getan hast. Das war sie, oder? Dich in der Nacht raus zu schleichen. Keiler hätte das nicht getan. Nein, das hätte sie nicht, sage ich. Und mir wird klar, dass er recht hat. Ich habe mich verändert. Ziemlich sogar. Ich bin immer noch dabei, mich zu verändern. Aber irgendetwas stimmt noch nicht so ganz. Was denn? frage ich. Ich werde daran arbeiten. Wirst er lächelt. Diese ganze Torrey Geschichte. Die Rain, die ich kannte, hätte nicht riskiert, Free UK wegen eines einzelnen Mädchens auffliegt. Sie hätte einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und dann gäbe es keine Torrey und kein Problem mehr. Die Sicherheit der Gruppe steht an allererster Stelle. Die Aufmerksamkeit der Lorda zu erregen, muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln vermieden ich Torrey wirklich einfach so den Hals umdrehen oder ihr den Schädel einschlagen. Ich stelle mir vor, wie Torys Gesicht gegen den Baum prallt und zucke zusammen. Nein, das hätte ich niemals tun können. Oder doch? Ich hätte es beinahe getan. Ich habe mich nur gebremst, weil ich sie erkannt habe. Bei diesem Gedanken flackern Erinnerungen an Gewehre, Schreie und Blut auf, die besagen, ja, Rain hätte alles tun können. Dabei mag ich Torrey noch nicht mal. Warum habe ich ihr also geholfen? Sag mir, was du denkst, fordert mich Nico in einem Ton auf, vor dem es keinen drinnen gibt. Ich versuche es. Meine Gedanken kämpfen miteinander, als wären da zwei Stimmen in meinem Kopf, die einen unterschiedlichen Blick auf die Geschehnisse haben. Er nickt nachdenklich. Bitte, erklär mir, was mit mir passiert ist, bettle ich. Ich verstehe es nicht. Er zögert, dann lächelt er. Erst muss ich dich noch ein paar Sachen fragen, aber ich werde es dir erklären. Manchmal bist du mehr Keiler und manchmal mehr Rain. Das ist logisch, weil sich alles neu ordnet. Mit der Zeit wird Rain wieder übernehmen. Sie ist die Stärkere. Ungewollt steigt ein Bild vor meinen Augen hoch. Lucy mit blutigen Fingern. Und Nico mit einem Ziegel in der Hand. Ich keuche und strecke verwundert meine linke Hand aus. Dann drehe und wende ich sie. Hast du das getan, um aus mir eine Rechtshänderin zu machen? Was getan? Meine Finger verletzt. Ich zögere. Lucys Finger. Sein Blick schweift ab. Er sieht weg. Stille folgt. Einen Herzschlag lang, dann zwei. Er blickt mich wieder an. Erinnerst du dich daran, Lucy zu sein? Nein, nicht wirklich. Nur ab und zu in Träumen und sie ergeben keinen Sinn. Bitte, Nico, in meinem Kopf herrscht ein einziges Durcheinander. Was ist mit Lucy passiert? Was ist mit meinem zehn Jahre alten Ich passiert? Er zögert, denkt nach und nickt dann. Okay, du warst für mich etwas besonderes, Rain. Aber wenn man auf der Seite der Freiheit steht, läuft man immer Gefahr, geschnappt zu werden. Ich wusste, dass ich einen Weg finden musste, um dich zu schützen, falls du den Lordern in die Hände fällst. Wie denn? Indem ich dich innerlich in zwei Teile aufgespaltet habe, damit einer überleben kann, falls du geslated wirst. Rain war stärker als Lucy, also hat sie überlebt. Und ich weiß sofort, was er meint. Ich habe es immer gewusst. Ich wurde zu zwei Personen, Lucy mit den Kindheitserinnerungen und Rain, deren Leben Nico und Free UK gehört hat. Allmählich fügen sich die Puzzleteile zusammen. Lucy wurde dazu gezwungen, Rechtshänderin zu sein. Als sie sich weigerte, hat Nico Gewalt angewendet. Rain dagegen war Linkshänderin. Wie geslated wird, hängt davon ab, ob jemand Rechts- oder Linkshänder ist, denn mit der Händigkeit ist auch verbunden, welche Gehirnhälfte dominiert. Aber wer war ich, als ich geslated wurde? Ich verstehe es immer noch nicht. Wenn Rain stärker war und die Kontrolle über mich besaß, warum haben die Lorda mich dann nicht als Rain geslated? Also so, als wäre ich Linkshänderin. Das ist das Schöne daran. Rain hat sich im Inneren versteckt, als du gefasst wurdest. Darauf warst du konditioniert. Also war Lucy dominant. Das heißt, die Lorda haben mich für eine Rechtshänderin gehalten. Von Rain wussten sie nicht. Als sie mir meine Erinnerungen genommen haben, haben sie nur einen Teil von mir erwischt. Genau. Lucy ist weg, denn sie war schwach. Aber du, Rain, hast das Slating überlebt und nur auf den richtigen Augenblick gewartet, um dir einen Weg nach draußen zu bahnen. Und das hier, sage ich und drehe an meinem Level, funktioniert nicht mehr, weil ich wieder Rain bin. Eine Linkshänderin. Es ist mit der falschen Seite meines Gehirns verknüpft. Haar genau. Er nimmt meine linke Hand in seine und küsst ganz sanft meine Fingerspitzen. Es tut mir schrecklich leid, dass ich dir vor vielen Jahren so weh getan habe. Aber es war die einzige Möglichkeit, dich zu schützen. Lucy ist für immer verschwunden. Deshalb kann ich mich nicht mehr an ihr Leben erinnern. Der Schmerz des Verlustes erfüllt mich und breitet sich in mir aus. Ein Großteil meines Lebens wurde zerstört und ist für immer verloren. Dafür ist ein anderer Teil von mir noch da. Nico hat mich gerettet. Ohne ihn wäre ich komplett verschwunden. Wüsste nicht einmal, dass ich alles verloren hatte. Danke, flüstere ich. Und ich frage mich, ob Rain auch Kyla verdrängen wird. All ihre Hoffnungen und alles, was sie geliebt hat. Wie Ben. Ich kämpfe mit den Tränen. Nicht weinen. Nicht vor Nico. Bitte nicht. Angst und Schmerz ringen miteinander, denn Nico mag keine Schwäche. Doch anstatt wütend zu werden, nimmt er meine Hand. Was ist? fragt er sanft. Ich umklammere seine Hand. Sie ist viel größer und stärker als meine, die er zerdrücken könnte. Ben, flüstere ich. Erzähl mir von ihm. Ich weiß ein wenig, aber was ist wirklich mit ihm passiert? Er betont wirklich, als wüsste er, dass es mehr als die offizielle Version gibt. Es war alles meine Schuld. Ich habe es getan. Endlich spreche ich laut aus, was mich quält und mir auf der Seele brennt. Was hast du getan? Sag es mir. Ich habe sein Lavo abgeschnitten. Mit einer Flex. Und während ich ihm alles beichte, schiebt Nico seinen Stuhl neben meinen und legt mir den Arm um die Schultern. Bilder tauchen vor mir auf. Bens Todeskampf, wie ich wegrenne und ihn seinem Schicksal überlasse. Und wie sieht dieses Schicksal aus? Was ist aus ihm geworden? Habe ich seinen Tod verursacht oder ist er später durch die Lorda gestorben? Was ist mit ihm passiert? Frage ich und meine Augen betteln um ein wenig Hoffnung. Du kennst doch die Antwort, sagt Nico. Du weißt, was die Lorda mit ihm gemacht haben, wenn er noch gelebt hat. Ich nicke und die Tränen laufen mir über die Wangen. Und du weißt doch, was sie mit seinen Eltern gemacht haben. Ja, spürst du es, Rain, die Wut in dir. Und sie erwacht zum Leben. Ein Feuer, als hätte Nico selbst ein Streichholz hineingeworfen. Das Feuer flammt in meinem Kopf auf, heißer und wütender als die Feuersbrunst, die das Haus von Bens Eltern in Schutt und Asche gelegt hat. Heißer als alle Feuer zusammen, die die Lorda in dieser Nacht entfacht haben. Jetzt hör mir zu, Rain. Das bedeutet nicht, dass du Ben vergessen musst oder dass er dir nichts mehr bedeuten darf. Und du sollst auch nicht vergessen, was die Lorda mit seinen Eltern gemacht haben. Nichts musst du vergessen. Setz es ein auf Sie überschwemmt mich wie eine Welle. Glühende Hitze, die in jeden Muskel dringt, in jeden Knochen. Jeder Tropfen Blut in meinen Adern brennt. Entschlossen packe ich die Armlehnen meines Stuhls. Die Lorda müssen für das, was sie getan haben, bezahlen. Wir müssen sie aufhalten. Nico nimmt mein Gesicht in die Hände und blickt mir lange in die Augen. Schließlich nickt er. Sein Blick ist warm. Ein Schauer wandert über meine Haut und meinen Körper. Ja, Rain. Er lächelt und beugt sich hinunter. Seine Lippen berühren sanft meine Stirn. Aber eine Frage hast du noch nicht beantwortet. Wann hast du deine Erinnerungen zurückbekommen? Als mich Wayne im Wald angegriffen hat. Doch die Worte bleiben mir im Hals stecken. Wer Nico von Wayne erfährt, schaltet er ihn aus. Aber warum in aller Welt sollte ich Wayne schützen? Hat er den Tod nicht verdient? Eigentlich hätte es passieren müssen, als du Ben mit den Lordern zurückgelassen hast. Das hätte genügen sollen. So ein Trauma sprengt für gewöhnlich alle Grenzen. Also warum ist da nichts geschehen? Nico spricht, als würde er mit sich selbst reden. Als hätte er vergessen, dass ich noch da bin. Ich fühle mich unbehaglich, während er mein Trauma analysiert. Aber wenn meine Erinnerungen an diesem Tag nicht zurückgekehrt sind, warum bin ich da nicht wenigstens ohnmächtig geworden? Ich blicke auf mein nutzloses Level. Da fällt es mir wieder ein. Ich weiß warum, sage ich. Es lag an den Pillen. Welchen Pillen? Den Happy Pilz. Ben hat sie irgendwoher bekommen, erkläre ich. Ich weiß nicht, warum ich ihm das woher verschweige. Ben hatte die Pillen von Aiden, der zu MIA gehört, die die illegale Webseite Missing in Action betreiben. Nico nickt. Das leuchtet mir ein. Sie blockieren zum Teil die Wirkung. Und als sie abgeklungen war, ist Rain in Erscheinung getreten. Er grinst breit und lacht dann. Rain. Er nimmt mich in den Arm. Du warst immer mein besonderer Liebling, das weißt du. Mein Herz hüpft vor Freude. Nico hatte nie irgendwelche Beziehungen mit Mädchen in den Trainingslagern, zumindest wüsste ich nichts davon. Seine Macht war absolut, aber wir wollten ihn alle. Er lehnt sich zurück. Und jetzt hör zu. Du kannst etwas für mich tun. Hast du noch immer diese Arzttermine Ja, jeden Samstag. Das New London Hospital, wo ich geslated wurde, ist ein Machtsymbol der allumfassenden Kontrolle der Lorda und ein regelmäßiges Ziel für Anschläge von Free UK. Ich brauche Pläne. So genau wie möglich. Von jedem Teil des Krankenhauses, den du kennst. Von innen und außen. Kannst du die für mich zeichnen? Natürlich, sage ich, weil ich unbedingt etwas gegen die Lorda unternehmen möchte, Beitrag ist. Mühelos kann ich den Grundriss des Krankenhauses abrufen. Die Fähigkeit, mich an alle Details zu erinnern und sie genauestens zu verorten, ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass auf einmal steigt eine Erinnerung an langen und ermüdenden Unterricht in mir hoch. Das hast du mir beigebracht, sage ich langsam, wie man sich an Positionen und Orte erinnert und Karten zeichnet. Jeder Fehler wurde schlimm geahndet, daran erinnere ich mich mit Schrecken, aber ich mache keine Fehler mehr. Er lächelt. Ja, das war Teil deiner Ausbildung. Du kümmerst dich also darum? Ja, das werde ich. Dann ab mit dir. Bevor ich gehe, schaut er sich noch einmal im Flur um. Die Luft ist rein. Na los! Auf dem Sportplatz ziehe ich meine Runden, denn ich muss mich erst beruhigen, bevor ich mit Cam nach Hause fahre. Im Geist gehe ich das Gespräch mit Nico noch einmal durch. Ich war seine Lieblingsschülerin. Er hat mich umarmt. Wo seine Lippen meine Stirn berührt haben, spüre ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehöre, was ich zu tun habe. Die Lorda sind gescheitert. Ich kann mich erinnern. Um vor Freude nicht durchzudrehen, rase ich immer schneller um die Bahn, bis ein Pfiff meine Gedanken unterbricht. Ich fahre herum. Cam. Er klatscht und ich werde langsamer, drehe noch eine Runde zum Auslaufen und gehe dann zu ihm rüber. Wow, du kannst vielleicht laufen? War das dein dringendes Projekt? Keuchen zucke ich mit den Achseln. Manchmal muss ich einfach laufen. So vermeide ich eine direkte Antwort. Und das stimmt auch. Früher bin ich gelaufen, um mein Level oben zu halten. Neugierig schaue ich auf mein Level. Der Wert zeigt immer noch ungefähr sechs an. Laufen hat mich früher bis auf acht gebracht. Aber Wollen wir nach Hause? Ich nicke. Sorry, ich bin total verschwitzt, sage ich grinsend. Zumindest habe ich nun eine Ausrede, warum ich so aufgekratzt bin. Bist du soweit? fragt Mom. Ich blicke von meinen Hausaufgaben hoch. Wofür? frage ich. Sie lacht. Welcher Tag ist denn heute? Ich kann nur an Guy Fawkes denken. kaum zu glauben, dass immer noch derselbe Tag ist, der vor Sonnenaufgang mit einem brennenden Haus und der geflüchteten Tori begonnen hat. Es ist Donnerstag, sagt sie. Donnerstag? Verwirrt schaue ich sie an. Du hast Gruppe, oder? Oh, sorry. Ich springe auf, kämme mir schnell die Haare und schnappe mir die Schuhe. Wie konnte ich das bloß vergessen? Ich war einfach zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Jeden Donnerstagabend habe ich Gruppe. Alle Slater aus der Umgebung treffen sich im Gemeindehaus mit Schwester Penny, die uns den Übergang in die Gesellschaft erleichtern soll. Tatsächlich dient das Ganze unserer Überwachung, damit wir nicht aus der Reihe tanzen. Bei diesem Gedanken zucke ich zusammen, denn Penny ist eigentlich ganz in Ordnung. Das ist immer noch ein Test. Ich muss mich wie die übrigen Slater verhalten. Penny oder irgendwelche anderen heimlichen Zuhörer dürfen nicht merken, dass sich bei mir etwas verändert hat oder falsch ist. Ich denke an letzten Donnerstag. Mir ging es wegen Ben so schlecht, dass ich Schwierigkeiten hatte, bei Bewusstsein zu bleiben. Penny wird heute etwas Ähnliches erwarten. Ich konzentriere mich darauf, wieder ganz die Person von letzter Woche zu sein und schiebe Rain und ihre Erinnerungen beiseite. Kyla, du bist dran. Pennys knallgelber Pullover strahlt mit ihrem Gesicht um die Wette. Gerade unterhält sie sich mit einer Frau und einem Mädchen, die ich beide nicht kenne. Das Mädchen ist vielleicht 14 und grinst wie eine Irre, ganz offensichtlich ein neujahrslater. Am Anfang sind alle so voller Freude, dass die Lorda ihnen die Erinnerungen und ihre Vergangenheit genommen haben und dass sie egal welches Verbrechen sie auch begangen haben jetzt eine zweite Chance auf ein neues Leben kriegen. Ich war genauso, allerdings etwas zurückhaltender. Waren es Rains verborgene Erinnerungen, die mich immer schon von den anderen unterschieden haben? Die übrigen neun in der Gruppe sind dieselben geblieben. Tori und Ben fehlen. Und ich muss mich gar nicht groß verstellen, nur Kyla zu sein. Hier an diesem Ort bin ich sie. Rain gehört nicht hierher. Wir stellen unsere Stühle im Kreis auf und es geht los. Penny steht vorn. Guten Abend alle miteinander. Wir sehen uns an und zögern. Guten Abend sagen ein paar einzelne Stimmen weiter hinten und der Rest fällt mit ein. Heute möchte ich Angela begrüßen. Sie ist neu in unserer Gruppe. Und was kommt jetzt? Sie blickt in die Runde und ich stöhne innerlich auf, weil ich an meinen ersten Tag hier denken muss. Damals war es Tori, die die Augen verdreht und voller Sarkasmus verkündet hat, dass sich nun alle vorstellen müssten. Und dann kam Ben. Verspätet. Ich sehe ihn immer noch vor mir, wie er in Shorts und Sweatshirt durch die Tür stürmt. Das Shirt schweiß nass vom Laufen. Er ist immer gelaufen. Ich alles in Ordnung, Liebes. Tut mir leid, mir ist nur gerade schwindelig geworden. Sie schaut auf mein Level und zieht eine Augenbraue hoch, als sie sieht, dass ein Wert von 5,8 angezeigt wird. Ich muss mich zusammenreißen. Ich darf weder zu auffällig lächeln noch in Trauer versinken. Ausgeglichen bleiben. So wie alles later, obwohl es für mich nicht mehr dasselbe ist. Penny lächelt dem neuen Mädchen zu, dessen Grinsen inzwischen noch breiter geworden ist. Sie sieht so happy aus, dass sie sicher nicht Gefahr läuft, ohnmächtig zu werden, wie es mir manchmal passiert ist. Auch alle anderen in der Gruppe sehen zu glücklich aus. Glücklich darüber, dass die Lorde sie geschnappt und davon abgehalten haben, das zu tun oder zu sagen, was nicht erlaubt ist. Ich sehe mir die freudestrahlenden Gesichter an. Waren manche von ihnen echte Kriminelle? Mörder und Terroristen wie ich? Ist es ihnen überhaupt wichtig zu wissen, wer sie einmal waren? Wenn mein Slating normal verlaufen wäre, würde ich jetzt mit ihnen um die Wette grinsen. Auch ich wäre glücklich. Ich fahre hoch, als eine warme Hand meine Schulter drückt. Kannst du meine Frage beantworten? Zwitschert Penny. Äh, warum sind wir hier? Es ist unsere zweite Chance. Genau, Kyla. Ich bekomme tatsächlich eine zweite Chance, aber nicht die, von der sie spricht. Sie weiß nicht, dass ich zurück bin, dass die Lorda versagt haben, dass mein Slating misslungen ist. Penny wendet sich wieder der Gruppe zu und teilt uns mit, dass wir heute ein paar Spiele machen werden. Sie öffnet eine Kiste und holt ein Damespiel, Karten und andere Brettspiele heraus. Wir sind elf Leute und damit es aufgeht, muss ich mit Penny spielen. Will sie mich immer noch im Auge behalten? Kennst du eines von denen? fragt sie mich und ich schaue mir die Spiele in der Kiste an. Die meisten, ich mag Schach, ich habe es immer spät nachts im Krankenhaus gespielt, einer der Wachmänner hat es mir beigebracht. Penny holt das Schachspiel heraus und reicht es mir, damit ich alles aufbaue, während sie sich um die anderen kümmert. Das Holzkästchen ist mit Intasien verziert, die eine Hälfte der Spielfiguren besteht aus hellem, die andere Hälfte aus dunklem Holz. Ich nehme sie heraus und stelle sie auf dem Brett auf. Die Türme in die Ecken, dann die Springer, die Läufer, den König und die Königin. Davor werden die Bauern aufgereiht, die als entbehrlich gelten, aber mit der richtigen Strategie kann ein Bauer das Spiel entscheiden. Penny kehrt zurück und nimmt sich einen Stuhl, damit wir beginnen können. Meine Hand schwebt über einem Turm, Schloss, sagt mir eine innere Stimme. Du hast ihn Schloss genannt. Nein, ich runzle die Stirn. Der Wachmann, der auf mich aufpassen musste, wenn ich Albträume hatte, hat mir das Spiel aus lauter Langeweile beigebracht. Er hat mir die richtigen Namen für jeden Stein genannt und die Züge erklärt und war überrascht, wie schnell ich das Schachspielen gelernt habe. Bis zu meiner Entlassung habe ich sogar ein paar Mal gegen ihn gewonnen. Kyla? Penny sieht mich neugierig an. Ich gebe mir einen Ruck und stelle die Spielfigur wieder an ihren Platz. Wir beginnen. Alles okay? fragt Mom. Ja, war in Ordnung. Sie sieht mich immer noch an und will mehr von der Gruppe wissen. Wir haben Schach gespielt, Penny und ich. Wer hat gewonnen? Sie. Ich habe nicht besonders gut gespielt. Sobald ich eine der Figuren berührt habe, überkam mich ein seltsames Gefühl. Irgendwie vertraut. Ständig hatte ich das Bedürfnis, die Figuren in die Hand zu nehmen, über die Ecken und abgerundeten Kanten zu fahren, um ihre Form zu ertasten. Ich täusche ein Gähnen vor. Ich bin müde. Ich lege mich hin. Oben in meinem Zimmer komme ich nicht zur Ruhe. Ich habe eine zweite Chance bekommen, aber nicht wie von den Laudern gedacht. Eine zweite Chance mit Free UK, um gegen die Lauder zu kämpfen. Wie hat mein früheres Leben bei Free UK ausgesehen? Mir will einfach nichts dazu einfallen. Es tauchen nur zufällig Bruchstücke aus der Vergangenheit auf. Ich versuche mich zu entspannen, meinen Geist lassen. Das Ausbildungslager habe ich vor Augen, aber sonst nichts. War ich bei Angriffen dabei? Muss ich ja wohl, sonst hätten mich die Lauder nicht erwischt. Allerdings habe ich keine konkrete Erinnerung daran. Hartnäckig drängt sich Nikos Gesicht in mein Bewusstsein. In seiner Gegenwart heute konnte ich kaum klar denken, wusste nicht, was ich sagen oder tun sollte. Ich war völlig willenlos. Ich schüttle verwirrt den Kopf. Nein, so war es doch gar nicht. Auch ich wollte es so. Aber heute Abend beim Schach habe ich mich mehr wie ich selbst gefühlt, wer auch immer das ist. Wie in meiner eigenen Haut, nicht in der einer Fremden. Als hätte ein Turm in meiner Hand dafür gesorgt, dass sich alles langsam in mir einpendelt. Ich konzentriere mich auf das Brett, die geschnitzten Figuren auf ihren Quadraten und kaue auf der Lippe. Mit jedem Zug würde ich eine Figur verlieren. Viel habe ich nicht mehr übrig. Ich strecke die Hand aus, ziehe sie dann allerdings wieder zurück. Ich weiß nicht weiter, gebe ich schließlich zu. Brauchst du einen Tipp? Ich lasse meine Hand von einer Figur zur nächsten wandern und beobachte ihn dabei. Er zwinkert, als ich das Schloss neben dem König berühre. Aber ich kann keinen sinnvollen Zug machen, denn es gibt nur ein paar leere Felder zwischen ihm und dem König. Der König steht frei und wird bald angegriffen werden, außer Was ist das Besondere am Schloss? frage ich. Eigentlich heißt es Turm, Lucy. Es sieht wie ein Schloss aus. Ja, das stimmt. Er lächelt. Es kann sich neben den König setzen und dann mit ihm den Platz tauschen. Jetzt weiß ich's wieder. Ich mache es so, wie er gesagt hat und mein König ist wieder sicher. Das Spiel geht weiter. Schließlich schlage ich ihn. Er hat mich gewinnen lassen, das weiß ich. Ich halte das Schloss in meiner kleinen Hand und nehme es zum Schlafen mit ins Zimmer. Er steht neben meinem Nachttisch als der, Öffne die Augen. Der Turm ist verschwunden. Ich schrecke hoch und das Zimmer wird wieder zu Kylas Zimmer, nicht Lucys. Wieso kann ich mich daran noch erinnern? Es hätte wie alles aus Lucys Leben gelöscht werden sollen, so wie Nico gesagt hat. Obwohl ich schon öfter von Lucy geträumt habe, bin ich diesmal vollkommen durcheinander. So real war noch kein Traum. Nie war ich bei ihr zu Hause, wo sie in Sicherheit und glücklich war. Bevor mir die Erinnerung wieder entgleitet, stehe ich taumelnd auf und schalte das Licht ein, schnappe mir Block und Stifte und versuche immer wieder das Gesicht von Lucys Vater zu zeichnen, um mich daran festzuhalten. Aber er ist weg. Es gelingt mir nicht. Nur ein vages unsicheres Gefühl für Größe und Proportionen ist noch da. Keine Details, keine Gesichtszüge. Ich gebe das hoffnungslose Vorhaben auf, Lucys Vater zu malen. Meinen Vater. Stattdessen zeichne ich Ben. Jetzt, wo Bens Eltern verschwunden sind, gibt es niemanden mehr, der sich an ihn erinnert und um ihn trauert. Ich werde mir jeden Tag sein Bild anschauen. So werde ich ihn nie vergessen. Und es gibt noch etwas anderes, das ich tun kann. Lucy hat mich darauf gebracht. Eine letzte Chance. Eine letzte Möglichkeit, um herauszufinden, was wirklich mit Ben passiert ist. M.I.A. Willst du nicht mit Cameron gehen? feigst Amy grinsend. Er ist ganz süß, findest du nicht? Nein, ich meine, nein, ich also auch süß? Ich verdrehe die Augen und setze mich auf Jazz Rücksitz. Ich habe ihnen gestern gesagt, dass sie nicht auf mich warten müssen, weil Cam mich nach Hause bringt. Mom wusste nichts davon und wäre wahrscheinlich nicht einverstanden gewesen. Weniger wegen Cam, sondern weil sie nicht will, dass Amy und Jazz allein sind. Ich bin ihr Anstands wow wow. Aber das habe ich Cam bereits erklärt, damit er nicht auf den Gedanken kommt, dass er jetzt mein regelmäßiger Chauffeur sein wird. Ganz besonders heute, wo ich eigene Pläne habe und er auf keinen Fall dabei sein soll. Während der Fahrt frage ich Jazz, meinst du, wir könnten heute nach der Schule Mac besuchen? Klar, antwortet er. Mac ist Jazz Cousin. In seinem Hinterzimmer steht ein illegaler Computer, über den ich habe. Werde ich hier auch Ben finden? Amy erzählt uns unterwegs den neuesten Tratsch aus der Arztpraxis. Ich klinke mich aus, aber dann erregt etwas meine Aufmerksamkeit. Amy, was hast du gerade gesagt? Hake ich nach, denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich richtig gehört habe. Du weißt schon, der Mann, von dem ich euch neulich erzählt habe, der zusammengeschlagen wurde und im Koma liegt. Er ist gestern im Krankenhaus aufgewacht. Mein Herz setzt einen Schlag lang aus. Versuch beiläufig zu klingen. Hat er gesagt, was passiert ist? Er war ganz schön neben der Spur, meinte meine Kollegin, deren Freundin im Krankenhaus arbeitet. Möglicherweise hat er durch die Kopfverletzung das Gedächtnis verloren. Die Lorda sind in die Klinik gekommen und wollten mit ihm sprechen, haben es dann aber gelassen, weil nichts vernünftiges aus ihm raus zu bekommen war. Erzähl es Nico. Und dann? Zunächst wird er ausflippen, weil er erst jetzt davon erfährt. Anschließend nimmt er mich auseinander, weil ich ihm nicht gleich gesagt hatte, dass Wayne meine Erinnerungen zurückgebracht hat. Wayne ist ein Risiko. Wenn er auspackt, holen die Lorda mich. Nico wollte sich um ihn kümmern und sich um ihn kümmern bedeutet Tod. Mich knüpft er sich danach vor. Besser ich sage ihm nichts. Mein Bauchgefühl warnt mich vor dieser Entscheidung, aber wir warten ab und werden sehen. Vielleicht erinnert sich Wayne an gar nichts mehr. Vielleicht aber doch. An diesem Nachmittag findet in der Aula die große Versammlung statt. Alle gehen ruhig zu ihren Plätzen und es ist so still, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte. Ganz vorn befindet sich der Grund dafür. Die Lorda. Bei ihrem Anblick bekomme ich eine Gänsehaut. Starr sie nicht an. Diese Lorda kenne ich. Agent Coulson und sein Untergebener. Coulsons kalte Augen schweifen durch den Raum und mir gelingt es nicht, den Blick von ihm abzuwenden. Was macht er bloß hier? Coulson ist kein stinknormaler Lorda. Das wurde mir spätestens dann klar, als er zu uns nach Hause kam, um mich wegen Bens Verschwinden zu befragen. Zu Mom schicken die nämlich nicht irgendjemanden, denn sie ist die Tochter des ehemaligen Premierministers, Wham the Man, der zusammen mit seiner Frau bei einem Anschlag von Free UK getötet wurde. Mom hat zwar nichts mit der heutigen Politik zu tun und nutzt ihre Beziehungen meines Wissens auch nicht aus, trotzdem können sich die Lorda aber ihr keinen Fehler leisten. Wenn Mom nicht wäre, hätten die mich sicher nicht so sanft verhört. Coulson verströmt Macht. Dabei ist er kein einfacher Schläger, auch wenn er bei der passenden Gelegenheit sicher von nichts zurückschreckt. Alles an ihm ist kalte Berechnung. Unsere Blicke begegnen sich. Winzige Schweißtropfen treten mir auf die Stirn. Sieh weg! Ich wende den Blick ab und widerstehe dem Impuls nachzusehen, ob er immer noch zu mir herschaut. Er ist auch bloß ein Mensch, ein Fieser obendrein. Selbst in seinen Adern fließt nur rotes Blut und er blutet wie jeder andere. Und das sollte er. Die Versammlung beginnt. Der Direktor redet wieder endlos über die Leistungen der Schüler und lässt die üblichen Warnungen einfließen. Er fordert uns auf, unser Potenzial voll auszuschöpfen und so weiter. Aber ich bin in Gedanken woanders. In meiner Fantasie ist es Coulson, der Bens zuckenden Körper von seiner Mutter fortzerrt. Coulson, der das brennende Streichholz auf Bens Haus wirft. Coulson, der Lucy aus ihrer Familie reißt. Wut steigt in mir auf. Siedend heiße Wut. Nach außen gebe ich mich ruhig und aufmerksam, doch in meinem Inneren sieht es anders aus. Wenn ich jetzt in diesem Augenblick eine Pistole in der Hand hätte, könnte ich sie auf Coulson richten und ihn erschießen. Er hätte es verdient, wie alle Lorder. Der harte Sitz unter mir, das Geschwätz des Direktors und der Saal voller aufmerksamer Schüler verschwinden. Meine Hand umklammert kaltes Metall. Meine Augen fokussieren, nehmen Maß. Dann drückt mein Zeigefinger den Abzug. Eine Explosion. Dann der Rückschlag der Pistole in meiner Hand. Die Kugel fliegt durch den Rahmen, viel zu schnell, als das normale Augen ihr folgen könnten, aber meine sehen, wie sie sich zu ihrem Ziel vor arbeitet. Die Kugel trifft ihn in die Brust. Sein Herz explodiert und eine rote Welle Blut strömt hervor. Er geht zu Boden. Ich lächle und bemerke dann, dass die Versammlung vorbei ist. Alle verlassen den Raum. Ich bin aufgestanden und ihnen gefolgt, ohne dass es mir aufgefallen wäre. Cam hat sich aus seiner Tutoren Gruppe ein wenig zurückfallen lassen und geht neben mir. Er muss mich für völlig verrückt halten, weil ich lächle, hier und jetzt. Bin ich auch. Der Fluch, falls es einen gegeben hat, ist vorbei. Wir gehen auf die Türen des Saals zu, wo der andere Lorder steht und den Schülern dabei zusieht, wie sie hinauslaufen, einer nach dem anderen. Coulson bleibt vorn. Türdienst ist wohl unter seiner Würde. Ich bin wieder vor meinem inneren Auge auftauchen. Alles klar bei dir? flüstert Cam, als wir aus dem Saal treten. Du bist ganz blass. Ich schüttle nur den Kopf, laufe zur nächsten Toilette und übergebe mich wieder und wieder. Danach spritze ich mir Wasser ins Gesicht und starre in den Spiegel. Was verdammt nochmal ist da drinnen gerade passiert? Meine Hände zittern. Das war ich nicht. So etwas könnte ich niemals tun. Oder doch? An seinem Grab würde ich sicher keine Träne vergießen, aber eigenhändig umbringen könnte ich nicht. Wofür war dann dieses ganze Training? Bilder ziehen wie ein Film im Schnelldurchlauf durch meinen Kopf. Schießübungen, Ziele, Messer und wie man mit ihnen umgeht. Um mich herum dreht sich alles. Ich war ein guter Schützer, die Beste in meiner Einheit. Ohnehin die Beste von allen. Nein. Doch was bedeutet es also ein Terrorist zu sein? Politische Diskussionen zum Tee? Die Lorda sind böse. Coulson soll sterben. Sie alle verdienen es. Ich schaue auf meine Hände, kann das kalte Metall einer Waffe darin spüren. Ich weiß, wie man damit umgeht. Er hat den Tod verdient. Ich verrate dir ein Geheimnis. Jazz grinst mich an. Deswegen gehe ich davon aus, dass es keine schlechten Nachrichten sind. Was ist los? Ich hatte heute sowieso vor, zu Mack zu fahren, schon bevor du es vorgeschlagen hast. Er hat eine Überraschung für dich. Mein Magen macht einen Luftsprung. Jazz sieht so aus, als wüsste er, worum es geht. Nicht Ben, oder? flüstere ich leise. Ich weiß, dass es nicht möglich ist. Trotzdem kann ich mir die Frage nicht verkneifen. Jazz lächelnd zerbröselt. Tut mir leid, Keiler. Wenn ich irgendetwas über ihn höre, bist du die Erste, die es erfährt. Ich lehne mich an sein Auto, werde von einer Welle der Enttäuschung übermannt, so unvernünftig das auch sein mag. Aiden hatte versprochen, mir über Mac eine Nachricht zukommen zu lassen, falls er etwas über Ben herausfindet. Also habe ich daran natürlich zuerst gedacht. Falsch. Amy erscheint auf dem Parkplatz. Sie kommt auf uns zu und schlingt die Arme um Jazz. Er dreht sich zu ihr, küsst sie und ich versuche nicht hinzusehen. Alles klar bei dir? fragt sie mich. Klar. Ein Freund von mir hat dich gesehen, wie du zum Klo gerannt bist und ganz weiß im Gesicht warst. Oh, ich hatte nur eine Magenverstimmung, nichts Schlimmes. Jetzt ist alles wieder gut. Bist du sicher, dass du nicht lieber direkt nach Hause willst? Ja, schau doch nicht so, wir fahren ja schon. Rein mit euch Ladies, sagt Jazz und hält uns die Autotür auf. Wir fahren auf Feldwegen zwischen Stoppelfeldern hindurch und an Farmen und Waldstücken vorbei zu Max Haus, das als einziges am Ende einer schmalen Straße steht. Sein großer Garten hinter dem Haus ist voll mit Autos, die er ausschlachtet, um aus den Teilen neue Autos zu bauen, wie den Wagen, den er für Jazz gebastelt hat. Aber er ist nicht nur Automechaniker. Was könnte wohl die Überraschung sein? Bens Hund, ein wunderschöner Golden Retriever, springt aufgeregt an mir hoch und bedeckt mein Gesicht mit großen, feuchten Hundeküssen. Ich lasse mich auf die Knie fallen, umarme ihn und vergrabe das Gesicht in seinem nach Rauch riechenden Fell. Wie immer gehen Jazz und Amy spazieren, um allein zu sein. Meg beobachtet Sky und mich mit unergründlicher Miene. Sky liegt schwanzwedelnd halb auf mir drauf. Wie? Frage ich. Eine Einwortfrage, die so viel bedeutet wie wie konnte er überleben? Wie kommt Bens Hund hierher? Meg setzt sich neben uns auf den Boden und streichelt Sky. Der Hund legt sich zwischen uns, lässt aber den Kopf auf meinem Knie. So glücklich habe ich den Hund nicht gesehen, seit der letzte Nacht hier aufgetaucht ist. Weißt du, was passiert ist? Ein wenig. Den Rest kann ich mir denken. Was mich aber doch wundert ist, dass du kaum überrascht scheinst. Trotzdem willst du von mir wissen, was passiert ist. Ich habe Gerüchte gehört, antworte ich ausweichend. Meg hebt eine Hand. Du musst mir nicht sagen, woher du von Bens Eltern weißt. Du weißt es doch, oder? Ich nicke und vergrabe den Kopf in Skys Fell. Sky ist ein Glückspilz, sagt Meg. Erst verschwindet der Junge, den er liebt, und dann der Rest der Familie. Toller Glückspilz, entgegne ich. Er ist ein Überlebenskünstler. Ich weiß nicht, ob er draußen war oder sich irgendwie aus dem Haus retten konnte. Jedenfalls hat Jess Freund ihn am Tag nach dem Brand gefunden und hergebracht. Keiner der Nachbarn wollte ihn aufnehmen, weil sie Angst hatten, die Lorda könnten von dem Tier erfahren. So wie Meg das sagt, ist klar, dass er darüber genauso denkt wie ich. Warte kurz, sagt er, steht auf und geht in die Küche. Einen Augenblick später kommt er mit einer Schüssel in der Hand zurück. Vielleicht kannst du ihn ja dazu bringen, was zu fressen. Und so sitze ich mit Sky auf dem Boden und füttere ihn mit Fleischstückchen. Nachdem er ein wenig gefressen hat, schläft er ein. Am liebsten würde ich mich nicht vom Fleck rühren, denn die Wärme und der Geruch des Hundes, selbst die leicht rauchige Note tun mir gut, aber ich muss noch etwas mit Meg besprechen. Vorsichtig schiebe ich Bens Mutter hatte so viel Talent und diese Eule ist jetzt alles, was noch von ihr übrig ist. Ich fahre mit den Fingerspitzen über die Federn und der Schmerz steigt wieder in mir auf. Aber ich lasse mich nicht von ihm überwältigen, denn ich bin aus einem anderen Grund hier. Kann ich auf die MIA-Webseite? frage ich. Meg sieht mich an, dann nickt er. Ich folge ihm ins Hinterzimmer und er nimmt die Abdeckung vom Computer. Da er keine verbotenen Websites blockiert, ist er höchst illegal. Meg schaltet ihn an und kurz darauf sehen wir die Seite von MIA mit all den vermissten Kindern. Als ich mich bei Meg nach Robert erkundigt habe, hat er mir diesen Computer zum ersten Mal gezeigt. Moms Sohn Robert wird namentlich auf dem Mahnmal in der Schule genannt, weil er zusammen mit 30 anderen Schülern bei einem RT-Angriff in einem Bus ums Leben gekommen ist. Meg wusste aber, dass Robert den Anschlag überlebt hat und vermutet, dass er geslated wurde. Als Meg mir auf der MIA-Webseite gezeigt hat, wie viele Kinder in diesem Land ohne irgendeine Erklärung verschwinden, sind wir zum ersten Mal auf Lucy gestoßen auf mich. Aus irgendeinem Grund muss ich sie mir nochmal anschauen. Ich gebe in der Leiste Mädchen, blond, grüne Augen, 17 ein und klicke auf Suchen. Mehrere Treffer erscheinen, aber ich habe sie schnell entdeckt und wähle ihr Bild, um es zu vergrößern. Ihr Gesicht, mein Gesicht, erfüllt den Bildschirm. Lucy Connor, zehn Jahre, vermisst an einer Schule in Keswick. Schon seit sieben Jahren, aber man erkennt mich immer noch. Sie sieht richtig glücklich aus, lacht in die Kamera und hat ein graues Kätzchen auf dem Arm. Ein Geburtstagsgeschenk. Mir versetzt es einen Stich. Das Kätzchen war ein Geschenk zu ihrem meinem zehnten Geburtstag. Alles in Ordnung, Keiler? Fragt Mac. Tränen verschleiern meinen Blick. Noch nie ist eine Erinnerung aus Lucys Leben einfach so in meinem Kopf aufgetaucht. Noch nie. Nur Bruchstücke in Träumen. Albträume zumeist, bis auf den Schachtraum. Doch Träume sind mit dem Unterbewusstsein verbunden. Jetzt aber bin ich hellwach. Laut Nico sollte Lucy verschwunden sein. Ausgelöscht. Mac legt seine Hand auf meine. Was ist los? Ich habe nur einen Augenblick lang gedacht, dass ich mich an etwas erinnern kann. An dieses Kätzchen. Ich seufze. Ich drehe wohl noch durch. Hast du deine Meinung geändert, was MIA angeht? Fragt er. Er sieht auf den Bildschirm und ich folge seinem Blick. Dort ist ein Button, auf dem gefunden steht. Ein Mausklick und ich könnte herausfinden, wer Lucy vermisst gemeldet hat. Vielleicht mein Vater? Vielleicht könnten wir wieder Schach spielen? Ich schüttle den Kopf. Nein, mein Leben ist schon kompliziert genug. Und abgesehen von den wenigen Traumfragmenten kenne ich meine eigene Familie nicht. Außerdem kann ich nicht riskieren, dass Free UK oder die Lorda mich bis zu ihnen zurückverfolgen. Sie sind besser dran, wenn sie mich vermissen. Zeit mich um das zu kümmern, weshalb ich hierher gekommen bin. Hast du was mit MIA zu tun? Ich bin eher eine Art Vermittler. Warum? Ich habe mir überlegt, ob du Ben bei MIA einstellen könntest? Mac blickt mich erstaunt an. Er weiß, was mit Ben passiert ist, dass ihn die Lorda mitgenommen haben, auch wenn ihm nicht klar ist, welche Rolle ich dabei spiele. Er muss meine Idee für reine Zeitverschwendung halten und denkt vermutlich, dass es Ben sowieso nicht mehr gibt. Damit hat er wahrscheinlich auch recht. Aber er nickt. Natürlich. Hast du ein Foto? Ich schüttle den Kopf. Nein, aber ich habe das hier. Ich hole meine Zeichnung von Ben aus der Tasche, an der ich stundenlang gearbeitet habe, damit sie so lebensecht wie möglich ist. Ist das gut genug? Er pfeift durch die Zähne. Es ist besser als gut. Es ist perfekt. Das ist Ben. Aber ich muss das Bild einscannen und ich habe keinen Scanner hier. Ich werde dafür sorgen, dass Aiden sich darum kümmert. Okay? Meine Abneigung gegenüber Aiden lasse ich mir nicht anmerken. Danke, ist alles, was ich sage. Max Freund Aiden mit seinen Happy Pills hat Ben überhaupt erst auf die Idee gebracht, sich das Levo abzuschneiden. Aiden war auch derjenige, der wollte, dass ich mich bei MIA als gefunden melde. Ein Verstoß, der für jeden Slater das sichere Todesurteil bedeutet. Mir gegenüber hat er behauptet, er sei kein Terrorist, sondern ein Aktivist, der versuche, die Dinge auf andere Art zu ändern. Ein Nichtskönner. Vielleicht, aber zumindest bringt er keine Leute um. Der Gedanke an Robert hat mich an all die Schüler erinnert, die ums Leben gekommen sind. Bei einem Attentat der RT, das eigentlich den Lordern gegolten hat. Nachdem ich davon erfahren habe, hatte ich Albträume von diesem zerbombten Bus. Doch ich kann unmöglich dabei gewesen sein. Ich war erst zehn, als es passiert ist. Aber Nico könnte dabei gewesen sein. Nein, Nico würde das niemals tun. Er würde niemals einen Bus voller unschuldiger Schulkinder in die Luft jagen. Er kämpft gegen die Lorder. Es ist auch mein Kampf. Ich überzeuge Mac davon, dass es mir gut geht und dass er mich am besten allein lässt, damit ich mich beruhige. Dann schaue ich mir wieder Lucys Foto auf dem Bildschirm an. Was ist mit ihr geschehen? Ich kann es mir nicht erklären. Einen Augenblick lang ist sie ein glückliches Kind mit einem Kätzchen im Arm und einem Vater, der sie beim Schach gewinnen lässt und im nächsten ich schüttle den Kopf. Sie verschwindet mit zehn Jahren und ab diesem Moment klafft eine große Lücke in ihrem Leben. Raines Erinnerungen setzen erst mit etwa 14 ein. Beim Training mit Nico und anderen Teenagern irgendwo in einem Ausbildungslager im Wald. Wo wir gelernt haben, wie man schießt und Sachen in die Luft jagt. Was ist in den vier Jahren dazwischen passiert? Amy und Jess sind mittlerweile von ihrem Spaziergang zurück. Als wir gehen, berühre ich noch einmal die Eule von Bens Mutter. Sie birgt ein Geheimnis, eine Nachricht von Ben, die immer noch darin versteckt ist. Weil ich weiß, wo, kann ich den winzigen weißen Fleck erkennen, die Ecke eines Stück Papiers, auf dem die letzten Worte stehen, die er mir geschrieben hat. Aber ich ertrage es nicht, sie mir anzusehen. Nicht heute. Meg muss Guy festhalten, als er versucht, uns hinterher zu laufen. Ich drehe mich um. Die traurigen Hundeaugen verfolgen uns, bis wir außer Sichtweite sind. Grüne Bäume, blauer Himmel, weiße Wolken, grüne Bäume, blauer Himmel, weiße Wolken, aber anders. Felder mit hohem grünem Gras, Gänseblümchen, eine nach nie dagewesene Fülle von Eindrücken, Bewegungen und Geräuschen. Bäume, diesmal aus der Luft, Äste, die an mir vorbeirauschen, als ich im Sinkflug hinabstürze. Ein Rascheln macht mich auf eine Maus aufmerksam, aber bis ich ankomme, ist sie verschwunden. Egal. Mit raschen Flügelschlägen steige ich wieder auf. Die Sonne erwärmt mein Federkleid. Ich sollte mich verstecken und auf die Dunkelheit warten, in der ich besser jagen kann. Aber ich will zur Sonne fliegen, diese Erde hinter mir lassen. Wie hoch kann ich fliegen? Ich schaue in den weiten Himmel, gleite auf einem warmen Aufwind dahin und schlage dann mit den Flügeln, um den nächsten zu erreichen. Fast mühelos steige ich höher und höher. Ich kann ewig fliegen. Unter mir verschmelzen da geschieht es plötzlich. Ein taubes Gefühl breitet sich in mir aus und um in der Luft zu bleiben muss ich stärker mit den Flügeln schlagen. Dann eine Falle. Als wäre ich in einer eulenförmigen Kiste gefangen, die sich zusammenzieht und immer enger wird, mich gewaltsam umschließt und immer enger wird, ganz gleich, wie sehr ich dagegen ankämpfe, bis sich das Fleisch und die Federn in der Falle zu sehnen, Blut und Muskeln verdicken und fester werden, sich zu Metall verwandeln. Die Falle ist nicht um mich herum. Ich selbst bin die Falle. Der Himmel ist nicht mehr mein Freund. Die Luft zischt an mir vorbei und die Bäume rasen auf mich zu. Ich falle tiefer, tiefer, tiefer. Am nächsten Morgen fahre ich mit Mom durch die Londoner Straßen, die ich nun mit anderen Augen sehe. Die Bedrohung ist deutlich spürbar. So nah am Krankenhaus stehen an jeder Ecke Lorda in der schwarzen Kleidung der Einsatzkommandos und tragen Maschinengewehre. Immer zu zweit oder dritt und zahlreicher als bei unserem letzten Besuch. Ich sehe die äußeren Zeichen des Konflikts. Verlassene und heruntergekommene Häuser mit vernagelten Fenstern stehen neben völlig intakten Gebäuden. Die eigentlich Leidtragenden sind jedoch die unterworfenen Menschen. Man erkennt es daran, wie sie durch die Straßen gehen, an ihren Blicken und wovor sie die Augen verschließen. In London ist es viel schlimmer als auf dem Land. Alles okay? fragt Mom und ich nicke. Dein Dad wird zu Hause sein, wenn wir zurückkommen. Er hat vorhin angerufen. Sie erwähnt das nebenbei, fast schon zu beiläufig, damit es nicht gekünstelt wirkt, erreicht aber genau das Gegenteil. Stimmt etwas nicht? Hacke ich nach. Es ist mir einfach so rausgerutscht. Warum fragst du? Du wirkst irgendwie komisch, wenn du von ihm redest, das ist alles. Beim letzten Mal hat sie einfach das Thema gewechselt, als ich sie auf Dad angesprochen habe. Lange Zeit antwortet sie nicht und konzentriert sich auf den Verkehr. Dann seufzt sie Erwachsenen Kram. Es ist kompliziert, Keiler. Das ist alles, was sie sagt. Wir fahren schweigend weiter, bis das Krankenhaus vor uns auftaucht. Zwischen den gewundenen Gassen und den alten Gebäuden sticht es hässlich heraus, eine moderne Abartigkeit. Die Klinik, in der das Slating durchgeführt wird, ist ein Symbol der Macht der Lorda und damit ein eindeutiges Angriffsziel. Ich präge mir die Anzahl und die Position der Türme auf dem Gelände ein, denn ich habe Nico haargenaue Karten versprochen, von außen und innen, und die wird er bekommen. Jeder könnte die erstellen, bestimmt hat es auch schon jemand getan. Einer von dem ganzen medizinischen Personal war sicherlich bestechlich. Doch Nico will Wir fahren bis zum Haupteingang und reihen uns in die Schlange ein. Lorda durchsuchen am Tor die Autos, die Besucher müssen aussteigen und durch einen Metalldetektor gehen, bevor sie in die Garage fahren dürfen. Mir wird unbehaglich. Was, wenn Nico falsch liegt und das Kommen unter meinem Levo doch gefunden werden kann? Vielleicht hätte ich es abnehmen sollen. Geht das überhaupt? Ich habe es bisher nicht versucht. Es geht nur mühsam voran. Schließlich sind wir an der Reihe. Der Lorda auf unserer Seite des Tors hebt die Hand, um uns anzuhalten. Er macht eine respektvolle Geste in Marms Richtung. Er legt die Hand ans Herz, dann streckt er sie aus. Mit Bedauern lässt er uns wissen, dass wir diesmal genauso geprüft werden wie alle anderen. Wir steigen aus dem Auto und meine Füße sind schwer wie Blei, während ich auf den Metall Detektor zugehe. Ein Alarm ertönt, als ich durchlaufe und ich gerate in Panik, bis mir klar wird, dass er durch das Levo ausgelöst wurde. Ein Lorda mit einem Handscanner lässt mich die Arme ausstrecken und fährt meinen Körper damit ab. Als er zu meinem Levo kommt, piepst es wieder. Dann winkt er mich durch. Das war es schon. Offenbar ist das Kommen gut verborgen. Wenn ich nicht wüsste, dass es da ist, könnte ich es nicht mal ertasten. Bei Slatern mit funktionierendem Levo ginge das wohl nicht. Das Kommen würde Schmerzen auslösen und der Wert gleich in den Keller fallen. Wir steigen wieder ins Auto und fahren in das unterirdische Parkhaus. Mein Magen zieht sich zusammen. Werde ich vor Dr. Möchte unbedingt herausfinden, warum ich mich von anderen Slatern unterscheide. Und jetzt bin ich ganz anders. Wie bringe ich das Gespräch hinter mich? Dr. Lysander ist schlau. Der klügste Mensch, den ich jemand. Also konzentriere ich mich auf Kyla. Kyla? Dr. Lysander steht an der Tür ihres Büros. Komm rein. Ich setze mich auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch und bin froh, als sich die Tür hinter mir schließt, denn davor steht ein Lorder. Offenbar sind sie wegen eines neuen Angriffs in Alarmbereitschaft. Beim letzten Attentat vor ein paar Wochen wurde Dr. Lysander beim ersten Anzeichen von Unruhe weggebracht und war verschwunden, ehe die Terroristen hier im Büro auftauchten. Einer der Terroristen hatte sein Gewehr auf mich gerichtet, doch der andere meinte, er solle keine Kugel an einen Slater verschwenden. Wo haben sie Dr. Lysander so schnell hingebracht? Sie tippt einen Augenblick lang auf ihren Bildschirm, dann blickt sie auf. Du siehst heute sehr nachdenklich aus. Vielleicht beginnen wir damit, dass du mir erzählst, worüber du dir Sorgen machst. Die Wahrheit, aber nicht zu viel davon. Dr. Lysander belügt man auf eigene Gefahr. Ich habe an die ganzen Sicherheitsmaßnahmen gedacht, die wir heute über uns ergehen lassen mussten. Ah, verstehe. Beunruhigt dich das? Heute auf jeden Fall. Ja? Warum denkst du ist das so? Ich habe Angst, dass sie mich wegschleppen und einsperren. Hast du ein schlechtes Gewissen? Sie lacht auf. Offenbar hält sie ihre Frage für einen Witz. Slater machen nie irgendwas falsch. Fast nie, meine ich, siehe Ben. Aber wenn Slater sein bedeutet, dass man anderen und sich selbst nicht gefährlich werden kann, warum werden wir dann alle so sorgfältig überwacht und beobachtet. Und ich bin anders. Jetzt noch mehr, aber eigentlich war das schon immer so. Ist sie deshalb meine Ärztin? Dr. Lysander ist berühmt, sie hat das Slating erfunden. Seit ich sie kenne, war noch nie ein anderer Patient in ihrem Wartezimmer. Und ohne sagen zu können, was mich von den anderen unterscheidet, merkt sie, etwas nicht stimmt und versucht herauszufinden, was es ist und woran es liegt. Aber noch nicht mal sie hat eine Ahnung davon, wie sehr ich mich von den anderen Slatern unterscheide. Ich bin eine tickende Zeitbombe. Eine Bombe der Terroristen, wie die, die Roberts Bus in die Luft gejagt hat. Mein Magen zieht sich zusammen. Was ist los, Keiler? Sag mir, was dich beunruhigt, drängt sie. Der Angriff der Terroristen auf das Krankenhaus, antworte ich. Sie neigt den Kopf auf eine Seite und wägt meine Worte ab. Du denkst immer noch an diesen Tag? Lass dich nicht einschüchtern. Jetzt bist du hier ziemlich sicher, das verspreche ich dir. Die Sicherheitsmaßnahmen sind verschärft worden. So wie sie es sagt, klingt es, als gingen sie ihr zu weit, als wären die Lorda zu vorsichtig. Da liegt sie falsch. Find es raus. Meinen sie damit die neuen Sicherheitsschleusen, durch die wir gehen müssen, um hier reinzukommen? Sie nickt. Das und noch ein paar andere Vorkehrungen, technisches Zeug. Das ganze Krankenhaus wird geschützt. Wie? Aber das kann ich nicht fragen. Zu große Neugierde passt nicht zu Slatern. Dann sehe ich es. Ihr Telefon und ihre Gegensprechanlager auf dem Tisch sind ausgetauscht worden. Sie sind nicht mehr schnurlos, sondern verkabelt. Genau wie ihr Computer. Aber ist das nicht altmodisch? Sie tippt auf ihren Bildschirm und blickt dann auf. Ich habe widersprüchliche Berichte von deiner Schule bekommen. Ach. Anscheinend warst du verschlossen und unglücklich und dann wieder fröhlich. Manchmal alles an einem Tag. Sie lächelt ein wenig. Magst du mir das erklären? Ich bin nicht immer dieselbe. Das ist das ehrlichste, was ich heute von mir gegeben habe. Ein Teenager zu sein, ist manchmal gar nicht so einfach. Trotzdem würde ich gerne ein paar Scans ansetzen, um zu sehen, wie es um dich steht. Vielleicht beim nächsten Mal. Eventuell merkt sie dabei, dass sich die Erinnerungspfade geändert haben. Scans auf jeden Fall vermeiden. Aber wie? Dr. Lysander schließt ihren Computer, faltet die Hände und sieht mich an. Nun, Kyla, hast du noch weiter über das nachgedacht, worüber wir bei deinen letzten Besuchen gesprochen haben? Was genau meinen sie, frage ich, um Zeit zu gewinnen. Sie hebt eine Augenbraue. Wir haben darüber gesprochen, was dich von den anderen Slatern unterscheidet. Was ist bei dir passiert, dass du von der Norm abweichst? Du meintest, würdest darüber nachdenken und wir wollten uns dann unterhalten. Gib ihr irgendetwas. Ich schlucke. manchmal glaube ich, dass ich mich an Dinge erinnern kann. Das sollte nicht so sein. Dr. Lysander denkt nach. Das ist bei Slater nicht ungewöhnlich. Es ist nur allzu menschlich, die Erinnerungslücken mit erfundenen Geschichten zu füllen, um die Leere zu vermeiden. Trotzdem sie hält inne und überlegt. Sag mir, woran du dich erinnerst. Ohne mir etwas Reales oder Erfundenes zurechtgelegt zu haben, rutscht mir unwillkürlich das heraus, was ich eigentlich für mich behalten wollte. Dr. Lysander schafft es immer wieder. An das Schachspielen mit meinem Vater, meinem echten Vater, in meiner Kindheit. Meine Hände waren noch sehr klein. Ich war viel jünger. Erzähl mir davon, sagt sie, und das tue ich. alles, wie sich der Turm in meiner Hand angefühlt hat, das Gefühl von Wärme und Sicherheit beim Aufwachen. Wahrscheinlich war es einfach nur ein Traum, meint sie. Vielleicht, aber er war so detailreich, so real. Träume können hin und wieder so sein. Jedenfalls bin ich froh, dass du keine Albträume mehr hast. Sie lächelt und schaut auf die Uhr. Die Zeit ist beinahe um. Gibt es sonst noch etwas, worüber du sprechen möchtest? Mach sie neugierig. Ich zögere. Dann schüttle ich den Kopf. Du hast doch etwas auf dem Herzen. Es ist nur so, dass bevor ich den Traum hatte, habe ich Schach gespielt und immer wieder musste ich den Turm in die Hand nehmen. Sie setzt sich ruckartig auf. Du hattest den Drang, ihn anzufassen? Ich nicke. Das ist interessant. Vielleicht bleibt eine physische Erinnerung, was den Traum ausgelöst haben könnte, der dann eine Fantasie des Unterbewusstseins war, aber trotzdem sehr interessant. Das verstehe ich nicht. Wenn eine Erinnerung verschwunden ist, dann ist sie doch weg, oder nicht? Ich weiß, ich sollte die Finger von diesem Thema lassen, aber ich kann mich nicht bremsen. Ich will es wissen. Das denken die meisten, aber das stimmt nicht ganz. Sie lehnt sich zurück. Es ist eher so, dass der bewusste Zugriff zerstört wurde. Die Erinnerungen sind noch da, du kannst sie nur nicht mehr abrufen. hinter einer Mauer? Bedeutet das, dass Lucy noch irgendwo in mir steckt und verzweifelt hinaus will? Ich schaudere. Tauchen deshalb Erinnerungsstücke in meinen Träumen auf? Mein Bewusstsein kommt nicht an sie ran, aber wenn ich schlafe, ich verstumme, weil mir die Richtung, die das Gespräch nimmt, nicht gefällt und ich nicht weiß, welche Schlüsse sie daraus ziehen kann. Slater haben keine Erinnerungen, weder wach noch im Schlaf, oder? Selten, aber es kommt schon vor. Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass die Träume deiner Fantasie entspringen. Sie trommelt kurz mit den Fingern auf den Tisch. Wir warten mit den Scans erstmal ab. Und jetzt raus mit dir. Erst als ich wieder mit Mom im Auto sitze und wir das Krankenhaus verlassen, kann ich in Ruhe über alles nachdenken. Was ist passiert? Erst will Dr. Lysander Scans machen und dann plötzlich nicht mehr. Wenn ich auf alte Erinnerungen zugreife und sie das in den Scans erkennen kann, bleibt ihr nichts anderes übrig, als das Gremium darüber zu informieren. Dann werde ich ausgeschaltet. Aber wenn Dr. Lysander merkt, dass bei meinem Slating etwas schief gelaufen ist, muss sie doch sicher so vorgehen. In Gedanken gehe ich und wie ihr Gesichtsausdruck war. Doch mir ist nur aufgefallen, dass sie neugierig ist. Sie kann mich nicht untersuchen, wenn ich tot bin. Sie will wissen, wie ich ticke. Wie eine Bombe. Dads Auto steht vor dem Haus, als wir heimkommen. Er und Amy sitzen arm in arm auf dem Sofa und trinken Tee. Da sind ja meine anderen beiden Mädchen, ruft Dad lächelnd und streckt die Arme aus. Gib deinem Vater einen Kuss. Mangels einer guten Ausrede bleibt mir nichts anderes übrig, als zu ihm zu gehen. Heute ist er also gut gelaunt. Setz dich Keiler, ich hole uns etwas zu trinken, sagt Mom und verschwindet in der Küche. Von ihr gibt es keinen Kuss. Jetzt kommt das Verhör. Wie läuft's in der Schule? Gut. Wer ist der Neue, von dem ich gehört habe? fragt er und zwinkert mir zu. Ich schaue zu Amy. Na vielen Dank auch, sagt mein Blick. Aber sie lächelt bloß, bemerkt meinen Blick gar nicht wirklich. Amy begreift nicht, dass man manche Dinge besser für sich behält. Als ich hier ankam, war ich diejenige, die dieses Problem hatte. Dabei ging es um Jazz und sie, noch bevor sie offiziell ein Paar waren. Aber je mehr ich verstehe, desto klarer wird mir, wie wenig Amy kapiert. Welcher Neue, frage ich. Amy grinst. Cameron natürlich. Er ist nur ein Freund, keine große Sache. Sein Onkel backt fantastischen Kuchen. Wie wär's, wenn du uns auch hin und wieder mal einen Kuchen backst? ruft Dad in die Küche. Doch Mom antwortet nicht. Man hört nur lautes Geschirr geklapper. Wo bist du gewesen? erkundige ich mich, ehe er weitere Fragen stellen kann. Oh, hier und dort. Du weißt schon die übliche Arbeit. Er lächelt wieder und ich stelle fest, dass er sehr zufrieden wirkt. Und alles, was ihn zufrieden stellt, macht mich nervös. Als Mom den Tee bringt, klingelt es an der Tür. Sie will sie öffnen, aber Dad kommt ihr zuvor. Ich geh schon. Mom lässt sich in den Sessel fallen und hält die Tasse mit beiden Händen. Glücklich wirkt sie nicht gerade. Sebastian schläft hinten auf dem Sofa. Ich nehme ihn hoch und lege ihn auf den Schoß. Er protestiert verschlafen, macht es sich dann aber bequem. Unsere Blicke begegnen sich und sie deutet ein Lächeln an. Katzentherapie. Na, seht mal, wen wir da haben. Dad kommt wieder rein, gefolgt von Cam. Innerlich stöhne ich auf. Cam hat wirklich ein brillantes Timing. Ein Fahrradhelm baumelt an seinem Handgelenk. Es ist ein wunderschöner Tag. Hast du Lust, mit mir Radfahren zu gehen? Du kannst das von meiner Tante nehmen, falls du keines hast. Eine Fluchtmöglichkeit? Am besten neutral bleiben. Ich sollte vielleicht besser zu Hause bleiben. Dad ist gerade erst zurückgekommen. Nein, nein, geh nur, sagt Dad. Viel Spaß. Er ist freundlich, offen und liebevoll. Ist das derselbe Dad, der mir gedroht hat, mich zu den Lordern zurück zu schicken, nachdem Ben verschwunden war? Du kannst mein Rad aus dem Schuppen nehmen, schlägt Mom vor, und vergiss den Helm nicht. Dad bringt uns zur Tür. Kannst du schon mal das Rad rausholen? fragt er Cam und zeigt auf den Schuppen neben dem Haus. Keiler ist gleich da. Cam geht hinaus Keiler, ich glaube, wir haben uns letztes Mal auf dem falschen Fuß erwischt. Wenn ich etwas hart zu dir war, dann nur, weil ich mir Sorgen gemacht habe, dass du Ärger kriegst. Du weißt, dass ich wünscht er uns und hält die Tür auf. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Rad fahren kann, sage ich zu Cam, aber als ich an den Lenker greife und es durch den Garten zur Straße schiebe, fühlt es sich vertraut an. Cam legt sein Rad ins Gras und hält meins fest. Ich fahre langsam auf dem Gehsteig, während er mit einer Hand am Lenker Schneller. Dann bremse ich, damit er aufholen kann. Du lernst ja rasend schnell. Ich lache und gebe Gas. Mal sehen, wer schneller ist. Der Tag ist frisch und klar. Kalte Novemberluft schlägt mir ins Gesicht, aber ich fahre so schnell, dass mir warm wird. Freiheit. Ich drossle das Tempo ein klein wenig, damit Cam mithalten kann. Als wir irgendwann zu einer Steigung an einem Hügel kommen, ruft er mir zu, dass wir eine Pause machen sollten. Am Straßenrand bleibe ich stehen und warte. Er atmet schwer, als er aufgeholt hat. Du bist nicht nur fit, Kyler, du bist sowas von fit, keucht er. Ich lache. Wir legen unsere Räder ins Gras und setzen uns auf eine kaputte Steinmauer. Von diesem hochgelegenen Punkt aus können wir sehen, wie sich die Landschaft von Chiltern in alle Richtungen erstreckt. Eine Gegend von außergewöhnlicher natürlicher Schönheit, wie es heißt. Lucy ist aus dem Lake District verschwunden. Dort, wo sie gelebt hat, gab es Berge, nicht nur Hügel. Als ich einmal abwesend vor mich hingekritzelt habe, habe ich ein Bild von ihr mit Bergen im Hintergrund gezeichnet. Aber wenn ich bewusst versuche, mich an sie zu erinnern, ist alles in Ordnung, fragt Cam und sieht mich neugierig an. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich in die Ferne gestarrt habe. Sorry, ja, alles okay. Ich erwidere seinen Blick und dabei werden mir auf einmal ein paar Dinge klar. Eigentlich gefällt es mir, wie er mich ansieht und dass er so nah bei mir sitzt. Doch dann stört es mich auf einmal wieder. Ich rutsche ein wenig von ihm ab und blicke hinüber zu den Hügeln. Hör mal, Kyla, ich glaube, wir müssen reden. Über was? Über Ben. Was weißt du, frage ich vorsichtig, während mir schon fast wieder Tränen in die Augen treten. Dass er verschwunden ist und ich habe ein paar Gerüchte gehört, dass du was damit zu tun hattest. Was ist passiert? Du kannst es mir sagen, hier hört uns Ich schließe die Augen. Einerseits sehne ich mich danach, ihm von Ben zu erzählen. Er würde es verstehen. Sein Vater ist doch schließlich von den Lordern geholt worden. Aber ein anderer Teil von mir, Rain, schreit Nein, trau ihm nicht, trau keinem. Ich schüttle den Kopf und schaue Cam an. Er ist enttäuscht. Okay, wenn du irgendwann darüber reden möchtest, bin ich schrappiert. Was denn? Wir sind Freunde, das ist alles. Mach dir keine Gedanken, was das angeht. Es ist offensichtlich, dass du noch um diesen anderen Jungen trauerst. Ich erwarte gar nichts, okay? Ihm steht die Sorge ins Gesicht geschrieben. Aber ist sie wirklich rein freundschaftlicher Natur? Doch ich nehme ihn beim Wort. Fürs Erste. Dann sind wir also Freunde? Frage ich lächelnd und strecke ihm die Hand hin. In dieser Nacht ist es still im Haus. Dad ist sogar noch zum Essen geblieben und als Amy und ich zu Bett gegangen sind, hat er sich dann in der Küche mit Mom gestritten. Sie haben leise gesprochen, aber der Ton war unmissverständlich. Danach hat das Telefon geklingelt und er ist gegangen. Etwas in mir drängt mich geradewegs die neuen Sicherheitsmaßnahmen an den Toren, all das entsteht vor mir auf dem Papier. Ich frage mich, was die verkabelten Computer und Telefone zu bedeuten haben. Moms Handy hatte dort zum ersten Mal keinen Empfang. Auch mein Levo hat seine eigenen Geheimnisse. Hätte das Com dort funktioniert, wenn ich es versucht hätte? Ich drehe an meinem Levo, doch ich spüre gar nichts. Seitdem meine Erinnerungen zurückgekehrt sind, ist es wie tot. Doch bislang sind nur Teile davon wieder da. Lucys Erinnerungen fehlen weiterhin, obwohl ich mich an das Geburtstagskätzchen entsinne. Das könnte ich nicht, wenn Lucy wirklich komplett verschwunden wäre. Ich starre auf meine linke Hand, bewege die Finger, die so gebrochen waren, wie ich selbst. Eine Hand ist die eine Sache. Was war noch nötig, um einen Menschen in zwei Teile aufzuspalten. Ich zucke zusammen, als ich Ziegel vor mir sehe und balle die Hand zur Forst. Wenn ich Lucy nicht auf der MIA-Seite entdeckt hätte, wären ihre Erinnerungen vielleicht für immer verborgen geblieben. Nico muss noch mehr wissen, aber irgendetwas sagt mir, frag mich danach. Er hat so komisch reagiert, als anderem, das ich nicht einordnen konnte. Er meinte, er habe alles nur getan, um mich zu beschützen, weil ich etwas Besonderes bin. Er musste brutal sein, um mich zu retten. Aber warum bin ich besonders? Warum hat er mich in diesem neuen Leben aufgespürt? Mir fällt nichts ein, was ich für Free UK tun könnte, was diesen Aufwand rechtfertigen würde. Es muss etwas anderes sein. ich warum nicht? Schließlich schlüpfe ich aus dem Bett und verriegle meine Schlafzimmertür. Dann drücke ich auf den Knopf unter meinem Levo. Sekunden vergehen. Ein leiser Klick. Dann Ja? Als er mir sagt, wo wir uns morgen treffen werden, lässt mich der Klang seiner Stimme erschaudern. Schon jetzt bin ich aufgeregt. Er ist mir nicht mehr böse, weil ich ihm Tori aufgehalst habe. Ich bin erleichtert, wie glücklich und entspannt er klingt. Dann höre ich Tori im Hintergrund lachen. Bist du dir sicher, dass es dir nichts ausmacht? Mom steht unschlüssig mit dem Schirm in der Hand an der Tür. Es schüttet wie aus Kübeln. Sicher, geh nur. Sobald wird Mom nicht zurück sein, denn sie ist bei Tante Stacy zu einem Sonntagsbrunch eingeladen und wird gleich von einer Freundin abgeholt. Amy verbringt den Tag mit Jazz-Familie. Ich habe Sturm frei, also muss ich mich nicht unbemerkt davon stehlen. Kurz überlege ich, ob ich Nico anrufen soll, damit er mich näher beim Haus abholt, entscheide mich dann aber doch dagegen. Es ist ja nur ein bisschen Regen, das wird ihn wohl kaum interessieren. Als ich nach oben gehe, um einen Regenmantel zu holen, klopft es unten an der Tür. Ich stelle mich seitlich ans Fenster, damit ich nicht gesehen werden kann und schaue nach unten. Gerade so kann ich Cam unter einem Das Haus wirkt dunkel und still, soll er doch denken, dass ich nicht hier bin. Ich warte ab. Irgendwann gibt er auf und geht wieder zurück über die Straße nach Hause. Ich falte die Zeichnungen mit den Krankenhausplänen zusammen, die ich letzte Nacht für Nico gemalt habe und wickle sie in Plastik ein, um sie vor dem Regen zu schützen. Dann stecke ich sie in eine Innentasche meines Mantels. nervös kaue ich auf dem Stift herum, bevor ich für Mom oder Amy, je nachdem wer früher nach Hause kommt, eine Nachricht hinterlasse, damit sie keine Panik bekommen oder hinterher einen Aufstand machen. Bin spazieren gegangen. Am besten verschwinde ich durch die Hintertür, falls Cam unser Haus beobachtet und später wissen will, warum ich nicht aufgemacht habe. Doch der Hinterausgang ist nicht besonders attraktiv und kämpfe mich durch Äste bis zu einem Pfad, der mich an das untere Ende unserer Straße bringt. Du bist ja völlig durchnässt, sagt Nico und lässt mich im Regen stehen, bis er ein Handtuch vom Rücksitz geholt und es über den Beifahrersitz ausgebreitet hat. Wir fahren schweigend los. Nur aus der Stereoanlage im Auto erklingt leise klassische Musik. Ich hätte nicht gedacht, dass Nico diese Art von Musik gefällt, aber andererseits was weiß ich schon von seinem normalen Leben. Alles in Ordnung, Rain? fragt er. Ich nicke. Ja, bin nur erledigt, es waren anstrengende Wochen. Er lacht. Du wirst weich, dir fehlen nur ein paar Tage Ausdauertraining im Wald. Okay, wenn du mitmachst. Er schüttelt den Kopf. Wenn wir nur könnten, das waren gute Zeiten, nicht wahr, Rain? Damals mit den Eulen. Meine Augen werden groß. Die Eulen. So wurden wir genannt. Es war der Codename für unsere Einheit. Bin ich deshalb so fasziniert von Eulen? Habe ich sie gezeichnet, um ihnen zu folgen, ganz gleich, wohin sie mich auch führen? Bilder schießen mir ein Mädchen kam sehr früh bei einem Sprengstoffunfall ums Leben und ich möchte lieber nicht an sie denken. Drei Mädchen und vier Jungen. Ich war die Jüngste, noch nicht mal 14, als ich dazu stieß. Der Älteste war 15. Wir standen uns sehr nahe, waren beste Freunde, aber auch erbitterte Konkurrenten. Mit Eintritt in die Gruppe haben wir unsere alte Identität abgestreift und uns Namen aus dem Wald gesucht. Ich war Rain. Ein Gesicht erscheint vor meinen Augen und verschwindet dann wieder. Wer war er? Der Beste von allen, bis irgendwas schief ging. Dann war er der Schlimmste. Was ist passiert? Die Erinnerungen verblassen. Was ist mit den anderen geschehen? Er sieht mich von der Seite an. Ein paar wurden geschnappt und vermutlich geslated wie du. Andere sind bei Einsätzen ums Leben gekommen. Willst du wissen, wer? Ich unterbreche ihn. Nein. Wenn sie ohnehin tot sind, will ich mich gar nicht erst wieder an sie erinnern. Sie haben für das gekämpft, woran sie geglaubt haben. Eine ehrenvolle Art zu sterben. Sagt sich leicht, wenn man am Leben ist. Wir parken vor Nikos Haus, doch als ich hineingehen möchte, hält Nico mich fest. Tropf nicht alles voll. Ich ziehe Jacke und Stiefel aus, bin aber immer noch halb nass und zittere vor Kälte. Tori liegt im warmen und trockenen auf dem Sofa und liest. Ihre Kratzer und Blutergüsse sind etwas verblasst und ihr dunkles Haar schimmert im Licht. Hallo, begrüßt sie mich knapp und wendet sich dann wieder ihrem Buch zu. Ich weiß nicht genau, was ich von Tori erwartet habe. Wir waren nie befreundet und besonders gemocht hat sie mich auch nicht. Das hatte vermutlich mit Ben zu tun. Trotzdem habe ich für sie meinen Hals riskiert. Also hätte ich doch mit etwas anderem gerechnet. Ich muss noch ein paar Anrufe erledigen. Ihr könnt euch ja so lange miteinander unterhalten, verkündet Nico und verschwindet im Flur. Ich kauere auf der Kante des Sofas. Wie geht's dir? Sie zuckt mit den Schultern. Ich versuche es mit ein paar anderen Gesprächsthemen, die sie aber allesamt abblockt. Dennoch möchte ich zu ihr durchdringen und wissen, wie sie ihr level los geworden ist. Wenn ich daran denke, was passiert ist, nachdem ich Benz abgeschnitten habe, läuft es mir Mit Ben werde ich sie kriegen. Sky lebt noch. Ihre Augen werden größer. Bens Hund? Wo ist er? Er ist, setze ich an, zögere dann aber, weil ich nicht weiß, ob ich Max' Namen ins Spiel bringen soll. Er ist bei dem Cousin eines Freundes. Ben hat diesen Hund geliebt. Sie senkt den Blick und sagt in einem herausfordernden Ton, als sie wieder aufschaut, Ben hat mich geliebt. Mit einem Streit ist nichts gewonnen, wenn ich zum Beispiel entgegnen würde, in Wirklichkeit hat er mich geliebt. Es geht ihr schlecht, soll sie doch so an ihren Erinnerungen festhalten, wie sie sie haben möchte. Weißt du, was mit Ben passiert ist? frage ich. Tori nickt. Nico hat mir erzählt, dass er sich das Levo abgeschnitten hat und die Lorda ihn geholt haben. Ich verstehe das nicht. Warum sollte er das tun? Er hat nie etwas in Frage gestellt und sich immer von allem Ärger ferngehalten. Warum? Wenn ich nur da gewesen wäre, dann hätte ich ihn aufhalten können. Ich erwidere nichts, obwohl es mir schwer fällt. Aber ich habe Angst, wie sie reagieren wird, wenn sie hört, dass ich dabei war. Sie fragt nicht danach, also und ich uns warn. Was hat Ben gesagt, als ich verschwunden bin? fragt sie. Mir fällt wieder ein, dass er es erst gar nicht so richtig bemerkt hat, bis ich ihn nach Tori gefragt habe. Erst dann hat er versucht, mehr über ihr verschwinden herauszufinden. Aber das muss sie nicht wissen. Er ist zu deiner Mutter gegangen. Ist er? Hat er dir erzählt, was passiert ist? Ich wenn du etwas weißt, dann sag es mir. Bitte, ich brauche Antworten. Sie nimmt meine Hand und weil sie kalt ist, legt sie die Decke um uns beide. Okay, sage ich und sinke zurück. Ich kenne das Gefühl der Verzweiflung, wenn man unbedingt etwas herausfinden will und keine Möglichkeit dazu hat. Ben hat sich bei deiner Mom erkundigt, wo du bist und sie meinte, du würdest nicht mehr bei ihr wohnen. Ich glaube, er dachte, du würdest bei deinem Dad in London leben. Sie schnaubt auf. Als ob. Sie hätte mich im Leben nicht in seine Nähe gelassen. Und dann? Sie sagte, du wärst zurückgegeben worden. Zurückgegeben? Was für ein komisches Wort. Was ist passiert, Tori? Na ja, einen Zurück zum Absender Aufkleber haben sie mir nicht auf die Stirn geklebt. Als Mom eines Abends unterwegs war, sind sie gekommen und haben mich mitgenommen. Ich war zu Hause und habe geschlafen. Plötzlich standen da diese zwei Lorda in meinem Zimmer und haben mich weggezerrt. Ich lege ihr die Hand auf die Schulter, aber sie schüttelt sie ab. Das hat sie gesagt, dass ich zurückgegeben worden bin. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. Tut mir leid, ich hätte es dir nicht erzählen sollen. Entschuldigung. Tori kauert sich zusammen und legt den Kopf auf die Knie. Wir waren uns so nah, Mom und ich. Als ich zu ihr kam, hat sie mich immer so gekleidet wie sich selbst und mich zu allen Festen von ihren Freunden mitgenommen. alles aufgehört. Als hätte ich zu viel Aufmerksamkeit von ihr abgezogen. Als wollte sie mich nicht mehr in ihrer Nähe haben. Wie eine Puppe, mit der sie nicht mehr spielen wollte. Tori schüttelt den Kopf und schluchzt. Und mir hat es gefallen, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Ich habe mich an ihre Freunde rangemacht. Es war meine Schuld. Das hätte ich nicht tun dürfen. Aber trotzdem insgeheim habe ich wirklich gehofft, ich hätte ihr das niemals zugetraut. Dabei habe ich mich immer gefragt, ob sie nicht gewusst hat, was mit mir passieren würde. Ob sie geweint hat, weil ich nicht mehr da war. Abrupt schleudert sie das Buch von sich. Diese Schlampe! Sie zieht die Decke weg und rumpelt in die Küche. Tee? fragt sie. Äh, ja. Während sie mit Teekochen beschäftigt ist, erscheint Nico im Flur und sieht uns neugierig an. Alles in Ordnung? Aber er meint nicht mich. Er geht zu Tori und legt ihr eine Hand auf den Rücken. Und ich kann es in ihren Augen sehen. Sie bewundert ihn schon jetzt. Tori nickt. Alles klar. Danke, Nico. Möchtest du auch Tee? Später. Er dreht sich zu mir. Wenn du ihn getrunken hast, komm bitte in mein Büro, damit wir uns unterhalten können. Er verschwindet im Gang. Sie hat ihn Nico genannt. Er muss ihr gesagt haben, dass John Hatton nicht sein richtiger Name ist. Wie hat sie das geschafft? Nico vertraut den Menschen nicht. Niemandem. Erst nach monatelangem qualvollem Training in den Wäldern hat er angefangen, mir zu vertrauen. Aber aus irgendeinem Grund hat er ihr seinen richtigen Namen verraten. Ich schüttle den Kopf. Zucker? fragt sie. Eigentlich bin ich gar nicht durstig. Wie du willst. Sie kippt meinen Tee in die Spüle, schnappt sich ihr Buch vom Boden und liest mit der Tasse in einer Hand weiter. Ich hätte sie gerne noch so viele andere Dinge gefragt. Wie konnte sie den Lordern entkommen? Was ist mit ihrem Levo passiert? Aber sie hat wieder dicht gemacht. Das Gespräch ist vorbei. Ich klopfe an Nikos Tür. Komm rein. Im Zimmer stehen ein Sofa und ein Tisch mit einem aufgeklappten Computer. Wahrscheinlich kann man den Computer ganz geschickt im Tisch versenken, als ob es ihn gar nicht gäbe. Überall stehen Bücherregale, offenbar voller Biologiebücher, um die Lehrertarnung glaubhaft zu machen. Nico lächelt mich an. Zeig mir, was du für mich hast. Ich hole die Krankenhauspläne aus meiner Innentasche. Er breitet sie auf einem niedrigen Tisch vor dem Sofa aus und bedeutet mir, mich zu setzen. Er löchert mich bezüglich der Wachposten auf meinen Zeichnungen und der Sicherheitsmaßnahmen am Eingang. Das musst du doch alles schon wissen. Größtenteils. Allerdings sind die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden. Sonst noch was? Angeblich gibt es auch technische Neuerungen. Weißt du was genaueres? Nein, aber die Telefone und Computer sind ausgetauscht worden. Kabel und Drähte führen davon weg und Mams Telefon funktioniert dort nicht mehr, sonst schon. Interessant. Wahrscheinlich ein Sperrsignal für das ganze Krankenhaus. Koms sind dort nutzlos. Wie sieht es mit Fernzündern aus? Er sieht mich an. Für ferngezündeten Sprengstoff zum Beispiel? Er lächelt ein wenig. Ziemlich schlau, Rain, aber ich bin mir sicher, dass wir das irgendwie umgehen können. Da ist noch was. Ja? Es muss einen Geheimgang geben. Beim letzten Angriff wurden die Ärzte von Lordan weggebracht und zwar ziemlich schnell, zu schnell, als würde man sie vor aller Augen verschwinden lassen. Interessant. Du musst das weiter beobachten und aufmerksam bleiben. Versuch so viel rauszukriegen wie möglich. Ja, natürlich. Vielleicht können wir einen Angriff proben, wenn du dort bist. Auf einmal steht mir der jüngste Anschlag wieder vor Augen. Beim Gedanken an die Bomben, Kugeln und vielen Toten dreht sich alles in meinem Kopf. Auf kaltem klebrigen Blut bin ich ausgerutscht. Ich hole tief Luft, um mich nicht zu übergeben. Rain! Nico fasst mich an den Schultern. Ganz ruhig. Warm spüre ich den Druck seiner Hände durch die Klammen Kleider. Allmählich verzieht sich der Schwindel. Alles ist wieder rein und klar. Ja, ich tue, was du willst. Gut. Meine besondere Rain. Er nimmt mich in den Arm und ein wohliges Gefühl erfüllt mich. Die Fragen, die ich stellen wollte, verblassen allesamt. Er lässt mich los. Und jetzt zu Tori. Ja? Sie könnte uns nützlich sein. Das wird sich noch zeigen. Sie hat viel Wut in sich, aber ich weiß nicht, ob sie sie unter Kontrolle bekommt und bündeln kann. Aber denk daran, sie ist immer noch ein Risiko. Und du hast sie hergebracht. Wenn irgendwas schief geht, Kopf hin. Er küsst mich auf die Stirn. Jetzt ist es Zeit, dich nach Hause zu bringen. Abends gehe ich das Gespräch mit Nico noch einmal durch. Doch es ist immer noch verwirrend. Warum bin ich für Nico und seine Pläne etwas Besonderes? Warum habe ich Nico nicht die Fragen gestellt, die mir wichtig waren? Als hätte ich in seiner Gegenwart keinen eigenen Willen mehr. Beinahe hätte ich die Kontrolle verloren, als ich an den Anschlag im Krankenhaus gedacht habe. Selbst jetzt wird mir allein bei dem Gedanken daran übel. Blut. Doch als Nico mich Rain genannt und mich berührt hat, war das alles wie weggeblasen. Ich war wieder ganz ruhig. Ich weiß, dass das Krankenhaus ein schlimmer Ort ist. Dort rauben sie einem die Seele und stehlen das Gedächtnis. Die Lorda sind gefährlich und müssen aufgehalten werden. Und das werden sie. Aber was habe ich in meinem vorherigen Leben mit Nico und Free UK getan? Mit den Eulen? Meine Erinnerung an das Blut auf dem Boden bei dem Krankenhaus über letzten Monat ist klar und deutlich. Der Schock, den ich danach bekommen habe. Aber davon, was früher passiert ist, habe ich nur eine leise Ahnung. Nikos Weg ist der richtige. Es ist mein Weg. Okay, er kann grausam sein. Ein Leben zählt für ihn nicht viel. Nicht nur das Leben der Lorda oder unschuldiger Passanten, selbst das seiner Anhänger. Was hat er vorhin gesagt? Dass sie auf ehrenvolle Art gestorben seien. Was ist mit Ben? Hat sein Tod auch einen Sinn? Immerhin ist er einem Leben entkommen, das die Lorda für ihn vorherbestimmt hatten. Auch wenn ich um Ben trauere, lehnt ein Teil von mir diese Möglichkeit immer noch ab, während ein anderer nur noch schmerzt. Auf meinem Nachttisch steht ein Turm. Als ich an diesem Nachmittag nach Hause gekommen bin, waren weder Mom noch Amy da. Ich bin unruhig herumgestreift und habe schließlich ein staubiges Schachset im Bücherregal gefunden. Es ist nicht so schön wie das von Penny und die Spielfiguren sind aus Plastik, nicht aus Holz. Aber ich habe einen der Türme herausgenommen und ihn in der Hand gehalten. Irgendwie hat mich der Turm beruhigt und ich habe ihn in meine Hosentasche gesteckt. Während des Abendessens habe ich immer wieder danach getastet, um sicher zu sein, dass er noch da ist. Jetzt nehme ich ihn so schnell ich kann. Die Angst verleiht mir Energie, die ich normalerweise nicht habe. Ich renne, aber alles hat seine Grenzen. Meine Kräfte schwinden. Schneller! Ich stolpere, falle keuchend hin und breche zusammen. Er versucht, mich auf die Beine zu ziehen. Ich schüttle den Kopf. Ich kann nicht. Geh! Rette dich selbst! Keuche ich. Nein! Ich werde dich nie verlassen! Er schlingt Sekunden. Das Grauen kommt näher. Er wird weggerissen. Wo Wärme war, ist jetzt nur noch kälter. Ich schreie. Als ich die Augen aufreiße, ist es still und dunkel. Außer dem panischen Schlagen meines Herzens ist kein Geräusch zu hören. Keine Schritte oder Bewegungen deuten darauf hin, dass ich im Traum laut aufgeschrien habe, wie mir das manchmal passiert. Niemand kommt, um mich zu trösten. Meine linke Hand schmerzt. Die Finger habe ich zu einer Faust verkrallt und kann sie kaum öffnen. Nachdem sich mein Herzschlag beruhigt hat, löse ich langsam Finger für Finger. In meiner Hand ist immer noch der Turm. Ich habe ihn so fest umklammert, dass sich die Mauerzinnen in die Haut gebohrt haben. In der Handfläche ist ein perfekter Kreis von sechs Einkerbungen zu sehen. Diesen Traum hatte ich schon viele Male, aber diesmal war er anders. Zu Beginn sind die Einzelheiten glasklar. Ich fühle den Sand unter den Füßen, spüre beim Laufen jeden quälenden Atemzug. Ebenso die Panik, die mich über meine Kraftreserven hinaus vorwärts treibt. Doch mit dem Sturz verändert sich alles. Alles, was darauf folgte, war früher immer verschwommen und vage. Ich habe nach wie vor schreckliche Angst, aber die Einzelheiten sind nicht mehr greifbar. Jemand ruft, dass ich niemals vergessen und die Mauer aufbauen soll. Die Mauer aus Ziegeln. Ein direktes Bild für Raines Versteck. War das der Augenblick, als mich die Lorde geholt und geslated haben? Wovor hätte ich mich sonst zu fürchten sollen? Aber heute Nacht ist der Traum bis zum Schluss klar. Der Mann bei mir war ein anderer. Er hat nicht geschrien, sondern mich gehalten und ich habe mich an ihn geklammert, bis er weggerissen wurde. Meine Augen waren geschlossen, aber ich konnte den Sand und den kalten salzigen Wind vom Meer spüren, mein Herz schlagen und die Wellen brechen hören. Es fühlte sich real an. Wer war dieser Mann, der versprochen hat, mich niemals zu verlassen? Aus niemals wurden sie Kunden. Er wurde fast im selben Augenblick weggerissen, als er diese Worte aussprach. Was ist mit ihm geschehen? Mit mir? Was ist als nächstes passiert? Die Angst aus diesem Traum wird zu Frust und dann zu Wut. Ich schlage mit der Faust in die Matratze. Warum kann ich mich nicht daran erinnern, was wirklich geschehen ist, jetzt, wo ich diese anderen Erinnerungen wieder habe? Warum? Es fehlt immer noch so viel. Ich fühle mich leer und hohl. Völlig erschöpft sinke ich ins Bett zurück und Tränen laufen mir übers Gesicht. Ich kann mich nicht einmal dazu aufraffen, sie wegzuwischen. Eine Vibration an meinem Handgelenk reißt mich aus dem Schlaf. Das Level? Aber es funktioniert doch nicht mehr. In der Dunkelheit schaue ich auf den Wert. 5,6. Selbst wenn das Gerät funktionieren würde, ist mein Level lange noch nicht niedrig genug, dass es vibrieren würde. Bzzz. Das kommt da runter. Das muss es sein, ruft mich Nico. Auf einmal habe ich lauter Schmetterlinge im Bauch. Ich drücke auf den versteckten Knopf unter dem Level. Hallo, flüstere ich. Das hat ja gedauert. Nicos Stimme klingt angespannt. Tut mir leid, ich habe nicht gleich kapiert, dass es das kommen war. Äußerst schlau, es genauso vibrieren zu lassen wie ein Level. Niemand würde stutzen, es sei denn, sie würden die viel zu hohen Werte sehen. Kannst du sprechen? Ja. Alle schlafen außer Sebastian und mir. Er starrt aus sicherer Distanz auf meine Hand, als würde von dort Gefahr ausgehen. Es gibt Ärger. Was ist los? Tori ist weg. Was? Ich war bei einem Treffen und als ich zurückkam, war sie verschwunden. Sie wirkte halbwegs ruhig, bis du gestern hier warst. Worüber habt ihr gesprochen? Wo könnte sie stecken? Nico hält sich zurück, aber seine Stimme klingt eindeutig angespannt. Egal, was sie anstellt, es ist meine Schuld. Wenn sie jetzt freiwillig oder gezwungenermaßen ausplaudert, mit wem sie wo gewesen ist, trage ich die Verantwortung. Schließlich bin ich der Grund, warum sie hier ist. Ich weiß es nicht. Wir haben über Ben und seinen Hund gesprochen. Das war so ziemlich alles. Er flucht. Wenn dir noch was einfällt, dann ruf mich an. Ein abruptes klicken und dann Wo könnte sie sein? Ich gehe das gestrige Gespräch noch einmal durch. Die wenigen Dinge, die sie gesagt hat. Tori hat sich die meiste Zeit über zurückhaltend und verschlossen gegeben. Erst als das Gespräch auf ihre Mutter und die Lorder kam, die sie von zu Hause weggeschafft haben, ist sie aufgetaut. Da fällt mir ein, dass ich ihr erzählt habe, dass ihre Mutter Ben gesagt hat, dass sie zurückgegeben worden sei. Tori war außer sich deswegen. Das muss es sein. Sie will ihre Mutter zur Rede stellen. Ruf Nico. Ich sollte ihm Bescheid geben, aber ich stehe bereits, suche nach meinen Klamotten und ziehe mich im Dunkeln an. Diesen Schlamassel habe ich ganz allein auszubaden. Vorsichtig und leise schleiche ich mich aus dem Haus und hole Moms Reib aus dem Schuppen. Die Tür klappert, als ich sie schließe und mir bleibt vor Schreck einen Moment das Herz stehen. Aber es gehen keine Lichter an. Kein Vorhang bewegt sich. Für Diskretion ist jetzt keine Zeit. So schnell ich kann, trete ich in die Pedale und hoffe, dass mich niemand sieht. Ben hat mir irgendwann mal beim Laufen die Straße gezeigt, in der Tori gewohnt hat. Sie liegt Hoffentlich reicht die Beschreibung, um es zu finden. Wenn Nico die Adresse hat, ist das einer der ersten Orte, an dem er suchen wird. Und wenn er sie noch nicht hat, dann wird es bald soweit sein. Ich gebe noch mehr Gas. Die Nacht zieht an mir vorbei. Ich kann verstehen, warum Tori dorthin will. Sie hatte gehofft, ihre Mutter würde sie vermissen, weil sie nicht weiß, was mit ihr geschehen ist. Doch ich habe ihre Hoffnungen zerschlagen. Wie dämlich von mir. Sie wollte herausfinden, wie Ben auf ihr Verschwinden reagiert hat. Das war alles. Warum habe ich ihr nicht einfach gesagt, dass er immer wieder von ihr gesprochen hat und ihr das mit der Mutter verschwiegen? Er hat oft genug von ihr geredet. So häufig, dass ich eifersüchtig geworden bin. Als ich die Atmung nach dieser wilden Fahrt unter Kontrolle zu bekommen. Es ist nach Mitternacht, aber das große Haus am Ende ist erleuchtet. Überall parken Autos und Klaviermusik klimpert im Hintergrund. Ein paar Gäste stehen auf dem Rasen und man hört Stimmen und Gelächter. Ich verstecke mein Rad hinter einigen Büschen und schleiche mich im Schatten näher heran. Die vielen Leute sollten Tori eigentlich abhalten. So verrückt kann sie doch nicht sein, bei dem ganzen Trubel einfach hinein zu marschieren. Oder doch? Hinter dem Haus beginnen ein Wanderweg und der Wald. Sicherlich würde sie sich dort verstecken. Auf der anderen Straßenseite stehle ich mich hinter eine Hecke und hoffe, dass die Nachbarn trotz des Partylärms schlafen und nicht aus dem Fenster schauen. Tori ist zwischen den Ich schleiche mich zu ihr und berühre sie am Arm. Erschreckt dreht sie sich um, erkennt mich aber gleich. Dann wendet sie sich wieder dem Haus zu. Du musst lernen, dich für solche Gelegenheiten richtig anzuziehen, sage ich. Sie antwortet nicht, sondern hält den Blick aufs Haus gerichtet. Dort steht eine Gruppe von sechs Leuten und unterhält sich angeregt, darunter eine Frau, alles riehen müsste. Lachend wirft sie das Haar zurück. Ist sie das? flüstere ich. Tori nickt. Sie ist wunderschön, genau wie Tori. Beide haben langes dunkles Haar. Wollte sie absichtlich ein geslatetes Mädchen haben, das ihr ähnlich sieht? Ich habe Gerüchte gehört, dass sich manche einen maßgeschneiderten Sohn oder eine solche Tochter wünschen. Vielleicht wurde Tori mit der Zeit eine jüngere und schönere Version ihrer Mutter und eine zu große Konkurrentin. Warum bist du hier, Tori? Sie antwortet nicht. Ich nehme ihre eiskalte Hand in meine. Komm mit, wir gehen wieder zurück. Hier gibt es nichts für dich zu tun. Keine Reaktion. Sie starrt immer noch gerade aus. Dann glitzert eine Träne in ihrem Auge und läuft über ihre Wange. Tori Ich musste sie einfach sehen. Ich wollte von ihr hören, warum ich zurückgegeben worden bin. Ich wollte es von ihr selbst hören. Sehen, wie sie sich rechtfertigt. Ziemlich viel los heute Nacht. Ja, vielleicht ist das sogar noch besser. Vor all ihren Freunden. Stell dir vor, wie peinlich ihr das sein muss. Die Lorda würden dich wieder mitnehmen. Sie zog zusammen. Vielleicht wäre es das wert. Ich ziehe an ihrer Hand. Los, komm, bevor uns noch jemand entdeckt. Sie reißt ihren Blick von der Frau los, die ihre Mutter gewesen ist. Was habe ich falsch gemacht? fragt sie und noch eine Träne rollt ihr die Wange hinab. Ich schüttle den Kopf. Nichts, gar nichts. Widerstandslos lässt sie sich von mir wegführen und folgt meinen Anweisungen, als wir geduckt hinter den Hecken verschwinden. Wir kommen zu der Stelle, wo ich das Rad versteckt habe. Ich nehme dich hinten drauf, sage ich, und sie steigt hinter mir auf den Sitz, während ich stehend die Straße runterradle, auch wenn mir nach der vorherigen Anstrengung jeder Muskel schmerzt. Wo können wir denn hin? flüstert sie mir ins Ohr. Zu Nico, wohin sonst? Er wird richtig sauer sein. Ja, das wird er. Nico ist nicht da, als wir ankommen. Das Haus ist abgesperrt, aber Tori kennt den Sicherheitscode für die Tür und wir sind schnell drin. Sie zittert. Ich finde eine Whiskeyflasche und schenke ihr ein Glas ein, dann nehme ich selbst einen Schluck. Als nächstes rufe ich Nico an, um ihm Bescheid zu geben, wo wir sind. Tori schläft tief und fest auf dem Sofa. Was hast du ihr gegeben? Beruhigungsmittel. Da stellt sie einen Tag ruhig, während ich mich um die nächsten Schritte kümmere. Lässt er mich mit kalter Stimme wissen? Das war ganz schön nah an der Katastrophe. Du hättest mir sagen sollen, wo sie steckt. Ich wusste es nicht. Ich habe selbst nur geraten. Dann rätst du ziemlich gut, Rain. Nico kommt näher. Er ist viel größer, sieht auf mich herab und ich widerstehe dem Drang, zurückzuweichen. Ich bewege mich nicht von der Stelle. Ich bin für sie verantwortlich. Es war meine Aufgabe, mich um sie zu kümmern. Was hast du mit ihr vor? Er schaut mich kurz an, dann nickt er. Ich denke immer noch, dass sie uns nützlich sein könnte. In der Zwischenzeit muss ich sie irgendwo unterbringen, wo es sicherer ist. Er seufzt. Was soll ich nur mit dir anstellen? Seine Mundwinkel umspielt fast ein Lächeln, doch die Kälte dahinter ist noch deutlich spürbar. Es tut mir leid, Nico, ich wollte es nur in Ordnung bringen. Allmählich wird sein Blick sanfter. Er legt mir eine Hand auf jede Schulter, zieht mich näher und ich schmiege mich an ihn. Am liebsten würde ich nicht einmal mehr atmen, um den Moment nicht zu zerstören. Dein Herz klopft wie wild, sagt er schließlich und schiebt mich weg und sieht mir in die Augen. Ich bin nicht böse auf dich, Rain. Zumindest nicht so, wie du denkst. Erleichtert frage ich, bist du nicht? Nein, ich klingt seltsam, denn Nico hat vor gar nichts Angst. Er lächelt leicht. Doch, selbst ich habe Ängste. Ich war besorgt, dass dir etwas passieren könnte. Wenn die Lorde dich nun geschnackt hätten. Du hättest mir sagen sollen, wo sie ist, damit ich mich darum kümmern kann. Du musst in Sicherheit bleiben, Rain. Ich muss dich in Sicherheit wissen. Ich schaue ihn erstaunt an. Tut mir leid. Es muss dir nicht leid tun. Es war mutig von dir. Aber versprich mir eins, keine voreiligen Rettungsaktionen mehr, ohne mir vorher Bescheid zu geben. Abgemacht? Abgemacht. Eine Sache noch, bevor du gehst. Deine Pläne vom Krankenhaus sind großartig, aber ich brauche auch Bilder vom Personal. Alle Gesichter aus dem Krankenhaus, von den Schwestern, den Ärzten und den Sicherheitsleuten, von jedem, mit dem du irgendwie zu tun hast oder an den du dich von früher erinnerst. Was hast du damit vor? Er gibt mir keine Antwort und ich muss an die Schwester denken, die beim letzten Free UK Angriff ums Leben gekommen ist, an ihr Blut auf dem Boden. Mir wird übel und ich versuche mich zu beruhigen. Wenn sie sie außerhalb des Krankenhauses identifizieren kann, sind sie leichtere Ziele. Das weißt du doch genau, Rain. Verschwende deine Sympathien nicht an Menschen, die für die Lorda arbeiten. Vergiss nicht, auf wessen Seite du stehst. Denk darüber nach. Wenn du nicht zu uns hältst, gehörst du zu den Lorda und zu allem, wofür sie stehen. Dann hättest du Tori genauso gut selbst an die Lorda ausliefern können. Ben haben sie geholt und sein Leben beendet. Sie haben das Streichholz geworfen, durch das seine Eltern bei lebendigem Leib verbrannt sind. Lass es dir durch den Kopf gehen, Rain. Und jetzt geh. Ich laufe zur Tür. Bevor ich das Haus verlasse, werfe ich einen Blick auf Tori. Ihre Brust hebt und senkt sich im Schlaf. Ihr Gesicht sieht friedlich aus. Ein deutlicher Kontrast zu dem Schmerz, der sich zuvor darauf abgezeichnet hat. Wird es ihr wieder gut gehen? Ich kann meine Frage nicht zurückhalten. Erstmal schon. Zuhause angekommen, habe ich das Gefühl, vor mir tun sich Abgründe auf. Nico will Bilder mit Gesichtern von mir. Aber das wäre ein Todes Urteil für die Schwestern und Ärzte. Sie sind nicht unschuldig. Nein, sie haben mich geslated, genauso wie unzählige andere. Was mit Ben passiert ist, ist ganz allein ihre Schuld. Sie tun, was ihnen befohlen wird. Doch ich weiß, dass das nicht genügt. Allerdings sind manche von ihnen nett, sogar mehr als das. Aber was bleibt mir anderes übrig? Nico hat recht. Sie alle sind Teil des Systems. Da ich nicht schlafen kann, verteile ich Skizzenpapier um mich herum. Mit wenigen Strichen entsteht jedes Mal das Gesicht eines realen Menschen. Wie Schwester Sally mit dem verstrubbelten grauen Haar aus dem zehnten Stock. Meinem Stock. Sie war eine von denen, die sich von Anfang an um mich gekümmert haben. Immer war sie gut gelaunt und hat mir von der Geburt ihres Enkels erzählt und mir ein Foto von ihm gezeigt. Eines Tages ist vielleicht auch er nicht mehr sicher vor den Lordern. Vielleicht sagt dieser Junge eines Tages etwas, das den Behörden nicht gefällt. Und dann verschwindet er und wird selbst geslated. Und falls etwas schiefläuft, wird er zurückgegeben wie Tori, deren Leben am seidenen Faden hängt, auch wenn Nico mich das Gegenteil glauben lassen will. Würde Sally sich für ihren Enkel opfern, kann ich diese Entscheidung für sie treffen? Für ihren Enkel und all die anderen Kinder, deren Leben durch die Lorde eingeschränkt, kontrolliert und bedroht wird? Wie von einem inneren Zwang getrieben, kann ich nicht aufhören zu zeichnen. Kyla? Was meinst du? Kyla? Kyla? Entschuldigung, was ist los? Endlich merke ich, dass Cam mich schon mehrmals angesprochen hat, während ich in Gedanken versunken mein Sandwich gegessen habe. Cam funkelt mich spaßhaft böse an. Ein einfaches Ja oder Nein reicht mir. Hm, mal sehen. Wenn du mir einen Kuchen anbietest, würde ich Ja sagen. Allerdings könntest du alles Mögliche vorgeschlagen haben. Dann antworte mal mit Ja. Äh, ja. Okay, dann hole ich dich morgen gegen zehn ab. Wozu? Zu einem Spaziergang. Und was ist mit der Schule? Er fuchtelt mit der Hand vor meinem Gesicht herum. Irgendetwas stimmt mit deinem Gedächtnis nicht. Dann ändert sich sein Gesichtsausdruck, als es stimmt tatsächlich was nicht mit meinem Gedächtnis. Genau darum geht's ja beim Slating. Aber das betrifft nur deine Erinnerungen vor dem Slating, oder? Stimmt. Obwohl es bei mir nicht ganz so ist. Eigentlich ist mein Kurzzeitgedächtnis ganz okay. Wie fühlt sich das an? Was? Er zögert. Sorry, vergiss es. Du machst es schon wieder. Oh, tut mir leid, ich er sieht zerknirscht aus, also trieze ich ihn nicht weiter. War ein Witz, stell einfach deine Frage, es macht mir nichts aus. Wie ist es, keine Erinnerungen mehr zu haben? Naja, am Anfang war es okay, weil ich es nicht anders kannte. Außerdem geht es im Krankenhaus allen so. Und dann? Ich runzle die Stirn. Für mich wurde es schlimmer, als ich rauskam. Ich wollte Dinge wissen, die ich unmöglich wissen konnte. Dann füllt man quasi die Lücken mit irgendwas, weil sie zu groß sind. Irgendwann kann man nicht mehr unterscheiden, was wirklich passiert ist und was nicht. Die meisten Slater sehen doch ganz glücklich aus. Ich lache. Das stimmt. Unsere Glücksgefühle werden manipuliert. Wusstest du das nicht? Außerdem lernt man glücklich zu bleiben, damit das Level nicht brummt und man in ganz gut, sagt er leise. Denkt er dabei an seinen Vater? Ich lehne mich zurück und überlege. Ich wäre glücklicher, wenn ich mich an gar nichts mehr erinnern könnte, wenn ich nicht von Lucy und ihren gebrochenen Fingern träumen würde und Raines Erinnerungen nie aufgetaucht wären. Aber dann hätten die Lorde gewonnen. Ja, aber wenn du dir ständig vormachst, glücklich zu sein, weißt du am Ende gar nicht mehr, was du wirklich fühlst. Alles wirkt künstlich, aber es ist total frustrierend, wenn man sich an etwas erinnern möchte und es einem nicht gelingt. Obwohl er selbst gern redet, ist Cam ein guter Zuhörer. Irgendwie weckt er in mir den Wunsch, ihm alles zu erzählen. Trotzdem ist es schön, einen Tag schulfrei zu haben, wegen deines Gebrechens, sagt er. Wovon sprichst du nimmst du mich auf den Arm oder weißt du es wirklich nicht? Ich will ihn in die Seite boxen, aber er springt weg. Sag schon, morgen ist wegen des Gedenktags schulfrei. Aus diesem Grund versammelt sich unsere Klasse am Nachmittag. Nachdem wir unsere Ausweise eingelesen haben, setzen wir uns. Der Klassenlehrer lässt den Blick durch die Reihen schweifen. Kann uns jemand sagen, warum morgen keine Schule ist? Gedenktag, antworten mehrere Stimmen. Aber wessen gedenken wir? Minutenlang hält er einen Vortrag über die ursprüngliche Bedeutung des Feiertages. Dass es darum gehe, sich an die zu erinnern, die für dieses Land in Kriegen gekämpft hätten und gefallen seien. Allerdings sei das so lange her, dass sich von den Lebenden kaum noch jemand daran erinnern werden. Vor allem heute bei der geringeren Bevölkerung könne man sich das kaum noch vorstellen. Und wessen gedenken wir noch? fragt er. Aber diesmal wartet er die Antwort nicht ab, sondern schaltet das Licht aus und lässt einen Film laufen. Grauenhafte Bilder sind zu sehen. Ein wütender Mob, völlig außer Kontrolle geraten, schlägt alles kurz und klein, was ihm in die Quere kommt. Die Schreiben werden eingeworfen, Läden geplündert, vielerorts brennt es. Ein Mädchen, das jünger ist als ich, wird schreiend von einer Bande vermummter Jugendlicher weggeschleppt und obwohl man nichts mehr weiter sieht, kann man sich denken, was mit ihr passiert. Ein alter Mann wird gestoßen und zusammengeschlagen und ein Kind den Armen seiner Mutter entrissen. Ich schließe die Augen und blende alles aus, bis Diejenigen an der Macht verändern die Geschichte zu ihren Zwecken. Das hat er gesagt. Die Lorda haben sich sämtliche Beweise von den unkontrollierten Aufständen und der Zerstörungswut der Demonstranten unter den Nagel gerissen, alles in ihrem Sinne zusammengeschnitten und zum Pflichtprogramm erklärt. Nikos Version, in der die Lorda, die damals Polizisten hießen, Studenten geschlagen haben, wird nicht gezeigt. Von den Verletzten und Toten gehen viele auf das Konto der Lorda, aber ihre Mitschuld wurde vertuscht und die Aufständischen dafür verantwortlich gemacht. Unschuldig waren die Studenten natürlich auch nicht. Sie hatten Sachschäden und Verletzungen zu verantworten und viele hatten eine Strafe verdient. Dann sind auch noch Kriminelle und Gangster zugestoßen und haben geraubt und gemordet. Doch so einseitig, wie es heute von der Regierung dargestellt wird, war es nicht. Ich frage mich, wie die Geschichte umgeschrieben werden wird, wenn Free UK Erfolg hat und die Lorda niedergeschlagen werden. Als erstes würden sie wohl nicht mehr RT, sondern Free UK heißen. Ein viel angenehmerer Name, bei dem Terrorismus nicht mehr vorkommt. Ich spüre, wie das Licht wieder angeht und öffne die Augen. Alle im Raum sind still und erschüttert von der Gewalt, obwohl sie den Film wahrscheinlich jedes Jahr vorgeführt bekommen. In ein paar Wochen, am 26. November, ist schon der Armstrong-Gedenktag. In diesem Jahr jährt sich der tödliche Anschlag auf den ersten Lorda-Premierminister und seine Frau, Moms Eltern, zum 25. Mal. Sie sind auf dem Weg zu ihrem Landhaus in Checkers umgebracht worden, wo sie ihr fünfjähriges Regierungsjubiläum feiern wollten. Also sind die Lorda jetzt seit 30 Jahren an der Macht. Unser Lehrer erzählt uns von den geplanten Feierlichkeiten. Feierlichkeiten einer Regierung, die in den Gehirnen anderer herumwühlt und die Seelen von Menschen verbiegt und vernichtet. Als ich mich auf den Weg zum Parkplatz mache, um mit Jazz und Amy nach Hause zu fahren, geht mir die Ironie des Gedenktages auf. Die Lorda wollen, dass man sich an Menschen erinnert, die vor fast 30 Jahren bei den Unruhen ums Leben gekommen sind. Andererseits lassen sie heute Leute verschwinden und sorgen dafür, dass sie vergessen werden und niemand nach ihnen fragt. Sie stehlen Erinnerungen, wie bei mir. Auf das wir niemals vergessen mögen. Du bist so still heute, stellt Jazz fest, während er mich durch den Rückspiegel beobachtet. Mir geht's gut. Als wir ankommen, verabschieden sich Jazz und Amy voneinander und ich verschwinde im Haus. Amy zieht sich schnell um, während ich ihr eine Tasse Tee mache. Ich reiche sie ihr, als sie runterkommt. Danke, Kyla. Bist du dir wirklich sicher, dass alles in Ordnung ist? Ja, klar. Geh nur. Sie stürmt raus und die Straße zur Arztpraxis runter. Als ich allein bin, merke ich, wie still das Haus ist. In meinem Kopf herrscht zu viel Dunkelheit, um allein zu sein. Ich wandere von Zimmer zu Zimmer und setze mich dann schließlich mit meinem Skizzenblock hin. Zwei Stunden lang wird niemand hier sein. Eigentlich will ich die Zeit zum Zeichnen nutzen, doch dann krame ich meine versteckten Zeichnungen der Vornacht hervor, schaue mir die Bilder von Schwester Sally und den anderen an und seufze. Was sagt das über mich aus? Auf welcher Seite stehe ich überhaupt? Bin ich nicht stark genug, das Richtige zu tun, auch wenn es schwerfällt? Immerhin verdanke ich Nico mein Leben. Nach allem, was er für mich getan hat, darf ich ihn nicht enttäuschen. Aber wenn ich ihm diese Zeichnungen gebe, was wird dann aus diesen Menschen? Ich werde heute Nachmittag keine Gesichter zeichnen, sondern das Krankenhaus. Ich habe Nico schon Pläne gegeben, aber irgendwas nagt noch immer an mir. Dr. Lysander ist während des Angriffs so schnell verschwunden. Es muss einen Geheimweg geben. Aber wo? Ich beginne, den Flur vor ihrem Büro zu skizzieren. Weil ich so konzentriert arbeite, nehme ich das Klopfen unten an der Haustür fast nicht wahr. Ich lege den Stift beiseite, ziehe die Vorhänge zurück und schaue hinunter. Ein Lieferant mit einem großen Blumenstrauß steht vor dem Eingang. Vielleicht will Dad sich wieder mit Mom versöhnen? Ich renne die Treppe runter und mache auf. Lieferung für O'Reilly? Sagt er. Da sind sie wohl falsch. Hier gibt es niemanden, der so heißt. Er zieht einen Lieferschein hervor und liest nach. Janet O'Reilly? Nein, tut mir leid. Er verdreht die Augen. Entschuldigen Sie die Störung. Wissen Sie, wie spät es ist? Ich schaue auf meine Uhr und er tritt näher, um die Zeit abzulesen. Dabei gibt er mir ein kleines Stück Papier, zwinkert und verschwindet. Als ich die Tür wieder geschlossen habe, falte ich den Zettel auseinander. Komm zum Aussichtspunkt am Fußweg über deinem Dorf. So schnell wie möglich. Sehr wichtig. Zerstör diesen Zettel. A-Punkt. Ah. Aiden? Meine Füße sind wie fest genagelt. Ich lese die Nachricht erneut und kann dabei kaum atmen. Mac wollte meine Zeichnung von Ben an Aiden weitergeben, um sie einzuscannen und bei MIA online zu stellen. Und jetzt will Aiden mich sehen. Ben. Sie müssen eine Nachricht von Ben haben. Ich schlucke. Sie kann gut oder schlecht sein. Schlecht ist wahrscheinlicher. Aber bei einer schlechten Nachricht hätte mir Aiden doch bestimmt durch Mac Bescheid gegeben. Oder nicht? Er will mich persönlich treffen. Ich fliege die Treppe hoch, tausche die Schuluniform gegen Jeans und Stiefel und renne zur Tür. Nicht die Hoffnung aufgeben. Am liebsten würde ich durchs Dorf rasen, aber ich reiße mich zusammen und gehe ganz gemütlich. Am Waldweg ist niemand zu sehen. Moms Warnungen klingen mir in den Ohren, aber ich habe keine Angst mehr. Ich kann mich wunderbar selbst verteidigen. Ich jogge den Weg hoch, an Feldern und Hecken vorbei und immer weiter hinauf in den Wald. Die Luft ist kalt und klar, die Nachmittagssonne hängt tief am Himmel. Je näher ich dem Aussichtspunkt komme, desto langsamer werde ich. Ich habe Angst vor dem, was Aiden mir sagen wird. Bis dahin kann ich mir alles Mögliche ausmalen, doch sobald ich mit ihm gesprochen habe, ist es vorbei mit der Hoffnung. Ich werde immer langsamer, bleibe stehen und atme tief ein und aus, um mein klopfendes Herz zu beruhigen. Im Schatten der Bäume biege ich um die letzte Kurve. Sein rotes Haar schimmert im Licht der untergehenden Sonne. Aiden. Ich trete auf ihn zu und er lächelt. Er lächelt. Wie geht's dir, Kyla? In seinen Augen suche ich nach der Antwort, die ich hören will. Blaue Augen, nicht so hell wie Nikos, eher dunkelblau wie tiefes Wasser. Beruhigende Augen. Keine schlechten Nachrichten. Weil ich mich kaum noch auf den Beinen halten kann, sinke ich neben ihn auf einen umgefallenen Baum. Was hast du gehört? Möglicherweise ist Ben gesehen worden. Gesehen, flüstere ich ungläubig. Doch, es ist wahr, Kyla. Ich kann es kaum glauben, wirklich nicht. Mir kam es so unwahrscheinlich vor, dass ich es zunächst nicht ernst genommen habe. Aber ich habe deine Zeichnung von Ben auf MIA eingestellt und jemand, der aussieht wie er, ist ein paar Mal gesehen worden. Mit hundertprozentiger Sicherheit kann ich natürlich nicht sagen, dass es wirklich Ben ist. Aber der Informant ist sehr verlässlich. Wirklich. Er nickt. Wirklich. Übrigens ist das nicht die normale Vorgehensweise von MIA. Eigentlich geben wir Informationen über Vermisste erst weiter, wenn derjenige seine Zustimmung gegeben hat. Aber weil ich das Gefühl habe, dass ich in die ganze Geschichte mit dir und Ben verwickelt bin, habe ich eine Ausnahme gemacht. Ich kann mich weder bewegen noch sprechen noch es irgendwie begreifen. Kann das wahr sein? Sag was. Ich schüttle den Kopf. Ich bin nur wirklich und ich muss lächeln. Aiden lächelt ebenfalls und ohne darüber nachzudenken werfe ich mich in seine Arme. Er hält mich fest und auf einmal ist alles zu viel. Viel zu viel. Meine Gefühle stürzen über mir zusammen und ich heule los. Er kann es nicht sein. Ich kann es nicht glauben. Was, wenn sich der Informant täuscht? Positive Nachrichten scheinst du ja nicht so gut zu verkraften. Ist dein Level okay? Ja, alles gut. Ich bin hergerannt, also ist mein Level ohnehin oben, sage ich jetzt peinlich berührt und löse mich von ihm. Damit er mein Level nicht sieht, vergrabe ich die Hand in der Tasche. Aber du bist zu Recht vorsichtig. Wie gesagt, es könnte auch eine Verwechslung sein. Was passiert jetzt als nächstes? Wir versuchen ein Foto von ihm zu bekommen. Dann werden wir es dir zeigen, damit du feststellen kannst, ob es wirklich Ben ist. Einverstanden? Wo ist er? Wo wurde er gesehen? Wann kann ich... Langsam. Ich sage dir, was ich weiß. Er wurde nicht weit weg von hier gesehen. Ungefähr 30 Kilometer entfernt. Falls er es ist, war er auf einer Laufbahn. Also... Das ist Ben. Er liebt Laufen. Er muss es sein. Wann kann ich ihn sehen? Wir müssen das planen. Warte ab. Und zu niemandem ein Wort. Klar? Ich nicke. Wir bleiben in Kontakt. Noch eine Blumenlieferung? Er lacht. Diesmal war ich in der Gegend und ein Freund schuldete mir einen Gefallen. Aber diesen Trick setzt man besser nur einmal ein. Mac wird Bescheid wissen, wenn was ansteht, okay? Ich werde Freitagabend bei ihm sein und kann ihm dann alle Neuigkeiten weitergeben. Aiden steht auf. Ich muss gehen. Es war wirklich schön, dich zu sehen, Keiler. Er lächelt mich warm an und berührt meine Hand. Pass auf dich auf. In dem Moment wird mir klar, dass ich ihn bei unserer letzten Begegnung mit Vorwürfen überhäuft habe. Aber das war nicht fair von mir. Aiden hat Ben ja zu nichts gezwungen und jetzt versucht er mir auch noch zu helfen. Aiden, warte! Er bleibt stehen und dreht sich um. Hör mal, was ich letztes Mal gesagt habe, tut mir leid. Ist in Ordnung. Ich verstehe, wie aufgewühlt du warst. Da schlägt man schon mal um sich. Er sieht mir direkt in die Augen. Dann verschwindet er auf der anderen Seite des Pfades. Ich gehe den gleichen Weg zurück, den ich gekommen bin. Tausend Fragen spuken mir im Kopf herum. Kann das wahr sein? Könnte es wirklich Ben sein? Nur 30 Kilometer von mir entfernt? So nah? Wenn er es ist, was bedeutet das dann? Die Lorda würden ihn doch nicht so einfach gehen lassen. Da muss es einen Haken geben. Als ich nach Hause komme, stimmt irgendetwas nicht. Die Haustür ist nicht verriegelt. Dad kann es nicht gewesen sein, sonst stünde sein Wagen vor der Tür. Mom und Amy sind beide auf der Arbeit. Habe ich vorhin nicht abgeschlossen? Ich bin mir nicht sicher. Als ich mich durch die Hintertür auf den Weg zu Aiden gemacht habe, war ich in Eile und panisch, dass er schon weg sein könnte. Trotzdem hätte ich doch ganz automatisch auch vorn abgesperrt. Oder nicht? Instinktiv wittere ich Gefahr. Vorsichtig schiebe ich die Tür auf und halte auf der Schwelle inne. Der Flur ist leer und ich lausche mit angehaltenem Atem. Da. Schritte. Oben. Meine Kehle schnürt sich zu und mir fallen meine Zeichnungen ein. Ich habe sie nicht versteckt, ehe ich rausgegangen bin. Wie dämlich von mir. Vorsichtig schleiche ich die Treppe hoch. Meine Tür steht offen. Ich überfliege den Raum. Die Skizzen vom Krankenhaus liegen immer noch auf dem Bett. Nicht genau so, wie ich sie zurückgelassen habe, da bin ich mir sicher. Mein Magen dreht sich. Schritte hinter mir. Ich fahre herum, bereit für alles. Amy springt fast einen halben Meter in die Höhe. Oh mein Gott, Kyla, hast du mich erschreckt? Warum sagst du denn auch nichts, wenn du reinkommst? Ich schüttle den Kopf. Ich habe dich erschreckt? Du hast mich erschreckt. Du dürftest doch noch gar nicht zu Hause sein. Du warst heute Nachmittag so neben dir, dass ich darum gebeten habe, früher gehen zu können, um mit dir Zeit zu verbringen, du Dummkopf. Aber als ich hier ankam, warst du gar nicht da. Tut, tut mir leid. Ich war spazieren, um den Kopf frei zu bekommen. Ihr Gesicht wird sanfter. Geht's dir gut? Wirklich? Du warst die ganze Woche so komisch und seit Ben... Sie sieht weg und beendet den Satz nicht. Lass uns runtergehen und Tee trinken, schlage ich vor. Nicht so schnell. Sie läuft an mir vorbei ins Zimmer und direkt zu meinem Bett mit den Zeichnungen. Erzähl mir erst mal, was das soll. Ich zucke mit den Schultern. Nichts Besonderes. Du kennst mich ja. Ich male alles. Warum hast du in meinem Zimmer herumgeschnüffelt? Du hast auf meinen Klopfen nicht reagiert. Ich dachte, dass es dir schlecht geht, dass dein Level gefallen ist und du nicht aufmachen kannst. Sie seufzt und setzt sich aufs Bett. Ich mache mir Sorgen um dich. Sie zieht mich neben sich. Sie ist gefährlich. Nein, das ist Amy, kein Feind. Sie nimmt die Zeichnung von Dr. Lysanders Stock in die Hand. Erklär mir das. Mir bleibt nichts übrig, als ihr eine Antwort zu geben. Ich erzähle von dem Angriff und wie die Ärzte verschwunden sind und ich mich gefragt habe, wohin sie gebracht wurden. Und weil ich neugierig war, habe ich versucht, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Sie schüttelt den Kopf. Ach, Kayla, du bist so doof. Denk doch mal an den ganzen Ärger, den du dir damit einhandeln kannst, wenn das in die falschen Hände gerät. Warum verschwendest du überhaupt deine Zeit mit so langweiligem Zeug, wenn du doch so gut Menschen und Gesichter malen kannst? Sie schaut sich das Bild von Schwester Sally an. Das ist wunderhübsch. Die Frau sieht so warmherzig und lebendig aus. Wer ist das? Niemand. Nur ein erfundenes Gesicht. Echt? Komisch. Es kommt mir so bekannt vor. Aber ich kann sie nicht zuordnen. War Sally schon im Krankenhaus, als Amy geslated wurde? Wann war das? Vor fünf Jahren? Könnte passen. Aber das hier, sagt sie und greift wieder nach der Skizze vom Krankenhaus, muss weg. Und mach sowas nicht wieder. Versprochen? Das tue ich. Und zusammen zerreißen wir das Bild, bis nur noch kleine Schnipsel übrig sind. Amy spürt sie im Klo runter. Thema erledigt, sagt sie. Jetzt eine Tasse Tee? Unten in der Küche setze ich das Wasser auf. Wo bist du spazieren gegangen? fragt Amy. Ach, du weißt schon. Einfach nur ums Dorf, lüge ich, weil ich nicht allein in den Wald darf. Mom würde ausflippen, wenn sie wüsste, dass du allein unterwegs warst, seit dieser Wayne bestgefunden wurde. Hast du was Neues von ihm gehört? Oh, habe ich das nicht erzählt? Er spricht und erinnert sich jetzt wieder an ein paar Dinge. Rasch wende ich mich ab und nehme die Tassen aus dem Schrank, damit Amy mir ja nichts anmerkt. Er erinnert sich? Oh mein Gott. Das Zimmer scheint sich zu verdunkeln und vor meinen Augen zu drehen, als würde es sich in eine schwarze Höhle verwandeln. Doch ich reiße mich zusammen. Erzähl es Nico. Nico wird ausflippen, weil er jetzt zum ersten Mal davon hört. Ich kann es ihm nicht mehr sagen. Es ist zu spät. Aber durch die Kopfverletzung leidet er unter Amnesie, sagt Amy. Was ist das? Er kann sich an nichts erinnern, außer warum er an diesem Tag im Wald war. Oh. Laut dem Arzt fällt ihm vielleicht irgendwann wieder alles ein. Ich habe gehört, dass die Lorda wütend auf ihn waren, weil er keine Auskunft geben konnte. Sie schaudert. Das sollte Grund genug sein, sich schnell zu erinnern. Das Telefon klingelt und während ich den Tee eingieße, nimmt Amy ab. Ich gehe nach oben, sammle sorgfältig meine Bilder ein und verstecke sie im Ordner mit den anderen Entwürfen. Amy hätte Schwester Sally beinahe erkannt. Ich hätte nicht lügen sollen. Wie wird sie reagieren, wenn ihr wieder einfällt, dass sie im Krankenhaus arbeitet und sie sich alles zusammenreimen kann? Hat Amy eigentlich gesagt, dass sie niemandem von den Bildern erzählen wird? Ich denke nach. Nicht unbedingt. Aber sie hat mich dazu gebracht, die Zeichnung vom Krankenhaus zu zerstören. Warum sollte sie das tun, wenn es kein Geheimnis wäre? Ich zucke unbehaglich mit den Schultern. Aber der Augenblick, um ihr dieses Versprechen abzunehmen, ist verstrichen. Wenn ich nochmal davon anfange, wird sie sich fragen, warum. Schweigen ist besser. Nachts schleiche ich mich nach unten ins Büro. Ich schließe die Tür und schalte die Schreibtischlampe ein. Moms Hobby ist Lokalgeschichte. Die Regale hier sind voller Bücher über die Dörfer und Städte in der Gegend, aktuell und historisch. Außerdem gibt es Karten, sowohl normale Straßenkarten als auch Generalstabskarten, die jeden Weg und Kanal abbilden. Ich kann Aedens Rückmeldung kaum abwarten. Ist es wirklich Ben? Er muss es sein. Eine andere Möglichkeit kann ich nicht akzeptieren. Ich schwanke zwischen erwartungsvoller Freude und der Angst, dass sich alles nur als Hirngespinst entpuppen könnte. Dass jede Hoffnung immer nur in einer Enttäuschung mündet. Ein Sportplatz in 30 Kilometer Entfernung. Ich stelle mir einen Kreis vor und suche sorgfältig jedes Dorf und jede Stadt in dieser Entfernung danach ab. Dann schaue ich nach den entsprechenden Fußwegen und Pfaden, um von hier aus dorthin zu gelangen. Ich werde dich finden, Ben. Der nächste Tag ist klar und kalt. Ein paar Wolken sind am Himmel, doch es sieht nicht nach Regen aus. Ich setze den Fahrrad-Ham auf. Bist du sicher, dass es dir nichts ausmacht, heute Radfahren zu gehen? Dein Wunsch sei mir befehlt, sagt Cam und verneigt sich. Wo willst du hin? Folge mir. Wir fahren los. Wegen des Feiertags sind die Straßenmenschen leer, wenn man den Gedenktag als Feiertag bezeichnen kann. Ich habe mir die Straßen und Wege eingeprägt und wir sollten es schaffen, mindestens drei mögliche Sportanlagen abzufahren. Doch selbst wenn ich das richtige Dorf mit der richtigen Laufbahn finde, werde ich keine Gewissheit haben, es sei denn, Ben läuft gerade in diesem Moment dort. Ich verscheuche die Zweifel, zumindest unternehme ich etwas. Amy hat sich so gefreut, als ich ihr von der Radtour mit Cam erzählt habe. Mom ist mit Tante Sally unterwegs und denkt, wir würden jeweils aufeinander Acht geben. Und ich frage mich, was Amy und Jazz vorhaben. Als wir aufgebrochen sind, hat Amy uns nur vielsagend angegrinst. Sie unterstellt uns Dinge, die nicht wahr sind. Innerlich jubiliere ich, weil Ben gesehen worden ist, aus keinem anderen Grund. Cam und ich gehen einfach nur Radfahren und er hat mir versichert, dass er die Sache mit Ben versteht. Wir sind Freunde. An einer kleinen Brücke biege ich auf einen Kanalweg ab. Weil ich mir nicht sicher bin, ob Cam mir folgen kann, drehe ich mich kurz um. Dabei bemerke ich, dass sich hinter ihm, auf der engen Landstraße, ein Wagen mit hoher Geschwindigkeit nähert. Die Sonne in meinen Augen erschwert mir die Sicht und ich blinzle. Ein schwarzer Van? Wir fahren den Kanalweg hinab und ich schüttle das komische Gefühl ab. Wenn das überhaupt die Lorder sind, dann sind sie wirklich überall. Es kann nur ein Zufall sein. Ein paar Meilen weiter radeln wir wieder nebeneinander auf der Straße, kurz vor dem ersten Dorf, das ich mir ansehen möchte. Von hinten donnert ein Van heran und Cam fädelt sich vor mir ein. Zum Überholen ist nicht viel Platz und wir beide fahren so weit links wie möglich. Der Wagen kommt näher und Cam blickt sich um. Seine Augen werden immer größer. Als ich mich umsehe, nehme ich eine Bewegung wahr. Die schwarze Seitentür geht auf und ich werde bei der Schulter gepackt. Wie in Zeitlupe fliege ich durch die Luft und lande mit voller Wucht halb am Straßenrand, halb in einer Hecke. Das Rad fällt auf mich. Ich schaue hoch, doch mein Blick ist verschwommen. Aber es ist ganz eindeutig, wer da über mir steht. Ein Lorde, breit wie ein Schrank und in schwarz gekleidet. Steh auf, sagt er. Ich versuche, mich mit den Armen hochzudrücken, doch das Rad blockiert mich. Der Mann tritt mich in die Seite. Ich stöhne. Wieder eine verschwommene Bewegung und Cam packt den Lorde am Arm. Lassen Sie sie in Ruhe. Sie machen einen Riesenfehler. Nein, Cam, nicht. Die Angst gibt mir Kraft. Ich stoße das Rad weg und stemme mich hoch. Ein Anblick, den man nicht alle Tage sieht. Ein grinsender Lorde. Du wirst schon noch merken, dass du den Fehler machst, Junge. Das hier hat nichts mit dir zu tun. Er dreht sich und schubst Cam zu Boden. Du steigst ein. Er zeigt auf mich, doch ich rühre mich nicht. Daraufhin packt er mich am Arm, dreht ihn mir auf den Rücken und schiebt mich in den Van. Cam kommt wieder auf die Beine. Lassen Sie sie in Ruhe. Und als hätte er es mit einer lästigen Fliege zu tun, seufzt der Lorde, lässt meinen Arm los und holt in Cam's Richtung aus. Als seine Faust Cam ins Gesicht trifft, ist ein abscheuliches Geräusch zu hören. Langsam geht Cam zu Boden. Ich habe den Impuls, wegzulaufen, aber ich kann Cam nicht allein lassen. Wütend balle ich die Fäuste. Er ist zu groß. Warte ab. Der Augenblick zum Wegrennen ist verstrichen. Ich werde wieder in den Van geschoben, genau wie auch Cam. Der Schrank steigt ebenfalls hinten ein. Gefahren wird der Wagen von einer Frau. Wir häupern über unebene Straßen und Cam liegt stöhnend und mit geschlossenen Augen auf dem Boden. Ich lege seinen Kopf in meinen Schoß. Seine Wange blutet. Er hustet und versucht etwas zu sagen. Ruhe, fährt ihn der Lorda an. Wo fahren wir hin? Warum? Ich habe mich immer gefragt, was mit Leuten passiert, die von den Lordern geholt werden. Sieht so aus, als ob wir es gleich erfahren werden. Ich zähle die Minuten. Wir sind vermutlich drei Kilometer auf holperigen Straßen unterwegs gewesen, dann etwa 15 Kilometer auf ebenen Straßen, als der Van wieder auf eine kleine Straße abbiegt. Doch im hinteren Teil des Autos gibt es keine Fenster und wir könnten uns überall innerhalb dieses Radios befinden. Cam hat inzwischen die Augen geöffnet und beobachtet den Lorda. Dann sieht er zu mir. Ich hätte erwartet, dass er höllische Angst hat, aber sein Blick ist ruhig. Ich habe große Schuldgefühle, denn Cam hat sich meinetwegen mit diesem Muskelberg angelegt und muss nun die Konsequenzen dafür tragen. Sir? frage ich und der Lorda dreht sich mit überraschtem Gesicht zu mir. Was ist los? Bitte, können Sie ihn nicht gehen lassen? frage ich. Wie süß, halt die Klappe. Er holt aus, als wollte er mir eine knallen, stoppt aber in letzter Sekunde. Cam will schon wieder aufspringen. Nein, Cam, sei kein Idiot. Ruhe! Wir halten an. Die Tür wird von außen geöffnet, wo noch mehr Lorda in schwarzer Einsatzkleidung stehen. Der Schrank steigt aus, wechselt ein paar Worte mit seinen Kollegen und verschwindet dann durch eine Tür. Ein Lorda greift nach mir, ein anderer nach Cam und wir werden ins Haus gezerrt. Im Gegensatz zu dem Schrank sind diese Wachmänner hier eher mein Kaliber. Wutentbrannt fahre ich herum und trete einem von ihnen mit einem ausgestreckten Bein gegen den Kopf. Er geht zu Boden. Cam ringt ebenfalls mit dem Lorda, der ihn festhält. Ich schlage seinen Gegner auf den Hinterkopf, doch dann höre ich Schritte. Arme halten mich fest, während ich kämpfe und schließlich sticht mich etwas in den Arm. Alles um mich herum wird schwarz. Ich versuche krampfhaft, die Augen offen zu halten. Cam wird über den Boden geschleift und bewegt sich nicht. Um uns sind vier, nein, viel mehr Lorda. Ihre Gesichter verschwimmen ineinander, bis alle das gleiche Gesicht zu haben scheinen. Ich gleite zu Boden. Gegen meinen Willen werde ich langsam wach. Dabei kehrt die Erinnerung zurück. Ich war in einem Auto und habe gespürt, wie es die Straße hinuntergeholpert ist. Das war der einzige Hinweis. Ich konnte nicht sehen und mich nicht bewegen. Mein Kopf ist so schwer. Das liegt wohl an dem Getränk, das sie mir eingeflößt haben. Ich runzle die Stirn. Wie bin ich in dieses Auto gekommen? Die Erinnerung sickert langsam durch und ich gerate in Panik. Ich sollte Daddy treffen, aber er war nicht da. Irgendjemand anders, den ich nicht kannte, erzählte mir, dass sie mich zu ihm bringen würden. Das sei ein Teil des Spiels. Daddy ist Geheimagent. Er wird die Welt befreien. Das hat er gesagt. Und Mom darf man nichts davon erzählen. Genau wie damals, als ich diese Zeichen für ihn gemalt habe. Als sie davon erfahren hat, wurde sie wütend. Mein Kopf pocht. Nichts ergibt einen Sinn. Mein Mund ist trocken und ich versuche zu schlucken. Sie kommt zu sich, sagt eine Männerstimme. Wer? Ich öffne die Augen. Da bist du ja, Lucy. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Ich setze mich zu schnell auf und alles dreht sich. Wo ist Daddy? Wer bist du? Ich bin dein Arzt, Dr. Craig. Ich bin nicht krank. Nein, aber das wirst du sein. Er lächelt, aber es ist kein freundliches Lächeln. Ich schreie und eine Frau kommt herein. Eine Krankenschwester. Sie beruhigt mich und versichert mir, dass alles gut wird und ich wieder einschlafen soll. Kurz darauf geht die Tür zu. Ein Schlüssel dreht sich im Schloss. Schritte verhallen im Flur. Wach auf! ruft jemand und etwas Kaltes erschreckt mich. Es ist nass. Ein Eimer Wasser? Langsam tauche ich aus dem Dunkel auf und spüre meinen Körper wieder. Leider. Mir tut alles weh. Die Hände sind hinter meinem Rücken. Ich zerre daran. Nichts passiert. Sie sind zusammengeschnürt. Mein Kopf sackt nach vorn. Ich sitze auf einem Stuhl. Gewaltsam wird mein Kopf an den Haaren hochgerissen. Soll ich mich totstellen? Aber das würde alles nur herauszögern. Ich schlage die Augen auf. Ah, wen haben wir denn da? Kyla, nicht wahr? Antworte! Nein, sage ich. Meine Stimme klingt seltsam belegt. Ich habe einen trockenen Mund. Wo ist Kyla? Ich denke angestrengt nach. Lucy ist das Kind aus dem Traum von vorhin. Doch jetzt bin ich Rain. Oder? Das ist sie, keine Frage, sagt eine zweite Stimme. Aber mit dem Zeug im Körper sollte sie nicht lügen können. Wer bist du? brüllt die erste Stimme. Ah, Wahrheitsserum lässt sich austricksen, wenn man wirklich glaubt, was man sagt. Ich bin Rain, aber ich bin auch Kyla. Kyla, sage ich. Ja, ich bin Kyla. Braves Mädchen. Der Mann mit der lauten Stimme tritt außer Sicht hinter mich und der mit der leiseren Stimme kommt nach vorn und stellt einen Stuhl vor mich hin. So, Kyla, ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Einverstanden? Klar, antworte ich. Nur zu. Ich habe gehört, du zeichnest gerne. Ich sehe ihn an. Und? will der Mann wissen. Soll das eine Frage sein? Ich mime die Verwirrte. Du hast recht, tut mir leid. Zeichnest du gerne? Ja. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du gerne Bilder vom New London Hospital malst, wo du geslated wurdest. Stimmt das? Hochkonzentriert lege ich die Stirn in Falten. Gerne habe ich das Krankenhaus nicht gezeichnet. Ich habe eher einen inneren Drang verspürt. Also sage ich Nein. Er blickt zu jemandem, den ich nicht sehen kann. Frag genauer, rät eine dritte Stimme. Hast du das Krankenhaus gezeichnet? Diesmal muss ich die Frage wohl wahrheitsgemäß beantworten. Denk nach. Ach, genau genommen habe ich gar nicht das Krankenhaus, sondern nur eine Station gezeichnet. Meine Gesichtszüge entspannen sich. Nein, sage ich. Wollen wir ihr noch mehr geben? Dann kippt sie uns aus den Latschen. Versuchen wir es mal mit Schmerzen, ertönt eine weitere Stimme. Ein Gesicht schiebt sich vor mich, das eine Auge ist zugeschwollen. Der Mann streicht mir über die Augenbraue. Ich würde mich gerne revanchieren. Wo hat ein Slater nur gelernt, so zuzutreten? Das möchte ich wirklich mal wissen. Mit dem Finger umkreist er mein Auge, als würde er die Stelle für einen Tritt markieren. Mir wird übel. Irgendwo hinter mir geht eine Tür auf. Ich spüre den Windzug. Der Mann vor mir nimmt sofort Haltung an. Sir, sagt er. Es sind noch andere Stimmen im Raum, aber in meinem Kopf dreht sich alles. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, will nur noch schlafen. Eine der neuen Stimmen ist eiskalt. Sie kommt mir bekannt vor und dann auch wieder nicht. Die Stimme befiehlt, mich in Ruhe zu lassen und wegzutreten. Das Geräusch sich entfernender Schritte. Stille. Mir fallen die Augen zu. Als ich wieder zu mir komme, liege ich. Mein Kopf fühlt sich an, als hätte jemand mit einem Hammer auf ihn eingeschlagen. Beweg dich nicht und lausche. Aber außer dem Ticken einer Uhr gibt es nichts zu hören. Vorsichtig mache ich die Augen auf. Ein Büro. Ein Schreibtisch. Ich liege auf einem Sofa, das an der gegenüberliegenden Wand steht. Am Schreibtisch sitzt ein Lorda in grauem Anzug vor einem Laptop. Als er aufschaut, bemerkt er, dass ich die Augen geöffnet habe. Wie ich sehe, bist du aufgewacht. Sein Gesicht hat sich mir eingebrannt. Diese dünnen Lippen, als wäre der Mund hineingeschlitzt worden. Coulson. Also habe ich seine Stimme vorhin erkannt. Mühsam rapple ich mich auf, um ihn anzuschauen. Zwar schmerzt mein ganzer Körper, aber zum Glück scheint noch alles zu funktionieren. Keine bleibenden Verletzungen. Ich betaste mein Gesicht, den Bereich um mein Auge. Es ist noch alles heil. Das heute war ein bedauerlicher Fehler. Coulson schüttelt den Kopf. So war das nicht geplant, seufzt er. Aber sei unbesorgt, das wird ein Nachspiel haben. Gegebenenfalls werden auch Strafen verhängt. Das verstehe ich nicht. Nun, dann werde ich dich jetzt mal aufklären, Keiler. Ich beobachte dich schon eine ganze Weile. Mit dir stimmt was nicht. Du tust Dinge, die du nicht tun solltest. Für einen Slater ist das wirklich sehr besorgniserregend. Wieder seufzt er. Wir wollen doch unbedingt, dass du es schaffst. Dass du deine zweite Chance nutzt. Durch Ben Nix und seine Happy Pills bin ich auf dich aufmerksam geworden. Offenbar nimmst du sie ja auch. Ansonsten hättest du das heute gar nicht durchgestanden. Du wärst schon längst in Ohnmacht gefallen. Dazu sage ich nichts. Bens Name versetzt mir einen Stich, doch ich lasse mir nichts anmerken. Arme Keiler, die RT haben dich doch nur benutzt, damit du das Krankenhaus zeichnest. Und eigentlich wollten wir dir nur folgen zu den RT und ihren Plänen. Deshalb war ich maßlos verärgert, als ich von deiner Verhaftung erfahren habe. Sie haben zu früh eingegriffen und damit ändert sich natürlich alles. Er hält inne und nimmt einen Schluck Tee. Ich halte seinen Blick stand, bin wie betäubt. Er weiß von den Zeichnungen. Amy ist die einzige, die sie gesehen hat. Nein, nie im Leben würde sie... oder doch? Colesons schmale Lippen verziehen sich zu einem unnatürlichen Lächeln. Nun müssen wir das Beste daraus machen. Ich schlage vor, wir lassen dich frei. Du arbeitest weiter mit den RT zusammen und verrätst uns, was sie vorhaben. Was hältst du davon? Ich habe keine Ahnung, wovon sie reden. Mit den Terroristen habe ich nichts zu tun. Bekümmert schüttelt er den Kopf. Das wissen wir doch längst. Das Lügen kannst du dir sparen. Und was hat dieser Cameron mit all dem zu tun? Was sollen wir mit ihm anstellen? Ich gerate in Panik. Nichts! Der hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir haben nur eine Runde mit dem Rad gedreht. Dein Bestreben, Freunde zu retten, ehrt dich, Kyla. Aber warum sollte ich dir glauben? Weil es stimmt. Und was ist mit Ben? Was soll mit ihm sein? Willst du denn nicht wissen, wo er ist? Es ist also wahr. Ben lebt. Am liebsten möchte ich vor Freude schreien. Gleichzeitig habe ich aber auch furchtbare Angst. Wenn Cosen weiß, wo Ben ist, verheißt das nichts Gutes. Wo ist er denn? Er schüttelt den Kopf. Umsonst gibt es von mir gar nichts. Das musst du dir schon verdienen. Doch woher soll ich wissen, wann du die Wahrheit sagst, wenn du zwischendrin immer wieder schwindelst? Also erzähl mir von den Terroristen. Wenn Coulson ohnehin Bescheid weiß, bringt das Lügen auch nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, was sie planen. Wirklich nicht. Ich zeichne nur für sie. Mehr nicht. Er nickt. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass sie dir keine wichtigen Informationen anvertrauen, aber dir wird schon was einfallen. streng dich ein bisschen an, dann bekommst du bestimmt mehr heraus. Und trotz all deiner Fehltritte will ich nochmal ein Auge zudrücken. Das ist keine leichte Aufgabe, die wir dir geben. Ich schlage dir einen Deal vor. Wir lassen dich und Cameron heute frei. Fürs Erste hat er nichts zu befürchten, genau wie dein Freund Ben. Im Moment jedenfalls. Du findest heraus, was die RT vorhaben und wer zu ihnen gehört und erstattest mir Bericht. Wenn du dich geschickt anstellst und so deine Loyalität gegenüber der Regierung unter Beweis stellst, bringen wir dich zu Ben. Ihr könnt noch einmal ganz von vorn anfangen. Und ich mache dir noch einen Vorschlag. Wir nehmen dir sogar das Lervo ab. Er sieht mich ruhig an. Die Uhr tickt, die Sekunden verstreichen und ich bin wie gelähmt. Taub. Was meinst du? Willst du das für uns tun? Darauf gibt es nur eine einzige Antwort und Cosen weiß das auch. Das verrät sein arroganter Blick. Nur eine einzige Möglichkeit, Ben zu retten. Eine einzige Möglichkeit, Cam zu retten. Und mich. Ja. Kurz darauf werden Cam und ich an der Straße bei unseren Rädern rausgeworfen. Dein Gesicht sieht ja schlimm aus, bemerke ich und berühre seine geschwollene Wange, auf der ein Schnitt prangt. Das wird schon wieder. Er sieht mich an. Cam, der mich verteidigt hat, obgleich es aussichtslos war. Er hat sich meinetwegen verletzt und in Gefahr gebracht. Es tut mir so leid, will ich sagen, aber die Worte bleiben mir im Hals stecken. Nun, da alles vorbei ist und die lauter fort sind, überkommt mich grenzenlose Angst. Ich zittere am ganzen Leib. Cam nimmt meine Hand und zieht mich an sich. Wir stehen einfach nur stumm da. Ich gebe mir Mühe, langsam zu atmen, um mich wieder in den Griff zu bekommen, aber in seinen Armen, die mich warm umschließen, fällt es mir noch schwerer. Ich löse mich von ihm. Also, meint er, verreizt du mir jetzt endlich, was die Laura von dir wollen? Eigentlich hätte Cam die Wahrheit verdient, doch ich darf ihm nichts verraten. Er wäre in noch größerer Gefahr, wenn er von meiner Abmachung mit Coulson wüsste und von Free UK. Ich schüttle den Kopf. Da gibt es nichts groß zu sagen. Die Lauder haben geglaubt, ich wäre in was Illegales verwickelt. Aber dann haben sie ihren Fehler erkannt und uns freigelassen. Das soll ich dir abkaufen? fragt er gekränkt. Innerlich wende ich mich. Dennoch verrate ich ihm nichts, wo doch alles Wissen gefährlich ist. Je weniger er weiß, desto besser für ihn. Es gibt nichts, was ich dir erzählen kann. Sorry. Cameron sieht nach, ob mein Fahrrad, mit dem ich in der Hecke gelandet bin, den Sturz unbeschadet überlebt hat und meidet dabei meinen Blick. Ich würde ihm ja gerne alles erzählen, schon allein, um seine abweisende Miene nicht länger ertragen zu müssen. Damit ich mein Wissen endlich mal mit jemandem teilen kann. Damit es mir in seinen Armen besser geht, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Davon geht es dir auch nicht besser. Du darfst ihm nicht vertrauen. Das ist doch der reinste Wahnsinn. Die Lorde haben Kamblos mitgeschleift, weil er mich beschützen wollte. Hat er damit nicht seine Loyalität unter Beweis gestellt? Nein. Trau keinem, solange du nicht weißt, wer dich verraten hat. Auf dem langen Rückweg denke ich unentwegt darüber nach. Die Sonne sinkt tiefer am Horizont. Es ist schon später Nachmittag. Eigentlich hätten wir bereits viel früher zu Hause sein sollen. Wer hat den Lordern nur von meiner Krankenhauszeichnung erzählt? Amy ist die Einzige, die das Bild gesehen hat. Aber sie würde mich doch nicht... Nie im Leben. Außerdem ergibt das alles keinen Sinn. Wenn sie wirklich vorgehabt hätte, mich zu denunzieren, warum hat sie mich dann dazu gebracht, die Zeichnung zu vernichten? Sie hätte ja nicht einmal zugeben müssen, dass sie sie gesehen hat. Hm. Und wenn sie unbedacht jemandem davon erzählt hat und derjenige es dann weitergetragen hat? Möglich wäre es. Aber es ist doch erst einen Tag her. Heute war keine Schule. Die Einzigen, die Amy also seither gesehen hat, sind Mom und Jazz. Also muss es einer von den beiden gewesen sein. Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wer sollte sonst dahinter stecken? Darauf habe ich keine Antwort. Es bleiben nur Amy, Jazz oder Mom. Ob nun unwissentlich oder mit Absicht, einer von den dreien muss mich verpfiffen haben. Es gibt nur wenige Menschen, denen ich traue und die mir etwas bedeuten. Nun hat mich auch noch einer von ihnen verraten. Ich weiß nicht, wer. Vorstellen kann ich es mir bei keinem. Besonders nicht bei Mom. Eine Mutter, die du seit knapp zwei Monaten kennst. Und deren Eltern von Terroristen getötet wurden und ihr Sohn auch. Jedenfalls glaubt sie das. Meinst du nicht, sie würde dich an die Lorda verraten, wenn sie dich auch für eine Terroristin hielte? Innerlich winde ich mich. Und wenn doch? Nein. Das glaube ich einfach nicht. Dennoch habe ich Grund zur Freude. Ben ist am Leben. Wirklich. Nicht nur Aiden hat ihn gesehen. Coulson hat es bestätigt. Natürlich könnte er lügen. Aber warum sollte er sich die Mühe machen? Es hätte doch vollkommen gereicht, mich mit Cam unter Druck zu setzen. Außerdem ahnt Coulson nicht, dass ich Ben mit Aidens Hilfe auswendig machen kann. Ich muss Ben nur aufstöbern und vor Coulson warnen. Vielleicht können wir zusammen abhauen. Irgendwohin, wo uns die Lorda nicht finden. Wo soll das sein? Auf dem Mond? Ich schiebe die Zweifel beiseite und halte an dieser winzigen Hoffnung fest. Denn die Hoffnung ist alles, was mir bleibt. Als wir unsere Straße erreichen, steigt Cam vor seinem Haus einfach ab und schiebt sein Rad die Auffahrt hoch. Warte doch mal, stoppe ich ihn. Er bleibt stehen und dreht sich um. Was willst du deiner Tante und deinem Onkel erzählen? Ich bin vom Rad gefallen. Und du? Ich werde gar nichts sagen. Er wendet sich zum Gehen. Tränen steigen mir in die Augen. Er ist doch jetzt mein einziger Freund. Abgesehen von Amy, Mom und Jazz. Und unter ihnen befindet sich auch noch ein Verräter. Tut mir leid, Cam, rufe ich leise. Noch einmal dreht er sich um und nickt. Ich weiß, sagt er und verschwindet im Haus. Um mich zu beruhigen, atme ich einmal tief durch. Dann stelle ich das Fahrrad in unseren Schuppen und schließe die Haustür auf. Hallo? rufe ich. Doch es kommt keine Antwort. Alles ist still. Ich springe schnell unter die Dusche. Zumindest sehe ich dann wieder wie ein normaler Mensch aus, wenn die anderen nach Hause kommen. Mal schauen, wer überrascht wirkt, wenn er mich sieht. Beim Abendessen beobachte ich die anderen genau. Jazz ist auch wieder mit von der Partie. Also sind die Verdächtigen vollzählig versammelt. Aber sie benehmen sich ganz normal. Entweder kann jemand sehr gut schauspielern oder ich irre mich. Aber wer könnte sonst dahinter stecken? Einer von ihnen muss es sein. Es ist ein elender Morgen mit grauem Nieselregen. Dass mir von Kopf bis Fuß alles wehtut, macht es auch nicht besser. Es hat mir ziemlich zugesetzt, von den Lordern durch die Mangel gedreht zu werden und Drogen eingeflößt zu bekommen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich mich mit vollem Körpereinsatz gewehrt habe. Einerseits freut es mich, dem einen Lorder gehörig ins Gesicht getreten zu haben. Andererseits erschreckt es mich auch. Schlaff hänge ich am Frühstückstisch und rühre in meinem Müsli herum, ohne viel davon zu essen. Was ist heute Morgen bloß mit dir los? fragt Mom. Vielleicht hat sie die ganze Nacht schmachtend wach gelegen und an Cameron gedacht, sagt Amy grinsend. Ich verziehe das Gesicht. Da täuschst du dich. Wir sind bloß Freunde. Zumindest waren wir das. Ich seufze. Hoffentlich spricht er überhaupt noch mit mir. Siehst du? Amy lacht. Und Mom lächelt, als würde sie Amys Erklärung Glauben schenken. Wie können die nur sowas denken, wo Ben doch gerade erst verschwunden ist? Sofort bekomme ich Schmetterlinge im Bauch. Werden wir uns bald wiedersehen, Ben? Sollen die beiden doch denken, was sie wollen. Besser so, als wenn sie wüssten, was mir wirklich den Schlaf raubt. Es sei denn, eine oder beide haben mich an die Lauder verraten. Doch während ich ihnen heute Morgen so zusehe und sie reden höre, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie mit den Ereignissen gestern etwas zu tun haben. Und was ist mit Nico? Wenn ich dem von Coulson erzähle, hat er bestimmt einen Rat für mich. Nur was wird Nico von mir denken, wenn er erfährt, dass ich die Zeichnungen nachlässig herumliegen lassen habe? Angeblich beobachtet Coulson mich ja schon seit Längerem. Vielleicht hat mein Schnitzer auch geholfen, uns eine bessere Position verschafft. Immerhin wissen wir jetzt, dass ich überwacht werde. Ich fürchte nur, Nico wird das anders sehen. Als ich morgens von einem Klassenraum zum nächsten gehe, begegne ich Nico im Flur. Er legt den Kopf leicht schief und marschiert in sein Büro. Ich soll ihm folgen. Ob er schon von gestern gehört hat? Angst und Unentschlossenheit lähmen mich. Besser, ich weiß Bescheid. Niemand beobachtet mich, also klopfe ich einmal an seine Bürotür. Er zieht mich hinein und schließt sie wieder. Rain! Wie geht es dir? Er grinst mich an. Ähm, gut. Ich habe eine Überraschung für dich. Nun schau doch nicht so erschrocken. Was wird dir gefallen? Sagt er. Und obwohl mich seine Augen ruhig anblicken, bin ich alarmiert. Was ist das denn? Er schüttelt den Kopf. Nicht so voreilig. Erst einmal machen wir heute Nachmittag einen kleinen Ausflug. Wohin denn? Wart's einfach ab, Rain. Hab Geduld. Und dann erklärt er mir, wo er mich heute Mittag abholen wird. Und was ist mit meinem Nachmittagsunterricht? Gib mir nachher einfach deinen Ausweis, dann kümmere ich mich darum. Niemand wird etwas mitbekommen. Als es zur Mittagspause klingelt, verschwinde ich durch den Seitenausgang und haste die Straße hinunter. Dabei frage ich mich, warum ich das überhaupt tue. Wenn Nico von Coulson weiß, ist es gefährlich. Und wenn nicht, dann sollte ich es ihm sagen. So oder so bekomme ich Schwierigkeiten. Immer wieder überlege ich, ob ich umkehren soll, doch meine Füße tragen mich zum Treffpunkt. Aus irgendeinem Grund gelingt es mir nicht, mich Nico zu widersetzen. Kaum habe ich die Biegung erreicht, die Nico mir beschrieben hat, taucht auch bereits sein Auto auf und hält neben mir. Die Beifahrertür geht auf. Ich steige ein. Schon bald haben wir die Hauptstraße hinter uns gelassen und schlängeln uns auf verwilderten und unbekannten Pfaden vorwärts. Nico schweigt. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. Vielleicht will er mich nur an einen entlegenen Ort bringen, um mich zu beseitigen. Wir sind fast da, sagt Nico. Doch ich sehe bloß Bäume und noch mehr Bäume. Als der Weg so schmal wird, dass der Wagen kaum noch hindurch passt, hält er an. Weit und breit ist nichts. Nico zeigt ins Unterholz, wo ein kaum sichtbarer Pfad vorbeiführt. Nach einem etwa zehnminütigen Spaziergang wirst du wissen, warum ich dich hergebracht habe. Geh schon mal vor. Ich komme gleich nach. Nico schnappt sich meinen Schülerausweis, der um meinen Hals baumelt und ich spüre seine warme Hand. Geh, aber sei vorsichtig, sagt er. Nachdem ich ausgestiegen bin, fährt er rückwärts davon und je weiter er sich entfernt, desto freier kann ich atmen. Unschlüssig sehe ich mich um, aber was bleibt mir schon übrig? Im Schutz der Bäume laufe ich neben dem Pfad entlang. Leise und behutsam, denn ich habe keinen Schimmer, was mich erwartet. Ich muss mich konzentrieren, um den Weg nicht aus den Augen zu verlieren. Damals haben wir mit Nico alle möglichen Übungen im Wald absolviert, wie man geräuschlos durchs Unterholz schleicht, wie man einem Pfad folgt und ihn unbemerkt markiert. Dieser Weg hier ist allerdings undeutlich gekennzeichnet. In unregelmäßigen Abständen sind die Pflanzen umgebogen. Immer wieder muss ich zurückgehen, weil ich vom Weg abgekommen bin. Ich bin aus der Übung. Und gerade frage ich mich, ob ich nicht doch in eine von Nikos Fallen tappe. Sei vorsichtig, hat er gesagt. Wie hat er das gemeint? Früher hat er uns immer auf die Probe gestellt und zu überraschenden Gefahren ausgesetzt. Will er wissen, ob ich es noch drauf habe? Nachdem ich knapp zehn Minuten gelaufen bin, fange ich an, die Wegstrecke Abschnitt für Abschnitt zweimal zu durchkämmen. Auf leisen Sohlen versuche ich, auf alles zu achten. Bei einem dieser Umwege entdecke ich auch die kleine Lichtung. Im Schutz ausladender Bäume ist etwas Sperriges unter Ästen und einer grünen Abdeckplane verborgen. Und gegenüber davon wartet jemand auf einem Baumstumpf. Genau dort, wo ich aus dem Wald hätte herauskommen sollen. Er sieht auf die Uhr. Fragt er sich, wo ich bleibe? Ich blinzle ein paar Mal. Irgendetwas stimmt mit meinen Augen nicht. Als wäre ich hellwach und würde gleichzeitig tief und fest schlafen. Verloren in einem Traum oder einem Albtraum. Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken und ich bekomme eine Gänsehaut. Der Hinterkopf kommt mir bekannt vor. Sehr bekannt. Das dunkle Haar ist mittlerweile lang, die Schultern breiter. Mein Herz klopft bis zum Hals. Ich frage mich gleichzeitig, ob er das wirklich ist und wer er eigentlich ist. Zaghaft mache ich einen Schritt, ohne auf den Weg zu achten. Ein Ast knackt. Bei dem Geräusch fährt er herum. Mit weit aufgerissenen Augen starrt er mich an. Ein, zwei Sekunden lang spiegeln sich die Gefühle auf seinem Gesicht. Doch ehe ich sie deuten kann, sind sie auch schon verschwunden. Verwundert schüttelt er den Kopf. Das glaube ich nicht. Bist du's wirklich, Rain? Ein finsterer Ausdruck überschattet sein Gesicht. Beinahe hätte ich diesen Ausdruck vergessen, doch nun erinnere ich mich wieder. Die zerklüftete Narbe auf seiner rechten Wange ist ein wenig blasser geworden und ihr Anblick weckt sogleich die Erinnerung an den Namen, den er sich ausgesucht hat. Hallo, Katrin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich jemals wiedersehe. Er presst die Zähne fest aufeinander. In seinem Gesicht zuckt ein Muskel. Geht mir genauso. Nico hat nicht gesagt, dass du hier sein würdest. Mir hat er auch nichts gesagt. Er meinte nur, ich sollte hier auf jemanden warten. Unter welcher Brücke hat er dich denn aufgelesen? Ich dachte, du wärst geslated worden. Ich halte meine Hand hoch und ziehe den Ärmel herunter, damit er das Levo sehen kann. Solltest du nicht beim Anblick meines hübschen Gesichts gleich in Ohnmacht fallen? Er lächelt. Da muss ich dich leider enttäuschen. So erschreckend ist es nun auch wieder nicht. Außerdem funktioniert das Ding nicht richtig. Ich drehe das Levo um mein Handgelenk. Sind wir mal wieder was ganz Besonderes? Wütend starre ich ihn an. Auf einmal habe ich wieder die alten Hänseleien im Ohr. Rain ist etwas Besonderes. Sie kann nicht mit uns kommen. Hierfür ist sie zu besonders, dafür ist sie zu besonders. Ich entsinne mich wieder. Oftmals hat Nico mich davon abgehalten, mit meiner Einheit loszuziehen. Bis angestrengt denke ich nach. Die Erinnerung ist verschwunden. Komm schon. Lass uns gehen. Wohin denn? Katrin antwortet nicht und lüftet die Plane. Darunter befinden sich Geländemaschinen. Weißt du noch, wie das geht? fragt er provozierend. Mal sehen, ob du mithalten kannst, sage ich und fahre noch vor ihm los. Der Weg ist extrem uneben, kein Zuckerschlecken mit den Prellungen von gestern, aber das kümmert mich nicht. Ich fliege nur so dahin. Schneller sein als Katrin, das ist die Hauptsache. Bald gabelt sich der Weg und ich muss warten, weil ich nicht weiß, wo es lang geht. Katrin zieht links an mir vorbei und verlangsamt kurz darauf das Tempo, um einen steinigen Bach zu durchqueren. Schließlich steigen wir ab und schieben die Motorräder durch den dichten Wald. und dort steht ein Haus. Von hier sieht es aus wie eine Ruine. Aus der Luft würde es ebenso wirken. Ein hässlicher, halb zerfallener Betonbau. Er stammt wohl noch aus der Zeit vor den Aufständen. Am Haus führt eine schmale Straße vorbei. Ein geheimer Unterschlupf, frage ich. Free UK hat im ganzen Land verteilt solche Verstecke, meist an Orten, wo man sie nicht vermuten würde, um Menschen und Waffen zu verbergen. Katrin nickt. Warum bin ich hier? Nico weiß es, erwidert er, und die Worte sind so vertraut wie vergessen, bis er sie ausspricht. Aber er hat mich angewiesen, dich eine Weile mit unserem letzten Neuzugang allein zu lassen. Wem denn? Katrin verdreht die Augen. Der Prinzessin auf der Erbse. Die Maschinen verstecken wir im Unterholz. Pass auf, hier ist ringsum Stolperdraht gespannt, sagt Katrin und deutet auf den kaum sichtbaren Draht, der die Hausbewohner vor ungebetenen Gästen warnt. Wir steigen darüber und nähern uns dem Eingang. Und dort räkelt sich jemand faul im Liegestuhl in der Herbstsonne. Tori. Tori? Ein Neuzugang? Mir bleibt der Mund offen stehen. Als Nico meinte, er würde Tori irgendwo unterbringen, hätte ich nie im Leben daran gedacht, dass sie eine von uns werden sollte. Katrin verzieht sich und murmelt irgendetwas von seine Gruppe finden. Seinem Blick und Toris eisiger Miene nachzuschließen, verstehen die beiden sich nicht sonderlich gut. Hey, wie läuft's denn so? Frage ich, um das Schweigen zu brechen. Okay. Ihr Ausdruck ist undurchdringlich und sie starrt mich ein wenig zu lange an. Schließlich steht sie auf und nimmt sich eine Kiste mit Wurfmessern. Komm, sagt sie. Hier gibt es auch Zielscheiben. Ich habe gehört, dass du das richtig gut kannst. Hinterm Haus steht ein Baum mit einer aufgemalten Zielscheibe. Ich nehme mir ein Messer. Es liegt sicher und vertraut in meiner Hand. Sofort fällt mir wieder ein, dass ich einmal einen Wettbewerb im Messerwerfen gewonnen und sogar Katrin geschlagen habe. Schmunzelnd sage ich, Messer sind meine Spezialität. Ich wusste ja schon immer, dass bei dir mehr dahinter steckt, Kyla. Nur wer bist du überhaupt? Das wüsste ich selbst gerne, antworte ich lachend. Aber hier draußen bin ich nicht Kyla. Hier bin ich Rain. Und wer bist du? Entnervt sieht sie mich an. Ich sollte mir einen Namen aussuchen, irgendetwas aus der Umgebung. Doch da hatte dieser Idiot schon angefangen, mich Prinzessin auf der Erbse zu nennen. Tori macht ein finsteres Gesicht. Nun werde ich den Namen nicht mehr los. Wir werfen die Messer auf die Zielscheibe. Wie geht es dir hier? Frage ich. Aufmerksam beobachte ich sie aus den Augenwinkeln, während ich mich scheinbar auf die Markierungen am Baum konzentriere. Super, sagt sie. Außer das mit dem Namen. Prinzessin verstehe ich ja noch, aber was hat es mit der Erbse auf sich? Als ich vor ein paar Tagen hierher kam, habe ich etwas rumgenörgelt, räumt sie verlegen ein. Wie die Prinzessin, die sich über die Erbse unter der Matratze beschwert, meinte Catherine daraufhin. Und jetzt kommst du zurecht? Tori lächelt. Hier draußen, mitten in der Pampa, kann man tun und lassen, was man will. Selbst herumschreien. Hier kümmert das niemanden. Es gibt keine Lorda weit und breit. Sie schnappt sich ein Messer. Als Zierscheibe kann ich mir jeden x-beliebigen vorstellen. Mom. Sirrend fliegt das Messer durch die Luft und trifft genau ins Schwarze. Oder einen Lorda. Diesmal verfehlt sie die Mitte knapp, verärgert schnallt sie mit der Zunge. Wir ziehen die Messer aus dem Baum und stellen uns erneut auf. Geh noch einen Schritt zurück, schlage ich vor. Hast du einen bestimmten Lorda vor Augen? Sinnst du auf Rache? Dafür ist es zu spät. Er ist schon tot. Abermals wirft sie. Doch sie ist abgelenkt und das Messer fliegt unruhig durch die Luft und verfehlt das Ziel. Sie flucht. Beim nächsten Versuch trifft sie wieder ins Schwarze. Du hast mir noch nicht erzählt, was eigentlich passiert ist. Wir gehen zum Baum, um die Messer zu holen. Doch statt sich erneut aufzustellen, setzt sich Tori diesmal unter den Baum und schließt die Augen. Ich tue es ihr gleich. Sie schweigt. Tori? Du sollst mich hier doch nicht so nennen. Ich bin nicht mehr Tori. Die hat so viel Schlimmes erlebt. Das lasse ich alles hinter mir. Sie beugt sich vor, rupft einen Grashalm ab und zerreißt ihn in winzige Stücke. Den Anfang kennst du ja bereits. Man hat mich abgeholt, mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Verschleppt von den Lordern. Niemand hat mir gesagt, warum. Sie seufzt. Da, wo ich hingebracht wurde, gab es noch mehr Slater. Wir waren zu sechst. Alle vollkommen verängstigt. Noch nie habe ich so viele Levos gleichzeitig Summen gehört. Ein Lorder hat verlesen, dass wir unsere Verträge gebrochen hätten, aber wir durften uns dazu nicht äußern. Und dann... Sie verstummt und verzieht schmerzlich das Gesicht. Du musst es mir nicht sagen. Sie wurden umgebracht, flüstert sie. Was? Ausgelöscht. Mit einer Spritze. Und wie Müll in eine Grube geworfen. Als der erste Tod war, sind die anderen natürlich bewusstlos geworden und haben nichts mehr mitbekommen. Man ahnt ja, was mit Menschen geschieht, die verschwinden. Aber es von jemandem erzählt zu bekommen, der dabei war und es mit eigenen Augen gesehen hat, mir wird schlecht. Was war mit dir? Ich war die Letzte. Ich bin nicht in Ohnmacht gefallen. Aber es wäre vielleicht besser gewesen. Sie lächelt verbittert. Auch mir haben sie eine Spritze verpasst, obwohl ich mich wie verrückt gewehrt habe. Aber ich habe eine andere bekommen. Mir haben sie Happy Juice gespritzt. Was? Das kapiere ich nicht. Ich habe es erst auch nicht verstanden. Dann hat mich ein Lorda in seinem Wagen rausgeschmuggelt. Gerettet von einem Lorda? Nicht zu fassen. Aber beim Erzählen haben sich Torys Augen seltsam verengt. Warum? Zuerst habe ich gedacht, er hätte ein Gewissen, dass er mich retten wollte. Wobei ich nicht verstanden habe, warum ausgerechnet mich und nicht die anderen. Er hat mich in seinem Haus versteckt und mir von einem Arzt das Level entfernen lassen. Das war wirklich unglaublich. Und er hat mir Sachen geschenkt. Klamotten, schöne Dinge. Er war wie ein Vater zu mir. Sie wendet das Gesicht ab. Aber das war eine einzige Lüge. Dieser Mann war krank, was er alles mit mir angestellt hat. Am Anfang war es noch harmlos, doch es wurde immer schlimmer. Aber ich will nicht darüber reden, ich kann nicht. Arme Tori. Selbst mit hasserfülltem Gesicht ist sie noch wunderschön. Schon bei ihrer Mutter ist ihr diese Schönheit zum Verhängnis geworden und nun hat sie ihr erneut ein Leid beschert, über das sie nicht reden kann und das ich mir nicht einmal vorzustellen vermag. Ich strecke ihr die Hand hin und sie ergreift sie, hält sie fest. Eines Tages habe ich es einfach darauf ankommen lassen. Ich habe mich nicht mehr gewehrt und mich zum Schein auf alles eingelassen. Dann, als er abgelenkt war, habe ich ihn getötet. Tori lässt meine Hand los, nimmt sich ein Wurfmesser und fährt mit dem Finger sanft über die Klinge. So scharf wie dieses war es nicht. Ein Tafelmesser. Eine ziemliche Schweinerei und hat lang gedauert. Er hat ordentlich gelitten und das hat mich gefreut. Dann sieht sie mich an. Anschließend bin ich weggelaufen, doch ich hätte nicht gedacht, dass ich weit komme. Es war mir auch egal, denn ich wollte mich ohnehin umbringen. Besser ich als die Lorda. Den Triumph habe ich ihnen nicht gegönnt, kannst du das verstehen? doch da wurde mir klar, dass ich Ben noch einmal sehen wollte, bevor ich sterbe. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. In mir krampft sich alles zusammen. Wenn sie erfährt, dass ich mit Bens Verschwinden zu tun habe, bleibt das Messer nicht in ihrer Hand. Ihre Knöchel treten weiß hervor, so fest umklammert sie den Griff. Ich wollte dir das alles gar nicht sagen. Weißt du, warum ich es trotzdem tue? Mein Mund ist trocken. Ich bin auf dem Sprung, bereit, mich notfalls zu verteidigen. Warum? Weil Nico mich darum gebeten hat. Ich entspanne mich ein wenig. Hat er mich deshalb hergebracht? Was steckt dahinter? Ihm musste ich es sagen. Er hat darauf bestanden, sonst hätte ich nicht bleiben dürfen. Manche Dinge wollte ich nie laut aussprechen, aber er hat mich dazu gebracht. Das kann er gut, sage ich. Tori nickt und der Gedanke an Nico entlockt ihr ein flüchtiges Lächeln. Mir versetzt das einen Stich. Dann ist das Lächeln wieder verschwunden. Dafür hat Nico mir von Ben erzählt, von seinem Levo und den Lordern. Ich bin zu spät gekommen. Wahrscheinlich liegt er inzwischen in irgendeiner Grube wie die anderen Slater. Mit angezogenen Beinen, die Arme fest um die Knie geschlungen, sitzt sie da. Ihr Kopf sinkt nach vorn und sie schluchzt ganz fürchterlich. Ich lege den Arm um sie. Eigentlich sollte ich ihr sagen, dass Ben gesehen wurde. Warum schweige ich? Weil ich nicht sicher bin, dass es Ben ist? Um Aiden zu schützen? Oder habe ich dunklere Beweggründe? Keine Ahnung. Tori hebt den Kopf und wischt sich die Tränen mit dem Ärmel weg. Sie lächelt mich an. Aber jetzt gehöre ich zu Free UK und bringe weitere Lorda um. Deshalb gefällt es mir hier auch. Sie springt auf. Komm, ich muss weiter üben. Und das tut sie auch. Sie hat ein gutes Auge und das will Lorda Blut sehen. Tori hält die Pistole mit beiden Händen. Sie zielt sorgfältig und drückt ab. Als die Flasche explodiert, werden ihre Arme vom Rückstoß nach hinten gerissen. Triumphierend hebt sie die Faust. Endlich! Sie ist eine wilde Schützin, kein Naturtalent wie mit den Messern. Hinter uns liegt eine lange, frustrierende und bisweilen auch gefährliche Übungseinheit. Wir lachen und als wir uns umdrehen, steht Nico hinter uns. Bravo! sagt er und Tori errötet vor Freude. Verärgert frage ich mich, ob er auch die Dutzend Fehlschüsse davor gesehen hat. Nico wirft mir den Schülerausweis zu. Ist alles klargegangen? frage ich und hänge ihn mir wieder um. Natürlich. Du bist ordnungsgemäß bis zu allen Stunden erschienen. Jedenfalls wird der Schulcomputer das steif und fest behaupten. Komm jetzt! sagt er zu mir und geht ins Haus. Ich folge ihm. Im Inneren ist ein provisorisches Schlafquartier errichtet. Auf dem Boden liegen Schlafsäcke, Kartons, Kisten. Waffen? Fließend Wasser scheint es nicht zu geben. Damit hatte Tori sicher ein Problem. Kein Wunder, dass Katrin sie Prinzessin genannt hat. Aber nach dem, was Tori durchgemacht hat, muss es hier das Paradies sein. Setz dich! Nico deutet auf eine Kiste und setzt sich auf die daneben. Wir müssen reden. Hat Tori dir ihre Geschichte erzählt? Ja. Aber weißt du auch, warum ich sie darum gebeten habe? Die Gruppe funktioniert nur, wenn wir keine Geheimnisse voreinander haben. Tori sollte dir alles erzählen, damit du ihre Stärken und Schwächen, ihre Motive kennst, damit ihr zusammenarbeiten könnt. Er wirft mich mit Tori in einen Topf, stellt mich auf eine Stufe mit ihr. Als würden wir zum gleichen Team gehören, dabei kennt er sie doch kaum. Das kränkt mich, aber vielleicht steckt auch noch etwas anderes dahinter. Von wegen keine Geheimnisse. Wenn Tori wüsste, was zwischen mir und Ben war, würde sie mich nie im Leben akzeptieren. Ich seufze. Mensch, Rain, du weißt doch, dass ich auf deiner Seite bin. Als er meine Hand nimmt, packe ich fest zu. Ich fühle mich so einsam und allein. Mom und Amy kann ich nicht trauen. Cam redet nicht mehr mit mir und falls doch, wäre es zu seinem Besten, wenn ich ihn in Ruhe ließe. Vorhin hatte ich den Eindruck, zwischen Tori und mir bahnt sich eine Freundschaft an. Aber sobald sie die Wahrheit erfährt, ist auch das futsch. Bleibt nur noch Nico. Ich schaue ihm in die Augen. Ruhig hält er meinen Blick stand. Immer der gleiche Ausdruck. Keine Geheimnisse. Ich muss ihm alles sagen. Und wie kommst du mit den Zeichnungen voran? Ein paar sind schon fertig. Hätte ich gewusst, dass ich heute herkomme, hätte ich sie mitgebracht. Am Samstag bin ich wieder im Krankenhaus. Bei einigen Details muss ich mich nochmal vergewissern, damit auch alles genau stimmt. Allerdings. Aber das hat noch etwas Zeit, Rain. Ich hole tief Luft. Ich muss dir noch was sagen. Ich warte kurz. Vor dem Haus sind Schritte und Stimmen zu hören. Geh raus und lerne zuerst deine neuen Freunde kennen. Als ich vor die Tür trete, ist Katrin zurück und hat eine Meute von neun erschöpften Teenagern dabei. Dem Aussehen nach zu urteilen, alles Neuzugänge im Alter zwischen 14 und 15. Manche kommen mir aus der Schule halbwegs bekannt vor. Und ein wenig überrascht bin ich schon, sie hier zu sehen. Aber das ist noch gar nichts gegen ihre Überraschung, als sie mich erkennen. Alle Augen sind auf mein Handgelenk gerichtet. Mein Levo. Bei Nikos Anblick verstummt das Geflüster sofort. Sie stehen stramm. Nico sucht Katrins Blick. Berichte. Der schüttelt den Kopf. Nutzloser Haufen, diese neuen Rekruten. War nur mit Blödsinn beschäftigt, als ich von meinem Ausflug zurückkam. Er funkelt mich an. Die Angst ist förmlich greifbar. So haben wir alle einmal angefangen, in panischer Angst vor Nico. Im Lauf der Zeit änderte sich das Verhältnis. Wir lernten dazu und Nico wusste das zu schätzen. Die Angst blieb zwar, doch allmählich begriffen wir, alles, was Nico tat, nur zu unserem Besten war, um uns abzuhärten, unsere Überlebenschancen zu erhöhen. Doch Nico Was willst du dagegen tun? Katrin grinst. Heute Nacht wird wieder trainiert. Er hebt die Hand, um ihnen zu bedeuten, wegzutreten, und einige entfernen sich zögerlich. Wartet, sagt Nico. Es gibt ein weiteres Problem. Alle bleiben stehen und richten den Blick abermals auf Nico. Die Sicherheitsbestimmungen sind unterlaufen worden. Jemand hat sich heimlich rausgeschlichen und Geschichten über uns verbreitet. Wer war das? Seine Stimme ist eiskalt, und obwohl ich weiß, dass ich es nicht gewesen bin, sondern einer aus der Gruppe, ist ihre Furcht ansteckend. Angst erfüllt frage ich mich, was als nächstes geschehen wird. Der Reihe nach schaut er in die bleichen Gesichter und sieht ihnen in die Augen. Ich erkenne die Schuldige lange bevor sie an die Reihe kommt. Ein dunkelhaariges Mädchen. In der Schule muss sie in der Zehnten sein. Sie zittert und kann Nico nicht anschauen. Nico seufzt. Er gibt Catrin ein Zeichen, der das Mädchen aus der Gruppe zerrt und vor Nico stellt. Holly, nicht wahr? Nico streckt die Hand nach ihr aus. Sie zuckt zurück, doch er streicht ihr nur leicht über die Wange. Er lächelt. Erzähl uns, was du getan hast, sagt er sanft. In ihren verzweifelten Augen spiegelt sich Hoffnung. Sie kennt ihn nicht so gut wie ich. Es wäre besser für sie, wenn er wütend wäre. Es tut mir leid, Nico. Ich musste mich einfach noch von ihm verabschieden. Von wem? Deinem Freund? Nico sieht zu Katrin, der entnervt die Augen rollt. Nein, von meinem Bruder. Holly, hast du nicht voller Inbrunst verkündet, wie sehr du die Lorde hast und dass du alles tun würdest, sie zu stürzen? Dass wir nun deine neue Familie sind. Doch, das seid ihr ja auch. Ich will zu euch gehören, glaubt mir doch, ich zu allem, Nico nickt bedächtig. Das wird sich noch zeigen. Aber du hast uns in Gefahr gebracht. Mein Bruder hält dicht. Dann erklär mir bitte, wie ich davon erfahren habe. Holly wird noch blasser. Wir machen unsere Regeln nicht aus Jux und Tollerei. An Familien und Freunden festzuhalten führt nur zu Loyalitätskonflikten. Das macht dich schwach und verletzlich. Nico sieht über unsere Köpfe hinweg und gibt Handzeichen. Wortlos teilt sich die Gruppe in der Mitte, wodurch der Blick auf zwei Männer frei wird, die aus dem Wald kommen und einen Jungen mit sich führen. Er ist höchstens 13, wird an beiden Armen festgehalten. Er sträubt sich mit Händen und Füßen. Nico lässt den Blick durch die Gruppe schweifen. Also Leute, das ist Hollys Bruder. Daraufhin wendet er sich wieder Holly zu. Ich erkläre dir jetzt mal mein Problem. Erst machst du große Versprechungen und dann hältst du dich nicht dran. Nico lächelt. Trotzdem behauptest du zu allem bereit zu sein. Mit einem Wink bedeutet er Katrin Holly loszulassen. Sie zittert am ganzen Leib. Deinetwegen haben wir jetzt ein Sicherheitsrisiko. Also schalte es aus. Nico zieht eine Pistole aus der Jackentasche. Entsichert sie. Reicht sie Holly. Nein. Das kann sie nicht. Das kann er doch nicht von ihr verlangen. Nein. Ihr Bruder begreift die Situation vor ihr. Er wehrt sich nicht länger. Mit großen braunen Augen sieht er zu seiner Schwester mit der Waffe in der Hand. Holly starrt auf die Pistole, als wüsste sie selbst nicht, wie sie dahin gekommen ist. Nico legt ihr eine Hand auf die Schulter und streicht ihr das Haar hinters Ohr. Du du ihm das angetan. Ob du jetzt selbst abdrückst oder jemand anders ist egal. Das ist dein Werk. Du hast es angefangen und beende es auch, sagt er leise. Hollys Hände zittern wie verrückt. Ich bin kurz davor, mich auf sie zu stürzen und ihr die Waffe zu entreißen. Schließlich schaut Holly auf. Zu Nico in seine Augen. Er nickt. Ihr Gesicht ist ausdruckslos. Sie versucht die Pistole mit beiden Händen ruhig zu halten. Bang! brüllt Katrin. Alle schrecken auf, doch Katrin lacht nur und nimmt Holly die Waffe ab. Er holt das Magazin heraus und zeigt uns, dass es leer ist. Holly bricht zusammen. Nico kniet sich neben sie. Du Dummerchen. Ich würde dich noch nicht zwingen, deinen eigenen Bruder zu erschießen. Dafür habe ich euch alle viel zu gern. Aber du hattest eine Lektion verdient. Ihr alle. Er steht auf und sieht jedem aus der Gruppe ins Gesicht, einem nach dem anderen. Nico nickt den Männern zu, damit sie Hollys Bruder freigeben. Nun läuft er grinsend zu seiner Schwester und die beiden fallen sich in die Arme. Tut mir leid, sagt er. Aber ich musste doch mitspielen, damit ich auch bei Free UK dabei sein kann. Nico hilft Holly auf die Beine. Vor Erleichterung habe ich ganz weiche Knie. Dabei hätte ich es eigentlich besser wissen und Nico vertrauen müssen. Doch ich habe ihm die ganze Nummer abgekauft. Ich bin wie diese neuen Rekruten darauf reingefallen. Und Katrin war entweder von Anfang an eingeweiht oder er hat das Spiel irgendwann durchschaut. Mir hätte es ebenfalls auffallen müssen. Holly klebt an Nicos Hand und sieht ihn dankbar an. Danke Nico. Danke, dass du mir noch eine Chance gibst. Du wirst es auch nicht bereuen. Bestimmt nicht. Die ruhige Überzeugung in seiner Stimme lässt mich aufhorchen. Nur scheint Holly nicht zu merken, auf welch dünnem Eis sie sich bewegt. Niemand ungestraft. Mir rutscht das Herz in die Hose. Dass Holly ihren Bruder ins Vertrauen gezogen hat, ist nur halb so schlimm wie das, was ich getan habe. Wenn Nico erfährt, inwiefern meine Nachlässigkeit dazu geführt hat, dass die Lorde mich erwischt haben, dann wäre die Pistole bestimmt geladen gewesen. Ich kann es ihm nicht sagen, aber was ist mit Ben? Nico wendet sich an die Gruppe. Wo ihr schon mal alle versammelt seid, habe ich noch ganz besondere Neuigkeiten für euch. Eine große Ehre. Dank unserer Prinzessin hier, ein Lächeln umspielt seine Mundwinkel, als er ihren Namen ausspricht, wissen wir jetzt, wo sich eine RLS der Lorde befindet. Eine Rückruf- und Liquidierungsstelle, wo sogenannte Vertragsbrüchige hingebracht und ermordet werden. In ein paar Tagen werdet ihr zuschlagen. Die RLS, wo man Torrey hingebracht hatte, wo Slater umgebracht und in der Erde verscharrt werden? Unwillkürlich balle ich die Fäuste. Es macht mich traurig und wütend, was den anderen angetan wurde. Was Torrey um ein Haar widerfahren wäre, wenn sie nicht ein anderes, vielleicht sogar noch schlimmeres Schicksal ereilt hätte. Nervöses Gekicher, dann Beifallsrufe. Ist das ihr Anschlag? Sind sie schon bereit? Katrin zieht eine Augenbraue hoch. Offenbar hat auch er so seine Zweifel. Aber ich bin bereit. Vielleicht kann ich so die Probleme mit Colson hinter mir lassen. Nico, darf ich? Sekunde mal. Er legt mir die Hand auf die Schulter. Komm mit rein, meine Besondere. Unser Gespräch wurde vorhin unterbrochen. Während ich ihm ins Haus folge, spüre ich die Blicke der Anderen im Rücken. Ich die Besondere und dann nennt er mich auch noch vor allen so. Wieder habe ich Katrins Stimme im Ohr. Rain ist zu besonders, die kann nicht mit uns kommen. Das werden wir ja sehen. Was wolltest du mir denn fallen sagen? Lass mich euch helfen. Ich möchte gerne hier im Camp bleiben, an den Aktionen teilnehmen. Nico lächelt. Ich freue mich, das von dir zu hören, auch wenn ich es längst weiß. Er beugt sich vor und küsst mich auf die Stirn. Aber du kannst nicht hier bleiben. Aber beschwichtigend hebt er die Hand. Noch nicht. Noch kannst du nicht hier bleiben. Du kannst viel mehr für uns tun, wenn du es noch ein wenig in deinem alten Leben aushältst. Wir haben großes Vorrain. Schon bald wirst du mehr erfahren. Im Moment kann ich dir nur so viel verraten. Die Tage der Lorda und ihre Machenschaften sind gezählt. Eine Anschlagsserie ist geplant und du wirst dabei eine entscheidende Rolle spielen. Deshalb darf dir nichts geschehen. Lass mich doch beim Überfall auf die RLS dabei sein. Bitte. Ich bin zu allem bereit. In mir klingen noch Hollys Worte nach und ich frage mich insgeheim, ob ich tatsächlich zu allem bereit wäre. Holly war fast so weit. Er sieht mich an, überlegt. Das Schweigen zieht sich und ich bin versucht, ihn mit neuerlichen Bitten zu bestürmen. Kann ich mit? Ja, Rain, du darfst mitkommen, sagt er schließlich lächelnd und ich genieße sein Wohlwollen. Gibt es sonst noch was? Ben, hilf mir Ben ausfindig zu machen, schütz ihn vor Coulson, dann hat mich dieser Lorde auch nicht mehr in der Hand. Aber unter Nikos strengem Blick bringe ich es nicht fertig. Ich schaffe es nicht, ihm von Coulson zu erzählen, er würde ausrasten. Dabei will ich doch von Coulson fern und sage nichts. Und das mit Ben nehme ich selbst in die Hand. Nein, Nico, sonst ist nichts. Dann komm, du musst zurück. Draußen ist keine Spur von Tori oder den anderen zu sehen, nur Katrin wartet an der Tür. Bring sie nach Hause, befiehlt ihm Nico. Katrin nickt und ich folge ihm zu den Motorrädern. Wir nehmen den gleichen Weg zurück, bis zur Weggabelung hinterm Bach. Dort fahren wir in die andere Richtung. Nach einer Weile geht der Pfad in einen weiteren über, der an einem Kanal entlang läuft. Vom Zustand des Weges zu urteilen, wird er kaum benutzt. Zweimal müssen wir absteigen und die Maschinen über umgefallene Bäume In die andere Richtung führt er zu Bens Haus, da bin ich mir sicher. Vielleicht sollte ich lieber sagen, dorthin, wo Bens Haus einst stand. Also gelangt man auf dieser Strecke zum Fußweg, der an unserem Dorf vorbeiführt. Kurz darauf hält Katrin an. Hier haben wir ein Motorradversteck eingerichtet. Wir verlassen den Pfad und schieben die Motorräder durchs Dornengestripp. Deins kannst du hier lassen. Dann kannst du jederzeit zu uns kommen. Danke. Nico hat mir den Auftrag gegeben. Katrin schiebt mein Motorrad ins Versteck und deutet auf eine Kiste, die so bemalt ist, dass sie wie Blattwerk aussieht. Die üblichen Vorräte, Wasser, Essen, Benzin, sagt er und deckt alles mit einer Plane und Ästen zu. Ich hatte keine Ahnung, dass das für dich sein sollte, sonst hätte ich es mir zweimal überlegt. Bei seiner bösen Bemerkung verfinstert sich mein Gesicht. Was hast du eigentlich für ein Problem mit mir? Katrin steigt wieder aufs Motorrad. Mein Problem? Ich habe kein Problem. Du allerdings bist ein einziges Problem, besonderes Mädchen. Dann wirft er das Motorrad an und braust davon. Na toll. Katrin ist die einzige Person aus meiner Vergangenheit, auf die ich gut und gerne verzichten könnte. Und ausgerechnet auf ihn muss ich stoßen. Die Sonne steht schon tief am Horizont, als ich mich nach Hause schleppe. Ich muss mich beeilen, damit die anderen nicht stutzig werden und wissen wollen, warum ich so spät komme. So vergehen die letzten Meilen wie im Flug. Ich habe gekniffen. Wenn ich so extrem ausgefallen ist, obwohl sie sich doch nur von ihrem Bruder verabschiedet hat, was würde er dann erst mit mir machen? Sobald er von Coulson erfährt, bin ich nicht mehr die Besondere. Vor allem, weil ich es ihm nicht gleich bei der ersten Gelegenheit gebeichtet habe. Vielleicht lässt er mich nicht einmal am Leben. Wir sind jetzt deine Familie. Nico hätte sicher keinerlei Interesse, mir bei der Suche nach Ben zu helfen. Aus seiner Sicht wäre Ben nur ein weiteres Sicherheitsrisiko, denn durch ihn werde ich leichtsinnig. Freunde, Loyalitätskonflikte. Ich stecke zwischen Nico und Ben fest. Es gibt nur einen Weg, mich zu entscheiden. Ich muss unbedingt Ben sehen. Ja, Liebes? Cam's Tante ist älter als ich gedacht habe, ihr graues Haar lose hochgesteckt. Ängstlich späht sie durch die dünne Drahtglas Scheibe. Vor dem Eingang trete ich unbehaglich von einem Fuß auf den anderen. Ist Cam da? Sicher, komm doch herein, Liebes. Durch eine geschmacklos eingerichtete Diele folge ich ihr ins Wohnzimmer, wo ich von kitschigen Porzellan Figürchen, Rüschen und anderem Schnickschnack fast erschlagen werde. Cameron, du hast Besuch, ruft sie. Als er die Treppen herunter kommt, bleibt mir die Luft weg. Heute schaut er noch viel schlimmer aus. Sein halbes Gesicht ist geschwollen und blut unterlaufen. Er hat ein übles Pfeilchen, alles nur meinetwegen. Danke, sagt er mit Seitenblick auf seine Tante. Die flieht etwas aufgelöst in die Küche und zieht die Tür hinter sich zu. Ähm, ihr habt es nett hier. Hör bloß auf, ihr seht es echt scheiße aus. Hast du Lust, eine Runde spazieren zu gehen? Gerne. Er lächelt mich an, jedenfalls mit der Hälfte, die noch lächeln kann. Wir gehen nach draußen und mir kommt es vor, als hätten Cam und ich mehr gemeinsam als ich dachte. Seltsame Atmosphäre bei ihm Wohl oder übel wohnt Cam in einem fremden Haus bei Verwandten, die er kaum kennt. Mir ist es vor ein paar Monaten ähnlich ergangen, als ich im Haus gegenüber gelandet bin, wobei Mom in Einrichtungsfragen deutlich mehr Stil besitzt. Aber warum bin ich ausgerechnet heute Abend zu ihm gekommen? Nach dem Nachmittag mit Tori, Katrin und Nico hatte ich einfach ein unbändiges Verlangen, etwas Normales zu tun, einen Freund zu besuchen. Das heißt, wenn Cam nach allem noch mein Freund sein will, oder konnte ich es nur nicht ertragen, mit meinen Gedanken allein zu sein? Erst nach einer Weile fängt er an zu reden. Ich habe dich heute gar nicht in der Schule gesehen. Sorry. Beim Essen bist du auch nicht aufgetaucht. Wo warst du denn? Hier und da. Nach der letzten Stunde habe ich vom Klassenzimmer auf dich gewartet, aber da habe ich dich auch nicht gesehen. Mir hat es besser gefallen, als du mich noch mit Schweigen bestraft hast, sage ich und bereue es sofort, als ich seinen verletzten Blick bemerke. Tut mir leid. Hör zu, wenn du endlich sagst, was los ist, kann ich dir vielleicht helfen. Wir haben den Dorfrand erreicht und ich mache Anstalten umzukehren, doch er nimmt mich bei der Hand und zieht mich in den dunklen Feldweg. Komm schon, sagt er, doch mir ist mulmig dabei. Der Weg führt zu der Stelle im Wald, wo Wayne gefunden wurde. Dort will ich nie wieder hin. Aber sobald wir von der Straße nicht mehr zu sehen sind, bleibt er stehen und lehnt sich an den Zaun. Kyla, ich verstehe ja, dass du meinst, mir nichts erzählen zu können. Aber hör auf zu behaupten, da wäre nichts. Das kaufe ich dir nämlich nicht ab. Okay. Aber wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag einfach Bescheid. Egal, was es ist. Ich sehe ihn an. Mir kommen gleich die Tränen. Cam muss mich wirklich gern haben, denn er bietet mir seine Hilfe an, obwohl er weiß, dass er sich damit in Schwierigkeiten bringt. Spätestens seit gestern muss ihm das klar sein. Gleichzeitig frage ich mich aber auch warum. Warum ist er bereit, sein Leben für jemanden zu riskieren, den er kaum kennt? Tut er es aus reiner Freundschaft oder steckt mehr dahinter? Vorsichtig berühre ich seine geschwollene Wange. Siehst ja, was du dir damit eingehandelt hast. Noch ein paar Minuten und ich hätte den Mistkerl fertig gemacht. Der hing ja schon total in den Seilen. Daraufhin muss ich grinsen. Schon klar, der hatte zwar keinen Kratzer, aber nur so gezittert vor Angst. Der belästigt uns nicht nochmal, sagt Cam und nimmt eine Boxer Pose ein. Ich lache. Ganz bestimmt nicht. Und danke, dass du mir geholfen hast, auch wenn das vollkommen irre war. Ich würde wirklich alles tun, um es den Lordern heimzuzahlen, sagt er nunmehr ernst. Sein Blick ist nach innen gerichtet, auf einen anderen Ort, eine andere Zeit, und ich glaube nicht, dass er von gestern spricht. Er schüttelt den Kopf. Was ist mit dir? Nun schaut er mich an und scheint wieder im Hier und Jetzt zu sein. Ich muss dann noch ein paar Geheimnisvoll wie immer. Los jetzt, sonst kommen wir noch zu spät zum Abendbrot. Er streckt mir die Hand hin, ich ergreife sie und halte sie auf dem Nachhause Weg vielleicht ein wenig zu stark fest. Eine Rettungsleine zu einem anderen Leben. Eines, das mir zu entgleiten droht. Bei der Gruppensitzung am Abend macht Penny mit Spielen weiter. Irgendwo hat sie noch mehr Schachsets offenbar glaubt sie, wenn ein Slater das Schachspielen lernen kann, können es die anderen auch. Penny teilt uns in zwei Gruppen ein, wobei ich die eine und sie die andere übernimmt. Wir gehen die Aufstellung und die Figuren durch, wer wie ziehen darf. Dann fangen wir sogar ein paar Partien an. Aber ich bin nicht so recht bei der Sache. Mir kommt es so belanglos vor. Als ob das Verschieben der Figuren die abwechselnden Züge der Spieler irgendetwas mit dem wahren Leben zu tun hätten. Meine Gedanken drehen sich immer wieder im Kreis. Alles scheint über Nico zu laufen. Er bestimmt, was als nächstes geschieht. Ein Schach-Großmeister ist seinem Gegner immer mehrere Züge voraus, durchschaut dessen Absichten und errät die Position der Figuren. Aber selbst Nico weiß nicht über mich und Coulson Bescheid. Wer wird diese Partie gewinnen? Ist es für beide nur ein Spiel? Vor dem Einschlafen konzentriere ich mich auf Bens Gesicht und stelle es mir in Gedanken vor. Ein frustrierendes Unterfangen immer wieder entgleitet es mir. Für mich bedeutet er alles und doch ist er nur ein einzelnes Opfer unter vielen, deren Leben die Lorda Tag für Tag zerstören, um an der Macht zu bleiben. Was ist das Leben eines Einzelnen wert, wenn das Schicksal vieler auf dem Spiel steht? Nico hat gesagt, ich hätte eine entscheidende Rolle im Freiheitskampf. Einerseits bin ich stolz darauf, andererseits habe ich auch Angst, was auf mich zukommt. Wenn Nico recht hat und die Tage der Lorda tatsächlich gezählt sind, darf ich da die Mission für Ben gefährden? Aber ich muss ihn doch retten. Ich hasse dieses Chaos im Kopf. Da hilft nur eins. Ich muss Ben sehen und ihn vor Coulson warnen. Ich laufe so schnell ich kann. Aber nie ist es schnell genug. Manchmal werde ich noch beim Aufwachen von den namenlosen unsichtbaren Ängsten verfolgt. Am schlimmsten ist es, wenn ich schon am Boden liege und er mich nicht in Ruhe lässt. Selbst mittendrin weiß ich, dass es ein Traum ist. Andauernd derselbe Traum. Doch das nimmt ihm nicht den Er will einfach nicht verschwinden. Gewaltsam kneife ich die Augen zusammen. Ich kann nicht hinschauen und sehen, was als nächstes geschieht. Ich kann einfach nicht. Und ich schreie, doch eine Hand presst sich auf meinen Mund und kein Laut kommt heraus. Ich wehre mich, aber warme, starke Arme halten mich und wiegen mich sanft. Eine Stimme flüstert tröstende Worte. Schhh, ist ja gut, Rain. Ich bin hier. Als ich die Augen aufschlage und wieder zu Sinnen komme, nimmt er die Hand von meinem Mund. Katrin ist bei mir. Alles nur ein Traum. Wieder der gleiche. Zitternd nicke ich, bringe noch immer kein Wort heraus, denn eine weitere Angst quält mich. Die Angst, noch mehr von mir zu verlieren, bis auch noch die letzten Reste meines Ichs gut verschnürt in der hintersten Schublade verschwunden sind. Im Dunkeln öffne ich die Augen. Die Angst weicht einem Schock. Bislang habe ich immer geglaubt, dieser Traum würde mich seit dem Slating im Krankenhaus verfolgen. Das geht aber gar nicht. Jedenfalls nicht, wenn die heutige Version auch nur ein Fünkchen Wahrheit enthält. Wenn Katrin dabei war, muss ich diesen Albtraum schon gehabt haben, als ich noch zu den schnappt haben, bevor ich geslated wurde. Aber Katrin, der mich tröstend im Arm hält? Da spielt mir mein Unterbewusstsein wohl einen Streich. So kann es sich nie und nimmer abgespielt haben. Diese mitfühlende Seite an Katrin ist mir gänzlich unbekannt. Deshalb frage ich mich, ob der restliche Traum auch ein Hirngeschwinst ist. Aber das kann nicht stimmen, denn lange hat sich nichts mehr so echt angefühlt. Und das ist noch nicht alles. Hinter dem Traum steckt noch mehr. Beinahe kann ich die Hand danach ausstrecken, es mit den Fingerspitzen berühren, aber es entschwindet mir. Obgleich mich diese Gedächtnislücken oft wahnsinnig machen, offenbart sich in ihnen auch eine bittere Wahrheit. Manches will ich gar nicht wissen. Mitkommen Nur ein geflüstertes Wort, mehr den Lorda kenne ich nicht. Er geht voraus und dreht sich nicht um. Dass ich mich weigern könnte, ihm zu folgen, fällt ihm nicht ein. Kurz überlege ich, ob ich davon laufen soll, aber was würde das schon bringen? Ich bleibe etwas zurück, damit ich ihn noch gerade so im Flur zwischen all den Schülern im Blick habe. Aber das ist auch nicht weiter schwer, denn und lässt die Tür einen Spalt breit offen stehen. Schnell sehe ich mich nach allen Seiten um. Eigentlich sollte Nico um diese Zeit im Naturwissenschaftstrakt sein, aber man kann ja nie wissen. Doch nirgends ist eine Spur von ihm oder anderen bekannten Gesichtern zu sehen. Mir fällt auf, dass die Tür sich von allen anderen in diesem Trakt unterscheidet. Weder ein Namensschild noch eine Nummer klebt daran. Ich klopfe und trete dann ein. Der Lorda, dem ich gefolgt bin, steht stramm neben einem kleinen Schreibtisch, an dem Coulson sitzt. Nimm Platz, sagt er. Ihm gegenüber befindet sich nur ein Stuhl, eigentlich viel zu nah für meinen Geschmack. Trotzdem setze ich mich. Rede. Auf einmal bekomme ich eine ganz trockene Kehle. Schönes Büro, sage ich. Darauf geht er gar nicht ein. Doch im Raum wird es noch um einige Grad kälter. Also stecke ich wohl in Schwierigkeiten. Die Ruhe vor dem Sturm. Beim Lügen bleibt man am besten möglichst nah bei der Wahrheit. Es gibt wohl Pläne, aber genaueres weiß ich nicht. Coulson neigt den Kopf leicht. Sein Gesicht ist ausdruckslos wie immer. Er wägt ab. Das reicht mir nicht, sagt er Was sind das für Pläne? Vor Angst ist mein Gehirn wie gelähmt. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen oder nicht sagen soll. Und je länger er mich ansieht, desto schwerer fällt mir das Denken. Bis ich Ben vor Coulson gewarnt habe, muss Coulson glauben, dass ich kooperiere. Anders geht es nicht. Irgendetwas muss ich jetzt erzählen. Eine Reihe von Angriffen ist ausgeplant. Mehr weiß ich auch nicht. Wo oder wann sie losschlagen wollen, hat mir keiner gesagt. Hastig stoße ich die Worte hervor. Innerlich gibt es mir einen Stich. Nico ist an den Plänen beteiligt. Keinesfalls darf ich etwas verraten, das die Lorde auf seine Spur bringt. Coulson starrt mich an. Die Uhr an der Wand hinter mir tickt laut. Die Zeit scheint viel zu bohrt er mich, sieht die Lücken in meiner Erzählung, das, was ich ausgelassen habe. Gerüchteweise haben wir davon gehört. Es gibt Geständnisse, die ähnliches andeuten. Was hast du noch? Mehr weiß ich wirklich nicht. Mir bleiben die Worte fast im Hals stecken. Es klingelt zur nächsten Stunde und ich springe auf. Coulson weiß, dass ich etwas zurückhalte und ihm nicht die volle Wahrheit sage, das verrät seinen Blick. Alle Farbe weicht aus meinem Gesicht. Er lächelt, aber davon geht es mir auch nicht besser. Nun geh, sonst kommst du noch zu spät zu Mathe. Ich stürze förmlich zur Tür. Coulson kennt sogar meinen Stundenplan. Kyla! Ich bleibe stehen. Heute hast du noch mal Glück gehabt. Ich bin kein sehr geduldiger Mensch. Beim nächsten Mal will ich die ganze Geschichte hören. Und jetzt ab mit dir, bellt er und ich stürme hinaus. Beinahe bin ich froh, spät dran zu sein, so habe ich wenigstens einen Grund zu rennen. An der Klassentür lese ich meine Karte ein, setze mich und hole mein Heft heraus. Ich tue so, als würde ich den Ausführungen des Lehrers über Statistik ist es doch erst zwei Tage her und Coulson ist jetzt schon ungeduldig? Irgendetwas scheint er zu wissen. Vielleicht hat er mitbekommen, dass ich gestern Nachmittag nicht in der Schule war. Nur wie? Hat er etwa einen Spitzel auf mich angesetzt? Wie jeden Freitag versammeln wir uns am Nachmittag in der Aula. Coulson und seine Lorda sind wieder anwesend, aber diesmal bin ich mir sicher, dass ich mir die Dinge nicht nur einbilde. Sein Blick ruht auf mir, lässt mich aus der Masse herausstechen. Als prangte an meiner Stirn ein Neonschild, Spitzel der Lorda. Ich fühle mich wie ein unter Glas aufgespießter Schmetterling, die meine heiße Lampe die Flügel verbrennt. Fällt den anderen auf, wie Coulson mich fixiert? Ich sehe mich um. Mit Schrecken stelle hat Coulson es bemerkt? Ein gefährliches Spiel. Äußerlich lasse ich mir nichts anmerken. Scheinbar konzentriert lausche ich der Rede des Direktors über die Schulinspektionen. Doch innerlich bin ich vollkommen aufgewühlt. Nico und Coulson zusammen im gleichen Raum. Sie atmen die gleiche Luft ein. Vielleicht sollte ich sie aufeinander aufmerksam machen. Dann könnten sie endlich mal alles unter sich ausmachen. Nein, sie auf eine Stufe zu stellen ist ungerecht. Die Lorda sind böse. Mir dreht sich der Magen um, wenn ich daran denke, was sie mit Tori gemacht haben. Und nicht nur mit Tori, mit so vielen Slatern, die einfach spurlos verschwunden sind. Nico hat ganz recht. Man muss ihnen und ihren Machenschaften ein Ende setzen. Dennoch ist mein Verhältnis zu Nico kompliziert. Ich hätte es ihm sofort sagen sollen. Gleich als es passiert ist, hätte ich ihm den Deal mit Coulson beichten müssen. Nico wäre schon etwas eingefallen, wie man die Sache gegen sie hätte wenden können. Die alte Rain hätte bestimmt so gehandelt. Aber ich habe es nicht getan. Ich wollte Bens Leben nicht aufs Spiel setzen. Genauso wenig wie Camps. Aber so läuft es bei Free UK nicht. Ihre eigenen Leute auch. Das ist Teil der Abmachung. Die Sicherheit der Gruppe und das Ziel sind wichtiger als das Leben eines Einzelnen. Ob er nun zur Gruppe gehört oder nicht. Mir ist schlecht vor Angst. Es ist zu spät, Nico jetzt alles zu erzählen. Der Aufschub bricht mir das Genick. Er würde sofort wissen, dass ich am schwanken bin. Schwach. Ganz gleich, wofür ich mich entscheide. Es kann nur falsch sein. Jazz zwinkert mir zu und drückt mir daheim nach der Schule einen Umschlag in die Hand. Ich rase nach oben in mein Zimmer und schließe die Tür hinter mir. Er hat extra einen Moment abgepasst, als Amy nicht hingesehen hat. Was hat das zu bedeuten? Meine Hände zittern so sehr, dass ich von einem Läufer, etwas unscharf aufgenommen auf einer Aschenbahn aus großer Distanz. Das Haar, die Statur, der entrückte Blick beim Laufen, es ist Ben. Auf der Rückseite steht mit dünnem Bleistift, ist er das? Ich schaue noch einmal im Umschlag nach, aber dort ist ansonsten nichts, keine Erklärung, keine Anweisung. Ich beiße mir auf die Zunge, um nicht laut los Ich muss umgehend mehr erfahren. Bei unserem letzten Treffen hat Aiden gesagt, dass er am Freitag bei Mac wäre, heute also. Ob er noch da ist? Wer nicht, weiß Mac vielleicht, wo Ben steckt. Schon kurz darauf radle ich los. Ich klopfe bei Mac an die Haustür. Es macht keiner auf. Dennoch könnte ich wetten, dass ich jemanden im Haus gehört habe. Vergeblich rüttle ich an der Tür. Dann klettere ich über das hohe Gartentor. Dahinter steht ein weißer Lieferwagen einer Telefongesellschaft. Aidens? Sky kommt angesprungen und schlägt mir das Gesicht ab. Dabei wirft er mich fast um. Wo sind denn die anderen? frage ich. Der Hund wedelt mit dem Schwanz. Ich hämmere gegen die Hintertür. Ich bin Skyler! Lasst mich rein! brülle ich. Ich habe euch gehört! Im Inneren sind Schritte zu vernehmen. Der Schlüssel dreht sich im Schloss. Die Tür geht auf. Aiden steht vor mir. Ich ziehe Bens Foto aus der Tasche und halte es hoch. Wo ist er? Komm erst mal rein! Aiden nimmt mich bei der Hand und zieht mich in die Küche. Tut mir leid, dass ich nicht an Schy macht sich nicht besonders gut als Wachhund. Nein, Schy presst sich so stark gegen meine Beine, dass ich beinahe wieder das Gleichgewicht verliere. Ich wollte gerade Tee machen. Aiden nimmt eine zweite Tasse und hält sie fragend hoch. Als ich nicke, setzt er den Kessel auf, dann dreht er sich wieder zu mir um und lehnt sich gegen den Küchentresen. Da das ist er. Bist du dir auch ganz sicher? Vielleicht wünschst du dir einfach nur, dass er es ist. Sieh dir das Bild nochmal an. Ich ziehe das Foto hervor, schaue es mir genau an. Aber es ist Ben, bis hin zu seinem Laufstil. Ich bin hundertprozentig sicher. Wo ist er? Wann kann ich ihn sehen? Nicht so hastig. Es könnte schwierig werden. Was soll das heißen? Aiden will nicht so recht mit der Sprache raus. Ben geht auf ein Internat. Die Umgebung ist verseucht. Verseucht? Von was denn? Lordan. Das kapiere ich nicht. Warum? Warum weiß ich auch nicht. Aber in dem Dorf, wo die Schule liegt, wimmelt es nur so von Lordan. Wir sind aber am Ball. Ich muss ihn sehen. Du musst dich noch gedulden. Nein, sag mir einfach, wo er ist. Bis wir rausgefunden haben, was da abgeht, ist das viel zu gefährlich. Hab Geduld, Kyla. Ich sehe Aiden an. Er ist nur vernünftig und vorsichtig, aber er hat keine Ahnung, was auf dem Spiel steht. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich ihn auf eigene Faust. Ach ja, skeptisch hebt er eine Braue. Ja, du hast von einer Sportanlage gesprochen, 30 Kilometer entfernt von hier. Ich habe schon recherchiert. Es gibt genau neun Anlagen, bei dreien bin ich schon gewesen. Jetzt übertreibe ich, aber ich wäre dort gewesen, wenn die Lorda Cam und mich nicht von den Rädern geholt hätten. Überrascht reißt er die Augen auf. Du hast was getan? Hast du doch gehört? Aiden schüttelt den Kopf. Du bist echt verrückt, sagt er, doch in seinem Blick liegt auch Respekt. Womöglich ist er sogar beeindruckt. Und langsam glaube ich, dass ich ihn überreden kann. Notfalls ziehe ich das auch ohne dich durch. Also was ist? Hilfst du mir jetzt? Noch zögert er, überlegt und es gelingt mir den Mund zu halten und ihm Zeit zu geben. Ruhig schaue ich in seine blauen Augen, hoffe inständig. Denn trotz allem, was ich gesagt habe, ist uns beiden klar, dass wir die Nadel im Heuhaufen suchen. Mir könnte auch eine Sportanlage auf den Karten entgangen sein. Oder die Anlage ist so neu, dass sie noch nirgendwo verzeichnet ist. Ich Es wäre besser, noch etwas abzuwarten, meint Aiden schließlich, bis wir nähere Informationen haben. Aber... Ich bin genauso verrückt wie du. Er grinst. Stürmisch umarme ich ihn. Danke, Aiden. Wann? Wie wäre es mit Sonntag? Es könnte allerdings gefährlich werden. Ist mir egal. mir nicht. Du musst mir versprechen, dass du dann auch genau das tust, was ich dir sage. Sonst kannst du es vergessen. Das ist meine Bedingung. Und schlüssig sehe ich ihn an. Ich verspreche nur ungern etwas, das ich womöglich nicht halten kann. Doch schließlich nimmt Aiden ein großes Risiko auf sich. Versprochen. Aiden hält mir auf. Es besteht also die Hoffnung, dass er zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein wird. Wenigstens kannst du dann mit Sicherheit sagen, dass es Ben ist. Was meinst du? Ich bin dabei, verspreche ich, und lasse mir von Aiden erklären, wann und wo er mich abholen wird. Während ich ihm zuhöre, starre ich Als ich am nächsten Morgen bei Dr. Lysander im Wartezimmer sitze, bin ich angespannt. Mittlerweile habe ich so viel vor ihr zu verbergen. Ich versuche mich in Kyla einzufühlen, in die Zeit vor den Erinnerungen, aber das fällt mir schwer. Dr. Lysander darf keine Veränderungen an mir bemerken, denn wenn sie Scans anordnet, bin ich verloren. Auch diesmal steht ein Lorda vor ihrem Büro und hält Wache. Aus dem Nachbarzimmer tritt eine Krankenschwester. Ihr Gesicht kommt mir nicht bekannt vor, aber ich präge es mir ein. In dem Moment wird mir schlagartig klar, dass ich mir auch die Gesichter der Lorda merken sollte. Ich muss mich regelrecht dazu zwingen, den Wachmann eingehen, zu betrachten. Mir ist unwohl dabei, denn instinktiv will ich wegsehen, Blickkontakt vermeiden und möglichst unbemerkt bleiben. Außer Colson, dessen Gesichtszüge sich mir eingebrannt haben und den Gesichtern der Lorda, die Cam und mich abgefangen haben, könnte ich kaum sagen, wie Lorda aussehen. Männer wie Frauen kleiden sich gleich, sie tragen meistens dieselben grauen Anzüge oder Militärkluft wie dieser Lorda hier beim Wachdienst, mit einer schwarzen Weste und einer Waffe am Gürtel. Nico behauptet, die Westen seien kugelsicher. Die Körpersprache der Lorda ist recht deutlich. Bleib uns fern. In der Regel sind ihre Gesichter ausdruckslos, das Haar entweder kurz geschnitten oder straff zurück gebunden. Nichts weist sie als Individuen aus. Ob sie an ihren freien Tagen Jeans anhaben und aussehen wie jeder andere auch? Mich überrascht, wie jung der Wachmann ist. Warum eigentlich? Wahrscheinlich kommt er mir durch die Uniform und sein autoritäres Gebaren automatisch älter vor. Ausdruckslos starrt er vor sich hin. Von unbedeutenden Wesen wie mir scheint er gar keine Notiz zu nehmen. Dabei ist er nicht älter als Mac oder Aiden. Etwa Anfang 20. Von durchschnittlicher Größe und Statur. Schlanke, zarte Finger, wie ein Musiker, die nicht fürs Halten einer Waffe gedacht sind. Schon wieder geht die Fantasie Haselnussbraune Augen, kurzes hellbraunes Haar, durchschnittliche Züge in einem Durchschnittsgesicht. Keine leichte Aufgabe für einen Künstler, aber ich präge mir alles ein, damit ich ihn später präzise zeichnen kann. Er rollt mit den Augen, verändert die Stellung, dreht sich ein wenig, ansonsten lässt er sich nichts anmerken. Fast wäre ich vom Stuhl gefallen. Dr. Lysander erscheint im Türrahmen. Kyla, du kannst jetzt hereinkommen. Gerettet. Rasch husche ich an dem Lorda vorbei. Dr. Lysander lächelt. Sie scheint gute Laune zu haben. Guten Morgen, Kyla. Was geht dir heute im Kopf herum? Sind Lorda auch Menschen? Sobald mir die Frage herausgerutscht ist, winde ich mich. Ich war so mit diesem Wachmann beschäftigt, dass ich vergessen habe, mir zu überlegen, was ich ihr erzählen will. Was? fragt sie lachend. Oh, Kyla, mit dir unterhalte ich mich wirklich gerne. Natürlich sind sie das. Ich weiß, dass sie Menschen sind, aber das habe ich damit gar nicht gemeint. Nun, dann erklär mal, was du gemeint hast. Führen sie ein normales Leben? Haben sie Haustiere? Hobbys? Spielen sie Instrumente? Oder werden zum Essen eingeladen? Oder marschieren die den ganzen Tag nur mit finsterem Gesicht herum? Dr. Leisenda lächelt ein wenig. Ich nehme schon an, dass sie ein Privatleben haben, aber eigentlich wird mir jetzt erst bewusst, dass ich noch nie mit einem Lorder zusammen zu Mittag gegessen habe, außer mit dem vor der Tür. Sie werden selbst beim Essen beschützt? Zur Zeit werde ich fast überall bewacht, aber um mich geht es hier nicht. Also, ich werde nicht bewacht, ich werde ignoriert oder man wirft mir böse Blicke zu. Sie entführen mich und bieten mir unmögliche Deals an. Schnell schiebe ich den Gedanken von mir, bevor sie ihn mir noch ansieht. Doch Dr. Leisenda ist mit ihrem Computer beschäftigt. Sie tippt eine Weile darauf herum und schaut dann hoch. Aufmerksam betrachtet sie mich. Sind dir noch mehr Erinnerungen gekommen? Hast du Träume gehabt, die dir real vorkamen? Kann schon erzähl mir davon. Ich kann sie unmöglich anlügen. Selbst wenn es mir gelänge, sollte ich es nicht. Dr. Leisenda muss meinen Erzählungen Glauben schenken. Ansonsten lässt sie Scans machen. Ich habe von einem Albtraum geträumt und ich stocke. Ja? Als ich aufgewacht bin, hat mich eine Junge im Arm gehalten. Aber in Wirklichkeit bin ich gar nicht aufgewacht. Das war Teil des Traums. Meine Wangen brennen. Verstehe, sagt sie amüsiert. In deinem Alter sind solche Träume ganz normal. Obwohl es besser wäre, ich würde die Sache auf sich beruhen lassen, sträubt sich alles in mir. Es ist eine wirkliche Erinnerung. Auch wenn ich es lieber hätte, der Junge wäre nicht Katrin, weiß ich, dass es sich so zugetragen hat. Abermals blickt sie auf ihren Bildschirm. Ist zu Hause alles in Ordnung? Ja. Wirklich? Ihr Blick ist fest auf mich geheftet. Irgendetwas muss ihr zu Ohren gekommen sein. Mir versetzt es einen Stich. Mom. Muss ja wohl so sein. Offenbar schreibt sie Berichte. Also ist es doch Mom. Dad ist die ganze Zeit nicht da. Und wer sollte sonst dahinter stecken? Was darf ich Sprich. Also ich glaube Mom und Dad verstehen sich nicht mehr so gut. Aha. Und bedrückt dich das? Nein. Mich stört es nicht, dass Dad häufiger unterwegs ist. Dr. Lysander legt den Kopf schief. Denker Pose. In deinem Vertrag steht, dass beide Elternteile dir helfen sollen, dich zu Hause und in der Gesellschaft zurecht zu finden. Erschrocken reiße ich die Augen auf. Ich habe ja auch beide Elternteile, nur dass einer ab und zu mal weg ist. Keine Sorge, Keila, solange du und deine Schwester zu Hause ein stabiles Umfeld habt, muss ich auch nirgends Meldung machen. Sie schaut auf die Uhr. Die Zeit ist fast vorbei. Gibt es noch etwas, über das du gerne sprechen möchtest? Und wieder durchbohrt sie mich mit ihrem Blick. Wenn sie mich so ansieht, muss ich aufpassen, dass ich nichts Unüberlegtes sage. Mir gelingt es, den Kopf zu schütteln und aufzustehen. Ich gehe zur Tür. Oh, Keila, ich drehe mich noch mal um. Beim nächsten Mal erzählst du mir dann, was dich so beschäftigt, sagt sie. Ich hasste hinaus, gerade noch mal davon gekommen. Der Lorda steht immer noch vor der Tür, in Habachtstellung, den Blick stur gerade ausgerichtet. Ich kann nicht anders und drehe mich noch einmal zu ihm um. Er zwinkert. Fast stolpere ich über die eigenen Beine. Dafür könnte er sicher eine Menge Ärger bekommen. Dad hat gestern Abend angerufen, sagt Mom auf dem Nachhause Weg. Mit einem Auge behält sie die Fahrbahn im Blick, mit dem anderen sieht sie mich an. Wie immer ist der Verkehr ums Krankenhaus stockend, also muss sie sich beim Fahren nicht sehr konzentrieren. Wie geht's ihm denn? Gut, er hat sich nach dir erkundigt. Echt jetzt? frage ich überrascht. Was hast du ihm gesagt? sprudelt es aus mir heraus. Na, was ich halt so von dir höre. In der Schule läuft es prima, Cam ist bloß ein guter Freund, alles bestens. Sie seufzt. Ich wünschte was? Ich wünschte, du würdest wenigstens mich nicht mit diesen Floskeln abspeisen. Wir hatten bis vor kurzem doch noch echte Gespräche, Keiler. Erinnerst du dich? Was ist in letzter Zeit nur mit dir los? Ich beiße mir auf die Wange. Konzentrier dich. Gar nichts. Ich lächle. Inzwischen kann ich mich schon gut verstellen, aber ganz überzeugt scheint sie nicht. Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du was auf dem Herzen hast. Es bleibt alles unter uns, okay? Natürlich, sage ich, das weiß ich doch. Aber was ich nicht weiß, ist, wer mich an die Lorda verraten hat. Und selbst wenn ich wüsste, dass sie es nicht war, wo sollte ich nur anfangen? Etwa damit, dass ich zu Free UK gehöre, der Organisation, die ihre Eltern auf dem Gewissen hat? Oder dass ich in Wirklichkeit ein Spitzel der Lorda bin, der nun Free UK unterwandert? So oder so wäre Mom nicht begeistert. Ich beobachte sie beim Fahren. Gehört sie als Tochter des höchsten Lordas zu ihnen oder nicht? Abgesehen davon beschäftigt mich eine weitere Sache jetzt noch viel mehr. Eines verstehe ich nicht, sage ich schließlich und breche das Schweigen. Und das wäre? Warum hast du mich und Amy adoptiert? Du hast doch gar keine Ahnung, was wir verbrochen haben. Wir könnten Terroristen oder Mörder sein. Besonders blutrünstig kommst du mir nicht gerade vor. Der Schein kann täuschen. Wie kannst du dir da so sicher sein? Das kann ich nicht, aber ich weiß, wer du jetzt bist, wer ihr beide seid. Ich schaue aus dem Fenster. Weiß sie wirklich, wer ich bin? Hat sie mich deshalb an die Lorda verraten? Aber was ist mit deinen Eltern und deinem Sohn? Die sind von den RT in die Luft gesprengt worden. Beinahe verheddere ich mich beim Sprechen und sage Free UK statt RT. Pass bloß auf. Schweigend fährt Mom weiter. Der Verkehr kommt zum Erliegen. Kyla, was weißt du über Robert, meinen Sohn? Als ich mich ihr zuwende, sehe ich, dass ihr die Tränen kommen. Ich bin ganz überrascht. Sein Name steht auf dem Mahnmal in der Schule. Er ist beim Bombenanschlag auf den Schulbus ums Leben gekommen, sage ich, obwohl Meg mir die Ereignisse anders geschildert hat. Sie glaubt, aber das stimmt nicht. Ich habe herausgefunden, dass Robert den Anschlag überlebt hat, auch wenn ich ihn nie wieder gesehen habe. Ich glaube, er wurde geslated, doch das kann ich nicht beweisen. Ich habe alles versucht, um ihn wieder zu finden, doch ohne Erfolg. Entsetzt sehe ich sie an. Sie weiß es. Hinter uns wird gehupt, der Verkehr setzt sich wieder in Bewegung, Mom fährt los. Deshalb, Kyla, verstehst du jetzt? Weil ich hoffe, dass sich irgendwo jemand um Robert gekümmert hat, ihn geliebt hat. Deshalb tue ich das für dich und Amy. Die Tür des Lieferwagens wird aufgeschoben. Mach schnell, sagt Aiden und ich klettere hinein. Sorry, hier hinten ist es nicht gerade super bequem. Er schiebt mir eine Werkzeugkiste hin. Setz dich da drauf. Ich hocke mich auf die Kante. Er klopft gegen das Fahrerhäuschen und ratternd setzen wir uns in Bewegung. Der Wagen ist gerammelt voll mit technischem Kram. Ersatzteile und Werkzeug hängen von der Decke, stapeln sich auf Regalen und an den Wänden. Für uns zwei ist dazwischen kaum Platz. Gehört das alles zu deinem geheimen Doppelleben, frage ich. Fernmeldetechnik bei Tag, Superheld bei Nacht. Aydens Lachen klingt so offen und natürlich. Bestimmt lacht er häufig. Ja, so in etwa, sagt er grinsend. Mir wird gerade bewusst, was für ein Risiko er auf sich nimmt, um Ben für mich zu finden. Dieses Risiko geht er ständig ein, wenn er nach Vermissten sucht. Danke, dass du mir hilfst, sage ich. Heb dir deinen Dank lieber für später auf. Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass der Junge auf dem Foto Ben ist. Aber wir gehen der Sache auf den Grund. Ich habe in einem Haus gegenüber der Sportanlage eine Notreparatur angesetzt. Echt? Der Job wird ein Kinderspiel, aber wir können die Reparatur so lange herauszögern wie nötig. Das Problem lässt sich ratzfatz beheben, denn ich weiß genau was kaputt ist, weil ich dort in den frühen Morgenstunden in Sachen Superhelden-Sabotage unterwegs war. Ziemlich dreist. Macht ihr bloß nicht allzu große Hoffnung. Es kann durchaus sein, dass er heute nicht kommt, auch wenn er die vergangenen beiden Sonntage da war. Ben würde nie ein Training auslassen. Wenn er es ist, mahnt Aiden und sieht mich ernst an. Wo geht's denn überhaupt hin? Aiden nimmt ein Buch mit Landkarten vom Regal und zeigt mir unseren Zielort, der 20 Meilen über Landstraßen führt. In Nullkommanichts habe ich mir den Weg eingeprägt. Der Wagen rumpelt durch ein Schlagloch und gerät ins Schlingern. Mein Hintern knallt hart auf die Werkzeugkiste. Nach einer gefühlten Ewigkeit, die wahrscheinlich nicht länger als eine halbe Stunde gedauert hat, werden die Straßenverhältnisse Aber weil Aiden davor sitzt und der ganze Krempel die Sicht versperrt, kann ich nur hin und wieder mal einen Baum oder ein Stück Himmel ausmachen. Wir werden langsamer, nehmen ein paar Kurven. Fast da, sagt Aiden leise. Der Wagen hält. Kurz darauf klopft es und die Schiebetür wird aufgemacht. Der Fahrer nickt mir kurz zu. Aiden stellt uns nicht einmal vor und der Mann wendet sich so schnell ab, dass ich Im Schutz des Lieferwagens schleichen wir uns von hinten ans Haus. Der Fahrer bleibt zurück und holt Material aus dem Wagen. Mit viel Getöse prüft er die Kabel vor dem Haus, während wir zur Hintertür laufen. Aiden greift unter einen Blumentopf und fördert einen Schlüssel zu Tage. Keiner zu Hause? Nein, das Haus gehört Freunden von Freunden und die haben es so gedreht, dass sie heute unterwegs sind. Vom Schlafzimmer am ersten Stock, das nach vorn raus geht, hat man laut meiner Bekannten die beste Sicht. Von dort hat sie auch das Foto gemacht. Vom Schlafzimmerfenster blickt man auf ein grünes Spielfeld mit einer Laufbahn rings um. Am Ende des Feldes steht ein großes Gebäude, eine Turnhalle vielleicht. Eine Gruppe von etwa zwölf Jungen, ein Trainer und ein paar damit wir sie von nahm sehen? Warte einen Moment, die drehen gleich ihre Runden, dann hast du einen besseren Blick. So lange musst du dich hiermit begnügen. Aiden reicht mir ein Fernglas und ich schaue eifrig hindurch, versuche die Gesichter zu erkennen, aber die Jungen sind ständig in Bewegung und drehen den Kopf weg und da. Ich glaube, ich Ben, sagt er. Er gibt mir das Fernglas zurück und ich sehe abermals durch. Bist du's wirklich, Ben? Nach ewigen Zeiten fangen sie endlich an, ihre Runden zu laufen. Je näher sie kommen, desto überzeugter bin ich, dass es Ben ist. Was ich von seinem Gesicht sehen kann, stimmt, aber auch der Körper und die Art, wie er läuft. Leichtfüßig springt er den anderen schon nach kurzer Zeit davon. Das ist er. Ich wende mich zur Tür und strahle übers ganze Gesicht. Schon dieser kurze Blick aus der Ferne lässt mein Herz höher schlagen. Das Blut rauscht nur so durch meine Adern. Ich will nur noch zu ihm, die Arme um ihn schlingen und Moment. Aden hält mich fest. Aber ich muss doch zu ihm. Nicht so hastig. Offenbar warst du zu sehr mit Ben beschäftigt, um es zu bemerken. Was zu bemerken? Ein schwarzer Van ist gerade vorgefahren, da drüben bei den Gebäuden. Was siehst du da? Mit bangem Gefühl hebe ich das Fernglas und richte es auf das Ende des Spielfelds. Mehrere Gestalten. Männer. Schwarz gekleidert. Sie beobachten die Läufer, die sich ihnen auf der Rückrunde nähern. Ein kalter trete ich einen Schritt vom Fenster weg. Doch aus dieser Entfernung können sie uns nicht sehen, es sei denn, sie hätten auch ein Fernglas. Was sie vielleicht sogar haben, falls es einen Grund gibt, Ausschau zu halten. Nach etwas Verdächtigem wie dem unbekannten Lieferwagen einer Telefongesellschaft an einem Sonntag. Mir stockt der Atem. Was wollen denn die Lorder hier? Keine Ahnung. Tut mir leid, aber heute wird das mit dir und Ben nichts. Mir gefällt das nicht. Wir sollten uns aus dem Staub machen. Ich bin enttäuscht. Aber ich kann doch nicht abhauen, ohne mit ihm gesprochen zu haben. Ohne zu wissen, wie es ihm geht. Ich muss ihn sehen. Und ihn vor Coulson warnen. Wenn ich Coulson nicht bald die Pläne von Free UK präsentiere, macht er seine Drohung sicher wahr. Sorry, aber das ist zu gefährlich. Wir verschwinden von hier. Und zwar sofort. Aiden timet unseren Abgang so, dass sich die meisten Läufer auf ihrer zweiten Runde direkt zwischen uns und den Lordern befinden. Wir schlüpfen aus dem Haus und beim Einsteigen in den Wagen muss ich mich zusammenreißen, um nicht einfach quer über den Sportplatz zu Ben Diesmal bin ich hinten ganz allein. Aiden sitzt mit dem Fahrer vorn, damit er sich einen Überblick über die Situation verschaffen kann. Als ich die Kurven zähle, während wir um den Sportplatz fahren, wird mir klar, dass wir direkt an den Lordern vorbei müssen. Ängstlich drücke ich mich auf den Boden, weit weg vom Heckfenster. Doch niemand beherrlicht uns. Sobald wir die gegenüber befinden sich mehrere Schulgebäude. Ist das vielleicht das Internat, das Ben besucht? Dahinter liegt ein Kanal. Wir überqueren eine Brücke und ich entdecke einen Pfad, der direkt am Ufer verläuft. Hier würde Ben joggen. Frühmorgens. Sicher. Allmählich macht sich die Enttäuschung auch körperlich bemerkbar. Ich zittere am ganzen Leib und rolle mich auf dem Boden zusammen. Wir waren so nah dran. Ich kämpfe mit den Tränen. Doch wozu soll ich einen Kampf führen, den ich ohnehin verliere? Der Wagen wird langsamer, kommt zum Stehen. Gleich darauf öffnet Aiden die Tür. Ich wische mir die Tränen mit dem Ärmel weg. Meinen Kollegen habe ich an der letzten Kreuzung rausgelassen. Ich habe hier nur für eine kleine Pause angehalten, okay? Steig doch mal einen Moment aus, sagt er und reicht mir die Hand. Völlig steif quäle ich mich aus dem Wagen, der auf der Überholspur einer einspurigen Straße steht. Über uns bilden die Bäume einen grünen Tunnel. Willst du dir einen Augenblick die Beine vertreten? fragt er. Über der Straße beginnt ein kleiner Trampelpfad. Schweigend spazieren wir zu einem Bach und laufen daran entlang, bis wir zu einer Lichtung kommen. Dort steht eine Holzbank. Lass uns mal reden, sagt Aiden und setzt sich auf die Bank. Ich nehme neben ihm Platz. Also, das war wirklich Ben? Ganz sicher? Ja. Damit solltest du dich fürs Erste trösten. Denn es gab wirklich guten Grund zu glauben, dass er Aiden hält inne tot ist. Ja. Und dennoch ist er am Leben. Wir müssen jetzt Geduld haben, um mehr über Ben und dieses Internat heraus zu finden und seinen Ort überlegen, wo ihr euch gefahrlos treffen könnt. Sobald ich irgendetwas in Erfahrung gebracht habe, hörst du von mir. Einverstanden? Wie lange dauert das denn? Das kann ich dir nicht genau versprechen. Ich gebe mein Bestes. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Nächsten Freitag bin ich wieder beim Mac. Komm direkt nach der Schule dorthin und wenn es Neuigkeiten gibt, kann ich es dir dann erzählen. Ich muss ihn treffen und mit ihm reden, sage ich und höre, wie verzweifelt und flehentlich meine Stimme klingt, aber ich kann mir nicht helfen. Mittlerweile geht es nicht mehr nur darum, Ben zu warnen. Nachdem ich ihn heute gesehen habe, ist meine Sehnsucht zu groß. Ich packe Aiden am Arm. Er löst meinen Griff und nimmt meine Hand zwischen seine Hände. Ich weiß, sagt er sanft, und ich weiß noch was. Was denn? Ben kann sich glücklich schätzen. Aiden schaut mir in die Augen. Seine sind blau wie der Himmel. So liebevoll und aufrichtig hat mich sonst nur Ben angeschaut. Ich entziehe ihm meine Hand und wende den Blick ab. Verstehst du jetzt, wie wichtig MIA ist? Unsere Arbeit? Wir decken auf, was mit Menschen geschehen ist, im Guten wie im Bösen, damit jemand wie du endlich Gewissheit bekommt und sein Leben weiterleben kann. Ich nicke. Ich hab's begriffen. Heute will ich dich nicht noch mehr unter Druck setzen, aber lass es dir mal durch den Kopf gehen. Überleg, ob du dich nicht doch als gefunden melden willst, um jemandem genauso zu helfen, wie wir dir helfen. Allein die Worte lösen Panik in mir aus. Ich könnte es tun, könnte Lucy Connor als gefunden melden. Aber was hätte das für Konsequenzen? Von ihr sind nunmehr ein paar Traumfetzen übrig. Na dann komm, sagt jetzt lieber mal nach Hause. Wir laufen zum Wagen zurück. Aiden öffnet die Schiebetür. Sorry, aber es ist sicherer, wenn du hinten sitzt. Kein Problem, antworte ich. Klettere hinein, setze mich und kaum ist die Tür geschlossen, rutsche ich näher ans Fenster. Ich will wissen, wo es lang geht. Als ich die Haustür aufschließe, erwartet mich eine Überraschung. Dad sitzt auf dem Sofa, Füße hochgelegt, neben ihm eine plappernde Amy. Mom liest im Sessel ein Buch. Mom klappt das Buch zu und runzelt die Stirn. Das war aber ein langer Spaziergang. Tut mir leid, ich nun lass sie doch erst einmal reinkommen, sagt Dad. Ich habe sie doch schon eine ganze Woche nicht mehr gesehen. Er streckt die Hand nach mir aus und Setz dich zu uns, sagt er und ich hocke mich neben Amy. Wo warst du bloß? fragt Mom. Dad schüttelt den Kopf. Kann das arme Kind denn nicht mal einen Nachmittag Spaziergang machen, ohne gleich ins Kreuzverhör genommen zu werden? Mom starrt finster vor sich hin. Die Atmosphäre ist angespannt. Man kann die dicke Luft förmlich greifen. Du bist doch nicht heute nicht. Das ist gefährlich. Die haben den Verbrecher noch nicht gefasst, der Wayne Best angegriffen hat. Sei bloß vorsichtig und lass gut sein, Sandra. Sie hat doch schon gesagt, dass sie nicht im Wald war. Mit großen Augen sehen Amy und ich ihn an. Mom stellt die Stacheln auf wie ein Igel. Dad auf meiner Seite? Und Mom steht der Argwohn ins Gesicht geschrieben. Sie Vorsichtig mische ich mich ein. Ich war echt nicht im Wald. Ich bin bis zum Gemeindehaus und wieder zurückgelaufen. An der Straße entlang. Rasch überschlage ich, wie lange mich die Strecke wohl gekostet hätte und zeitmäßig kommt es in etwa hin. Mia, du gesagt, du hättest Hausaufgaben auf und wolltest nur kurz raus, um den Kopf dafür freizukriegen? Eigentlich wollte ich ja auch nicht so weit laufen, aber draußen war es so schön. Selbst für meine Ohren klingt das nicht sehr überzeugend. Vernachlässige ja die Schule nicht, sagt Dad. Ich gehe mal lieber hoch. Damit erhebe ich mich. Moms Gesichtsausdruck gibt mir zu verstehen, dass die Sache noch nicht ausgestanden ist. Warte doch mal, bremst mich Dad. Wo wir schon alle beisammen sind, können wir als Familie entscheiden, was wir am AGT machen wollen. Ich sehe ihn verständnislos an. Armstrong Gedenktag, sagt er. Das bleibt euch beiden überlassen, sagt Mom. Ob ihr dabei sein wollt? Dad schnaubt. Natürlich werden sie dabei sein. Er wendet sich Amy und mir zu. Dieses Jahr wird ganz groß gefeiert. 25 Jahre seit der Ermordung von Sandras Vater und 30 Jahre Zentral Koalition. Das Fest findet auf Checkers statt, dem Landsitz des Premierministers, ergänzt er mit Blick zu mir. Wie läuft das denn ab, frage ich. Mom antwortet. Zuerst finden die Feierlichkeiten auf Checkers statt, die im Fernsehen übertragen werden. Da ist nur die Familie anwesend, also wir und ein Filmteam. Sympathiebekundungen des Volkes, Ansprache der trauernden Tochter, bla bla bla. Bei ihrem Ton verzieht Dad das Gesicht, doch sie fährt einfach fort. Und als besonderer Höhepunkt wird es dieses Jahr eine zweite Feierlichkeit in Anwesenheit des Premierministers geben. Und zwar zu exakt der Zeit, zu der die Verträge zur Gründung der Zentralkoalition vor 30 Jahren unterschrieben wurden. Auch das wird im Fernsehen übertragen. Hierzu sind Regierungsvertreter und die Reichen und Berühmten geladen. Anschließend gibt es noch ein Abendessen, das sich ewig hinziehen kann. Regierungsvertreter, Lorda. Bei den Feierlichkeiten solltet ihr dabei sein, sagt Mom betrübt. Das ist eine Ehre, fügt Dad hinzu. Aber ums Essen dürft ihr euch gerne drücken. Moms Miene verrät, dass das wohl eine weise Entscheidung wäre. Immer noch fixiert sie mich mit ihrem Blick. Irgendwie traut sie mir nicht. Darf ich jetzt nach oben Hausaufgaben machen? frage ich. Geh schon, sagt Dad. Was ist nur mit den beiden los? Mom ist vollkommen misstrauisch und Dad total entspannt. Haben sie die Körper getauscht? Und zu allem Überfluss muss ich auch noch an Feierlichkeiten der Lorda teilnehmen. Feierlichkeiten, zu denen kaum jemand Zugang hat, es sei denn, er gehört zur Familie. Zu dieser Familie. Wie erstarrt bleibe ich mitten auf der Treppe stehen. Die Puzzleteilchen fügen sich auf einmal zusammen. Ich soll noch ein wenig länger in diesem Leben aushalten, hat Nico gesagt, und dass ich eine bedeutende Rolle spielen werde. Hat er damit die Feierlichkeiten gemeint? Den Armstrong-Gedenktag? Von einer Anschlagsserie hat er gesprochen. Es gibt wohl keinen passenderen Tag. Die Lorda werden zwar in höchster Alarmbereitschaft sein, aber ich habe problemlos Zugang. Ich werde dabei sein. Mühsam schleppe ich mich noch die letzten Stufen bis in mein Zimmer hoch und ziehe die Tür zu. Bevor auch nur eine dieser Aktionen steigt, muss ich Ben warnen. Ihn in Sicherheit bringen, damit sich Colson später nicht an ihm rächen kann. Ich denke an Bens Gesicht heute. Er ist am Leben. Meine Tränen vorhin waren vollkommen unnötig. Na gut, dann habe ich heute eben nicht mit ihm reden oder ihn anfassen können, seinen Atem spüren und sein Herz schlagen hören, aber immerhin habe ich ihn gesehen. Ben lebt. Das muss mir im Moment reichen. Ich bin Aiden dankbar, dass er ihn für mich aufgespürt hat. Doch wenn er glaubt, dass ich ihm deswegen bei MIA helfe, hat er sich geschnitten. Er glaubt, dass ich hin und her gerissen bin, ob ich mich bei MIA als gefunden melden oder lieber untätig bleiben will. Wenn er wüsste, dass ich viel tiefer in der Klemme stecke, gefangen zwischen Free UK und den Lordern. Was nun? Ich muss Geduld haben, sagt Aiden. Abwarten, bis er mehr über Bens Lage herausgefunden hat und ich ihn gefahrlos treffen kann. Nur, dass ich nicht länger warten kann. Colson hatte ja schon angedeutet, dass Ben noch am Leben ist. Zumindest in dieser Hinsicht hat er die Wahrheit gesagt. Angedeutet hat er auch, dass das nicht so bleiben würde, wenn ich nicht nach seiner Pfeife tanze. Doch Colson weiß nicht, dass ich Ben längst gefunden habe. In der Zwischenzeit muss Nico glauben, ich wäre auf seiner Seite. Colson muss das ebenfalls denken. Keiner darf herausfinden, was ich für den jeweils anderen tue. Als würden zwei Hochgeschwindigkeitszüge aufeinander losrasen und das Unglück immer näher rücken. Spät in der Nacht summt das Kommen. Mit einem Schlag bin ich wach und suche im Dunkeln nach dem Knopf. Ja, flüstere ich. Kannst du reden? Nur leise. Morgen findet der Anschlag auf die RLS statt. Unter einer Bedingung kannst du mit. Und die wäre? Du musst genau das tun, was Katrin verlangt. Versprichst du mir das, Rain? Das wird Katrin gefallen. Doch mir bleibt nichts anderes übrig. Ich gebe Nico mein Wort und lausche seinen Anweisungen. Soeben hat der erste Zug den Bahnhof verlassen. Holly lehnt ihr Fahrrad gegen einen Baum und läuft auf den Eingang zu. Das ist keine gute Idee, raune ich Katrin ins Ohr. Er knurrt nur, doch es steht ihm ins Gesicht geschrieben, dass ihm der Plan ebenso wenig gefällt. Er ist allein auf Nikos Mist gewachsen. Und als Katrin uns vorhin alles erläuterte, war ganz offensichtlich, wie sehr es ihn wurmte, dass Nico sich in seine Gruppe einmischte. Genauso wenig begeistert war er von meiner Anwesenheit. Wie von einem Gebäude, in dem schreckliche Dinge vor sich gehen, nicht anders zu erwarten, liegt das Haus der Lorda abgeschieden da. Nachbarn gibt es keine. Dennoch verfügt es über eine gute Verkehrsanbindung. Bis zur Hauptstraße sind es nur ein paar Meilen. Vor dem Haus steht ein schwarzer Van. Die Überwachung hat ergeben, dass sich der Montag für einen Angriff am besten eignet. An anderen Tagen gibt es mehr Lieferungen. Slater, die liquidiert werden sollen. Bevor Holly die Tür erreicht, tritt auch schon ein Wachmann der Lorda hinaus. Hi, sagt sie und lächelt ein wenig übertrieben. So glücklich sieht man in der Regel nicht aus, wenn man auf einen Lorda trifft. Was hast du hier zu suchen? Sorry, ich habe mich verirrt. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wie ich zum Bauernmarkt komme? Dämliche Ausrede. Da gehört schon eine ordentliche Portion Dummheit dazu, um sämtliche betreten, verboten Hinweise zu ignorieren und in diesen Feldweg abzubiegen, statt den Schildern zum Markt zu folgen. Ungerührt macht er einen Schritt auf sie zu, sagt aber nichts. Mit einem Auge behält er sie im Blick, mit dem anderen sucht er den Wald ab. Unwillkürlich ducke ich mich tiefer ins Unterholz, obwohl uns hier im Schutz der Bäume keiner sehen kann. Der Lorda greift nach dem Kommlink an seinem Gürtel. Mit einem überraschenden Drehkick tritt Holly ihm die Hand weg. Ich bin schon auf dem Sprung, um ihr zu helfen, da packt mich Catrin am Handgelenk. Warte, bis sich die anderen zeigen, zischt er. Vorn am Haus sind überall Überwachungskameras installiert. Inzwischen wissen die drinnen bereits, dass ihr Wachmann mit einem schmächtigen Mädchen ringt. Schnell hat der Holly außer Gefecht gesetzt, einen Arm fest um ihren Hals geschlungen. Die Tür geht auf. Ein weiterer Lorda kommt nach draußen. Lass hören. Erst hat sie behauptet, sie hätte sich verfahren, dann tritt sie nach mir. Gefällt mir nicht. Check mal das Gelände. Ich habe keine Hand frei. Der Lorda zuckt die Achseln. Dann mach sie frei. Mit einer Hand greift der Wachmann Hollys Kinn, mit der anderen ihre Schulter. Nein. Wieder will ich aufspringen, doch Catrin hält mich eisern fest. Ein gewaltsamer Ruck. Als der Wachmann sie loslässt, sinkt Holly zu Boden. Ein Zucken geht durch ihren Körper. Dann regt sie sich nicht mehr. Genickbruch. Aus Entsetzen wird blinde Wut. Ich will auf Catrin losgehen, doch sein Gesicht ist von tiefem Schmerz erfüllt. Als er meinen Blick bemerkt, versteinert sich seine Miene. Nun spricht der andere Lorda in sein Kommlink. Ob er Verstärkung anfordert? Zwei Lorda treten aus dem Haus. Einer begibt sich in Richtung Tori, die ihn schon mit ihren Messern erwartet. Der andere nähert sich uns. Catrin lässt mich los, bedeutet mir aber, mich herauszuhalten. Ihm ist anzusehen, dass er auf Rache sind. Plötzlich bleiben die Lorda stehen. Das Geräusch eines sich nähernden Fahrzeugs ist zu vernehmen. Bloß nicht. Ein Transport vielleicht? Ein Van fährt vor. Catrin schüttelt den Kopf. Zu viele Ziele. Ungläubig sehe ich ihn an. Rückzug. Jetzt. Erst, nachdem die Holly auf dem Gewissen haben? Aus der Fahrerkabine steigen zwei Lorda und beraten sich mit den anderen. Sie werfen immer wieder einen Blick auf Hollys Leiche. Dann öffnet einer der Lorda die Schiebetür des Transporters. Ein Junge springt heraus, prügelt auf den Lorda ein, das Gesicht kalkweiß. Bevor er auf dem Boden zusammenbricht, höre ich sein Levo brummen. Er ist auch ein Slater. Dann wird ein Mädchen aus dem Wagen gezerrt. Sie beugt sich über den Jungen. Tu doch was, zische ich. In Catrins Gesicht spiegelt sich Unentschlossenheit. Ich greife nach meinem Messer. Du bleibst hier, keucht er. Denk an dein Versprechen. Über sein Kommen gibt Catrin den Angriffsbefehl. Daraufhin stürmen alle aus ihren Verstecken. Chaos entsteht. Geschrei. Es hagelt Schläge. Am liebsten würde ich mich ins Gefecht stürzen und es den Lorda an Heimzahlen. Doch in mir gibt es auch eine andere Seite, die ängstlich die Augen zusammenkneift. Wozu bin ich Nütze? Warum haben sie mich überhaupt mitgenommen, wenn ich doch nicht helfen kann? Ich zwinge mich hinzuschauen. Ein Lorda befreit sich und rast in den Wald, direkt auf mein Versteck zu. Ich gehe in Angriffsstellung, trete ihm die Beine weg. Ihm fehlt jetzt schon die Puste. Mit gezücktem Messer stehe ich da. Ja, die Sekunden verstreichen. Doch ich steche nicht zu. Schließlich schlägt der Lorda mir das Messer aus der Hand und zieht triumphierend sein eigenes hervor. Auf einmal kracht es ganz gewaltig. Catrin hat ihm von hinten den Schädel eingetreten. Der Lorda geht zu Boden. Er regt sich nicht mehr. Blutet am Kopf. Catrin stürmt zurück zum Haus. Unsicher komme ich auf die Beine. Das Haar des Lordas ist rot von seinem Blut. Überall. In meinen Ohren rauscht es laut. Schwankend wende ich mich ab. Als später Entwarnung gegeben wird, kann ich nicht sagen, wie lange ich abseits im Wald gestanden habe. Unfähig, mich zu rühren oder die Augen zu öffnen. Als wäre ich in Trance verfallen. In eine blutrote Trance. Dennoch dringen die Schreie eines Mädchens zu mir durch. Sie hört gar nicht mehr auf. Das Mädchen, das geslatet wurde? Das Summen ihres Levos dringt mir durch Mark und Bein. Sie braucht Hilfe. Mühsam kämpfe ich mich durch die Nebelschwaden, setze einen Fuß vor den anderen. Richte den Blick starr auf das Mädchen und nicht auf das, was auf dem Boden liegt. Ich lege den Arm um sie. Ist ja gut. Schließ einfach die Augen. Sieh nicht hin. Blende die Umgebung aus. Atme ganz tief durch. Du schaffst das. Ihr Level zeigt 3,4. Das ist viel zu niedrig. Das Mädchen schüttelt den Kopf. Immer noch schaut sie sich mit großen Augen um. Unversehens taucht Tori neben uns auf. Sie braucht Happy Juice. Hier gibt es bestimmt irgendwo welchen, sagt sie. Und gemeinsam schleppen wir das Mädchen ins Haus. Katrin hat einen Arzt im Würgegriff. Wo ist der Happy Juice? Will Tori von ihm wissen. Katrin lockert den Griff. Der Arzt zeigt röchelnd auf einen Schrank. Auf Katrins Befehl nimmt er eine Spritze aus der Schublade und reicht sie Katrin. Sie darf die Spritze nicht bekommen. Aber das kümmert euch sicher nicht. Katrin wendet sich dem Mädchen zu. Doch die wehrt ab. Das geht nicht. Das Baby. Ist sie etwas schwanger? Ich sehe den Arzt an. Das Kind würde es nicht überleben, sagt er. Wieder vibriert ihr Lervo. 3,2, sage ich. Ungerührt zuckt der Arzt mit den Achseln. Sie stirbt so oder so. Was macht das schon? Tori schlägt dem Arzt kräftig ins Gesicht. Gib ihr die Spritze, sagt sie zu Katrin. Zwingen können wir sie nicht. Katrin kniet sich neben das Mädchen und nimmt ihre Hand. Was sollen wir machen? Fragt er. Ihre Augen sind weit aufgerissen. Panisch wie ein weitwundes Reh. Nein. Keine Medikamente, sagt sie mit klarer Stimme. Katrin reicht Tori die Spritze. Sie will nicht. Dann geht es los. Ihr Wert fällt weiter. Die Krämpfe setzen ein. Vor Schmerzen schreiend windet sie sich. Gebt ihr endlich den Happy Juice. Wenn sie stirbt, ist das Baby auch tot, ruft Tori. Dafür ist es ohnehin zu spät. Und stärkere Medikamente haben wir hier nicht, sagt der Arzt. Das ist noch schmerzhafter als unsere Methode. Er greift in den Schrank und holt aus einer anderen Schublade eine weitere Spritze. Gebt ihr die volle Dosis. Dann ist es schnell vorbei. Sie hat gesagt, keine Medikamente, brüllt Katrin. Ich halte sie im Arm. Sie weiß nicht mehr, wo sie ist. Ihr Gesicht hat sich zu einer schmerzhaften Fratze verzerrt. Einmal bäumt sie sich noch auf. Alle Muskeln verkrampfen sich, bevor sie schlaff in meinen Armen hängt. Tot. Tori blickt von dem Arzt zu dem Messer in ihrer Hand. Darf ich? fragt sie Katrin. Schön langsam. Katrin schüttelt den Kopf und nimmt dem Arzt die zweite Spritze aus der Hand. Nein. Lass ihn von seiner eigenen Medizin kosten. Er reicht Tori die Spritze. Als dem Arzt klar wird, was ihm blüht, wehrt er sich, doch Katrin hält ihn fest. Das könnt ihr doch nicht machen. Das ist Mord. Und was sie hier die ganze Zeit machen, was ist das denn? fragt Tori. Es gibt nicht umsonst Gesetze. Was wäre wohl, wenn dieses Mädchen das Kind ausgetragen hätte? Entweder wäre sie bei der Geburt an den Krämpfen gestorben oder wir hätten ihr Medikamente gegeben, dann hätte es das Kind nicht überlebt. Mit der Schwangerschaft hat sie ihren Vertrag gebrochen. Und laut Gesetz haben Slater über 16 damit ihr Recht auf eine zweite Chance verwirkt. So steht es im Vertrag. Uns bleibt doch nichts anderes übrig, als den Vertrag zu unterschreiben, brülle ich und halte das Levo hoch. Beim Anblick meines Levos gehen ihm fast die Augen über. Sie hätten dem Mädchen das Levo abnehmen können. Dann hätte das Kind überlebt, beide hätten überlebt. Er schüttelt den Kopf. Und dann? Jedes gesleitete Mädchen im Land würde schwanger werden, nur um ihrer Strafe zu entgehen. Mit der Spritze in der Hand lächelt Tori den Arzt an. So. Die volle Dosis garantiert einen schnellen Tod. Wie ist es denn mit der halben Dosis? Das entsetzte Gesicht des Arztes ist Antwort genug. Tori macht einen Schritt auf ihn zu, aber ich kann nicht bleiben, um mir das mit anzusehen. Alles dreht sich vor meinen Augen, verschwimmt zu einer grauen Suppe. Ich stolpere aus dem Haus, vorbei an Leichen. Und obwohl ich mir große Mühe gebe, nicht hinzuschauen, nehme ich sie doch aus den Augenwinkeln wahr. Blut. Tod. Ich kann nicht mehr. Ich halte mich an einem Baum fest und übergebe mich. Aus dem Haus dringen Schreie herüber. Ich versuche, einen klaren Kopf zu bekommen, um das, was ich gerade erfahren habe, zu verarbeiten. Ein Levo würde einen Slater während der Geburt töten. Die Medikamente, die das verhindern könnten, würden wiederum dem ungeborenen Kind schaden. muss ich deshalb Amy und Jazz immer begleiten? Sollte ich deshalb nie mit Ben allein sein? Das habe ich nicht gewusst. Ob das Mädchen Bescheid wusste? Die Lorde haben sie geslated und ganz gleich, was sie hätten tun können. Jetzt ist sie tot. Sie sah älter aus als Amy. Ob sie bald 21 und damit frei gewesen wäre? Ich öffne die Hand. Dort liegt ein Ring, den ich ihr kurz vor ihrem Tod vom Finger gezogen habe. Ein schlichter Silberring. Auf der Innenseite ist etwas eingraviert. Emily und David forever. War David der Slater, der bei ihr war? Dann sind sie jetzt für immer vereint. Fest schließe ich die Hand um den Ring. Emily, dich werde ich nie vergessen. genauso wenig wie diesen Augenblick. Mit Holly sind drei von uns tot. Dazu kommen noch die beiden Slater, außerdem fünf Laura und der Arzt. Eine Liquidierungsstelle weniger. Bevor wir gehen, steckt Katrin die Anlage in Brand. Paarweise verschwinden wir im Wald, um zu unserem Treffpunkt zu rennen und ich bin mit Katrin zusammen. Du Idiot, zischt er mir beim Laufen zu. Was hast du dir nur dabei gedacht, dich mit einem Messer auf diesen Lorda zu stürzen? Du hattest Anweisungen, dich rauszuhalten. Du hast mir gesagt, ich soll bleiben, wo ich bin. Das habe ich auch getan. Er ist direkt auf mich zugelaufen. Verärgert schüttelte er den Kopf. Wenn ich nicht in Nikos Auftrag den Babysitter für dich spielen müsste, hätten wir vielleicht nicht drei Leute verloren. Was? Du warst mein Babysitter? Hast du doch gehört. Ich weiß, dass du helfen willst, aber du bist nur im Weg. Du bist eine Gefahr für alle. Was ist mit Holly? Was soll mit ihr sein? Sie hätte dem Lorda nicht allein gegenübertreten sollen. Sie hat sich freiwillig gemeldet. Die Lorda aus dem Haus zu locken war die beste Strategie. Das Unbehagen ist ihm anzusehen. Nachdem sie die Regeln gebrochen hatte, wollte sie Nico unbedingt ihre Loyalität beweisen. Ein für allemal. Den Rest des Weges legen wir schweigend zurück. Was ist eigentlich passiert? Ich wollte den Lorda töten. Das Messer hatte ich in der Hand und die Gelegenheit war günstig. Aber die Vorstellung, ihm das Messer ins Fleisch zu rammen, Haut, Blutgefäße und Muskeln zu durchtrennen, hat mich gelähmt. Ich habe es nicht über mich gebracht. Wenn Catra nicht zurückgekommen wäre, wäre ich jetzt tot. Wütend balle ich die Fäuste. Wofür war denn all das Training mit Nico und den Eulen gut? Ich kenne unzählige Arten, einen Menschen zu töten. Ich bewahre Emilys Gesicht im Gedächtnis. Warum hat sie den Happy Juice nicht gewollt, der ihr Leben hätte retten können? Nun sind sowohl sie als auch das Kind tot. Und Holly, Knickbruch. Dazu zwei weitere aus ihrer Gruppe, deren Namen ich nicht einmal kenne. Die Lorde haben das getan. Wenn ich das nächste Mal einem Lorde bewaffnet gegenüberstehe, versage ich nicht. Hättest du das Gleiche getan wie das Mädchen? fragt Tori. Auf den letzten Metern zum Haus kontrolliert sie ihr Messer. Ganz offensichtlich hatte sie keine Probleme, es zu benutzen. war doch sinnlos. Ihr Kind hat sie damit auch nicht retten können. Aber vielleicht hätte sie nicht damit leben können, ihr Kind auf dem Gewissen zu haben. Mir wäre es genauso gegangen, wenn ich zum Beispiel dabei gewesen wäre, als Ben gestorben ist und ich nicht alles getan hätte, um ihn zu retten. Misstrauisch betrachte ich sie aus den Augenwinkeln. Weiß sie etwas über Ben? Nein. Sie überträgt die Situation einfach nur auf sich selbst, auf den einen Menschen, für den sie ihr Leben geben würde. Ich seufze. Tori legt den Arm um mich. Wenigstens wird dort in der nächsten Zeit niemand mehr liquidiert. War das heute nicht toll? Soweit ich mitbekommen habe, schon. Und das war mehr, als mir lieb war. Tori schaut nach vorn, wo Katrin an der Spitze läuft. Mit gesenkter Stimme sagt sie. Das ist total unfair. Rede mit Katrin, damit er dich das nächste Mal mitkämpfen lässt. Aber du bist trotzdem dabei gewesen und immerhin haben wir was erreicht. Lauter fährt sie fort. Hey Leute, denen haben wir es aber gezeigt. Hier und da kommt aus der Gruppe ein Jubelruf. Nico tritt aus dem Haus. Der Nachmittag ist vorbei, also ist der Zurück aus der Schule, wo auch ich hätte sein sollen. Er lässt den Blick durch die Gruppe schweifen, um zu sehen, wer fehlt. Hatten sie einen ehrenvollen Tod? fragt er Katrin. Ja. Hollys Bruder kommt aus dem Haus gestürmt. Da er kaum ausgebildet ist, hat Nico ihn nicht mit auf diese Mission gelassen. Wo ist Holly? fragt er. Niemand antwortet ihm. Katrin hält den zitternden Jungen fest. Die Schweigeminute scheint sich ins Endlose zu ziehen. Nico hebt den Kopf und gibt ein Zeichen, woraufhin sich alle entfernen. Katrin hat dabei den Arm um Hollys Bruder gelegt und spricht leise auf ihn ein. Er wirkt wie verwandelt, so sanft wie der Katrin aus meinen Träumen. Hat er mich wirklich getröstet? So verrückt es mir auch erscheint, eine innere Stimme sagt mir, dass es tatsächlich so gewesen sein muss. Wie schön, dass ihr euch so gut versteht, sagt Nico und deutet auf mich und Tori, die sich immer noch bei mir untergehakt hat. Warum sollten wir uns nicht gut verstehen? fragt Tori. Selten, dass sich zwischen zwei Mädchen eine Freundschaft entwickelt, die den gleichen Freund hatten. Tori sieht mich mit weit aufgerissenen Augen an und stößt mich dann weg. Ben, flüstert sie ungläubig. Hilflos zucke ich mit den Achseln. Was soll ich da noch sagen? Tori macht auf dem Absatz kehrt und marschiert in den Wald. Nico lächelt. Ich muss kurz mit dir reden, sagt er, zeigt auf mich und geht rein. Einen Moment stehe ich wie versteinert da. Komm jetzt, ruft er. Ich folge ihm in den fensterlosen Raum, der ihm als Büro dient. Flackerndes Kerzenlicht tanzt über die feuchten Wände. Warum hast du das getan? Frage ich ungehalten. Was? Er von mir und Ben erzählt. Du weißt doch, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben dürfen. Nur so funktioniert die Gruppe. Die lauter lügen, wir sagen die Wahrheit. Wahrheit ist Freiheit, Freiheit ist Wahrheit. längst vergessene Worte brechen aus mir hervor. Nico lächelt. Genau. Jetzt sag mir aber, wie es dir nach dem Anschlag heute geht. Stehst du immer noch hinter unserer Sache? Der freundliche Ausdruck in seinem Gesicht kann nicht über den wachsamen Blick hinwegtäuschen. Ich verscheuche alle Gedanken an Blut und schließe die Finger fest um Emelies kalten Ring in meiner Hosentasche. Denk daran, was die Lorda ihr angetan haben, anderen ständig antun. Wir müssen sie aufhalten, mein Entschluss steht fest. Ich stehe auf der richtigen Seite, unserer Seite. Gut, bald gibt es noch weitere Aufgaben für dich zu erledigen. Als er mich anlächelt und mir über die Wange streicht, wird mir ganz warm und ich genieße Ich bin dabei. Daran habe ich auch nie gezweifelt, sagt er, obwohl das nicht stimmt. Was denn? Sofort bemerkt er den leisen Zweifel, der sich in meinen Zügen spiegelt. Ach nichts, aber irgendwie verstehe ich es nicht so ganz. Was willst du überhaupt mit mir? Wobei kann ich schon groß helfen? Du gehörst zu uns, sagt er, ganz gleich, was sie mit dir nach der Gefangennahme angestellt haben oder wen sie nach dem Slating aus dir gemacht haben. Du wirst immer eine von uns bleiben. Und außerdem bist du mir wichtig. Mehr sagt er nicht. Legt einfach den Arm um mich. Wärme durchflutet mich. Ich gehöre hierher. Zu Free UK. Das ist meine Aufgabe. Aber worin genau besteht sie? Was ist geplant? Das erfährst du schon bald, Er muss mir die Enttäuschung ansehen. Du traust mir nicht, sage ich. Doch, Nico zögert. Es wird eine Serie von Anschlägen auf wichtige Ziele in London und anderen Orten geben. Und was war das heute? Eine Einzelaktion? Wieder lächelt er. Sehr schlau, Rain. Wir wollen unsere Aktivitäten doch nicht plötzlich einstellen. Die sollen schön glauben, wir und nicht auf die Idee kommen, wir könnten etwas Großes geplant haben. Und außerdem haben wir uns auch Einzelpersonen rausgepickt. Mein Magen rebelliert. Mord? Stell dich nicht so an. Nikos Stimme ist kalt. Du weißt doch, was diese Regierung euch angetan hat und immer noch antut. Dear Tori, vergiss nicht, was die mit ihr gemacht haben. In verschiedenen Sektoren werden gleichzeitig hochrangige Persönlichkeiten entführt. Damit sollten die gut beschäftigt sein. Was ist mit dem Anschlag auf das Krankenhaus? Es ist mit hohen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet und wird schwer bewacht. Um das zu stürmen, müsste man schon... Auf einmal fällt der Groschen. Alles nur Ablenkung? Genau. Wir lassen durchblicken, dass wir es aus Krankenhaus abgesehen haben und während sie sich dort in Bereitschaft bringen, werden wir anderswo sein. Anderswo, anderswo. Armstrong Gedächtnistag. Es ist keine Frage, fiel mir eine Feststellung. Auf Checkers. An diesem Tag wird dort alles seinen Anfang nehmen, nicht wahr? Nico schweigt. Meine Familie wird dort sein. Wir sind deine Familie, sagt er mit leicht vorwurfsvollem Unterton. Ich erröte. Das verstehst du ganz falsch, Nico. Mom steht nicht hinter den Lordern. Jedenfalls nicht mehr. Nein? Nein, die haben ihren Sohn geslated. Sofort erzähle ich ihm von Robert. Eigentlich hatte ich versprochen, mit niemandem darüber zu sprechen, aber Nico muss es einfach wissen. Sie hat versucht herauszubekommen, was mit ihm geschehen ist. Sie gehört nicht zu den Lordern. Aber solange sie uns nicht unterstützt, interessieren mich ihre Ansichten nicht. Sie kann unsere Märtyrerin sein. Mit der Hand hebt er mein Kinn und zwingt mich ihn anzusehen. In meinen Augen muss sich das entsetzend spiegeln. Ich verstehe ja, wie schwer das für dich ist. Aber du musst jetzt stark sein. Wir müssen die Lorde an ihrem wunden Punkt treffen. Deine Mom lässt sich zur Symbolfigur der Regierung machen. Ganz gleich, wie sie dazu steht. Sie ist ein Werkzeug der Lorde. Nun zerquetsche ich fast Emilys Ring. Ich muss stark sein. Nico küsst mich auf die Stirn. Nun aber Schluss mit den neugierigen Fragen. Du musst jetzt schleunigst nach Hause, bevor man dich vermisst. Warum kann ich denn nicht hier bleiben? Mir rutscht die Frage einfach so heraus. Aber mal ehrlich, warum eigentlich nicht? Denn hier fühle ich mich dazugehörig. Bei Nico und selbst bei Katrin. In diesem Moment glaube ich an ihr Vorhaben. Unser Vorhaben. Nico legt mir seine warmen Hände Hey, wir brauchen dich. Im Moment kannst du nicht aus deinem alten Leben verschwinden. Und jetzt geh Rain, sagt er und schiebt mich aus der Tür. So gleich wird es kälter um mich. Tori ist nirgends zu sehen, aber Katrin ist zurück. Als ich im Wald verschwinde, folgt er mir. Ich brauche keinen Geleitschutz, ich finde den Weg auch allein. Katrin stellt sich taub und folgt mir unbeirrt. Hast du nicht gehört? Bei den Motorrädern konfrontiere ich ihn direkt. Er grinst bloß. Oh ja, du Besondere, aber das ist ein Befehl von oben, damit du sicher nach Hause kommst. Ich werde auch nichts sagen. Los, hau ab und schlaf eine Runde. Wieder reagiert er nicht, holt die Motorräder aus dem Versteck und übernimmt die Führung. Katrin fährt viel zu schnell. Eigentlich sollten wir nicht so einen Krach veranstalten, aber so war er schon immer. Mehr Mut als Verstand, hat Nico früher gerne gesagt, aber letztendlich behielt Katrin immer noch gerade so die Kontrolle. Haarscharf am Abgrund, aber nie darüber. Doch schon bald gebe ich mich selbst dem Geschwindigkeitsrausch hin, vergesse, was heute geschehen ist. Das Risiko ist mir egal. Es führt mich zurück in eine andere Zeit, in der Gefahr noch an der Tagesordnung war. Durch die Erinnerungen fühle ich mich lebendig. Doch im nächsten Moment sind sie auch schon wieder verblasst. Und ich Katrin drosselt das Tempo und macht eine Kehrt Wendung, um zurückzufahren. Warte mal, rufe ich zögerlich. Ich möchte dich noch was fragen. Was denn? Findest du von hier nicht nach Hause? Finster sehe ich ihn an und balle die Fäuste. Warum bist du manchmal nur so ein Mistkerl? Willst du das wirklich wissen? Hinter der Frage lauert eine Menge aufgestauter Wut. Ich wende mich ab, zerre das Motorrad ins Versteck zwischen die Bäume. Katrin bleibt und beobachtet mich dabei. Wahrscheinlich will er nur sicher gehen, dass ich es auch richtig verstaue. Nachdem ich die Abdeck plane und das Tarnnetz über die Maschine gezogen habe, mache ich mich auf den Nachhause Weg. Komm zurück, es tut mir leid, ruft er. Katrin entschuldigt sich? Vor lauter Überraschung bleibe ich stehen und drehe mich um. Er ist abgestiegen und ich gehe auf ihn zu. Herausfordernd sieht er mich an und ich erwidere seinen Blick. Doch als ich seine dunklen Augen in meine bohren, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Und? fragt er schließlich. Ich schlucke. Meine Erinnerungen sind ein wenig durcheinander. Kann ich dich was fragen, was schon länger her ist? Schieß los. Ich hatte diese schlimmen Träume, Albträume. Ich habe sie immer noch, seufze ich und senke den Blick. Eigentlich will ich es nicht laut aussprechen, aber ich muss endlich Gewissheit haben. Ich werde gejagt, laufe durch Sand, habe panische Angst und ich schaue auf. Du hast mich dann aufgeweckt und im Arm gehalten, wenn ich mich gefürchtet habe. Ich frage gar nicht, ich sage es einfach, weil ich sicher bin, dass es stimmt. Und da, in seinen Augen, finde ich die Bestätigung. Er wendet den Kopf ab, sodass die rote Narbe auf seiner Wange nicht zu sehen ist. Manchmal, wenn er wie jetzt nicht so wütend ist, kommt ein anderer Mensch zum Vorschein. Einer, der den Arm um Hollys Bruder legt. einer, der mich vor vielen Jahren tröstend im Arm gehalten hat. Danke. Schon gut. Ihm scheint das peinlich zu sein. Du und ich, wir waren Freunde. Aber Dinge ändern sich. Warum? Du hast dich verändert. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es ja selbst nicht. Katrin seufzt. Als du neu zu uns in die Gruppe kamst, warst du anders. Hattest Angst, hast viel geweint. Du wolltest gar nicht bei den Eulen sein. Jedenfalls nicht so wie wir. Aber zwischendurch warst du wie verwandelt. Du bist zu dieser durchgeknallten Furie mutiert. Zu einer Marionette, die Nico tanzen lässt. Es hatte irgendetwas mit diesem Arzt zu tun, der dich manchmal gleich für mehrere Tage mitgenommen hat. Mit jedem Mal hast du dich mehr verändert, bis das Mädchen, das ich kennengelernt hatte, fast ganz verschwunden war. Ein Arzt. Auf einmal fällt mir dieser Spezialist ein. Kein gewöhnlicher Arzt, der Wunden pflegt und Krankheiten heilt. Vor diesem Arzt hatte ich Angst. Schreckliche Angst. Bei dem Versuch, sein Gesicht aus meinen Gedanken zu verbannen, taucht sein Name vor mir auf. Dr. Craig. In dem Albtraum kam ein Arzt vor, der mir sagte, dass ich krank werden würde. Und Nico hat uns angewiesen, dich wie eine von uns zu behandeln, wenn du so verändert warst und dich ansonsten links liegen zu lassen. Stück für Stück verschwand das ängstliche Mädchen, bis sie schließlich nur noch zum Vorschein kam, wenn du schlecht geträumt hast. In meinem Kopf hämmert es wie verrückt. Zwei Personen, wie Nico gesagt hat. Lucy und Rain. Hat dieser Arzt mich etwa in zwei Hälften gespaltet? Mir wird übel. Ich will mich abwenden, aber Catrin hält mich fest und zwingt mich, ihn anzusehen. Hör zu. Nico hat schon vor Jahren irgendetwas mit dir geplant. Mir gefällt das gar nicht. Lass dich nicht von ihm ausnutzen. Du gehörst nicht zu uns. Das hast du nie. Hau ab, solange du noch kannst. Nein, hauche ich und gleich darauf stärker. Nein, du willst mich doch nur los sein, weil du eifersüchtig auf mich bist. Es passt dir nicht, dass ich Katrin lacht. Die Verärgerung dahinter ist spürbar. Klar, du hast ja vollkommen recht. Er wendet sich ab und steigt aufs Motorrad. Ich setze mich ebenfalls in Bewegung. Warte noch, sagt er und ich bleibe stehen. Weißt du, ich glaube an Free UK. Ich bin überzeugt, dass das der einzige Weg ist, die Lorda loszu werden, um wieder frei zu sein, ein besseres Leben zu führen. Aber deshalb muss es nicht dein Kampf sein. Wie kannst du überhaupt eine Entscheidung treffen, wenn du nicht einmal weißt, wer du bist? Sperr dich nicht gegen deine Erinnerung Ich sehe ihm noch lange nach. In mir herrscht ein totales Chaos, Wut, Angst. Überall lauert die Vergangenheit und droht mich zu überwältigen. Gewaltsam verdränge ich die Erinnerungen. Irgendwie gelingt es mir, nach Hause zu kommen. Ich gehe sofort hoch in mein Zimmer und rolle mich auf dem Bett zusammen. Es ist spät am Nachmittag. Die anderen werden erst in einer Stunde hier sein. Ich muss unbedingt duschen und mich umziehen, damit ich später einigermaßen normal aussehe. Aber ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Ich soll versuchen, mich wieder zu erinnern? Aber von der Person, die ich angeblich einmal gewesen bin, ist kaum noch etwas übrig geblieben. Wie bei einem Lied, dessen Text man längst vergessen hat und bei dem man nur noch die Melodie mit pfeifen kann. Die ganze Zeit über dachte ich, dass dieses gedankliche Verwirrspiel durch das Slating bedingt war. Aber nun erfahre ich von Katrin, dass es schon lange davor angefangen hat. Ich versuche, mich zu konzentrieren. Nico behauptet, er hätte mich vor dem Slating geschützt, indem er mich in zwei Personen gespaltet hat. und dass Rain sich hinter Lucy versteckt hat, als die Lorde mich geschnappt haben. Sie haben mich geslated, als wäre ich eine Rechtshänderin. Lucy ist fort, doch Rains Erinnerungen sind von dem Eingriff verschont geblieben und haben nur auf den richtigen Augenblick gewartet, um an die Oberfläche zu kommen. So hat Nico alles geplant, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn zarte Spuren von Lucy und ihren Erinnerungen, Träumen, Ängsten, haben überlebt. Tief vergraben. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Nico nicht sehr glücklich darüber wäre. Als ich Lucy erwähnt habe, war er auf der Hut und hat sich gewundert, dass ich überhaupt von ihr wusste. Und dann wiederum bin ich sauer auf Katrin. Vor ein paar Stunden war ich noch hundertprozentig überzeugt, alles verdorben. Nun bin ich wieder genauso verwirrt wie zuvor. Dass etwas mit meinem Gedächtnis nicht stimmt, ist eine heillose Untertreibung. Ist es nur eine Frage der Entscheidung? Vergiss Kyla und ihr Leben und schließ dich Free UK an. Halt dich nicht zurück. Verschreib dich ihn mit Haut und Haaren. Ich presse Emilys Ring so fest in meine Handfläche, dass er einen kreisrunden Abdruck hinterlässt. Aber ich will Ben doch gar nicht vergessen. Ich stelle mir sein Gesicht vor, halte es mir ganz deutlich vor Augen. Doch das reicht mir nicht. Das reicht mir nie. Ich hole Zeichenblock und Stifte hervor und male ihn wieder und wieder. Konzentrier dich. Ich halte mich am Ausdruck seiner Augen fest, an der Art, wie er steht, wie er läuft. Katrin geht durchs Leben, in dem er der Welt trotzt. Ben ist ein Teil von ihr. Ben ist ein Teil von mir. Ich sehne mich nach ihm, möchte ihn spüren. In seiner Gegenwart habe ich immer gewusst, wer ich bin. Gemeinsam finden wir einen Weg. Aiden hat versprochen, sich zu melden, sobald er eine Möglichkeit gefunden hat, wie ich Ben gefahrlos sehen kann. Aber das kann nicht mehr warten. Ich kann nicht mehr warten. Das mit raureif überzogene Gras glänzt im Mondlicht. Zitternd, halb vor Kälte, halb vor Aufregung, stehle ich mich durch das schlafende Dorf bis zum Wald. Hoffentlich habe ich mit meiner Vermutung recht und Ben ist tatsächlich da. Vielleicht ist es ihm um diese Jahreszeit auch zu kalt oder zu dunkel, um schon so früh zu trainieren. Am Motorrad angelangt, wünschte ich, ich hätte an Handschuhe gedacht. Von der Kälte sind meine Hände klamm und ich habe im Dunkeln Probleme mit der Abdeckung. Als ich das Motorrad endlich aus dem Versteck gezogen habe, nehme ich den Weg am Kanal entlang. Sobald ich die vertraute Umgebung hinter mir gelassen habe, folge ich der Route, die hin und wieder muss ich die Taschenlampe einschalten, um in der Dunkelheit nicht vom Weg abzukommen. Irgendwann halte ich an und hole Emilys Ring aus der Hosentasche. Ich kann ihn unmöglich behalten, viel zu riskant. Was, wenn jemand den Ring bei mir findet? Ich küsse ihn und will ihn in den Kanal werfen, damit er im tiefen Schlamm versinkt, aber ich bringe es nicht übers Herz. Stattdessen klettere ich auf einen Baum und stülpe den Ring über einen Ast. Ich merke mir die Stelle, den Knick im Kanal. Eines Tages hole ich mir den Ring wieder. Nachdem ich ein weiteres Stück zurückgelegt habe, überkommt mich ein mulmiges Gefühl. Irgendetwas stimmt hier nicht. Hinter mir in der Ferne nehme ich ein Geräusch wahr, noch ist es zu weit weg, aber an und schiebe meine Maschine tief ins Gebüsch. Verstohlen schleiche ich zurück und halte mich verborgen am Wegrand und da eine Gestalt auf einem Motorrad. Am Lenkrad blitzt der Peilsender auf. Offenbar bewegt sich das Zielobjekt gerade nicht. Auf dem Gesicht des Bikers spiegelt sich Unschlüssigkeit. Soll er in sicherer Distanz bleiben oder nachsehen, warum es angehalten hat? Ich für einen Augenblick sieht er schuldbewusst aus. Hi, sage ich. Hi. Willst du mir sagen, was los ist, oder soll ich raten? Katrin zuckt die Achseln, antwortet aber nicht. Am Motorrad ist ein Peilsender und du spionierst mir nach. Katrin wird so rot, dass es selbst in diesem Licht auffällt. Ja, am Motorrad ist ein Peilsender. Aber nicht so wie du denkst. Die haben alle Sender, aus Sicherheitsgründen. Aber meinen überwachst du? Nikos Anweisung. Als der Name fällt, bekomme ich sofort Angst. Weiß er davon? Noch nicht. Wo willst du überhaupt hin? Ich schweige. Egal, was du vorhast, ich komme mit. Ich stapfe zurück ins Gebüsch. Vielleicht kann ich das Motorrad ja kurz vor dem Ziel zurücklassen und mich so davon machen. Oder ich werde den Peilsender irgendwie los. Aber nun, da Katrin enttarnt wurde, weicht er nicht von meiner Seite. Bei meinem Motorrad drehe ich mich zu ihm um. Bitte, folgt mir nicht länger. Wenn es sein muss, warte hier auf mich. Es dauert auch nicht lange und dann können wir gemeinsam zurückfahren. Nein, ich brauche keinen Babysitter. Oh doch. Nun bleibt mir nichts anderes übrig, als die Erinnerung sperren. Katrin hört geduldig zu. Ich will zu Ben. Was? Der Typ, von dem Tori die ganze Zeit quasselt? Sie kennt nur die halbe Wahrheit. Ben und ich standen uns. Na, aber der ist doch tot. Ich schüttle den Kopf. Er lebt und ich werde zu ihm gehen. Hat er sich bei dir gemeldet? Nein, Ben weiß nicht, dass ich komme. Vielleicht ist er heute auch gar nicht da. Ich habe da nur so eine Ahnung. Wie hast du? Frag nicht, wie ich ihn gefunden habe. Das werde ich dir nicht erzählen. Aber jetzt kapierst du vielleicht, warum du nicht mitkommen kannst. In Katrins Gesicht spiegeln sich die unterschiedlichsten Gefühle. Er wirkt besorgt, gekränkt und wütend zugleich. Nein. Er fährt sich durchs Haar. Ich folge dir, halte mich aber im Hintergrund. Sollte was schief gehen, bin ich gleich zur Stelle. Mehr kann ich dir nicht anbieten. Bist du einverstanden? Unwillkürlich muss ich lächeln, denn ganz offensichtlich handelt er wieder besseres Wissen. Mit so viel entgegenkommen hätte ich gar nicht gerechnet. Okay. Ich schwinge mich aufs Motorrad, nehme noch die letzten Kurven und tatsächlich sind wir auf dem richtigen Weg. Mein Gedächtnis hat mich nicht im Stich gelassen. Als wir den Pfad erreichen, wo Ben vermutlich trainieren wird, ist der Himmel noch dunkel. Wir verstecken die Motorräder und warten im Schutz der Bäume. Die Morgendämmerung beginnt und vertreibt allmählich das Dunkel der Nacht. Von Ben keine Spur. Ich habe einen dicken Kloß im Hals und will gerade schon zu Catron sagen, dass ich mich wohl getäuscht habe, als er mich am Arm packt. Da raunt er und zeigt zum Hügel. Eine einsame Gestalt kommt auf uns zugelaufen, die aufgehende Sonne im Rücken. Unsicher blinzle ich und ja, er ist es. Und als er vorbei ist, kann ich gar nicht schnell genug aus dem Wald kommen. Grinsend wie ein Honigkuchen Pferd setze ich ihm hinterher. Ben kann vielleicht laufen, schon ich mache ordentlich Tempo. Er muss etwas gehört haben, denn er sieht sich kurz nach mir um. Vielleicht erkennt er mich im Gegenlicht nicht. Ich lege noch einen Zahn zu. Warte doch, rufe ich leise. Ben, warte. Er stoppt ab. Ich hole ihn ein. Ja? fragt er. Mit einem strahlenden Lächeln schaue ich ihm in die braunen Augen mit den goldenen Sprenkeln. Ich langsam dämmert es mir. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ben? Tut mir leid, da verwechselst du mich mit jemandem. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich halte seine Hand noch fester. Er schüttelt den Kopf und entzieht sie mir. Sorry, aber ich bin nicht Ben. Und jetzt muss ich weiter. bin spät dran. Und weg ist er. Läuft einfach davon. Ich bleibe zurück, sehe ihm hinterher und jede Bewegung ist die von meinem Ben. Tränen laufen über meine Wangen. Er weiß nicht, wer ich bin. Er kann sich an nichts erinnern. Ich bin am Boden zerstört. Ben ist zum zweiten Mal geslated worden. Das ist die einzige Erklärung. Aber er ist doch schon 17. Eigentlich ist das nur bei Jugendlichen unter 16 erlaubt. Warum sollten die Lorde seinetwegen ihre Gesetze brechen? Er weiß nicht, wer ich bin. Noch immer stehe ich zitternd da. Vielleicht dreht Ben um und läuft den gleichen Weg zurück. Mit diesem Gedanken stolpere ich ins Gebüsch und warte. Kurz darauf taucht Ben in der Ferne auf, nähert sich in seinem anmutigen Laufstil und ist im nächsten Moment schon den Hang hinauf. Hinter mir raschelt es, doch ich schaue nur Ben hinterher, der im Licht der aufgehenden Sonne verschwindet. Rain, ruft Catrin leise. Ich rühre mich nicht von der Stelle. Er soll meine Tränen nicht sehen. Catrin fasst mich am Arm und dreht mich zu sich um. Was ist denn? Ich bringe keinen Ton heraus, schüttle nur den Kopf. Zögernd zieht er mich in seine Arme, anfänglich etwas steif und unbeholfen. Und schluchzend erzähle ich ihm von Ben, der sich nicht mehr an mich erinnert. Endlich schiebt Catrin mich auf armes Länge von sich und sieht mir in die Augen. Du musst dich jetzt zusammenreißen. Hier können wir auf keinen Fall bleiben. Es wird schon hell und wer weiß, wer sonst noch alles aufkreuzt. Catrin schleift mich durch den Wald zu den Motorrädern und wir fahren am Kanal entlang zurück. Von der kalten Luft brennen mir die Augen und ich kann kaum klar sehen. Immer wieder gehen mir dieselben Worte durch den Kopf. Ben ist verloren. Obwohl auch ich geslated wurde, ist ein Teil meiner Erinnerungen zurückgekehrt. Das habe ich Nico zu verdanken. Bei Ben wird es anders sein. So funktioniert das nämlich nicht. Für ihn hat es mich nie gegeben. Was zwischen uns gewesen ist, existiert nicht mehr für ihn. Er kann sich an nichts erinnern. Ben ist verloren. Meine Tränen sind versiegt. Zurück bleibt eine Leere. Ansonsten gibt es nichts. Keine Hoffnung. Kein Ausweg. Als wir zum Versteck kommen, stehe ich nur unbeteiligt daneben, während Katrin mein Motorrad verstaut. Was hast du dir nur dabei gedacht, ihn aufzusuchen? Er schüttelt den Kopf, ganz der alte Katrin. Ich bleibe stumm. Provozierend knufft er mich in den Arm. Erst erzählst du uns, dass du hinter Free UK stehst, dann bringst du sowas. Setz alles aufs Spiel. Und wenn ich nicht dabei gewesen wäre und du geschnappt worden wärst? Die würden doch alles aus dir rausbekommen. Die haben ihre Methoden. Dann hättest du uns alle mit reingerissen. Etwas in mir verändert, verhärtet sich. Die Lorda haben mir Ben schon einmal weggenommen. Nun haben sie es wieder getan. Ben gibt es nicht mehr. Jetzt ist Schluss. Mir reicht es. Ich bin zu allem bereit. Dir scheint es ja ernst zu sein. War das jetzt der Auslöser? Wie meinst du das? Na, der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt? An dem du zu allem bereit bist? Auf einmal sehe ich vieles mit anderen Augen. Emilys Ring, der nun in irgendeinem Baum hängt, hat eigentlich schon gereicht. Und jetzt auch noch Ben. Ja, für mich gibt es wirklich kein Zurück mehr. Was war denn bei dir der Auslöser? Katrin nimmt meine Hand und führt sie zu der Narbe an seiner Wange und stößt mich dann weg. Erinnerst du dich nicht mehr daran? Als ich zehn war, ist meine ältere Schwester verschwunden, untergetaucht. Sie war in Schwierigkeiten geraten, nichts gravierendes, aber du kennst ja die Lorda. Auf einmal greift Katrin mich von hinten und drückt mir fast die Kehle zu. Ein Lorda hat mich so festgehalten, flüstert er. Wir waren gerade an unserem Bootshaus. Dann hat er sich das Tauchmesser meines Vaters geschnappt und mir die Wange aufgeschlitzt. Mit dem Finger fährt er mir übers Gesicht, zeichnet den Verlauf seiner Narbe nach. An dieser Stelle habe ich ihm gesagt, wo sie sich versteckt hält. Wir haben sie nie wieder gesehen. Er stößt mich weg. Das Tauchmesser war ein Katrin. Diesen Namen hat er sich gegeben, damit er es nie vergisst. Das Messer trägt Ich halte mir die Wange. Auch wenn er mir nicht wehgetan hat, spüre ich noch den Druck seines Fingers. Entsetzt sehe ich ihn an. Das war doch nicht deine Schuld. Du warst noch ein Kind. Mag sein. Aber deshalb würde ich eher sterben, als wieder jemanden zu verraten. Ich werde Nico nichts von deiner Aktion heute erzählen. Und Tori erfährt auch nichts von Ben. Jetzt geh, bevor dich zu Hause noch jemand vermisst. Katrin? Ja? Danke. Er sieht mir ins Gesicht. Ich akzeptiere deinen Wunsch, zu uns zu gehören. Aber du musst deine Grenzen kennen. Was meinst du damit? Katrin schüttelt den Kopf. Darüber reden wir ein anderes Mal. Nach kurzem Zögern streicht er mir übers Gesicht. Das mit Ben tut mir leid. Als ich in unsere Straße biege, ist es schon fast Zeit, mich für die Schule fertig zu machen. Zu spät, um heimlich durch die Hintertür hinein zu schleichen. Zum Glück habe ich für alle Fälle noch eine Nachricht hinterlassen. Bin laufen. Deshalb brauche ich auch nicht leise zu sein. Ich rufe ich. Mom steckt den Kopf aus der Küchentür, als ich mir gerade die Schuhe aufbände. War es heute Morgen nicht ein bisschen zu kalt zum Joggen? Fürs Laufen ist die Kälte ideal, sage ich und versuche fröhlich zu klingen, was mir aber nicht so recht gelingen will. Ich pfeffere die Schuhe in den Schrank. Mom folgt mir in den Flur. Was ist los? fragt sie und sie sieht aufrichtig besorgt aus. Jedenfalls möchte ich das gerne glauben, möchte mich in ihre Arme werfen und ihr von Ben erzählen. Doch das geht nicht. Andererseits kann ich das Offensichtliche nicht leugnen. Meine Augen sind rot verweint. Ich muss immerzu an Ben denken. Ich konnte nicht mehr schlafen, deshalb bin ich laufen gegangen. Sie legt mir die Hand auf die Schulter und drückt sie, schiebt mich zur Treppe. Geh nach oben und stell dich unter die heiße Dusche. Ich glaube, heute Morgen kannst du ein warmes Frühstück vertragen. Seit jenem Morgen ist die Welt in eisige Kälte getaucht. Tagsüber liegen die Temperaturen bei 0 Grad und nachts friert es. Und dann die Sache mit Ben. In der Schule, zu Hause und auch sonst bin ich eigentlich nur körperlich anwesend. Innerlich bin ich tot. Manchmal starre ich aus dem Fenster, minutenlang. Und wenn ich wieder aufschaue, sind Stunden vergangen. Sogar den Aufsatz über Shakespeare habe ich gemacht, nur um auf andere Gedanken zu kommen. Ziemlich armselig. Aber wenigstens bekomme ich so keinen Ärger. Jedenfalls solange ihn niemand liest, denn er ist echt mies geworden. Aber bis dahin haben Nico oder Colson vielleicht schon dafür gesorgt, dass meine Englisch Hausaufgaben unwichtig geworden sind. Und heute Abend ist Gruppe. Laufen tut mir immer gut, dann fühle ich mich mehr wie ich selbst, wer immer das sein mag. Aber als meine Schritte heute über den Asphalt donnern, scheint mir die Idee plötzlich nicht mehr so toll. Es erinnert mich nur daran, wie ich mit Ben zur Gruppe gerannt bin. Mit dem Joggen haben wir unsere Levos ausgetrickst. Wenn man sich bis zur Erschöpfung verausgabt, werden lauter Glückshormone ausgeschüttet. Und so konnten wir auch über Unerfreuliches nachdenken und reden, ohne dass unsere Werte fielen. Aber das war nicht der einzige Grund. Ben liebte das Laufen. Mehr noch als ich. Es gehörte zu ihm. Mir versagen die Beine, fast stolpere ich. Das Laufen gehört immer noch zu Ben. Ich bremse ab. Was hat das zu bedeuten? Neben dem Kummer hat die ganze Zeit etwas anderes an mir genagt, nämlich die Sache mit Bens Vorlieben. Ich hatte vermutet, dass Ben morgens am Kanal trainieren würde, weil ich ihn so gut kenne. Das heißt doch, dass von dem alten Ben noch etwas übrig sein muss. Ich zwinge mich, den gestrigen Morgen noch einmal minutiös durchzugehen. Bislang hatte ich das vermieden. Ben hat mich nicht erkannt, also bin ich automatisch davon ausgegangen, dass er noch einmal geslated wurde. Zwar habe ich kein neues Lavor entdeckt, aber bei den langen Ärmeln hätte man das auch nicht gesehen. Doch irgendetwas ist hier faul. Wenn er frisch operiert wäre, hätte er sich dann nicht wie alle neuen Slater aufgeführt? Glücklich, mit einem dämlichen Grinsen im Gesicht. So lange kann es schließlich nicht her sein. Aber er hat sich gar nicht so benommen. Ganz im Gegenteil, er war eigentlich noch ernster als sonst. Slating scheidet also aus. Es muss etwas anderes sein. Unterwegs auf der vereisten Straße bin ich so in Gedanken versunken, dass auf, die Scheinwerfer vorbeiziehender Fahrzeuge, PKWs und dann ein Van. Als ich um die Ecke biege, parkt der Van am Straßenrand. Ein weißer Van, auf dem Best Bilders steht. Lauf weg! Kaum ist mir der Gedanke gekommen, greifen aus der Dunkelheit auch schon Hände nach mir. Augenblicklich will ich herumfahren und zutreten, doch auf der anderen Straßenseite nähert sich ein Wagen. Im Licht der Scheinwerfer stetigt sich auch mein Verdacht. Es ist Wayne. Aber er hat sich ziemlich verändert. Schön war er ja noch nie, aber nun zieht sich eine tiefrote Narbe von einem Auge bis zu einer kahlen Stelle am Kopf. Mein Blick war ihm nicht entgangen. Gefällt sie dir? Was wollen sie? frage ich, um Zeit zu gewinnen. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass er sich an nichts erinnert. Jedenfalls hat man sich das in Amys Arztpraxis erzählt. Durch den Unfall hat er sein Gedächtnis verloren und weiß nicht, wer ihn so zugerichtet hat. Oder bringt mein Anblick alle Erinnerungen zurück. Wieder fährt ein Wagen vorbei. Das weißt du doch. Instinktiv will ich die Flucht ergreifen. Sagen sie es mir. Er hebt die Augenbrauen und die eine, die mit der Narbe sieht aus, als teile sie sich in der Mitte. Nur so viel. Sei immer auf der Hut, Schätzchen, denn eines Tages werde ich dich irgendwo allein erwischen. Als Wayne mir zuzwinkert, fällt mir auf, dass er ein künstliches Auge hat, das in die falsche Richtung starrt. Wir sehen uns, sagt er und geht zu seinem Van. Er steigt ein, lässt den Motor an und braust davon. Bevor er um die Ecke verschwindet, hupt er noch zweimal. Meine Knie zittern so sehr, dass ich mich an einen Baum lehnen muss. Ich betrachte meine Hände, die so viel Schaden angerichtet haben. In einer Gefahrensituation hat sich Nikos Training bewährt. Natürlich war es Notwehr. Dennoch sehe ich nichts als Blut vor mir. Waynes Kopf in einer Blutlache. Mir wird schon wieder schlecht. und ob Wayne sich erinnert. Er weiß, dass ich es war. Trotzdem hat er den Laudern nichts gesagt, weil er die Rechnung selbst begleichen will. Schaudernd mache ich mich auf den Weg, verfalle allmählich wieder ins Joggen. Und mal ganz ehrlich, Wayne ist zwar furchteinflößend, aber er ist nicht die finsterste Gestalt, die mir im Nacken sitzt. Ich sollte wohl besser wachsam bleiben und darauf achten, mir den Rücken freizuhalten. Die helle Beleuchtung des Raums und die strahlenden Gesichter der Gruppenteilnehmer können die Kälte nicht vertreiben. Als mich Mom nach dem Treffen abholt, bibbere ich noch immer. Habe ich dir nicht gesagt, dass es zu kalt ist, um zu laufen? Du solltest mal auf deine Mutter hören. Wildes Gehupe dröhnt in meinen Ohren, doch der Verkehr liegt lahm. Der Bus steckt fest und ich schreie den Fahrer an. Tun Sie doch endlich was! Öffnen Sie die Türen! Denn ich weiß, was gleich passieren wird. Doch der Fahrer kann mich nicht hören. Ein Pfeifen, ein Blitz und ein Knall. So laut, dass es mir durch Mark und Bein geht und ich zu entkommen. Die ganze Seite des Busses ist aufgerissen und zusammengequetscht. Schreie, blutige Hände schlagen gegen Fensterscheiben, Flammen lodern im hinteren Wagenteil. Noch ein Pfiff, ein Blitz, eine Explosion. Gegenüber dem Bus hängt ein Schild, halb aus den Angeln gerissen, wohl von den herumfliegenden Trümmern. Das Gebäude dahinter ist unversehrt. Auf dem Schild steht Lorda Amt London. Als ich die Augen endlich öffne, klopft mein Herz wie wild. Ich zittere, stopfe mir die Decke in den Mund, um den Schrei zu ersticken. Ist etwa ein Anschlag der Free UK fehlgeschlagen? Dr. Craigs Gesicht taucht plötzlich vor mir auf. Was hat der damit zu schaffen? Katrin würde alles tun, um es den Lorda heimzuzahlen. Und ich auch. Ich bin fest entschlossen, aber nicht zu so etwas. Dazu wäre ich nicht im Stande. Irgendetwas ist schief gegangen, als es den Bus erwischt hat. Ein Unglück. Bin ich dabei gewesen? Alles deutet darauf hin, die Geräuschkulisse, die Gerüche, jedes Detail hat sich mir ins Gedächtnis gebrannt. Nicht zum ersten Mal habe ich diesen Traum. Einmal saßen Robert und seine Freundin im Bus. Aber das ist doch schon über sechs Jahre her. Da war ich erst zehn. Unmöglich, dass ich dabei war. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und zu Ketchern und den Eulen bin ich erst mit 14 gekommen. Trotzdem muss ich Wenn 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 ich will kann ich alles. Am nächsten Tag zieht Nico mich in der Mittagspause zu sich ins Büro und schließt die Tür hinter uns ab. Ich habe einen Auftrag für dich, sagt er und hält einen kleinen Umschlag hoch. Deponiere ihn an einem Ort, wo ihn niemand außer deiner Mutter findet. Aber nicht vor Morgen Abend. Ich nehme den Umschlag entgegen. Willst du gar nicht wissen, was drin steht? Zögerlich schüttle ich den Kopf. Nein, du hattest nämlich recht. Ich habe immer recht, aber was genau meinst du? In seinem Gesicht zuckt ein Muskel. Na, was du über Mom gesagt hast, dass sie ein Werkzeug der Lorda ist. Selbst wenn sie privat anders denkt, solange sie sich von denen als Symbolfigur missbrauchen lässt, ist sie ein Angriffsziel. Liebevoll sieht er mich an, lächelt. Aber du hattest auch recht. Ach ja? Ja, indem du mir nämlich von ihrem Sohn erzählt hast. Vielleicht können wir Robert für unsere Zwecke nutzen. Und wenn wir sie dazu bringen können, sich öffentlich auf unsere Seite zu stellen, wäre das sogar noch besser. Ich blicke auf den Umschlag in meiner Hand. Und das hier ist gewissermaßen eine Einladung. Als ich den Umschlag in der Schultasche verstaue, entgeht mir nicht, dass er versiegelt ist. Im Unterricht lasse ich es mir noch einmal durch den Kopf gehen. Nachdem ich nun fest entschlossen war, alles zu riskieren, hat Nico doch noch einen Ausweg für mich gefunden. Er hat mich gern und will mir nicht wehtun. Außerdem hat er mir geglaubt, dass Mom nicht mit den Lordern unter einer Decke steckt. Nun tüftelt er an einem neuen Plan. Nach der Schule fahren Amy, Jess und ich zu Mac. Das hatten wir Anfang der Woche abgesprochen. Wie alles andere war mir auch das entfallen. Aiden wollte mich ja wegen Ben auf den neuesten Stand bringen. Als Amy und Jess zum Spaziergang aufbrechen, Er sagt kein Wort, sondern sieht mich mit seinen leuchtend blauen Augen an, bis ich den Blick abwenden muss. Was ist denn? frage ich. Ich hatte mir vorgenommen, dich nicht auf die Folter zu spannen und gleich mit allem raus zu rücken, aber jetzt, wo du vor mir stehst, fällt es mir schwer. Ist Ben etwas zugestoßen? Sofort gerate ich aber ich habe Nachforschungen über dieses Internat angestellt und das gibt es gar nicht. Wie meinst du das? Wir haben es doch gesehen. Ja, die Schule steht da, nur dass sie nirgendwo in den Registern auftaucht, wo Schulen normalerweise vermerkt sind. Weder in den Datenbanken der Grafschaft noch der des Landes. Über die Schule ist offiziell nichts bekannt. Die Betonung liegt auf offiziell. Und inoffiziell? Er zögert. Das sind eher Mutmaßungen, Gerüchte. Lass hören. Na schön. Zwischen der Schule und den Lordern scheint es eine Verbindung zu geben. Auf dem Sportplatz hast du sie ja auch gesehen. Das war kein Zufall. Die sind ständig dort. In meiner Schule tauchen auch hin und wieder Lorder auf. Die nehmen an der Schulversammlung teil und scheinen bei uns auch ein eigenes Büro zu haben. So meine ich das nicht. Die Lorder sind dort dauernd vor Ort und zwar mit einem großen Aufgebot. Es geht das Gerücht um, es handele sich um ein Ausbildungslager, wo Experimente ganz neuer Art durchgeführt werden und dann die Schüler. Die entsprechen nicht dem Durchschnitt. Alle sind groß und in extrem guter körperlicher Verfassung. Durchtrainiert oder sonst irgendwie besonders. Was soll das heißen? Weiß ich selbst nicht, aber wir sind an der Sache dran. Nur eins ist klar, Ben zu treffen ist viel zu gefährlich. Ich verschränke die Arme vor der Brust und starre ins Leere. Aiden legt tröstend den Arm um meine Schulter und drückt mich. Das scheint dir weniger auszumachen, als ich gedacht leufze. Dafür gibt es einen guten Grund. Und der wäre? Ich richte mich auf und sehe Aiden ins Gesicht. Der Wahrheit ins Gesicht. Ich war schon bei ihm. Was? Kannst du dich noch an den Kanal hinterm Sportplatz erinnern? Ich habe ihn durchs Heckfenster gesehen und irgendwie war mir klar, dass Ben dort früh morgens joggen würde. Und das tut er auch. Aiden fällt die Kinnlade herunter. Hast du denn vollkommen den Verstand verloren? Ist doch alles gut gegangen. Darum geht es nicht. Aiden sieht sauer aus. Stocksauer. Ich habe dir gesagt, du sollst warten, bis wir mehr wissen. Du hast mir gar nichts zu befehlen, fahre ich ihn an. Doch gleich darauf bereue ich es auch schon. Tut mir leid. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Aiden muss sich erst mal sammeln. Aufmerksam sieht er mich an. Ich gehe mal davon aus, dass es kein glückliches Wiedersehen war. Nein, Ben wusste überhaupt nicht, wer ich bin. Im ersten Moment habe ich geglaubt, dass er ein zweites Mal geslated wurde, aber dafür ist er doch viel zu alt. Im ersten Moment? Und was denkst du jetzt? Keine Ahnung, aber er kann nicht geslated worden sein. Erstmal kannte ich seine Angewohnheiten, dass er nämlich früh morgens am Kanal laufen würde und außerdem hat er sich nicht wie ein neuer Slater aufgeführt. Kein dämliches Grinsen im Gesicht. Ben war eher distanziert, überhaupt nicht wie ein Slater. Interessant. hat er ein Level getragen? Konnte ich nicht sehen. Er hatte was langärmliches an. Was hältst du davon? Zumindest ist er kein Gefangener. Er kann sich offenbar frei bewegen, sonst würde er nicht allein durch die Gegend rennen. Stimmt. Ich klammere mich an diese gute Nachricht. Und außerdem führen die da noch was anderes im Schilder. Slating ist es nicht. Oder jedenfalls nicht so, wie wir es haben die mit den Leuten vor. Aiden nimmt meine Hand und sieht mir in die Augen. Versprich mir, dass du dich von ihm fernhalten wirst. Fürs Erste jedenfalls. Und ich klemme mich dahinter, um mehr über die Schule zu erfahren. Aber kein Aber. Dort wimmelt es nur so von Laudan. Das ist zu riskant. Ich möchte nicht, dass dir etwas zustößt. Und der Ben, wie wir ihn kennen, würde es auch nicht wollen. Ben dient den Laudan als Versuchskaninchen. Er erinnert sich nicht mehr an mich. Wenigstens schien er gesund und munter zu sein. Kein Grinses later, aber auch nicht direkt unglücklich. Colson hat mir zwar gedroht, aber meinetwegen werden die Ben doch nichts antun, oder? Trotz ihrer Grausamkeit sind Lauder Vernunftwesen. Die werden nicht ihr Experiment gefährden, bloß um sich an mir zu rächen. Colson hat keine Ahnung, dass ich weiß, wo Ben steckt, also geht er davon aus, dass ich ihm jedes Märchen abkaufe. Jedenfalls bringt es nichts, Ben noch einmal zu besuchen. Er wird mich auch da nicht erkennen. Okay, antworte ich. Versprochen. Auch wenn mir mein Verstand sagt, dass Ben zumindest im Moment in Sicherheit ist, habe ich dennoch Angst um ihn. Wer weiß, was die Lorda gerade mit ihm anstellen, oder noch anstellen werden. Dr. Lysander könnte darüber Bescheid wissen oder es zumindest in Erfahrung bringen. Morgen sehe ich sie wieder, aber wird sie es mir verraten? Als ich vor Dr. Lysanders Büro warte, steht wieder derselbe Wachmann vor der Tür. Mit ausdruckslosem Gesicht hat er den Blick starr gerade ausgerichtet. Ich weiß nicht, welcher Teufel ihn beim letzten Mal geritten hat, aber zuzwinkern wird er mir diesmal sicher nicht. Komm rein, ruft Dr. Lysander. Ich flüchte nach drinnen und schließe die Tür hinter mir. Dr. Lysander mustert mich eingehend. Mit gefalteten Händen sitzt sie vor dem zugeklappten Laptop. Irgendwas liegt in der Luft. Ich schlucke schwer. Guten Morgen, Kyla, sagt sie endlich. Wie geht es dir heute? Gut, und Ihnen? Auch gut, danke. Aber nach unserem letzten Termin ist mir klar geworden, dass wir zwei Katz und Maus spielen. Bin ich die Katze oder die Maus? Rutscht es mir heraus. Eigentlich solltest du die Maus sein, aber manchmal bin ich mir doch nicht so sicher. Ich möchte gerne antworten von dir, Kyla. Ich habe auch Fragen. Dr. Lysander ringt mit sich, doch schließlich gewinnt die Neugier die Oberhand. Einverstanden, sagt sie. Du darfst mir eine Frage stellen, die ich auch beantworten werde. Danach bin ich dran. Einverstanden? Einverstanden, sage ich, obwohl es mir lieber wäre, sie würde anfangen. Ich suche nach den richtigen Worten. Und? Erinnern sie sich noch an Ben? Ben Nix, meinen Freund? frage ich und sie nickt. Ich möchte gerne wissen, was mit ihm passiert ist. Wo ist er jetzt? Das weiß ich nicht. Das habe ich dir doch schon gesagt. Sie wussten aber von seinem abgeschnittenen Levo, also müssen sie doch irgendwelche Informationen haben. Du hast ebenfalls davon gewusst und ich habe nie nachgehakt. Aber was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Damals habe ich im Computer nachgesehen, aber in unserem System sind keine Informationen über ihn. Sie seufzt. Ich beweise es dir. Dr. Lysander klappt den Computer auf. Komm zu mir und schau selbst nach. Der Nachname ist Nix? Ich nicke. Sie gibt Ben Nix in die Suchmaschine ein. Kein Treffer. Vielleicht hieß er auch Benjamin. Doch wieder nichts. Das verstehe ich nicht. Dann hält sich ihre Mine auf. Er wird in deinen Protokollen auftauchen. Ja, ich habe ihn bei dir unter Freunde und Familie mit einem Querverweis versehen. Sie ruft eine neue Seite auf. Hier steht seine Nummer. Dr. Lysander startet eine erneute Suche. Kein Treffer. Neben Ärger spiegelt sich noch ein weiterer Ausdruck auf ihrem Gesicht. Sie schließt den Laptop. Was ist denn? frage ich. Dr. Lysander lehnt sich in ihrem Stuhl zurück, nimmt die Brille ab und reibt sich die Augen. Ohne das dicke schwarze Gestell sieht sie ganz anders aus. Die Brille vergrößert ihre Augen. So sehen sie müde und viel menschlicher aus. Sie setzt sie wieder auf. Ben muss gelöscht worden sein. Was bedeutet das? Ist er tot? Ich weiß es nicht. Aber nur weil man gestorben ist, wird man nicht automatisch gelöscht. Nicht einmal mir ist es erlaubt, eine Akte zu entfernen. Keiner im Krankenhaus darf das. Nicht mal der Aufsichtsrat. Ich kann neue Akten für Patienten anlegen, sie auf den neuesten Stand bringen, bearbeiten, aber nicht löschen. Das widerspricht allen Regeln. Dennoch sieht es so aus, als hätte dein Freund nie existiert. Wer könnte das getan haben? Namenlose Gesichter mit. Sie unterbricht sich. Bist du die Katze und ich die Maus? Genug mit deinen Fragen. Ich habe sie Beantwort so gut ich kann und dir Dinge erzählt, die du eigentlich nicht wissen darfst. Nun bist du an der Reihe. Sind weitere Erinnerungen zurückgekehrt? Dr. Lysander lehnt sich vor. Er ist anzumerken, wie neugierig sie ist, auch wenn sie sich Mühe gibt, gelassen zu wirken. Einerseits habe ich den Wunsch, ihr alles zu erzählen. Dr. Lysander könnte im Computer nachsehen, was mit mir passiert ist, mir endlich Antworten geben. Andererseits bedeutet es Gefahr. Die Lorde haben mich im Visier. Vielleicht hört jemand unser Gespräch mit. Suchend sehe ich mich um. Hier könnten überall Wanzen versteckt sein. Was hast du denn? Hier kann ich nicht darüber reden. Ich fühle mich nicht sicher. Der Raum wird nicht überwacht, das verspreche ich dir. Das wäre ein grober Verstoß gegen das Patientengeheimnis. Und wäre das schlimmer, als eine Akte zu löschen? Sie öffnet schon den Mund, um etwas zu sagen, überlegt es sich dann aber anders. Denk nach. Dr. Lysander kritzelt etwas auf einen Zettel und reicht ihn mir dann. Dienstag 9 Uhr. Auf einer groben Skizze darunter ist ein Reitweg in der Nähe meiner Schule markiert. Auch wenn vieles dagegen spricht, lasse ich die Nachricht in meiner Hand verschwinden und nicke. Kannst du reiten? fragt sie. Ja. Die Antwort ist heraus, bevor ich nachdenken kann, aber es stimmt. Erinnerungsfetzen tauchen vor meinem inneren Auge auf. Kalopierende Pferde auf einer Weide setzen zum Sprung über ein niedriges Gatter an und fliegen darüber hinweg. Was ist denn Keiler? Ich erinnere mich, flüstere ich. ein Pferd, schwarz und weiß. Gemeinsam konnten wir fliegen. Erwartungsvoll sieht sie mich an. Sie will alles wissen, um endlich herauszufinden, was bei der Operation schiefgegangen ist. und wenn ihre Neugierde gestillt ist. Was dann? Zurück vom Krankenhaus sitze ich in meinem Zimmer, starre auf Nikos Brief und hoffe, dass er mir sein Geheimnis offenbart. Natürlich könnte ich ihn aufmachen. Ich stecke den Umschlag ein und trabe nach unten. Ich gehe rüber zu Kerm, verkünde ich, ziehe mir die Schuhe an und öffne die Tür. Auf der Schwelle mache ich kehrt und gehe wieder hinein. Mom? Was denn? Sie kommt mir im Flur entgegen. Das hat in der Tür geklemmt. Da steht dein Name drauf. Ich halte ihr Nikos Brief hin. Eigentlich sollte ich ihn ja verstecken, damit sie ihn findet, wenn sie allein ist. Aber ich muss unbedingt wissen, was drinsteht und wie sie reagiert. Stirnrunzelnd nimmt sie mir den Umschlag ab. Sie reißt ihn auf und zieht einen Brief heraus. Beim Überfliegen werden ihre Augen immer größer. Sie schnappt nach Luft. Was steht drin? Ist nicht wichtig, lügt sie und stopft ihn in die Hosentasche. Ungläubig sehe ich sie an und einen Moment lang spiegelt sich die Unentschlossenheit in ihrem Blick. Sie ist im Begriff mir etwas zu erzählen. Vielleicht sind es nur Ausflüchte, vielleicht auch die Wahrheit. Zwischen mir und Mom gibt es so viele Geheimnisse. Wird sie sich mir öffnen? Und werde ich mich dann auch öffnen? Tock 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 Wir fahren zusammen. Mom macht die Tür auf. Hallo Cam Komm rein. Cam blickt zwischen uns hin und her, als spürte er, dass irgendetwas nicht stimmt. Zwei Köpfe ein Gedanke, sage ich. Ich wollte gerade zu dir rüberlaufen und fragen, ob du Lust hast spazieren zu gehen. Gerne, sagt Cam. Aber vorher habe ich noch eine Frage. Was soll ich zu diesem AGT-Ding anziehen? Mom und ich sehen ihn überrascht an. Oh, hat er nichts davon gesagt? Wer hat uns was nicht gesagt? frage ich. Na, dein Dad, er hat mich eingeladen, euch zu dieser Veranstaltung zu begleiten, damit ich dich vor dem Essen nach Hause fahren kann. Ganz gelingt es mir nicht, meine Entsetzen zu verbergen. Nein, Cam darf auf keinen Fall mitkommen. Wer weiß, was dort geschieht. Aber wenn ich lieber nicht mitkommen? Mom mischt sich ein. Natürlich wollen wir, dass du mitkommst. Das ist eine super Idee. Wir haben es einfach nur nicht gewusst. Um Anzug und Krawatte wirst du aber nicht rumkommen. Ich gebe mir die größte Mühe, zustimmend zu murmeln. Währenddessen zerbreche ich mir den Kopf, wie ich Cam davon abbringen kann. Lass uns los, bevor es dunkel wird, sage ich. Ach, eine Sache noch, Cam, sag Mom. Hast du zufällig heute jemanden vor unserem Haus gesehen? Fragend blickt er mich an. Nur Keiler eben. Warum? Einfach so. Dann mal los mit euch beiden. Wir nehmen den Fußweg, der zum Aussichtspunkt führt. Ich werfe Cam einen kurzen Seitenblick zu. Du willst doch nicht wirklich mit auf diese bescheierte Veranstaltung. Aber Logo, endlich kann ich mich mal so richtig in Schale werfen und mich unter die großen und glorreichen mischen. Das lasse ich mir noch nicht entgehen. Das wird total öde. Wahrscheinlich. Er zwinkert mir zu. Aber du bist da. Hör auf mit dem Stuss. Nichts als politisches Geschwafel. Überall Lorda. Ich würde mich am liebsten davor drücken. Deshalb komme ich ja mit. Damit ich dich anschließend ganz schnell nach Hause entführen kann. Also keine Widerrede. Wie immer vertreibt Cam alle bösen Geister. Oben am Aussichtspunkt macht er einen auf Tatsahn und turnt auf einem Baum herum. Lachend stehe ich in der Nachmittagssonne, die schon tief am Himmel steht. Bald wird es dunkel. Ich fröstle. Komm, lass uns zurückgehen, sage ich und Cam folgt mir. Also meint er. Sagst du mir endlich, was los ist? Irgendwas beschäftigt dich doch. Da ist nichts. Du hältst mich wohl für total bescheuert. Gar nicht, sage ich. Das Übliche, setze ich achselzuckend hinterher. Das streng geheim Übliche? Ja, so ziemlich. Den ganzen Weg über hält er meine Hand. Vor dem Haus verabschieden wir uns. Mit leiser Stimme sagt er noch, dass er immer für mich da ist, wenn ich mich mal aussprechen will. Aber ich kann ihn doch nicht in Gefahr bringen. Nico hält am Hintereingang einer Kneipe. Wir steigen aus dem Wagen und er klopft an die Hintertür. Uns wird aufgemacht. Über die Küche geht es durch mehrere Räume. Das Haus ist alt, uralt, Reetdach, unebener Boden, verwinkelte Zimmer. Nach vorn hin sind Stimmen auszumachen. Ein Hinterzimmer mit bunt zusammengewürfelten Tischen und Stühlen ist leer. Von dort geht eine weitere Tür ab. Als Nico sie öffnet, kommt eine Abstellkammer zum Vorschein. Rein mit dir, sagt er. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Er lächelt. Schließlich hast du den Stein ins Rollen gebracht. Und was heute bei dem Treffen passiert, betrifft dich unmittelbar. Deshalb solltest du dir das anhören. Nun geh hinein und verhalte dich still. Nico sieht auf die Armbanduhr. Wenn alles läuft wie geplant, dann dauert es nicht mehr lange. Er schließt die Tür zur Kammer. Durch das Belüftungsgitter sehe ich, was im Zimmer vor sich geht. Nach etwa zehn Minuten kommt der Mann, der uns durch die Hintertür hineingelassen hat, mit einem Tee-Tablett hinein. Hinter ihm betritt Mom den Raum. Sie setzt sich Nico gegenüber hin. Blass ist sie. Schnell verschränkt sie die Hände, damit sie nicht mehr zittern. Ihre Augen huschen nervös im Raum umher und streifen die Tür, hinter der ich mich verstecke. Unwillkürlich drücke ich mich in die Ecke, auch wenn sie mich hier in der dunklen Kammer nicht sehen kann. Tee? fragt Nico. Wo ist er? Will Mom wissen. Nico schenkt Tee ein und schiebt ihr schweigend eine Tasse hin. Obwohl sie nicht sagt, spüre ich, wie Mom mit sich ringt. Sie will nicht noch einmal fragen, doch das schafft sie nicht. Wo ist mein Sohn? Ach so, Robert, damit hat Nico sie hergelotst. Sie haben gesagt, er würde hier sein. Sie steht auf. Ich habe gesagt, dass sie kommen sollen, wenn sie ihren Sohn wiedersehen wollen. Aber ich habe nicht versprochen, dass er hier sein würde. Sie hält inne. Ihr Blick ist wachsam und sie setzt sich wieder. Und fragt sie. Wir wissen, wo er ist. Ich suche schon seit Jahren nach ihm. Nico hebt die braun. Vielleicht haben wir die besseren Quellen. Wer sind sie überhaupt? Das wissen sie doch. Ich habe so meine Vermutungen, aber ich will es von ihnen hören. Nicos Mundwinkel zucken amüsiert. Er spielt mit ihr und ich hätte nicht über Lust, die Tür aufzureißen und beide anzubrüllen, endlich die Karten auf den Tisch zu legen. Mom tut das prompt. Sie haben meine Eltern auf dem Gewissen. Sie haben den Bus mit meinem Sohn in die Luft gesprengt. Kaum merklich schüttelt Nico den Kopf. Für ersteres bin ich nicht alt genug und letzteres hat sich wohl kaum so zugetragen. Ach ja? Sie wissen doch, was mit Robert passiert ist. Keine Frage, bloß eine Feststellung. Auch ich habe meine Quellen. und Mom seufzt. Laut offiziellen Berichten ist Robert beim Anschlag auf den Bus ums Leben gekommen. Aber er wurde kurz darauf noch gesehen. Gesund und munter. Er muss geslated worden sein. Ihnen ist hoffentlich klar, dass er sie bei einem Wiedersehen nicht erkennen würde. Mom antwortet nicht. Sie ist in sich zusammen gesagt. Natürlich weiß sie das. Denken sie doch mal darüber nach, was man ihnen angetan hat, sagt Nico, was man zahllosen Müttern und Vätern antut. Ihren Kindern, flüstert sie. Sie haben die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Ihre Wege sind nicht meine Wege. Nico legt den Kopf schief. Das wollte ich damit auch gar nicht andeuten. Aber es gibt etwas, das sie für uns tun können. Damit Kinder und Eltern in Zukunft nicht das Gleiche durchmachen müssen wie sie. Und teischen sie sich nicht. Hinter all dem stecken die Lorda. Nur ihretwegen sitzen wir jetzt hier. Ich bin ganz ohr. Der Armstrong Gedenktag wird ihre Ansprache auf Checkers live übertragen? Ja, wie jedes Jahr. Aber erzählen sie der ganzen Nation von ihrem Sonn, ihrem Robert. Fangen sie wie immer mit dem tragischen Tod ihrer Eltern an. Dann erwähnen sie, dass auch Robert von Bomben der Terroristen getötet wurde. Anschließend erzählen sie, was tatsächlich mit ihm geschehen ist. Damit alle Welt weiß, dass die Lorda ihre eigenen Gesetze brechen. Wenn sie den Leuten die Augen öffnen, wenn das Volk weiß, was wirklich vor sich geht, dann wehrt es sich endlich. Mom schüttelt den Kopf. Das funktioniert nie und nimmer. Die Lorda werden die Übertragung einfach abbrechen. Wenn es stimmt, was sie sagen und die Übertragung tatsächlich live stattfindet, dann müssen sie es nur schlau anstellen und schnell sein. Und dann? Ihnen werden die Leute glauben, das ist der Anfang vom Ende der Lorda Herrschaft. Und dann bringen wir sie zu Robert. Mir schnürt sich der Magen zusammen. Wie wird Mom sich entscheiden? Was wird Nico tun, wenn die Antwort nicht in seinem Sinne ausfällt? Doch als sie antworten will, bringt er sie mit einer Geste zum Schweigen. Denken sie erst einmal in Ruhe darüber nach. Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Gehen sie jetzt. Mom steht auf und läuft zur Tür. Ein Moment lang habe ich furchtbare Angst, dass er sie nicht gehen lässt. Weil er sich in einem Anfall von Verfolgungswaren einbildet, Mom könnte ihn an die Lorda verpfeifen. Erst als sie verschwunden ist, atme ich Es könnte sogar sein, dass sie es war, die mich an die Lorda verraten hat, aber davon hat Nico zum Glück keinen Schimmer. Wie soll er also wissen, wie sie jetzt reagieren wird? Schleppend verstreicht eine Minute, bevor Nico mich aus der Kammer lässt. Komm, wir gehen. Durch die Hintertür hinaus zum Wagen. Über ein, zwei Seiten Straßen und einige scharfe Kurven. Nico ist Wir fahren zum Haus, wir müssen reden, sagt er. Weißt du wirklich, wo Robert steckt? Noch nicht, aber bald. Er sieht mich von der Seite an. Du kennst sie besser als ich. Wie wird sie reagieren? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich auch nicht, sagt er zu meiner Überraschung. Ungewöhnlich, dass Nico mal zugibt, unsicher zu sein. Aber sei unbesorgt. Für den Notfall haben wir noch einen Plan B. Den restlichen Weg legen wir schweigend zurück. Als wir im Haus ankommen, zieht mich Nico unter den fragenden Blicken der anderen sofort in sein Büro. Catran ist da, ebenso der Rest der Truppe. Tori sieht durch mich hindurch, als wäre ich Luft. Setz dich, sagt Nico und macht die Tür zu. Wir sind allein. Dann rückt er den zweiten Augen sehen. Über eine Sache müssen wir dringend reden, Rain. Ich habe gehört, dass du bei Ben warst. Was? Vor Schreck springe ich auf. Der Verrat trifft mich schwer. Hat Catran doch geredet? Dabei hat er mir doch tausend Gründe aufgezählt, warum er auf keinen Fall etwas sagen würde. Das war ausgesprochen leichtsinnig von dir. Nico drückt mich zurück auf den Stuhl und hält meine Hand, als fürchte er, ich könnte weglaufen. In seinem Gesicht spiegelt sich Entschlossenheit und ich bekomme es mit der Angst zu tun. Doch bevor ich etwas sagen kann, hebt er die Hand. Nun warte mal. Du hättest es nicht tun sollen. Es war gefährlich. Wenn man dich erwischt hätte, sähe es für uns alle schlecht aus. Und das weißt du auch. Trotzdem verstehe ich dich. Wirklich? Na klar. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man jemanden verliert, den man liebt. Mit fühlend sieht er mich an. Erzähl mir von dem Treffen, Rain. Wie hat Ben reagiert? Und seine Augen, die fremd und vertraut zugleich sind, trösten und locken mich aus der Reserve. Erzähl schon, sagt er wieder. Es war schrecklich. Ben hat mich nicht erkannt. Konnte sich überhaupt nicht an mich erinnern. Keine Ahnung, was die mit ihm angestellt haben. Ich schon. Wie du schon? Ich weiß, was mit ihm passiert ist. Er hält inne. Du musst jetzt tapfer sein, Rain. Dieses sogenannte Internat, auf das Ben geht, ist gar keine Schule. Jedenfalls nicht das, was du dir darunter vorstellst. Die Schule ist ein Ausbildungszentrum für Lauder. Dort werden unterschiedlichste Methoden ausprobiert. Ähnlich wie beim Slating, nur nicht ganz so drastisch. Damit die künftigen Soldaten genug Geschick und Entschlossenheit an den Tag legen, aber dennoch leicht zu kontrollieren sind. Es tut mir wirklich leid. Ehrlich. Aber Ben ist für immer verloren. Nein. Ich will es einfach nicht wahrhaben und kämpfe mit den Tränen. Er wird zum Feind ausgebildet. Einem Agenten der Lauder. Das verkrafte ich nicht. Nun ergeben auch Aidens Andeutungen einen Sinn. Er wollte es mir nur nicht so deutlich sagen. Aber Ben? Ein Lorda? Nein, das könnte er nicht. Würde er nicht. Doch allmählich begreife ich die grausame Wahrheit. Nach dem, was die mit ihm gemacht haben, ist er nicht mehr Ben. Entscheidend tut jetzt ein anderer. Vor Nico will ich auf keinen Fall weinen. Das hebe ich mir für später auf. Aber als er mich in seine Arme zieht, breche ich doch in Tränen aus. Es klopft. Bin gleich zurück, sagt er. Beim Rausgehen schließt er die Tür hinter sich. Ich stütze den Kopf in die Hände. Geahnt habe ich es ja schon längst. Nur wahrhaben wollte ich es nicht. Und dann ist da noch eine weitere unliebsame Wahrheit. Katrin hat Nico die Sache mit Ben erzählt. Das muss er ja. Woher sollte Nico es sonst wissen? Aber Katrin hatte mir doch sein Wort gegeben. Aus Trauer und Tränen wird zunehmend Wut. Katrin hat behauptet, ich könne keine Entscheidung fällen, aber da täuscht er sich. Das hier entscheide ganz allein ich. Die Lorda müssen um jeden Preis aufgehalten werden und dafür ist jedes Opferrecht. Ohne meine Erinnerung hätte ich mich Free UK nie anschließen können. Als Kyla wäre ich mit ihren Methoden nicht einverstanden gewesen. Doch jetzt kann ich einfach vergessen, dass Kyla Gewalt verabscheut und ängstlich ist. Sogar dass sie jemals existiert hat. So wie ich Lucy vergessen habe. Nur Ben den werde ich nie vergessen. Ja, halt dich an deinem Kummer fest. Nutz ihn, damit du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst. Als Nico wieder hereinkommt, brennt in mir nur noch der Wunsch nach Rache. Alle anderen Gefühle sind ausgemerzt. Er setzt sich. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, es gibt noch eine weitere Sache, die wir besprechen müssen. Katrin und ich haben vorhin eine kleine Auseinandersetzung gehabt. Dabei ging es um dich. Was? Hat Katrin etwa noch mehr Geheimnisse ausgeplaudert? Ich balle die Fäuste. Er hat wiederholt beteuert, dass du auf unserer Seite stehst. Das tue ich auch. Aber er hat auch Bedenken geäußert. Er meint, wir könnten mit dir nichts anfangen, weil du zu zerbrechlich bist. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin zu allem bereit. Bist du dir da sicher? Nico lehnt sich im Stuhl zurück und sieht mich zweifelnd an. Mit der Hand bedeutet er mir zu schweigen. Ich beiße mir auf die Lippe. Folgendes Problem, Rain. Katrin meint, du würdest uns nur Scherereien machen. Und in der Regel traue ich seinem Urteil. Er hat mich wieder verraten. Dabei hat Katrin mich neulich noch daran erinnert, dass wir Freunde gewesen sind und er mich immer getröstet hat, wenn ich Albträume hatte. Und wegen Ben hat er auch so verständnisvoll getan. Dennoch sagt Nico achselzuckend so gerne ich an dich glauben möchte, Rain. Ich muss es wissen. Bist du ein Risiko für uns? Wie meinst du das? Du handelst, ohne dir vorher über die Folgen klar zu werden. Und wieder hebt er die Hand, um mich zum Schweigen zu bringen. Wie Tori. Mittlerweile habe ich sie ins Herz geschlossen, aber dennoch bleibt sie ein Risiko. Und du gehst einfach Ben besuchen. Stell dir vor, man hätte dich gefasst. Hättest du unser Geheimnis bewahrt? Ja, antworte ich wie aus der Pistole geschossen. Immerhin habe ich Colson nie mehr verraten, als er ohnehin schon wusste. Aufmerksam wie Nico ist, entgeht ihm nicht die kleinste Gemütsregung. Komm schon, Rain. Hast du uns noch weiteren Gefahren ausgesetzt? Von Colson kann ich dafür ist es zu spät. Rain. Ungeduld schwingt in seiner Stimme mit. Lange wartet er nicht mehr. Du verschweigst mir doch was. Sag sofort, was los ist. Was für ein Risiko. Lass dir was einfallen. Meine Erinnerungen sind zurückgekehrt, als ich angegriffen wurde und mich verteidigen musste. er hat überlebt und kann sich erinnern. Name, sagt Nico ausdruckslos. Wayne Best. Leise und zögernd spreche ich die Worte aus, als wünschte ich, sie blieben ungehört. Habe ich damit Waynes Todesurteil gefällt? Aber es sterben doch so viele, die es nicht verdienen. Und was Mitgefühl angeht, steht Wayne in meinen Augen ganz unten auf der Liste. Warum sagst du mir das erst jetzt? fragt Nico kopfschüttelnd. Wie kann ich dir da trauen? Ich tue alles, um es dir zu beweisen. Wirklich? Er seufzt. Auf einmal kommt er mir ganz nah, legt die Hände rechts und links auf meine Stuhllehne und sieht mir tief in die Augen. Denk nach. Was könntest du für uns tun? Womit könntest du beweisen, dass du zu allem bereit bist, damit ich dir endlich trauen kann? Krampfhaft überlege ich, wie ich ihm meine Loyalität zeigen könnte. Bilder und Gesichter wirbeln mir durch den Kopf und da vor Überraschung reiße ich die Augen auf, als ein Gesicht mit aller Deutlichkeit hervortritt. Dir ist was eingefallen? Raus mit der Sprache, sagt Nico im Befehlston. Eine Erinnerung aus einer anderen Zeit, einem anderen Ort blitzt auf. Ein Ziegel, Finger. Innerlich zucke ich zusammen, ich muss ihm gehorchen. Mühsam presse ich die Worte hervor und jedes versetzt mir einen Stich. damit ziehe ich einen Schluss Strich, fälle eine Entscheidung. Ich kann euch Dr. Lysander liefern. Als ich aufbreche, ringen Angst und Unsicherheit mit dem Glücksgefühl endlich Nikos Vertrauen gewonnen zu haben. Und dafür musste ich ihm nur Dr. Lysander geben. Ich beiße die Zähne zusammen. Sie hat es nicht anders verdient. Ihretwegen ist alles so gekommen. Slating war ihre teuflische Erfindung, falls man es so nennen kann. Es ist alles Dr. Lysanders Schuld. Auch Bens Schicksal ist ihr Werk, wenn auch indirekt. Nico gibt Catran einen Wink, woraufhin der sich sogleich erhebt. Ich erröte. Ich finde allein nach Hause, sage ich, doch Catran folgt mir nach draußen. Hinterm Haus steht ein Wagen, ein Mann lehnt rauchend daran. Er wendet sich ab, als wollte er nicht erkannt werden. Kurz erhasche ich einen Blick auf ein durchschnittliches Gesicht, eine durchschnittliche Statur. Irgendwo habe ich den Typ schon mal gesehen. Kann das sein? Wir laufen das kurze Stück durch den Wald zu den Motorrädern. Catran lasse ich links liegen, fahre einfach los. Doch je länger wir fahren, desto wütender werde ich. Als wir noch nicht mal die Hälfte des Weges zurückgelegt haben, drossle ich das Tempo und halte an. Ich schmeiße die Maschine fast zu Boden. Was ist denn mit dir los? fragt er. Du hast es Nico gesagt. Was habe ich ihm gesagt? Dass ich bei Ben war. Entgeistert sieht er mich an und sagt in gekränktem Ton. Ich habe versprochen nichts zu sagen und das habe ich auch nicht. Und woher weiß er es dann? Nico weiß es einfach. Diesmal werden die vertrauten Worte nicht von einem Schulterzucken und einem Grinsen begleitet. Ungläubig schüttle ich den Kopf. Wie ist das nur möglich? Doch dann geht mir auf, wo ich den Mann hinterm Haus schon einmal gesehen habe. War das nicht Aidens Kollege, der uns gefahren hat? Und wenn Nico es von ihm hat und nicht von Katrin? Aber da ist ja noch die andere Sache. Wie konntest du nur hinter meinem Rücken zu Nico gehen und ihm sagen, ich wäre euch ein Klotz am Bein? Stoße ich unter zusammengepressten Zähnen hervor und balle die Fäuste. Ich kann besser schießen als du. Mit Messern kann ich genauso gut umgehen und mit... Das stimmt, Rain. An deinen Fertigkeiten habe ich nie gezweifelt. Solange sich ein Ziel nicht bewegt, bist du die Beste. Was soll das heißen? Weißt du es nicht mehr? Was? Er verdreht die Augen. Dann zeige ich es dir. Katrin zieht ein Messer aus einer Scheide, die verdeckt an seinem Gürtel hängt. Die Klinge blitzt silbern im trüben Spätnachmittags Licht auf. Es ist nicht nur Tauchmesser, mit dem der Lorda ihm das Gesicht aufgeschnitzt hat. Katrin schiebt einen Ärmel hoch und legt die Klinge an die Innenseite seines Arms. Was machst du denn da? Hör sofort auf! Doch zu spät. Schon ritzt er sich damit in die Haut. Blut quillt aus der Wunde. Nicht nur einzelne Tröpfen, sondern ein richtiger Strom, der ihm über den Arm bis Konsistenz. Ich muss würgen, gehe einige Schritte zurück, kann aber den Blick nicht losreißen. Blut tropft von seinem Arm. Die Tropfen scheinen minutenlang in der Luft zu verharren, bevor sie auf den Boden fallen. Krampfhaft zieht sich mein Magen zusammen. Ich hole Tiefluft und bücke mich. Mir ist schwindelig, aber ich will mich nicht übergeben. Als Katrin die Hand nach mir ausstreckt, zucke sich das Blut vom Arm und drückt es auf den Schnitt. Das ist doch nur ein kleiner Kratzer. Mir geht es bestens. Siehst du? Als ich mich zu ihm umdrehe, ist kein Blut mehr zu erkennen und ich bekomme wieder Luft. Verstehst du jetzt, warum du nicht zu uns gehören kannst? Ra und er. Du bist ein Risiko für uns alle. Wenn du nicht mal ein paar Tropfen Blut sehen kannst, was meinst du, was erst passiert, wenn Schüsse und Bomben fallen? Du könntest jederzeit zusammenklappen und wenn ich immer auf dich aufpassen muss, geraten andere in Gefahr. Ich kapiere es einfach nicht. An Anschläge und Blut kann ich mich doch erinnern. Ich schlucke und richte die Aufmerksamkeit auf die inneren Bilder. Lärm, Geschrei, fliehende Menschen. Aber die Einzelheiten sind verschwommen. Ich weiß nicht mehr, welche Rolle ich dabei gespielt habe. Verdränge ich nur, dass auch ich Menschen auf dem Gewissen habe? Das kann doch nicht sein. Könnte ich wirklich jemanden umbringen? Habe ich das schon? Was führt Nico nur im Schilder? Sagt Catron mehr zu sich selbst. Er muss eigentlich wissen, dass das nie und nimmer funktioniert. Warum will er dich unbedingt dabei haben? Und als würde ihm jetzt erst einfallen, dass ich ja auch noch da bin, dreht er sich zu mir um und nimmt meine Hände in seine. Versprich mir eins, Rain. Lass es dir durch den Kopf gehen. Denk daran, was heute geschehen ist, was immer geschieht, sobald du Blut siehst. Vergiss das nicht. Er hält inne, fixiert mich, und ich kann diesem unerschütterlichen Blick nicht ausweichen, so gerne ich es auch möchte. Gedankenlos streiche ich ihm über die Wange, fahre mit den Fingern über seine Narbe. Das habe ich schon häufiger getan, stelle ich verwundert fest. Katrin reißt sich von mir los, als würde meine Berührung ihm die Haut versengen. Er springt auf das Motorrad und ich folge ihm. Auf dem Nachhauseweg überschlagen sich meine Gedanken. Hat Katrin recht? Bin ich eine totale Niete als Terroristin? In mir wehrt sich alles dagegen. Nein, darin bin ich gut. Ich bin in allem gut, was Nico uns beigebracht hat. Und ich habe mich immer angestrengt, die Beste zu sein. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wenn es stimmt, was Katrin sagt, warum will Nico mich dabei haben? Es war sicher kein Kinderspiel, mich ausfindig zu machen. Und überhaupt frage ich mich schon die ganze Zeit, wie er das geschafft hat. Wenn Aidens Kollege sein Spitzel bei MIA ist, würde das natürlich einiges erklären. Und der hat ihm dann auch von meinem Besuch bei Ben erzählt. Mein Gedächtnis lässt mich vielleicht manchmal im Stich, aber eines weiß ich mit Sicherheit. Katrin lügt nie. Wenn er es gewesen wäre, hätte er es gestanden. Warum hat sich Nico solche Mühe gegeben, mich wiederzufinden, wenn ich im Kampf nicht zu gebrauchen bin. Dass ich ausgerechnet zu Mom, der Tochter des ermordeten Premierministers komme, hatte er doch nicht im Voraus wissen können. Und dass Dr. Lysander meine Ärztin wird, konnte er auch nicht ahnen. Ich beiße die Zähne zusammen. Also gut, Blut ist echt widerlich, aber den Ekel überwinde ich schon mit meiner Willenskraft. Wenn Nico an mich glaubt, schaffe ich das. Ich muss. Und Dr. Lysander an Free UK auszuliefern ist doch sicher auch etwas wert. Sogar ziemlich viel. Spät in der Nacht versuche ich es dann. Mit einem scharfen Küchenmesser will ich nur einen Tropfen Blut, aber ich bringe es nicht über mich. Frustriert schleudere ich das Messer quer durchs Zimmer, wo es in der Tür stecken bleibt. Keiler! Warte! ruft Cam hinter mir her. Schlechter hätte sein Timing nicht sein können. Kurz überlege ich, ob ich mich taub stellen soll, aber dann läuft er mir womöglich noch hinterher. Ich mache auf dem Absatz Kehrt. Ja? Gehst du zum Unterricht? Natürlich. Aber das ist doch die falsche Richtung. Schüler strömen an uns vorbei, alle auf dem Weg zur ersten Stunde an diesem Dienstag Morgen. Noch geben sie mir Deckung. Ich reiße mich zusammen, lächle. Ich muss vorher noch ein Projekt für Kunst abgeben, sage ich schnell. Kunst belegt Cam nämlich nicht. Wir sehen uns nachher, lüge ich und laufe eilig weiter. Doch so leicht lässt er sich nicht abschütteln. Insgeheim fluche ich. Ist alles okay, sage ich lächelnd. Und bei dir? Er zuckt die Achseln. Sein Gesicht ist mittlerweile abgeschwollen. Die lila Blutergüsse sind jetzt blass braun. Aber es wird noch eine Zeit lang dauern, bis sie ganz verschwunden sind. Weil er sich für mich eingesetzt hat, hat er Schläge kassiert. Mir wird ganz warm. Armer Cam. Ob die Lorda ihm Ärger machen, sobald sie merken, dass ich mich nicht an den Dir gehalten habe. Ich sollte ihn warnen. Jetzt nicht. Keine Zeit. Ich bleibe stehen, schenke ihm ein Lächeln. Tut mir leid, aber ich muss mich echt beeilen, sonst schaffe ich es nicht mehr zum Unterricht. Bis nachher, okay? Okay, sagt er. Ich stürze davon und eile über den Rasen direkt zum Kunsttrakt, falls Cam ich vor der Tür ankomme. Dann verschwinde ich hinter dem Gebäude. Ich schaffe es gerade noch rechtzeitig durch den Seitenausgang, um einem Pulk von Landwirtschaftsschülern hinterher zu laufen, die auf dem Weg zu den Lerngärten sind. Für andere muss es wirken, als wollte ich meine Klasse einholen. Aber sobald wir nicht mehr in Sichtweite der Schule sind, lasse ich mich zurückfallen und schlage blitzschnell den Weg zur Straße ein. Eigentlich sollte ich mich beeilen, aber meine Füße werden immer schwerer. Heute will sie mit mir reden, hinter meine Geheimnisse kommen. Bald schon wird ihr das größte Geheimnis von allen offenbart. Mir ist übel. Sind es die Nerven? Oder Schuldgefühle? Nein, sie unterstützt die Lorda und ihr System, das Lating und was sonst noch dazugehört. Emily, Ben, sie darf mir nicht leid tun. Auf keinen Fall. Das wird sie auch nicht. Ich muss es allen beweisen. Catrin, Nico, Tori und den anderen. Beweisen, dass ich sie im Kampf gegen die Lorda unterstütze. Es ist auch mein Kampf. Tiefe Schlammfurchen durchziehen den Reitweg, sodass ich nur mühsam vorankomme. Sie wartet schon und ich sehe sie, bevor sie mich entdeckt. Ihr Pferd ist wunderschön und daneben steht noch eines, auf dem der Lorda sitzt, der sie auch im Krankenhaus bewacht. Ich stöhne auf. Nico hat mich schon darauf vorbereitet, dass sie womöglich jemanden bei sich haben wird. Mein Job ist es, die beiden zu trennen und den anderen dann ein Zeichen zu geben. Winkend laufe ich ihnen entgegen. Der Lorda starrt mich ungläubig an, als er mich erblickt. Hat er nicht mit mir gerechnet? Gut. Dr. Lysander redet auf ihn ein und er scheint ihr zunächst zu widersprechen, nickt dann aber. Als ich bei ihnen bin, steigt er vom Pferd. Herrlicher Tag heute, sagt sie lächelnd. Sie sieht so anders aus. Ihr dunkles Haar fällt offen über den Rücken, vereinzelt sind graue Strähnen auszumachen. Bislang kannte ich sie nur im weißen Kittel, doch in den Reitklamotten sieht sie mehr aus wie sie selbst. Auch die dicken Brillengläser sind verschwunden. Trägt sie Kontaktlinsen oder ist die Brille nur Dekoration? Kannst du auch wirklich reiten? Ja. Agent Lewinsky hat sich freundlicherweise bereit erklärt, dir sein Pferd zu geben, aber wir dürfen nur Schritt reiten und müssen immer in seiner Nähe bleiben. Brauchst du Hilfe? Ich schüttle den Kopf. Auch wenn ich den Steigbügel nur knapp erreiche, gelingt es mir aufzusetzen. Das Pferd tritt auf der Stelle und ich bekomme ein Gefühl für das Tier, den Sattel. Erinnerungen prasseln auf mich ein. Pferde, aber wann und wo? Mit geschlossenen Augen reise ich zu einem anderen Ort, einer anderen Zeit. Geschwindigkeit und einer Gewissheit, dass mir nichts geschehen kann, solange ich was die Gedanken eines Kindes, das nichts von der Welt weiß. Ist was, Kyla? Erschrocken fahre ich zusammen, sehe mich um. Mir geht es gut. Wie heißt das Pferd? Frage ich und streichle seine Mähne. Jericho, sagt sie. Und das ist mein Heathcliff. Sie klopft den Hals ihres Hengstes der schnaubt und stampft. Ganz gemächlich reiten wir los. Wie gewünscht bleibt der Wachmann zurück. Glücklich sieht er nicht aus. Schon jetzt kann ich mir vorstellen, wie er einen langen Bericht über mich verfasst, der dann postwendend an Colson geht. Aber nach dem heutigen Tag wird das wohl kaum noch eine Rolle spielen. Mit der Zeit werden wir etwas schneller. Ich treibe Jericho mit Sender sieht mich von der Seite an. Die verschwundene Krankenhausakte von deinem Freund Ben ist kein Einzelfall, sagt sie leise. Ich habe ein bisschen recherchiert und bin auf weitere Fälle gestoßen. Lücken in Krankenberichten und Schlimmeres. Was denn? Auch Ärzte sind verschwunden. Auf ihrem Gesicht spiegelt sich das Entsetzen. Das war ja klar. Für sie zählt ein verschwundener Arzt mehr als hundert Slater. Was heißt das? Frage ich. Könnten sich die verschwundenen Ärzte vielleicht auf Bens Internat aufhalten? Sie will nicht zurecht mit der Sprache herausrücken. Im Moment kann ich nur Spekulationen anstellen und die sind alle sehr unerfreulich. Ich erwidere ihren Blick und stelle ihr endlich die Frage, die mich schon eine ganze erzählen sie mir das alles. Warum melden sie mich nicht, wenn sie doch längst ahnen, dass ich mich erinnern kann? Warum treffen sie sich hier mit mir? Ich verstehe es nicht. Einerseits weil ich neugierig bin und weil ich wissen will, was bei dir schief gelaufen ist, damit es nicht wieder vorkommt. Und kopfschüttelnd gibt sie nach. Reine Sentimentalität. Du erinnerst mich an eine Schulfreundin. Aber das ist schon lange her, sagt sie traurig. Was ist mit ihr passiert? Sie war in die Aufstände verwickelt. Damals gab es keine Alternativen. Sie wurde exekutiert. Dr. Leisenda schaut sich um. Genug mit deinen Fragen und der Vergangenheit. Er kann uns nun wirklich nicht mehr hören. Jetzt bist du an der Reihe. Du hast versprochen mir alles zu erzählen. An was erinnerst du dich? Warum erinnerst du dich? Natürlich könnte ich einfach das Komm drücken und Katrin rufen, um das Gespräch zu beenden. Doch ihre Augen voller Neugier. Wenigstens kann ich ihr doch den einen Gefallen tun und ihre Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Vielleicht versteht sie die Dinge, die mir bislang schleierhaft geblieben sind. Oder bin ich so gepolt, dass ich verweigern kann? Nico würde ausflippen, aber er hört uns ja nicht. Ich erinnere mich an seltsame Dinge, Eindrücke, Geräusche, Gefühle, Menschen und Orte, manchmal nur schemenhaft. Es ist schwer zu erklären, wie gerade eben, als ich aufs Pferd gestiegen bin. Auf einmal wurden Gedanken und Empfindungen aus einer anderen Zeit wach, aber ich weiß nicht von wann oder wo. Faszinierend, sagt sie. Alle Scans und Tests, die wir vor deiner Entlassung im Krankenhaus gemacht haben, haben nichts Ungewöhnliches ergeben. Da hat es noch nicht richtig angefangen, außer mit den Träumen vielleicht, aber nach dem Krankenhaus kamen die Erinnerungen zurück, Stück für Stück, anfangs nur Kleinigkeiten. Und dann? Ich zögere. Dann kam Wayne. Ich habe mich heftig mit jemandem gestritten und auf einmal ist alles auf mich eingestürmt. Und das hier, ich zeige auf mein Level, ist vollkommen nutzlos. Um es zu beweisen, lasse ich es um mein Handgelenk schwingen. Das verstehe ich nicht. Das ist doch unmöglich. Ganz verstehe ich es auch nicht, aber ein paar Dinge habe ich mir zusammengereimt. Ich bin als Linkshänderin geboren, nicht als Rechtshänderin. Free UK hat mich geschult, mich konditioniert. Genaues weiß ich nicht. Jedenfalls haben sie zwei Personen aus mir gemacht, die Erinnerungen aufgeteilt in eine Rechtshänderin und eine Linkshänderin. Als ich geslated wurde, dachte man, ich wäre Rechtshänderin, weil ich gerade die Person war. Die andere Person hat sich dahinter versteckt. Interessant. Extreme äußere Umstände können zu einer multiplen Persönlichkeitsstörung führen. Im Prinzip wird das Ich dabei in Teilidentitäten gesplittet, sagt sie Gedankenverloren. Theoretisch wäre es natürlich möglich, eine solche Spaltung mit Absicht herbeizuführen, sodass die eine Persönlichkeit die Erinnerungen der anderen bewahrt. Aber dazu müsste man schon extreme Methoden anwenden, den Menschen misshandeln oder so schwer traumatisieren, dass sie als Überlebensstrategie nichts anderes übrig bleibt, als die Persönlichkeit zu spalten. Bei ihren Worten laufen mir kalte Schauder über den Rücken. Wie schwerwiegend muss ein solches Trauma wohl sein? Ob es der Ziegelstein gewesen ist, mit dem Nico mir die Hand zerschmettert hat? Aber Keiler, ich begreife es nicht. Warum sollte dir jemand so etwas antun? Damit ein Teil von mir das Slating übersteht. Mit großen entsetzten Augen sieht sie mich an. Ich kann förmlich sehen, wie es dahinter rattert. Solche Möglichkeiten wurden lang und breit diskutiert und für unmöglich befunden. Plötzlich zeigt sich eine neue Regung auf ihrem Gesicht. Warum wurdest du geslatet, Keiler? fragt sie sanft. Die Lauder haben mich erwischt. Stand das nicht in meiner Akte? In deinen Unterlagen steht, dass du während eines terroristischen Anschlags verhaftet wurdest. Identität unbekannt. Skeptisch zieht sie eine Augenbraue hoch. Unbekannt? stammle ich. Wird nicht jedem Baby bei der Geburt eine DNA-Probe entnommen? Laut Gesetz schon. Aber mitunter kommen Kinder in abgelegenen Regionen auf die Welt, deren Eltern sich aus allem heraushalten und die so durchs Netz schlüpfen. In meinem Kopf dreht sich alles. Kann es sein, dass die Lauder nicht wussten, wer ich war? Obwohl ich auf der Homepage von MIA als vermisst gemeldet bin? Ich fasse es nicht, dass die Lauder diese illegale Website nicht überwachen. Aber vielleicht erklärt es auch einiges. Wenn keiner wusste, wer ich war, wie konnte man mich denn slaten? Dann kannte doch kein Mensch mein Alter. Mit einfachen Zelltests lässt sich das Alter sehr genau bestimmen, Keiler. Und in deinem Fall wurde das auch rechtmäßig durchgeführt. Du warst noch unter 16. Aber das stimmt nicht. Ich war schon 16, das weiß ich ganz genau. Ich erinnere mich nämlich an meinen Geburtstag. Da musst du dich irren. Diese Tests sind hundertprozentig sicher. Aber genug jetzt davon. Zurück zu meiner Frage. Warum wurdest du geslated? Damit bringt sie mich aus der Fassung. Ich habe keinen Schimmer. Ich kann mich an nichts erinnern. Ihre Augen, die hinter uns auf den Weg gerichtet sind, bewegen sich hektisch hin und her und werden immer größer. Als ich mich umdrehe, sehe ich, wie Catran mit dem Lorder auf dem Boden ringt. Aber ich habe doch noch kein Signal gegeben. Erst einmal wollte ich den Wachmann abschütteln. Was geht hier vor sich? Und da prescht Dr. Lysander auch schon in entgegengesetzte Richtung davon, treibt ihr Pferd an. Fluchend bleibe ich zurück. Durch die Fragen war ich vollkommen abgelenkt. Ich hätte aktiv werden, sie packen sollen. Doch bevor ich ihr nachsetzen kann, bringt sie ihr Pferd abrupt zum Stehen und nimmt die Hände hoch. Was soll das? Und dann sehe ich zwei unserer Leute, die ihre Waffen auf Heathcliff gerichtet haben. Das Leben ihres Pferdes will sie nicht aufs Spiel setzen. Keuchen und Röcheln hinter mir. Als ich mich umschaue, hält Catran den Lorder im Klammergriff fest und hat ihm einen Arm auf den Rücken gedreht. Doch dann lässt er ihn gehen, stößt ihn von sich. Und während der Lorder langsam auf dem Boden zusammenbricht, wischt Catran das Messer im Gras ab. Rot. Nicht nur ein roter Tropfen, ein blutiger Strom ergießt sich aus dem Hals des Lorders. Einmal zuckt er noch, dann liegt er still da. In dem Moment falle ich vom Pferd. Dunkelheit um mich herum. Ich habe einen ekligen Geschmack im Mund. Ich liege auf etwas Weichem. Mein Kopf ist wie in Watte gehüllt. Wie? Wo? Ich schlage die Augen auf. Nur langsam nimmt der Nebel um mich Kontur an. Ein kleiner Raum, eine verschlossene Tür, ein vergittertes Fenster. Und ich bin nicht allein. Ein paar Schritte von mir entfernt steht Dr. Lysander. Sie späht durch die Stäbe. Ich setze mich auf. Daraufhin wendet sie sich mir zu. Alles okay, Kyla, fragt sie leise und gefasst. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Was ist denn passiert? Meine Stimme klingt so fremd. Das weißt du wohl besser als ich. Aber vielleicht auch nicht. Du bist ja ebenfalls eingesperrt. Ich habe diesen widerlich sauren Geschmack im Mund und meine Klamotten sind in einem schrecklichen Zustand. Verschlammt und voller. Ist das etwa Kotze? Vom Geruch wird mir Spei übel. Ich atme ruhig ein und aus bis das Gefühl vorüber geht. Gibt es hier Wasser? Frage ich. Nein. Dr. Lysander schlägt gegen die Tür. Hallo? Da draußen? Wir brauchen Wasser. In ihrer Stimme schwingt wie immer eine überlegene Autorität mit, die ihr hier wohl kaum nützen wird. Draußen ist gemurmelt zu vernehmen. Eine Zeit lang passiert nichts. Dann erklingt eine Stimme. Weg von der Tür! Es wird aufgemacht. Tori steckt den Kopf hinein. Hier riecht's aber. Mit gekräuselter Nase sieht sie mich an. Du stinkst. Hinter ihr sitzt Katrin wache, die waffen griffbereit. Ich erkenne Nikos Büro. Habe ich es mir doch gedacht. Aber warum bin ich? Panik ergreift mich. Vielleicht hat Nico das mit Coulson herausbekommen und hält mich nun für eine Verräterin. Als Tori Dr. Lysander die Wasserflasche reicht, schüttelt Katrin kaum merklich den Kopf. Seine Augen bedeuten mir verhalte dich still, warte ab. Lasst mich gehen, sage ich versuchsweise, aber statt fordernd zu klingen, bringe ich nur ein armseliges Wimmern zustande. Tori lacht. wohl kaum, sagt sie und verriegelt die Tür. Offenbar genießt sie die Situation. Dr. Lysander nimmt einen kleinen Schluck und reicht mir die Flasche. Trink ruhig aus, du bist sicher ausgetrocknet. Sie deutet auf meine bespuckten Sachen. Ich trinke etwas, dann befeuchte ich einen Zipfel meines Ärmels und wische mein Gesicht sauber. Mehr ist nicht drin. Ich seufze. In meinem Kopf hämmert es. Was ist nur passiert? Ich bekomme es einfach nicht zusammen. Alles verschwindet hinter einem diffusen Nebel. Ich habe immer gedacht, aus dir könnte eine gute Ärztin werden, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Hast du schon immer eine krankhafte Angst vor Blut gehabt? Hab ich doch brennen und zittere. So viel Blut. Denk nicht dran, schieb es beiseite. Aber Katrin hat doch gesagt, ich soll mich nicht gegen meine Erinnerung sperren. Katrin. Er hat den Lorda getötet, hat ihm vor meinen Augen die Kehle aufgeschlitzt, als wollte er sagen, schau her. Warum musste er sterben? Und warum auf so grausame Weise? Wie kann man eine Terroristin sein, wenn man kein Blut sehen kann? Ist diese Angst überwindbar? Frage ich. Sicher? Das ist aber nicht leicht. Am wirkungsvollsten ist eine systematische Desensibilisierung. In einer geschützten Umgebung wird der Patient dem angstmachenden Reiz schrittweise ausgesetzt, bis er den Schrecken verliert. Jemand, der sich vor Spinnen fürchtet, würde man nach und nach mit den Tieren in Berührung bringen und ihm beibringen, sich dabei zu entspannen. Nach einem halben Dutzend Morde solltest du geheilt sein. Die Sensibilisierung Wie ein Strudel zieht mich dieses Wort zurück in die Vergangenheit. Bilder flackern vor meinem inneren Auge, als würde ich einen alten 3D-Horrorfilm anschauen, dessen gruselige Dinge einem immer wieder ins Gesicht springen. Kein Frieden, Explosionen, Schreie, Blut. Schützend halte ich die Arme über den Kopf und rolle mich zusammen. Entfernt nehme ich wahr, dass Dr. Lysander nach mir ruft, mich antippt. Ich zittere am ganzen Leib, kämpfe mit aller Macht dagegen an, kneife die Augen zu, aber es geht einfach nicht weg. Ein Pfeifen, ein Blitz und ein Knall. Ein Bus mit Schulkindern, Schreie, blutige Hände schlagen gegen Fensterscheiben und dann geht es von vorn los. Immer und immer wieder. In einer Endlosschleife. Replay. Mit dieser Einsicht verlieren die Bilder ihre Tiefe, werden zweidimensional. Eine Kinoleinwand. Ich in einem Stuhl, unfähig, mich zu bewegen. Nicht real. All das Grauen. Ich bin nie dort gewesen. Man hat mich nur gezwungen, es mir auf der Leinwand anzuschauen, um mich zu desensibilisieren. Vergebens. Ich entspanne mich und mache die Augen auf. Vielleicht habe ich nie jemanden umgebracht. Vielleicht könnte ich das gar nicht. Die Stunden vergehen. Ich meide Dr. Lysanders Blick. Bestimmt weiß sie, dass ich nicht ganz unschuldig an ihrer Lage bin. Dennoch tut oder sagt sie nichts. Sie ruht in sich stark, wachsam. Und dann fährt ein Wagen vor. Bald schon sind vor der Tür Stimmen zu vernehmen. Mir wird eiskalt. Nikos Stimme. Nur er kann meine Inhaftierung angeordnet haben. Aber warum? Minuten verstreichen und dann wird die Tür von Nico höchst persönlich aufgeschlossen. Einem äußerst gut gelaunten Nico. Ach, hallo, Frau Dr. Leisenda nehme ich an. Kommen Sie doch her. Zeit für ein Tässchen Tee. Lächelnd hält er die Tür auf, als bitte er einen Gast herein. Zögernd betritt sie sein Büro. Derweil wirft Nico die Schlüssel in eine Schreibtisch Schublade. Ich denke schon, dass mich alle links liegen lassen, aber nachdem Nico Dr. Leisenda aufgefordert hat, Platz zu nehmen, wendet er sich mir zu. Und wen haben wir denn da? Er rümpft die Nase. Ach, Kindchen, bevor du dich zu uns gesellst, solltest du dich ein wenig frisch machen. Nico wendet sich an Tori. Nimm sie doch bitte mit nach draußen, wo sie sich waschen kann und dann gib ihr was sauberes zum anziehen, bevor du sie zurück bringst. Tori zerrt mich nach draußen und ich spiele mit dem Gedanken abzuhauen. Aber da sind auch die anderen. Bewaffnete Wachen. Katrin und zwei weitere Jungen. Keine Frage, ihre Anwesenheit des Dr. Leisenda zu verdanken. Warte hier, sagt Tori und geht ums Haus herum. Ich höre Wasser plätschern, dann kommt sie mit einem Eimer zurück und kippt ihn mir über den Kopf. Pustend und prustend lasse ich es über mich ergehen. Tori tritt einen Schritt zurück und besieht sich das Werk. Das reicht noch nicht. Darauf folgt ein zweiter Eimer. Schlotternd bleibe ich stehen und sie geht ins Haus. Kurz darauf kommt sie wieder. Zieh das an, befiehlt sie mir Katrin räuspert sich vielsagend und sie wenden sich ab. Schnell pelle ich mich aus den nassen Sachen. Zitternd, taub. Mir ist schwindelig. Als ich mich bücke, um die Jeans anzuziehen, verliere ich fast das Gleichgewicht. Und nachdem ich den Pulli über den Kopf gezogen habe, komme ich vor lauter Zittern kaum in die Ärmel. Also hilft Tori ungeduldig nach. Die anderen Wachen haben den Blick immer noch abgewandt. Nicht so Katrin. Ruhig und stetig sieht er mir in die Augen. Was will er mir nur sagen? Komm endlich, knurrt Tori und tritt meine alten Klamotten angeekelt aus dem Weg. Nico wartet. Mir ist mulmig zumute, als sie mich grinsend zurück ins Haus führt. Hier ist es kaum wärmer als draußen und Nicos Büro steht nun ein extra Stuhl. Da bist du ja, sagt er. Setz dich, Kyla. Tori lungert im Türrahmen herum. Geh, sagt er zu ihr. Mit einem Satz verschwindet Tori und schließt die Tür hinter sich. Aber vorher bemerke ich noch ihren enttäuschten Blick. Tee, Kyla? fragt Nico und hält die Kanne hoch. Ja, gerne. Mir klappern die Zähne, du armes Ding. Wir haben hier leider kein warmes Wasser, sagt er zu Dr. Lysander gewandt. Aber wir machen aus allem das Beste. Er schenkt eine Tasse ein und reicht sie mir. Ich umschließe sie mit beiden Händen und genieße die Wärme. Nico verlässt das Zimmer und kehrt gleich darauf mit einer Decke zurück, die er mir über die Schultern legt. Nicht, dass du uns noch erfrierst, bevor wir wissen, was wir mit dir anstellen werden. Dr. Lysander sitzt mit übereinander geschlagenen Beinen auf dem Stuhl. In der Hand hält sie die Teetasse. Obwohl sie natürlich immer noch ihre Freizeitkleidung trägt, hat sie auf seriöse Ärztin umgestellt. Ganz die aufmerksame, souveräne Beobachterin. Wollen Sie mir nicht endlich sagen, was hier vor sich geht? fragt sie Aber zuerst noch ein paar Kekse. Nico öffnet die Packung und hält sie mir hin, aber ich schüttle nur den Kopf. Der Tee ist mir auf leeren Magen mehr als genug. Als Nico schließlich den Tee ausgetrunken und ein paar Kekse gegessen hat, lehnt er sich gemütlich zurück. Vielleicht haben Sie schon von Free UK gehört. Wahrscheinlich ist Ihnen aber der Name RT Egeläufiger, den uns die Lorder gegeben haben, sagt er. Dr. Lysander neigt den Kopf. Ja, hin und wieder. Heute beehren wir sie mit einer Einladung, uns zur Seite zu stehen, um die teuflischen Lorder zu stürzen, die unsere Jugend und überhaupt alles in diesem großartigen Land unterdrücken. Fragend zieht sie Nico an. Der wiederum richtet den Blick auf mich. Nehmen sie dieses arme Mädchen hier, sehen sie sich dieses zitternde Elend an, hilflos und allein. Weil die Regierung sie geslated hat, kann sie Freund und Feind nicht mehr auseinander halten, keinen eigenständigen Gedanken mehr fressen. Mit Leichtigkeit kann jeder sie für seine Zwecke missbrauchen. Meistens sind es die Zwecke der Lorder, aber wir können das genauso gut. Was hat sie zu erwarten? Was hält dieses Land für eine Zukunft für sie bereit? In mir gibt es eine Stimme, die tobt und schreit und wütet. Sieht er sich in dieser Rolle? Hat er mich nur ausgenutzt und nun, da er erkennt, wie wertlos ich bin, sortiert er mich aus? Aber die Kälte und Taubheit in mir überwiegen und wenn ich ihm jetzt ins Wort falle, ist es womöglich das Letzte, was ich tun werde? Da stellen sie mir aber merkwürdige Fragen, sagt Dr. Lysander. Kailas Zukunft? Die haben sie ausgeblasen wie ein Streichholz, weil sie sie heute für ihre Zwecke missbraucht haben. Dann können wir ihr ja gleich ein Ende setzen. Er geht zum Schreibtisch und nimmt eine Pistole aus der Schublade, prüft den Lauf, lächelt, entsichert sie nackte Angst packt mich, aber nein, Nico würde mich nie und nimmer hier drinnen erschießen. Er mag keine Schweinereien. Dafür hätte er mich in den Wald geschleift, wenn er es wirklich vorgehabt hätte. Nicht, keucht Dr. Lysander. Bitte nicht. Mit gespielter Überraschung sieht er sie an. Warum denn nicht? Auf die Frage ist sie nicht vorbereitet. Ich bin Ärztin und habe einen Eid abgelegt, Leben zu retten. Nikos Mundwinkel verziehen sich zu einem Lächeln. Nein, da steckt doch etwas anderes dahinter, Dr. Lysander. Es steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Keiler ist ihnen ans Herz gewachsen. Das ist nicht zu übersehen. Unsere kleine Müssetäterin sagt er und lächelt mich liebevoll an, als als wäre ich ein Welpe, der mal wieder in die Ecke gemacht, den man aber trotzdem lieb hat, ist die Tochter, die sie nie hatten. Sie haben sie gern, genau wie ich. Und um nichts anderes geht es hier, Dr. Lysander. Er lässt die Waffe sinken. Du kannst jetzt gehen, Keiler. Was? Wieder öffnet Nico die schreibtisch Schublade, legt die Pistole hinein und holt etwas anderes hervor. Hier. Er schleudert meinen Schulausweis über den Schreibtisch. Ich habe dafür gesorgt, dass es so aussieht, als hättest du an allen Stunden teilgenommen. Beeil dich, sonst kommst du noch zu spät nach Hause und musst dir eine Ausrede einfallen lassen. Verunsichert erhebe ich mich, sehe unschlüssig von Nico zu Dr. Lysander. Als Nico die Waffe in der Hand hielt, hat sie kurze Zeit die Fassung verloren. Angst vor Blut hat sie sicher nicht. Bestimmt hat sie schon Schlimmeres gesehen als Schusswunden, aber vielleicht nicht aus dieser Nähe. Ich verlasse das Büro und kann es irgendwie nicht glauben. Dr. Lysander liegt doch tatsächlich etwas an mir. Warum, Kyla? Frag dich, warum? Ruft Dr. Lysander mir noch leise nach. Nico wollte nur sein Spielchen mit ihr treiben. Um nichts anderes ging es heute. Nico und seine Spiele, hinter denen sich weitere Spiele verbergen. Versteckte Botschaften, Manipulation. Darin ist er ein Meister. Und irgendetwas will er von Dr. Lysander, Sophie ist selbst mir klar. Doch sie ist ihm in jeder Hinsicht gewachsen. Tori liegt auf einem Schlafsack, die Hände im Nacken verschränkt, lacht. Was ist denn mit dir los, frage ich. Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen. Lasst mich gehen, äfft sie mit flehender Stimme nach. Das hast du wohl richtig genossen. Tori setzt sich auf. Ja, vielleicht. Außerdem sagt sie. Aber jetzt sind wir quitt. Freunde? Sie hält mir die Hand hin, doch ich stampfe wutentbrannt aus dem Haus. Ihr Gelächter klingt mir nach. Während ich in den Wald gehe, überkommt mich plötzlich die Angst, sie könnten mich nur zum Schein laufen gelassen haben. Und dass Nico mich tatsächlich irgendwo umbringen will, wo es keine Schweinerei gibt. Dass er mir die anderen hinterher schickt. Aber zu haben, wobei er die bei mir auch kaum brauchte. Rain, ruft er. Ich reagiere nicht. Strafst du mich jetzt mit Schweigen? fragt er kurz darauf. Ich zucke die Achseln. Was genau nimmst du mir denn nun übel? Ich bin viel zu durchgefroren, müde und leer, um darauf einzugehen. Sobald die Worte raus sind, sind sie mir auch schon peinlich. Ich lehne mich gegen einen Baum. Ich konnte dir nichts verraten. Tut mir leid. Welchen Teil konntest du mir nicht sagen? Den mit dem Hinterhalt? Dass ihr nicht auf mein Zeichen warten wolltet? Dass ich auch gefangen genommen werde? Dass meine Gefangennahme nur fingiert war? Was jetzt genau? Alles. Wenn du eingeweiht gewesen wärst, hätte Nico es gleich gemerkt. Du kennst ihn doch. Auch wenn ich nur mit den Schultern zucke, kenne ich ihn natürlich. Nico sieht alles. Wenn es ernst gewesen wäre mit deiner Gefangennahme, hätte ich nie mitgemacht. Ach ja? Nach dem, was du heute getan hast, traue ich dir alles zu. Der Schmerz in seinen Augen ist echt. Er greift nach meiner Hand, doch ich zucke zurück. Mit dieser Hand hat er das Musstest du ihn denn umbringen? frage ich. Rain, das war ein Lorda, der Feind. Außerdem hat er uns gesehen und hätte dich identifizieren können. Ja, ich musste ihn umbringen. Wir befinden uns im Krieg, Menschen sterben. Er zog die Achseln. In seinen Augen sehe ich keine Reue. Offenbar hat er nichts dabei empfunden, ein Menschenleben zu beenden, hat den blutenden Lorda wie Müll von sich gestoßen. Bring mich nach Hause, flüstere ich. Dann komm. Wir müssen zu zweit aufs Motorrad, weil meine Maschine bei mir zu Hause steht. Auf der Suche nach Körperwärme setze ich mich dicht hinter ihn, doch wir sind Lichtjahre voneinander entfernt. Als wir die Kreuzung erreichen, von der meine Straße abgeht, hält er an. Wortlos steige ich An diesem Abend können selbst ein heißes Bad und ein warmes Essen die Kälte nicht vertreiben. In Decken gehüllt und mit voll aufgedrehter Heizung bibbere ich in meinem Zimmer immer noch. Mir will der Tag nicht aus dem Kopf gehen. Immer wieder durchlebe ich ihn neu. Am liebsten würde ich ihn aus dem Gedächtnis streichen, nochmal zurückgehen, alles vergessen, aber das bringt mich erst recht nicht weiter. Ich muss mich erinnern, das Warum herausbekommen, der Angst ins Gesicht blicken, um zu wissen, was zurückstarrt. Bei all den Dingen, die sich mir ins Bewusstsein drängen, sticht eines heraus. Dr. Lysenders Frage nach dem Warum. Dr. Lysender verschwendet weder Worte noch Gedanken, sie konzentriert sich aufs Wesentliche. Diese Frage flattert durch meine Gedanken, sucht einen Ort, Allmählich drifte ich in den Schlaf, bin so müde, dass sich Körper und Geist im Rhythmus wiegen, als würde ich laufen oder auf dem Rücken eines Pferdes im Galopp über Felder jagen, über Zäune springen. Warum? Ich schreie immer wieder, bis die Tür aufgeht und Licht vom Flur hineinfällt. Was ist denn, Liebling? Betty setzt sich ans Bett. Zunächst weine ich nur und dann Was ist denn da? Ich habe etwas gehört. Da unten ist was, flüstere ich. Wo? Unter meinem Bett. Oh je, dann schaue ich lieber mal nach. Sei vorsichtig. Keine Angst, mir passiert schon nichts. In meinem Schrank findet er unsere Monsterjagd Taschenlampe und schaltet sie ein. Er bückt sich und leuchtet unters Bett. Dann schaut er auf. Ich habe alles abgeleuchtet, keine Monster. Aber ich habe es genau gehört, ehrlich. Da ist wirklich nichts, das verspreche ich dir. Daddy setzt sich auf die Fersen, sieht nachdenklich aus. Weißt du, das allerbeste wäre, du siehst selbst nach. Ich schüttle den Kopf, aber Stück für Stück lockt er mich unter der Decke hervor. Überzeug dich selbst, Lucy, dann weißt du es ganz sicher. sieh der Angst ins Gesicht, dann verliert sie ihren Schrecken. Zitternd kniee ich auf dem Boden und leuchte unters Bett. Ein paar Schuhe, ein verschollenes Buch. Kein Monster weit und breit. Es ist noch dunkel, als ich aufwache. Den Traum will ich gar nicht wieder loslassen. Ich halte mich an Lucys Gefühlen für ihren Vater fest. Dabei kenne ich ihn gut, auch wenn sein Gesicht in den Träumen immer verschwommen bleibt. Für Lucy, das kleine Mädchen, das ich sein. Ich weiß, dass es so gewesen ist. Aber je wacher ich werde, desto ferner rückt diese Welt. Sobald ich versuche, mich aktiv an Lucy zu erinnern, klappt es nicht. Ich weiß ein paar Dinge, Fakten, wie ihren Geburtstag vor ein paar Wochen. Ganz gleich, was Dr. Lysander über Zelltests gesagt hat, bei mir haben sie sich geirrt. Mein Geburtstag ist der dritte November. Aber Gefühle oder Gesichter? Fehlanzeige. Lucy sollte eigentlich komplett verschwunden sein. Laut Dr. Lysander wurde mein Ich gesplittet in Lucy und Rain. Aber Rain hat sich beim Slating hinter Lucy versteckt. Woher kommen also diese Träume? Und dann steht noch Dr. Lysanders Warum im Raum. Noch einmal gehe ich unser Gespräch von gestern durch. Beim Reiten habe ich ihr meine Geheimnisse anvertraut, soweit ich sie kenne. Herausgepickt hat sie sich die Frage, warum ich geslated wurde. Ist es das gleiche Warum, das sie mir gestern noch hinterher gerufen hat? Ich ziehe an Erinnerungsfäden, versuche ihnen zu folgen, aber wie bei verherderter Wolle endet alles im Fadensalat. Die Lauder haben mich geslated, weil ich geschnappt wurde, ganz einfach. An dem Moment kann ich mich nicht mehr entsinnen. Entweder durch die OP ausgelöscht oder so weit aus dem Gedächtnisverband, dass ich keinen Zugriff mehr habe. Aber das spielt auch keine Rolle. So oder so weiß ich nicht, was passiert ist. Doch vielleicht hat Dr. Lysander die Frage auch gar nicht so wörtlich gemeint, sondern eher, wie ich überhaupt in die Hände der Lorda geraten bin. Das hat natürlich mit Nico zu tun. Wenn ich nicht zu Free UK gehört hätte, wäre ich nie geslated worden. Aber dieses Risiko gehen wir alle ein. Und egal, wie die Umstände damals waren, jetzt habe ich mich für diese Sache entschieden. Und dafür, den Deal mit Coulson zu ignorieren und die Lorda zu bekämpfen. Dennoch schmerzt Dr. Lysanders Frage wie ein fauler Zahn, von dem man genau weiß, dass er gezogen werden muss. Dennoch kann man sich nicht dazu überwinden zum Zahnarzt zu gehen. Und schlimmer noch. Selbst in Gefangenschaft und unter größten Gefahren, in die Dr. Lysander nur meinetwegen geraten war, hat sie noch versucht, mir zu helfen. Unten erwartet mich eine Überraschung. Mom und Dad sitzen gemeinsam am Frühstückstisch. Du bist aber heute früh dran, sagt Mom. Ja, ich bin total früh aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Ich schenke mir Tee ein und setze mich. Später kommt Amy in die Küche geschlendert, quietscht vor Freude, als sie Dad sieht und drückt ihn. Bei ihnen ist es wie zwischen Lucy und ihrem Vater und es versetzt mir einen Stich. Amy hat in der Familie, die ihr zugeteilt wurde, ein richtiges Zuhause gefunden. Besonders zu Dad hat sie ein inniges Verhältnis. Mir gegenüber verhält er sich immer etwas sonderbar. Manchmal ist er unglaublich nett und dann wieder kalt und bedrohlich. Irgendwie macht mir die Sache mit Dad und Amy zu schaffen. Mom werkelt in der Küche herum, vermeidet tunlichst Dads Blicke. Dad reagiert auf Emmys Erzählungen zwar erwartungsgemäß, aber seine Augen sind auf mich gerichtet. Er beobachtet, bewertet. Beinahe wirkt er neugierig, aber er hält sich zurück. Plötzlich kommt mir eine Idee. Womöglich habe ich alles in den falschen Hals bekommen. Oben klopfe ich an Amys Tür. Sie sucht gerade ihre Schulsachen zusammen und stopft sie in die Tasche. Weißt du noch, als du meine Zeichnungen gefunden hast, die vom Krankenhaus, hast du zufällig Dad davon erzählt? Schuldbewusst sieht sie mich an. Tut mir er hatte gerade angerufen und da habe ich es ihm gesagt. Er meinte, ich solle auf dich aufpassen, damit du keinen Ärger bekommst. Hat er dir deshalb die Hölle heiß gemacht? Nein, nein, schon gut. Nicht, dass sie ihm gleich wieder brühwarm Bericht erstattet. Und Mom, hast du mit ihr auch über die Zeichnungen gesprochen? Amy legt die Stirn in Falten. Nein, ich zurück in meinem Zimmer bürste ich mir die Haare und starre in den Spiegel, ohne etwas zu sehen. Ich habe mich getäuscht. Die ganze Zeit über dachte ich, Dad könnte es nicht gewesen sein, weil er unterwegs war. Dass Amy alles am Telefon ausplaudert, damit hatte ich nicht gerechnet. Also hat Dad die Lorda informiert. Seinetwegen wurden Cam und ich von ihnen aufgegriffen. Arme nach unten rennen und sie in den Arm nehmen. Ihr sagen, wie leid es mir tut, dass ich mich von ihr abgeschottet habe. Aber dafür ist es zu spät. Die Fronten sind jetzt klar. Durch meine Schuld ist Dr. Lysander eine Gefangene, ihr Wachmann tot. Ich kann mich Mom nicht anvertrauen. Nicht mehr. Ich habe mich für Free UK entschieden und es gibt kein Zurück. Wenn ich schon bei Mom so daneben gelegen habe, wo könnte ich noch irren? Warum wurde ich geslated? Amy? Kyla? ruft Mom von unten. Jess ist da! Am Ortsausgang staut sich der Verkehr. Langsam kriechen wir voran, bis wir zur Ursache des Staus vorgedrungen sind. Ein Krankenwagen steht dort, eine Handvoll Lorda. Es geht nur noch einspurig weiter, ein Lorda regelt den Verkehr und wir warten, bis er uns durchwinkt. Auf dem Boden liegt etwas, verhüllt von einem Laken und ein ausgebrannter weißer Van klebt am Baum. Mir wird eiskalt, denn ich erkenne den Wagen. Der seitliche Schriftzug ist gerade noch lesbar. Best Builders. In der Mittagspause stehle ich mich in Nikos Büro. Er schließt die Tür ab. Rain! Er strahlt, als wäre er ganz begeistert, mich zu sehen und drückt mich fest. Ich erwidere die Umarmung nicht. Daraufhin lässt er mich los. Bist du sauer wegen dem kleinen Theater gestern? Sorry, Rain. Alles im Dienst der Sache, nicht wahr? Setz dich, sagt er und drückt mich auf einen Stuhl. Heute ist mein letzter Tag. In der Schule? Frage ich überrascht. Unsere Vorbereitungen sind in vollem Gange, da kann ich meine Zeit hier nicht verplempern. Er zwinkert mir zu. Heute Abend werde ich durch einen Notfall in der Familie abberufen, aber das bleibt unter uns. Wie geht es Dr. Lysander? Ich muss einfach Gewissheit haben. Was habt ihr mit ihr vor? Sie ist eine faszinierende Frau, antwortet Nico, charakterstark. Mehr sagt er nicht. Vielleicht hat er nichts aus ihr heraus bekommen. Ob er ihr etwas angetan hat? Wahrscheinlich sieht Nico es mir an. Vergiss nicht, Dr. Lysander ist der Feind. Momentan hat sie jedoch nichts zu befürchten. Aber genug davon. Wir müssen jetzt darüber sprechen, wie es auf Checkers ablaufen wird. Was machen wir, wenn deine Adoptivmutter nicht bereit ist, mit der Wahrheit rauszurücken? Du hast behauptet, du hättest noch einen anderen Plan. Wie sieht der aus? Du bist Plan B, Liebes. Verstehe ich nicht. Entweder deine Adoptivmutter erzählt aller Welt die Wahrheit oder sie stirbt. Und zwar bei dieser Sendung vor laufender Kamera. Vollkommen perplex sehe ich ihn an. Ich bin Plan B. Ich soll es tun? Das ist die einzige Möglichkeit. Nur du und deine Familie werdet bei dieser Feierlichkeit anwesend sein. Und wie der Premier Minister fahrt ihr in einer Staatskarosse. Da gibt es keine Sicherheitskontrollen. Du bist die Einzige, die eine Waffe hineinschmuggeln kann. Innerlich gerate ich Job. Die Einzige, die den Lord an das Handwerk legen kann. Die Freiheit liegt in deiner Hand. Greif zu. Aber ich keine Sorge. Du lässt mich schon nicht im Stich. Nico sagt es im Brustton der Überzeugung. Er durchdringt mich förmlich mit seinem Blick. Ein Blick aus Augen, denen man zu gehorchen hat. Wenn Nico sagt, ich kann und muss es tun, dann ist es ebenso. Doch trotz all des Schreckens habe ich nicht vergessen, weshalb ich heute hier bin. Ich möchte das Warum hinter allem erfahren. Darf ich dich erst fragen? Irgendwie traue ich mich kaum, aber da sind die Worte auch schon heraus. Und wirst du mir auch ehrlich antworten? Reglos sitzt er da. Willst du damit sagen, dass ich nicht immer ehrlich bin? Seine Stimme hat einen gefährlichen Unterton. Du solltest mich besser kennen. Vielleicht beantworte ich nicht jede klitzekleine Frage, aber wenn, dann sage ich immer die Wahrheit. Doch deckt sich Nikos Wahrheit nicht immer mit der anderer. Aber dann lächelt er. Nachdem du, meine Liebe, uns gestern Dr. Leisenda geliefert hast, kannst du mich fragen, was du willst. Nico rückt auf dem Stuhl vor und sieht Ich schlucke. Warum wurde ich geslated? Das weißt du doch. Ach ja? Wenigstens hast du es mal gewusst. Denk nach. Vielleicht kommst du selbst drauf, sagt er. Immerhin haben wir einen Teil deines Gehirns vorm Slating bewahrt. Du kannst dich an immer mehr erinnern. Und da kommt mir eine weitere Frage in den Sinn, die eigentlich schon immer da gewesen ist. Warum hat man mich auf Slating vorbereitet? Es sei denn, ich war von Anfang an dafür bestimmt, zielte Dr. Lysanders Frage darauf ab. Entsetzt reiße ich die Augen auf. Was hast du denn? fragt Nico. Ich war für Slating bestimmt. Ich bin nicht während eines riskanten Einsatzes oder durch unglückliche Umstände in die Hände der Lorda geraten. Er neigt den Kopf. Glückwunsch, Rain. Du erinnerst dich. Ich bin so abgestoßen, dass ich mir keine Mühe gebe, mich zu verstellen. Aber warum? Wir wollten den Lordan beweisen, dass sie nicht unfehlbar sind, dass es uns gelingt, sie auszutricksen, dass sie überall und zu jeder Zeit verletzlich sind, gerade wenn sie es am wenigsten vermuten. Aber wie konntest du mir das antun? Nun mal halblang, Rain. Du hast dem Plan zugestimmt und deine Eltern auch. Die haben dich uns für die Sache übergeben, für diesen Zweck. Nein, flüstere ich, nie im Leben. Haben sie aber. Dein richtiger Vater gehörte Free UK an. Ihm war klar, dass es in einem Land der Lorda keine Zukunft für sein oder irgendein Kind gibt. Nico ist voller Mitgefühl. Du wolltest die Wahrheit. Das ist sie. Ich schließe die Augen, blende Nico und seine Worte aus und rufe mir den Traum von letzter Nacht in Erinnerung. Dieser Mann würde seine Tochter nicht an Nico aushändigen. Nie und nimmer. Nico legt mir die Hände auf die Schultern. Du hast diese Entscheidung getroffen. Sie war richtig. Niemand weiß besser als du, dass man die Lorda und das Slating stoppen muss. Sie müssen gestoppt werden, flüstere ich, und dabei muss ich nicht einmal lügen. Wahrheit ist Freiheit. Freiheit ist Wahrheit. Du wirst mich schon nicht enttäuschen. Nico beugt sich über mich und drückt mir einen Kuss auf die Stirn. Und denk immer daran, was sie Ben angetan haben. Sofort flammt der alte Schmerz wieder auf. In der Zwischenzeit ist so viel passiert, dass ich eine Weile gar nicht an Ben gedacht habe. Ben war auch auf unserer Seite, sagt Nico. Er würde wollen, dass du für ihn kämpfst. Nico bringt mich aus dem Büro. Erst als ich draußen in den grauen Novembertag trete, geht mir die Bedeutung seiner Worte auf. Ben auf der Seite von Free UK? Das kann Nico nur wissen, wenn er Ben angeworben hat. Meine Hände verkrampfen sich zu Fäusten. Da gab es ein weiteres Warum, das mir nicht aus dem Kopf wollte. Warum sich Ben urplötzlich das Level abschneiden wollte und mit dem Gedanken gespielt hat, sich Free UK anzuschließen. Darauf gibt es nur eine Antwort. Nico. Natürlich hat er auch andere Schüler von unserer Schule angeheuert. Aber warum ausgerechnet Ben? Ein Slater ist nicht gerade der beste Rekrut. Die können nichts für sich behalten und abgesehen von Torrey haben sie auch Probleme mit Gewalt. Ben haben sie nur meinetwegen rausgepickt. Bis spät in die Nacht liege ich wach, finde keinen Schlaf. In mir ballt sich eine unglaubliche Wut zusammen, pocht und pulsiert heiß in meinem Herzen. Wie konnte Nico mir das antun? Ben antun? Die Wut findet kein Ventil und so wächst sie immer weiter. Aber am Ende bleiben immer noch die Lorda. Sie und ihr Slating sind nach wie vor der eigentliche Feind. Ohne sie wäre es nie so weit gekommen. Die Lorda haben Ben geslated und ihn verschleppt. Sie erschrocken fahre ich zusammen, als es an meinem Handgelenk summt. Nikos komm, als hätte er meinen geheimen Gedanken gelauscht und würde nur den richtigen Moment abpassen. Kurz überlege ich, ihn einfach zu ignorieren. Aber dann drücke ich doch auf den Knopf. Ja, flüstere ich. Catron hier. Wir treffen uns in einer Stunde bei den Motorrädern. Die Verbindung wird unterbrochen. Durch die Hintertür schlüpfe ich in die Dunkelheit, hoch in den Wald. Ich grüble über so viele Fragen, auf die ich nur zum Teil eine Antwort weiß, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Wozu dieses Treffen? Vielleicht hält mich Nico nun doch für ein zu hohes Risiko und schickt jetzt Catron, um mich auszuschalten. Mir wird ganz schlecht, wenn ich daran denke, was Catron getan hat. Und was er ist. Ein blutiger Schlechter. Ein gedankenloser Mörder. Dabei war er es doch, der mich gehalten hat, wenn ich nachts im Schlaf vor Angst geweint habe. Er, der mit ganzem Herzen daran glaubt, dass er den richtigen Weg geht, um die Lorda zu vernichten und eine bessere Welt zu schaffen. Ich bin so in Gedanken versunken, dass ich beinahe in Catron hineinrenne. Hi, sage ich. Pass doch auf, wo du hinläufst, zischt er. Und sei leise, ich habe dich schon meilenweit gehört. Spinn doch nicht. Was gibt's? Nico schickt mich. Sofort bin ich wieder auf 180, balle die Fäuste. Und was will er? Ich soll dir das hier geben, aber eigentlich will ich nicht. Catron greift in die Tasche und zieht eine kleine Pistole hervor, die im Mondlicht glänzt. Er wird mich erschießen. Rasch mache ich einen Schritt rückwärts. Er lacht. Du solltest dich mal sehen. Du bist ja bescheuert. Ist für Nicos Plan B, damit du deine Mutter erschießen kannst. Aber sei doch mal ehrlich. Du könntest nie im Leben abdrücken. Lass es sein. Hau ab, solange es noch geht. Ich strecke die Hand aus und versuche nicht zu zittern. Catron hält die Pistole, als wollte er jeden Moment schießen. Siehst du den Abzug, Rain? Hier musst du abdrücken. Ein Schuss aus nächster Nähe. Er zerfetzt Muskeln und Gewebe. Dann spritzt warmes rotes Blut heraus und wird auch dich besudeln. Das will ich mir lieber nicht ausmalen, sonst kann ich die Hand nicht mehr ruhig halten. Leise flucht er vor sich hin und seine Gesichtszüge werden weicher. Bitte Rain, überleg doch mal. Was passiert wohl mit dir, nachdem du abgedrückt hast? Innerhalb von Sekunden bist du tot. Nun gib schon her. Catron lässt die Pistole in meine Hand fallen, schüttelt den Kopf. Trotzdem erklärt er mir die Funktion, diesmal richtig. Klein, kurzer Lauf, mit Holz da, das verdeckt unterm Arm getragen wird. Extra aus Kunststoff, damit es keine Probleme mit den Sicherheits Detektoren gibt, nur für kurze Distanzen geeignet. Kein Problem, ich stehe sowieso direkt neben Mom. Nico fragt sich, ob du noch auf unserer Seite bist. Wie kommt er darauf? Mir sind ein paar Dinge klar geworden und dummerweise habe ich ihn darauf angesprochen. Aha, was denn? Erst muss ich noch etwas von dir wissen. Du kannst fragen, aber ich verspreche dir keine Antworten. Wie haben mich die Lorde eigentlich gefasst? Warum bin ich überhaupt geslated worden? Katrin wird ganz still und ich stelle mich schon darauf ein, dass er nicht antworten wird. Doch dann seufzt er und fährt sich durchs Haar, wie immer, wenn er aufgewühlt ist. Warum kann ich mich an Kleinigkeiten erinnern, nicht aber an Wesentliches? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Es gab einen Überfall auf ein Waffenlager der Lorde, aber ich war nicht dabei. Eigentlich hätte ich dabei sein sollen, aber in letzter Minute hat mir Nico noch einen anderen schwachsinnigen Auftrag gegeben. Ich war so sauer und als ich zurückkam, er schüttelt den Kopf. Unsere Leute sind in einen Hinterhalt geraten. Irgendwie haben die Lorde von dem Überfall gewusst. Drei von uns wurden getötet. Dich und ein paar andere Minderjährige haben sie mitgenommen, vermutlich um euch zu slaten und ich war nicht da, um dich zu wieder gesehen haben. Entsetzt sehe ich ihn an. So viele sinnlose Tode. Du konntest doch nichts dafür. Was hättest du schon groß ausrichten können? Womöglich wärst du auch noch umgekommen. Kann sein. Aber Catrin hat schon immer unbesiegbar gewirkt, als hätten die Dinge mit ihm einen anderen Ausgang genommen. Hat Nico ihn deshalb woanders hingeschickt? Es war nicht deine Schuld, aber ich weiß, wer dafür verantwortlich ist. Die Lauder. Die haben die Drecksarbeit gemacht, aber wer hat alles eingefädelt? Wie meinst du das? Hör zu, ich habe heute herausgefunden, dass ich für Slating bestimmt war. Es war kein Zufall, dass ich erwischt wurde. Ich wurde auf Slating vorbereitet. Nico hat die Sache von Anfang an geplant. Nein, das kann nicht sein. Selbst wenn du recht hättest, da waren doch noch so viele andere dabei. Nein. Nico konnte ja wohl schlecht zu den Laudern gehen und sagen, slated mal dieses Mädchen hier, mit ihr haben wir Experimente gemacht. Katrin ballt die Fäuste. Wenn das stimmt, bringe ich ihn um. Es stimmt, er hat es mir selbst gesagt. Aber was ist mit Free UK, mit unserem Freiheitskampf? In seinen Augen liegt ein wilder Blick. Ich kann doch nicht so weitermachen wie bisher und so tun, als wüsste ich nichts. Wie soll ich Nico je wieder trauen? Ganz einfach, trau ihm nicht. Ich tue es jedenfalls nicht. Aber wir haben immer noch das gleiche Ziel , die im selben Moment hasse ich mich dafür, dass ich Nico verteidige, nach allem, was er mir und Ben angetan hat. Und dann habe ich auch noch irrtümlich Aiden die Schuld an Bens Verhalten gegeben. Trotzdem sind es letztendlich die Lorda gewesen, die Ben geslated haben. Lorda, die ihm immer noch Dinge antun. Aber wenn die Lorda weg sind, sage ich und zucke die gestraft davon kommen, denn jetzt weiß Katrin Bescheid. Wenn sie weg sind, sagt Katrin und in seinen Augen lese ich Nikos Todesurteil. Haben wir denn eine Chance? Können wir gegen die Lorda gewinnen? Ja, diesmal schaffen wir es. Wir sind so gut organisiert wie nie zuvor. Wirklich? Überall im Land sind Anschläge geplant. Gezielte Attentate. Alle zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung, mit der die Zentralkoalition an die Macht kam. Trotzdem sind wir auf Unterstützung angewiesen. Ohne Katrin zuckt mit den Schultern. Ohne Unterstützung ist die Mission zum Scheitern verurteilt. Von Mams Rede hängt viel ab. Sie muss unbedingt die Wahrheit sagen. Und wenn nicht, was dann? Katrin legt mir die Hände an. Bittend sieht Katrin mich mit seinen dunklen Augen an. Unwillkürlich hebe ich die Hand und streiche sanft über seine Narbe, seinen Auslöser. Diesmal entzieht er sich mir nicht. Katrin, Du hattest neulich recht. Ich muss wissen, was mit mir passiert ist. Und auch warum. Alles. Ist das dein Ernst? Ja. Nico behauptet, meine Eltern hätten mich ihm ausgehändigt. Dass sie und ich mit allem einverstanden waren. Ich möchte wissen, ob das stimmt. Muss es wissen. Da habe ich was für dich, sagt er. Aber bist du dir auch sicher? Willst du dich wirklich an alles erinnern? Ja, ganz sicher. Katrin zieht das Lederband, das er um den Hals trägt, unter seinem Pulli hervor. Daran hängt etwas. Was ist das? Er nimmt es ab und reicht es mir. Das hast du mir vor Jahren mal gegeben. Im trüben Licht ertaste ich den Anhänger. Ein geschnitztes Holzstück, noch warm von seiner Haut, ein paar Zentimeter lang. Ein Turm. Meine Hände erkennen ihn wieder und nicht nur als irgendeinen Turm, sondern als den Turm, meinen Turm. Daddies, mir bleibt die Luft weg. Erinnerst du dich daran? Ich glaube schon, aus meiner Kindheit. Ich kapiere das nicht. Warum habe ich ihn dir gegeben? Deine Albträume waren so schlimm und obwohl du nicht noch mehr von deinen Erinnerungen verlieren wolltest, musstest du schließlich loslassen, vergessen. Irgendwie waren die Erinnerungen mit diesem Turm verknüpft. Ich sollte ihn eigentlich für dich wegwerfen, weil du es selbst nicht konntest, aber ich habe ihn behalten, als Andenken an die Rain, die du mit mir zusammen warst. Vielleicht hilft er dir ja. Verwundert sehe ich ihn an. Er trägt etwas von mir an seinem Herzen. Danke, sage ich und hänge mir das Band um, lasse es unter meinen Kleidern verschwinden. Als ich den Turm auf der Haut spüre, überkommt mich ein Grauen, das ich nicht benennen kann. Wir müssen gehen, sagt er, macht aber keine Anstalten und ich auch nicht. Sei vorsichtig morgen, sage ich leise, kämpf ehrenvoll. Sogleich habe ich Nikos Stimme im Ohr, stirb ehrenvoll. Mir läuft eine Gänsehaut über den Rücken. Wir schaffen das schon, wir beide, sagt Katrin. Zögerlich streckt er die Hände nach mir aus. Hände eines Killers, Hände, die so sanft und beschützend sein können. Ich mache einen Schritt auf ihn zu und er drückt mich an sich. Sein Herz schlägt wie verrückt in seiner Brust. Geh jetzt, flüstert er mir ins Ohr und gibt mir einen Schubs. Und mach nicht wieder so einen Krach. Ich wende mich zum Gehen ab und kurz darauf höre ich auch schon das ferne Röhren seines Motorrads. Später im Bett halte ich den Turm fest in der Hand. Habe auch ich die Hände eines Killers? Was hat das mit dem Turm auf sich? Bislang verbinde ich damit nur schöne Erinnerungen an das Schachspiel mit meinem Vater. Wir rennen. Er hält meine Hand so fest, als würde er diesmal nicht wieder loslassen. Meine Knie geben nach, die Lungen bersten fast, doch ich bekomme kaum Luft. Der Sand unter meinen Füßen rutscht weg, doch ich renne, renne immer weiter, bis ich stürze. Ich gerate ins Stolpern, schlage der Länge nach hart auf und bleibe keuchend liegen. Ich habe keine Kraft mehr. Lauf weiter! Ich will ihn abwimmeln, aber er kommt zurück und nimmt mich in den Arm. Vergiss es nie, sagt er. Vergiss nie, wer du bist. Das Grauen kommt näher. Ich höre, es kann aber nicht hinsehen. Er schützt mich mit seinem Körper, doch ich wende mich, um ihn zu schützen. Meine Augen sind fest zusammengepresst. Ich kann nicht hinsehen. Nein! Erinnerungen aus einer anderen Zeit, einem anderen Ort. Mit der nächtliche Monsterjagd und eine sanfte Stimme. Überzeug dich selbst, Lucy. Dann weißt du es ganz sicher. Sieh der Angst ins Gesicht, dann verliert sie ihren Schrecken. Ich öffne die Lieder, aber diesmal ist es kein Hirngespinst. Diese Angst ist echt. Aus weit auseinanderstehenden blassblauen Augen starrt sie mich an. Tod und Triumph stehen darin geschrieben. Ich sitze senkrecht im Bett. Mein Herz schlägt bis zum Hals. Meine Angst ist so groß, dass ich das Licht anmache und mir die Bettdecke zitternd bis ans Kinn ziehe. In keinem dieser ewig wiederkehrenden Albträume habe ich mich getraut, die Augen zu öffnen, um zu sehen, wovor wir davon laufen. Nur ein Mann hat solche Augen. Nico. Innerlich verfluche ich meine Angst, die mich aus dem Traum geweckt hat, wo ich doch fast erfahren hätte, was eigentlich, wer bei mir war, was dann geschehen ist. Wie sehe ich aus? Cam dreht sich in seinem Anzug wie ein Model. Auch wenn er sonst eher der sportliche Typ ist, stehen ihm Anzug und Krawatte erstaunlich gut. Aber mir gehen gerade andere Sachen durch den Kopf. Deine Krawatte ist ganz schief, bleib zu Hause Cam. Du willst doch heute nicht wirklich mitkommen. Flehend sehe ich ihn an. Im Flur vor unserem großen Spiegel zieht er sich die Krawatte straff. Was ist denn, Keiler? Sag schon. Nichts, aber es wird todlangweilig. Du musst echt nicht mitkommen. Noch kannst du dich davor drücken. Gedankenvoll sieht er mich an, als wüsste er, dass ich etwas zu verbergen habe. Doch als er etwas sagen will, kommt Dad aus dem Wohnzimmer. Ihr zwei seht aber schick aus, sagt er. Ich habe widerspruchslos angezogen, was Mom mir rausgelegt hat. Ein dunkelgrünes Kleid aus Seide, sehr extravagant, zum Glück mit langen Ärmeln. Passt wie angegossen. Schuhe mit dämlich hohen Absätzen, die ich nie gerne trage und heute schon gar nicht, denn nachher ist vielleicht Schnelligkeit gefragt, also werde ich sie später ausziehen. Unter der Achsel lauert der Tod. Er schmiegt sich kalt und rund an meiner Haut. Ist deine Mutter schon fertig? Ich gehe mal nachsehen, sage ich und steige die Treppe hoch, klopfe an die Schlafzimmertür. Mom, komm rein, sagt sie. Alles okay? Achsel zuckend tupft sie sich Puder ins Gesicht. Ich hasse diese Veranstaltung. Warum denn? Das findet doch zu Ehren deiner Eltern statt. Das Volk trauert um deinen Verlust und den für das Land. Wie ein Papagei plappere ich die offizielle Verlautbarung der Lorda nach, beobachte genau, wie Mom darauf reagiert. Ich vermisse meine Eltern ganz schrecklich, aber heute bin ich nichts weiter als eine Marionette. Hier geht es doch nicht um mich oder meine Eltern. Es geht nur um sie. Die Lauda? Ihre Augenbraue zuckt. Sie nickt. Vielleicht ist es Zeit, die Fäden zu kappen. Sie sieht mich an. Vielleicht, sagt sie schließlich und seufzt, wenn das nur so einfach wäre. Kannst du nicht einfach sagen, was du davon hältst? Sag die Wahrheit. ist das nicht immer der richtige Weg? Es reicht nicht zu wissen, was richtig und falsch ist, Keila. Mein Leben lang habe ich mir gesagt, lass den Mist und halt dich aus der Politik raus. Stattdessen kümmere ich mich lieber um Menschen, die ich liebe und die hier und jetzt bei mir sind. Wie du. Sie streicht mir über die Wange, doch genauso gut könnte sie mir ein Messer in den Bauch rammen. Wenn doch alle so denken würden. Manchmal ist das hier und jetzt aber nicht so wichtig, wie das Richtige zu tun. Die Menschen, an denen dir liegt, werden das schon verstehen. Ich darf nicht zu viel sagen, sonst wundert Mom sich noch, aber ich kann nicht schweigen. Vielleicht. Der Wagen ist da, ruft Dad von unten. Komm, sagt sie, Zeit, die Puppen tanzen zu lassen. Cam begleitet uns zum Wagen. Noch kannst du einen Rückzieher machen, sage ich zu ihm. Vergiss es. Bis nachher. Unsere Limousine ist tatsächlich eine Staatskarosse mit Flaggen auf der Motorhaube. Vor und hinter uns haben wir eine Motorrad Eskorte der Lorda. Als wir losfahren, ist Dad in bester Stimmung und plaudert mit Amy. Mom schweigt. Sie sieht müde und abgespannt aus. Ihr ist anzusehen, dass sie nicht gut geschlafen hat, dass sie mit einer Entscheidung ringt. Stumm fliehe ich sie an, doch die Wahrheit zu sagen. Bitte zwing mich nicht, dich umzubringen. Wir nähern uns Checkers. Neben den Eingangstoren parkt ein schwarzer Van, die Wachmannschaft der Lorda. Vor Angst ist meine Kehle ganz zugeschnürt. Vielleicht ist hier schon alles vorbei. Die zerren mich in ihren Van, durchsuchen mich, finden die Waffe und nehmen mich fest. Coulson würde mich bestimmt nie und nimmer einfach durchlassen, wo er doch längst einen Verdacht hegt. Und wo er sich nicht sicher sein kann, dass ich mich auch in unserer Abmachung halte. Doch genau wie Nico es vorausgesagt hat, passiert unsere Limousine samt Eskorte ungehindert die Sicherheitskontrollen und fährt direkt durch die Tore des Landsitzers. Ein Kiesweg, den Victory Drive entlang, der sich um eine Grünfläche mit einer zerbrochenen Statue windet. Seht ihr das? ruft Dad aus. Die Statue der griechischen Göttin der Gesundheit. Zerstört von Aufständischen. Man hat die Vandalen aufgespürt, hergebracht und sie am Ort ihrer Schandtat hingerichtet. Alles ist so geblieben, um uns daran zu erinnern, wofür wir gekämpft haben. Hingerichtet, dort auf der Wiese, weil sie eine Statue umgekippt haben? Typisch Lorda. In mir reift kalte Entschlossenheit. Vor dem Haupteingang halten wir. Wachmänner öffnen die Flügeltüren und wir treten in eine gemauerte Halle. Von einem Staatsdiener werden wir zum großen Saal geleitet. Mir bleibt die Luft weg. Die Decke ist so hoch, der Raum riesig und winzig unsere Schritte. An den Wänden hängen gewaltige Gemälde, Porträts von Verstorbenen, die auf uns herabsehen. In einem weißen Kamin presselt ein Feuer, daneben stehen zwei Lehnstühle. Kameras und Mikrofone deuten darauf hin, dass die Rede hier gehalten wird. Man macht uns mit dem Ablauf vertraut. Erstens. Um zehn nach eins, dem Augenblick, an dem Moms Eltern der Bombe zum Opfer gefallen sind, beginnt Moms live gesendete Fernsehansprache. Nur der engste Familienkreis wird zugegen sein. Dad, Amy und ich. Zum anschließenden Tee werden dann weitere Verwandte und Freunde, darunter auch Cam zu uns stoßen. Zweitens. Anlässlich des 25-jährigen Todestages wird sich dieses Jahr noch der derzeitige Premierminister mit einer Rede ans Volk und an eine Handvoll ausländischer Würdenträger wenden. Nur wir und der Premierminister. Diese Veranstaltung wird im Freien stattfinden, um Punkt 4, dem Moment der Unterzeichnung des Vertrags, der vor 30 Jahren die Unruhen beendet hat. Dann verlassen Cam und ich die Feierlichkeiten, während Mom und Dad einen endlosen Empfang und später auch noch ein Essen über sich ergehen lassen müssen. Amy ist verrückt und will auch daran teilnehmen. Aber ist nach dem ersten Programmpunkt nicht ohnehin alles vorbei? Ich starre an die Decke hoch über mir. Ob der Schuss hier wieder halt? Beeindruckend, nicht wahr? fragt Mom. Trotzdem fühle ich mich hier immer noch zu Hause. Ich habe gerne in diesem Haus gewohnt. Die Bibliothek ist so lang, dass man dort Cricket spielen kann. Hast du? Sie zwinkert mir zu. Damals war ich nicht so eine Leseratte. Wir werden auf unsere Plätze gerufen. Mom begibt sich zu dem einen, Dad zu dem anderen Lehnsessel. Amy und ich werden aufgefordert, uns hinter Mom zu stellen, eine Hand auf dem Sessel ruhend. Beleuchtung, Soundcheck. Auch ich habe genug abzuchecken. Lorda, sie sind überall, aber nicht nah genug, als dass sie in der Einstellung zu sehen wären. Nicht dicht genug, um sich in Moms Rede einzuschalten, aber ihr bleiben nur Sekunden, bevor die Übertragung abgebrochen würde. Suchend sehe ich mich unter den Laudern um, überzeugt, Colson irgendwo zu entdecken, der alle mein vorzeitiges Ende bereiten würde. Ein Mädchen stürzt zu Mom, um ihr Gesicht abzupudern. Und wenn Mom nun doch nicht das sagt, was wir wollen, was dann? Mir ist schwindelig. Wieder wandert mein Blick an die Decke und mir kommt es vor, als würde ich über allem schweben. Die Sekunden kriechen nur so dahin, werden immer langsamer. Wenn sie nicht sagt, was wir wollen, dann muss ich mir in den Ärmel greifen und die Pistole herausziehen? Nein, ich stehe doch direkt neben ihr. Zielen brauche ich auch nicht. Ich fahre mit der Hand unter den Stoff und greife nach der Waffe. Erschieße sie durch den Ärmel. Niemand könnte das vorhersehen und mich aufhalten. Nein, Mom wird die Wahrheit sagen. Ganz bestimmt. Und wenn sie das tut, was dann? Immerhin sind lauter anwesend. Die Übertragung würde unterbrochen. Ob sie Mom verhaften, sie erschießen. Nico hat es ausgeschlossen. Das würden die Lorda nicht wagen. Sie müssten sich zur Abwechslung mal an die Gesetze halten, denn alle Welt sieht zu. Und sollten sich Moms Anschuldigungen als wahr herausstellen, könnte man sie auch nicht des Landesverrats anklagen. Und Nico hat versprochen, dass er Robert finden und beweisen wird, dass Moms Geschichte stimmt. Es sei denn, die Lorda erschießen sie kurzerhand, um sie am Weiterreden Ansatz erleben, sie endlich einmal so sehen, wie sie wirklich sind. Und wenn Mom nun doch nicht die Wahrheit sagt. Ich versuche zur kalten Entschlossenheit zurückzufinden. Konzentrier dich. Hand in Ärmel, Waffe, Schuss. Das schaffe ich. Blut wird fließen, aber erst anschließend. Und was macht das schon, wenn ich dann ausflippe? Bei den vielen Lordern bin ich sowieso schon vorher tot. Wir werden beide tot sein. Kyla? Amy stupst mich in die Seite. Lächeln. Ich bringe meine Gesichtszüge unter Kontrolle. Das Runterzählen beginnt. An der Kamera leuchtet das Aufnahmelämpchen und dann legt sie los. Heute vor 25 Jahren sind William Adam M. Armstrong und seine Frau Linia Jane Armstrong durch Terroristen auf tragische Weise ums Leben gekommen. England hat den Premierminister und seine Frau verloren. Ich beide Eltern. Das Datum kommt nicht von ungefähr. Der 26. November. Heute vor 30 Jahren wurden in eben diesem Saal die Verträge zur Bildung der Zentral Koalition unterzeichnet. Einer Regierung, die unter der Leitung meines Vaters die Aufstände beendete und dem Land wieder Frieden gegeben hat. Heute stehe ich mit meiner Familie vor ihnen und frage mich, was mein Vater wohl sagen würde, wenn er hier sein könnte. Wie würde er sich verhalten? Mom verstummt. Die kleinen weißen Karten mit den Stichwörtern hält sie krampfhaft in den Händen, sieht aber nicht drauf. Hinter der Kamera tauschen zwei Funktionäre argwöhnische Blicke. Mom ist von der offiziellen Rede abgewichen. Hoffnung keimt in mir auf. Mein Vater war ein Mann mit Prinzipien. Er hat fest daran geglaubt, das Richtige zu tun. Und er hat hart dafür gekämpft, aus diesem Land einen sicheren Ort für seine Kinder und Kindeskinder zu machen. Und zwar zu einer Zeit großer Unruhen, wo das wie ein unmöglicher Traum erschien. Dennoch hat er seinen Enkel nie kennengelernt. Einen Sohn, der mir auch genommen wurde. Sie tut es wirklich. Unwillkürlich lege ich ihr die Hand auf die Schulter. Mom greift danach und hält sie fest. Ein Funktionär flüstert mit einem Techniker, lauscht aufmerksam. Eine meiner hübschen Töchter hat mich heute daran erinnert, wie wichtig es ist, das Richtige zu tun. Die Wahrheit zu sagen. Aber für mich sieht die Wahrheit so aus. Wir sollten endlich aufhören, uns an die Vergangenheit zu klammern. Es gibt kein Zurück, nur ein Vorwärts. Unser Land sollte sich darauf konzentrieren, gute Zukunftsaussichten für unsere Kinder und Enkelkinder zu schaffen. Die Lorda sind in Alarmbereitschaft. Mit ihrer Rede bewegt sie sich auf dünnem Eis. Ihr Blick schnellt zu den Lordan. Lächelnd dreht sie sich zu Amy und mir um. Ein Lorda marschiert auf den Kameramann zu. Ihr läuft die Zeit davon. Sag es endlich. Sag was mit Robert passiert ist. Mom wendet sich wieder der Kamera zu. Danke. Ich erstarre. Ist das etwa alles? In dem Moment, als sie sich zu uns umgedreht hat, habe ich es schon in ihren Augen gesehen. Sie würde nie etwas sagen, das Amy und mich in Gefahr bringt. Das war es. Noch immer hält Mom meine Hand. Die Hand, die eigentlich nun im Ärmel nach dem Gegenstand greifen sollte, der ihr Leben beenden würde. Meines auch. Ein Funktionär immer noch wird live gesendet. Er dankt Mom und erläutert den Tagesablauf. Und die ganze Zeit könnte ich ihre Hand loslassen, unter den Stoff greifen. Noch ist es nicht zu spät. Zäh schleichen die Sekunden dahin. Eine Ewigkeit bis zum nächsten Ticken der Uhr. Eine Ewigkeit für die Entscheidung. Denk nach. Schneide ihnen das Herz raus, hat Catrin gesagt. Dabei hat er nur Nico nachgeplappert. Nikos Worte erkenne ich. Wir brauchen breite Unterstützung, höre ich Catrin sagen. Aber mit einem Mord an Mom würden wir das wohl kaum erreichen. Der Denkfehler springt mich förmlich an. Es könnte sogar den gegenteiligen Effekt haben, die Meinung über uns negativ beeinflussen. Das muss Nico doch auch klar sein. Nico sagt, wir müssen die Lorde überall und mit allen Mitteln angreifen, um ihre Verwundbarkeit offen zu legen? Nein. Ich setze mich über die anderen hinweg. In diesem Moment gibt es nur mich. In diesem Moment entscheide ich selbst. Ich bin nicht mehr die, die ich einmal gewesen bin oder die, die ich für Nico sein soll. Eines ist mir plötzlich klar geworden. Mein Tun allein bestimmt, wer ich bin. Genau wie Moms. Wer sie im Herzen ist, definiert sich durch all die Entscheidungen, die sie trifft. Sie hat getan, was ihr richtig erschien. Mit ihrer Ansprache hat sie die Grenzen ausgereizt, ist aber nicht über sie hinaus gegangen, um uns zu schützen. Ich kann es nicht tun. Ich werde es nicht tun. Das Aufnahmelämpchen erlischt. Zu spät. Zu spät für Mom, um das zu sagen, was sie hätte sagen sollen. Zu spät für mich, um etwas zu tun, wozu ich nie im Stande gewesen wäre. Geht es dir nicht gut, Kyla? fragt Mom. Du siehst mitgenommen aus. Ich habe Kopfschmerzen, antworte ich wahrheitsgemäß. Die Leute strömen in den Saal, um sich am Tee und Kuchen zu bedienen. Von den vielen Gesichtern sind mir die meisten unbekannt und lauder, wohin man ab jetzt werden sie Mom noch mehr im Auge behalten. In mir ist alles in Aufruhr. Uns zuliebe hat Mom nicht mehr gesagt. Auch ich konnte ihr nicht wehtun. Bin ich ein Opfer meiner Gefühle? Sie führen bloß zu Loyalitätskonflikten, würde Nico behaupten. In mir hat er sich getäuscht. Ich habe es nicht über mich gebracht. Meinetwegen kannst du gerne gehen, sagt Mom. Du brauchst nicht auf den zweiten Teil zu warten. Es war nur wichtig, dass du mit aufs obligatorische Familienbild kommst. Sie verdreht die Augen. Dann winkt sie Cam heran. Macht ihr zwei euch doch jetzt auf den Weg. Gerne, sagt er. Der Anzug kratzt sowieso wie verrückt. Komm Keiler. Von einem Funktionär werden wir durch lange Flure zum Ausgang begleitet und über den Rasen bis zum Parkplatz wo Cam 's Auto steht. Unterwegs gehen mir tausend Gedanken durch den Kopf. Was geschieht jetzt? Nico hat gesagt, die Anschläge wären zeitlich auf Moms Ansprache abgestimmt, in der sie entweder von ihrem Sohn spricht oder eben stirbt. Sind sie nun abgeblasen? Nico ist bestimmt außer sich über mein Versagen. Ich seufze. Er wird eine unglaubliche Wut im Vielleicht versucht Catrin noch ihn aufzuhalten, aber Catrin Mir hat er gesagt, die Anschläge waren für den Moment der damaligen Vertragsunterzeichnung geplant, also der zweiten Feierlichkeit. Nico hat von der ersten gesprochen. Habe ich mich irgendwie verhört? Ich überlege. Nein, ganz sicher nicht. Was hat Catrin gesagt? Anschläge und gezielte Attentate zur zweiten Feierlichkeit die findet um vier Uhr statt. Attentate. Schließt das auch Dr. Lysander mit ein? Mir versetzt das einen schmerzhaften Stich. Mittlerweile haben wir Camps Wagen erreicht und steigen ein. Ein Wachmann bedeutet uns zu warten. Eine weitere Staatskarosse mit Motorrad Eskorte nähert sich. Die Limousine hält und die Wagentür wird aufgehalten. Wir können noch einen unordentlichen blonden Haarschopf ausmachen, bevor uns Sicherheitskräfte den Blick auf den Premierminister versperren. Über die Eingangstreppe verschwinden sie im Haus. Sobald die Türen hinter ihnen geschlossen sind, bekommen wir freie Fahrt. Jetzt hast du die Chance verpasst, den Premierminister kennenzulernen, sagt Cam, während wir auf die Tore zusteuern. Ich antworte nicht. Was hast du denn? fragt er. Doch ich schüttle nur den Kopf, schließe die Augen und lehne mich durch die ganze Aufregung habe ich gar nicht mehr an Dr. Lysander gedacht. Vielleicht wollte ich mir einfach nicht ausmalen, was mit ihr geschieht. Auch wenn ich es nicht immer begriffen habe, hat sie mich doch die ganze Zeit beschützt. Sogar die Krankenhausberichte hat sie gefälscht. Eine Regel nach der anderen für mich gebrochen. Und die größte dann, als sie sich mit mir außerhalb des Krankenhauses getroffen hat. Nico hat ihr vorgehalten, ich wäre das Kind, das sie nie hatte. Trotzdem gehört sie zum Lorda-System, das ich abgrundtief hasse. Aber meinetwegen ist ihr Wachmann tot und sie in Gefangenschaft. Dr. Lysander ist mir wichtig. Sie gehört sozusagen zur Familie. Wie Mom würde auch sie alles tun, um mich zu beschützen. Genau was Mom vorhin zu Hause gesagt hat. Sich um Menschen kümmern, die man liebt und die hier und jetzt bei einem sind. Auf meiner Armbanduhr ist es 20 nach zwei. Kayla! Cam, du hast doch mal gesagt, dass ich dich jederzeit um Hilfe bitten könnte. Ja, klar. Kannst du mich ganz schnell nach Hause fahren, damit ich mich umziehen kann und mich dann woanders absetzen, ohne Fragen zu stellen? Grinsend drückt er das Gaspedal durch. Zuhause rase ich die Treppe hoch, kicke im Laufen die Schuhe weg und mache das Kleid auf. Im Zimmer schleudere ich es nur in die Ecke, ziehe hektisch Jeans und einen dunklen Pulli an. Mir ist nicht wohl mit der Waffe unter dem Arm, aber vielleicht kann ich sie später noch gebrauchen. Als ich zur Tür stürze, fällt mir noch was ein. Nikos komm. Womöglich kann er mich damit orten und er soll nicht wissen, wohin ich gehe. Ich muss ewig an dem Level herumfummeln, um den Mechanismus zu finden. Fluchend bin ich schon drauf und dran aufzugeben, da spüre ich eine Kerbe. Auf Druck löst sich das Kommen. Ich pfeffere es in die Kommode und renne nach unten. Cam sitzt schon umgezogen im Auto. Das ging aber schnell, sagt er. sage ich, gebe aber ein klein wenig nach. Sagen mir mal, ich helfe einer Freundin. Unterwegs gebe ich Cam Anweisungen, wo er langfahren muss. Insgeheim frage ich mich, was ich hier eigentlich tue. Traue ich mich wirklich? Kann ich mich gegen Nico stellen? Ja. Viel zu lange war ich hin und her gerissen zwischen der, die ich war und der, die ich bin. Aber wer will ich sein? Wer ich jetzt bin und was ich tue, werde ganz allein ich entscheiden. Es gibt so viele große Fragen politischer Art, in die Catrin und Nico verwickelt sind. Die Lorda sind falsch, ganz falsch. Aber sollte man ihnen deshalb die Kehle durchschneiden? Ich habe mir eingeredet, dass Nico recht hat, dass ich als Rain meine Entscheidung bereits vor langer Zeit getroffen habe und dass der Zweck alle Mittel heiligt. Aber ich habe mich geirrt. So sieht meine Antwort nicht aus. Als ich mit Cam den schmalen Weg entlang fahre, über den ich damals mit Nico das erste Mal gekommen bin, werde ich unruhig. Was, wenn Nico heute auch hier entlang kommt? Doch zum Umkehren ist es zu spät. Halt an, sage ich schließlich. Hier kannst du nicht wenden, du musst erst ein Stück zurücksetzen. Hier soll ich dich rauslassen? Sicher? Cam versucht unter den dichten Baumkronen etwas zu erkennen. Ja, danke. Willst du mir nicht endlich sagen, was hier gespielt wird? Er mustert mich eingehend und rück schon raus mit der Sprache. Eines kann ich dir sagen. Die Lorda von Neulich sind stinksauer auf mich und ich hoffe, dass es sich sorry. Stinksauere Lorda klingt gut, nur nicht gerade in meiner Nähe, aber wenn die eh schon sauer sind, dann lass mich mitkommen. Vielleicht kann ich helfen. Nein, er seufzt. Kommst du auch wirklich klar? Sicher, sage ich, die Hand am Griff der Autotür, bereit notfalls los zu sprinten, wenn er sich von der Lüge nicht abwimmeln lässt. Viel Glück. Tschüss, Cam. Ich steige aus dem Wagen und verschwinde zwischen den Bäumen. Eine Weile bleibe ich noch in der Nähe, um mich zu vergewissern, dass er ganz sicher geht. Cam fährt rückwärts und ist nicht mehr zu sehen. Irgendwie kam mir das eben merkwürdig vor. Hat er nicht etwas zu schnell aufgegeben? Ich lausche dem Motorengeräusch, bis es verklungen ist. Cam gegenüber habe ich ein total schlechtes Gewissen. Es ist wirklich nicht seine Schuld, dass die Lorda ihn jetzt im Auge behalten. Hoffentlich drehen die ihm da nicht noch einen Strick draus. Wenn gleich alles glatt geht, wenn Dr. Lysander entkommt, wird Cowson schon recht bald wissen, was ich im Schilde führe. Bestimmt ist er darüber nicht gerade erbaut. Beim Motorradversteck hängt die Plane niedriger als gehofft. Um sicher zu gehen, schlage ich sie zurück und seufze. Keine Maschinen da. Offenbar sind sie alle in Gebrauch oder stehen am Haus. Also muss ich zu Fuß weiter. Schnell. Die Luft ist feucht und schwer. Der Himmel zieht sich zu. Und ich bilde mir eingedämpfte Geräusche zu vernehmen, hinter denen sich irgendetwas oder irgendjemand verbirgt. Meine Fantasie legt mal wieder eine Sonderschicht ein. Ständig drehe ich mich um, weil ich schwören könnte, dass ich einen Zweig knacken oder etwas in den Bäumen rascheln gehört habe. Aber wenn ich verstohlen zurückschleiche, ist da nichts. Auf dem Weg überlege ich mir mögliche Schwachstellen. Wer bewacht Dr. Lysander? Wenn das mit den vier Uhr Angriffen so stimmt, wie Katrin gesagt hat, müssten eigentlich alle im Einsatz sein. Vor ihrer Tür sollte höchstens eine Wache sitzen. Wie könnte ich denjenigen ablenken und aus dem Haus locken, um Dr. Lysander zu befreien? Ich mache mir nichts vor. Bei einem Kampf Mann gegen Mann könnte ich jemanden nur in äußerster Notwehr ernsthaft verletzen. Wie Wayne damals. Bei dem Gedanken schüttelt das mich. Auch wenn ich Waynes Tod nicht gerade bedauere und er wohl auf Nikos Konto geht, fühle ich mich dafür verantwortlich. Konzentrier dich. Wenn Nico im Haus ist, habe ich ein echtes Problem. Eigentlich sollte er unterwegs sein und die Anschläge koordinieren. Es sei denn, er ist derjenige, der Dr. Lysander um vier Uhr erschießt. Noch kannst du einen Rückzieher machen, abhauen, dich verstecken. Nein, höchste Laufschritt eile ich den Weg entlang. Mit einem Auge behalte ich meine Armbanduhr im Blick. Jetzt ist es Viertel nach drei. Ich lege noch einen Zahn zu, lasse mir alle möglichen Szenarien durch den Kopf gehen und verwerfe sie wieder. Es gibt zu viele Unbekannte. Schon erkenne ich den Motorrad Unterstand. Gleich bin ich beim Haus. Wieder überkommt mich das Gefühl, beobachtet zu werden. Es ist so stark, dass ich stehen bleibe und mit angehaltenem Atem lausche. Nichts zu hören. Die einzige Bewegung stammt von einem Milan, der über mir seine Kreise zieht, die Augen auf irgendeine Beute geheftet. Angst und eine lebhafte Fantasie, mehr nicht. Im Schutz der Bäume schleiche ich lautlos ums Haus. Kein Wagen zu sehen, also ist Nico Baum. Könnte ich ihm die Stirn bieten? Auch wenn ich mir das die ganze Zeit vorzumachen versuche, bin ich mir nicht wirklich sicher. Abgesehen von den üblichen Dingen, mit denen er uns alle in der Hand hat, kommt bei mir noch etwas hinzu, das sich bis vor kurzem vollkommen verdrängt habe. Nico ist das Grauen in mir. Der Stoff, aus dem meine Albträume gemacht sind. An der Tür tut sich was. Schnell ducke ich mich weg. Eine dunkelhaarige Gestalt tritt aus dem Haus, kippt eine Tasse aus und geht wieder hinein. Tori, ist sie die Wache? Und vielleicht sogar die Schützin? Ansonsten wirkt das Haus verlassen und leer. Doch meinem geübten Blick entgehen die spärlichen Anzeichen von Leben nicht. Ich vermeide es, auf den dünnen Stolperdreiz zu treten, der sich im hohen Gras um das Haus spannt. Dennoch stimmt irgendetwas nicht. Eine Stille, die nicht vom Haus ausgeht, sondern von der Natur rings um. Als würden die Bäume die Luft anhalten. Die Vögel sind verstummt. Selbst der Wind. Ich gehe den Weg, den ich gekommen bin, noch einmal zurück. Neben mir knackt es leise. Mit einem Drehkick Bremsen. Cam, was zum Teufel machst du hier? fauche ich und zerre ihn hinter einen Baum. Er grinst. Ich wollte nur sicher gehen, dass du auch klarkommst. Was geht denn hier ab? Du brauchst nicht so dämlich zu grinsen. Das hier ist kein Spaß. Ich bin stinksauer. Auf mich selbst, weil ich mich aus Bequemlichkeit von ihm habe kutschieren lassen und auf ihn, weil er mir gefolgt ist. Er verbeißt sich das Lächeln, aber in den Augen blitzt es noch auf. Sorry. Geh sofort zum Auto zurück. Auf keinen Fall. Ich gehe nirgendwo hin. Da kann ich dir auch genauso gut helfen. Was hast du vor? Du wolltest doch einer Freundin helfen. Aber wenn die Freundin hier wohnt, warum schleichst du dann so vorsichtig ums Haus herum? Soll ich zurück. Und du willst jetzt echt nicht gehen? Nein, sagt er, und diesmal liegt eine Entschlossenheit in seinem Blick, die er bislang mit seinen Witzeleien überspielt hat. Du hast keine Ahnung, auf was du dich da einlässt. Dann klär mich doch auf. Seufzend ziehe ich ihn tiefer in den Wald, in die Enge getrieben. Also, in dem Haus ist jemand eingesperrt, den Beihilfe zum Ausbruch klingt gut. Ich hoffe jetzt mal, dass nur eine Person Wache steht. Okay. Sofort begibt er sich in Kampfstellung, nimmt die Fäuste hoch. Soll ich ihn für dich erledigen? Ich verdrehe die Augen. Es ist eine Sie. Du hältst jetzt mal kurz die Klappe und lässt mich nachdenken. Cam schweigt. Ich muss Tori gründlich ablenken. Natürlich könnte ich sie in einen Kampf verwickeln, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ben. Leise seufze ich vor mich hin. Ich habe furchtbare Schuldgefühle und will ja das Richtige tun. Ich muss Tori sagen, dass Ben noch lebt. Das müsste reichen, um sie von ihren Werter Pflichten abzulenken. Okay. Was hältst du davon? Frage ich. Ich laufe rein und lotse die Wache raus. Dann gehe ich mit ihr zum Reden hinters Haus. Du schlüpfst rein und befreist die Gefangene. Ich beschreibe ihm die Raumaufteilung drinnen und in welcher Schublade der Schlüssel liegt. Hoffentlich steckt Tori ihn nicht ein. Kapiert, sagt er. Kein Problem. Darüber kann ich nur den Kopf schütteln. Es könnten alle möglichen Probleme auftauchen. Cam postiert sich um die Ecke des Eingangs, damit Tori ihn beim Rausgehen nicht sieht. Ich gehe hinten rum, falls sie den Weg beobachtet. Also gib mir ein bisschen Zeit. Während ich durchs Gehölz schleiche und Geräusche zu vermeiden versuche, lässt mir der Gedanke keine Ruhe, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Cam dürfte gar nicht hier sein. Vor allem aber, wie hat er bloß hergefunden? Wie angewurzelt bleibe ich stehen und gebe den bohrenden Zweifeln ich war so mit meiner Wut beschäftigt und damit Cam loszuwerden und mir zu überlegen, wie es notfalls mit ihm weitergehen soll, dass mir die entscheidende Frage entgangen ist. Wie ist Cam mir überhaupt gefolgt? Er muss doch ein gutes Stück hinter mir gewesen sein. Immerhin hat er mit dem Wagen so weit zurück gesetzt, dass ich den Motor nicht mehr gehört habe. Dann hat er wohl abgewartet und ist wieder zurück gekommen. Woher aber hat er gewusst, welchen Weg er im Wald einschlagen muss? Außerdem bin ich gerannt. Wie konnte er da nur mithalten? Schlagartig wird es mir klar. Entweder ist Cam ein Meister im Pferden lesen und der lautlosen Verfolgungsjagd oder, was wesentlich wahrscheinlicher ist, er hat sich zurückfallen lassen, weil er mich orten kann. Ich kapiere das nicht, das passt doch nicht zusammen. Cam? Vorsichtig schleiche ich zurück. Vielleicht hat er einfach nur Glück gehabt, ist durch Zufall auf den Motorrad Weg gestoßen. Und ist man der Fährte einmal eine Weile gefolgt, werden die Markierungen auch deutlicher. Unwahrscheinlich. Cam steht noch an Ort und Stelle, wartet wie befohlen. Ich stehle mich näher heran. Er hat mir den Rücken zugewandt, beugt sich leicht vor und macht irgendetwas mit den Händen. Ein schwaches metallisches Klicken. Als er sich zur Seite wendet, sehe ich die Waffe in seiner Hand und den mörderischen Blick in seinen Augen. Cam? Mit einer Waffe? Der Schock ist so groß, dass ich einen unbedachten Schritt mache. Durch das Geräusch alarmiert, dreht er sich um, sieht mich und nun bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn anzugreifen. Ich trete ihm die Waffe weg. Wer bist du? stoße ich hervor. Keine Antwort. Doch nun blitzt ein Messer in seiner Hand auf. Er stürzt sich auf mich, täuscht an. Ich tauche weg, aber nicht schnell genug. Etwas presst gegen meine Schulter. Ein Schnitt. Mir fällt die kleine Pistole ein. Ungeschickt zerre ich am Holster, doch da verspüre ich schon den nächsten brennend heißen Stich in der Seite, tiefer diesmal. Zum Teufel mit dem Ablenkungsmanöver, ich brauche Hilfe. Nur ein paar Schritte und schon taumle ich rückwärts über den verdeckten Stolperdraht und breche am Boden zusammen. Cam tritt mit einem Lächeln auf mich zu, aber es spiegelt sich nicht in seinen Augen wieder und es ist auch nicht der Cam, den ich bislang gekannt habe. Wer bist du und was bist du, flüstere ich und halte mir die Seite. Meine Finger sind rot und klebrig nass. Mir wird schwindelig. Aus einem Cam werden vier, fünf Cam die ganz verändert und hässlich sind. Er steht mit dem Rücken zum Haus, daher bemerkt er Tori nicht, die mit der Pistole in der Hand um die Ecke kommt. Ihr steht die Unentschlossenheit ins Gesicht geschrieben, zumal sie eine lausige Schützin ist. Tori schleicht näher und zieht ihm eins über den Schädel. Ein widerlich krachendes Geräusches zu hören. Noch einmal dreht sich Cam um und stürzt dann der Länge nach hin, mit dem Gesicht nach unten. Tori stößt ihn mit dem Fuß herum, aber er bleibt reglos liegen. Wer ist das denn? Endlich bemerkt sie, dass ich blutend am Boden liege. Sie eilt zu mir. Also Nico könnte sie mit der Aktion nicht beeindrucken, denke ich insgeheim. Weder kontrolliert sie, ob noch weitere Angreifer in der Nähe sind, noch vergewissert sie sich, dass Cam nicht wieder aufstehen kann. Ich stöhne. Mir kommt eine Idee. eigentlich nicht glaube. Die Schnitte sind nur oberflächlich, blutend stark und ich bin mal wieder kurz davor in Ohnmacht zu fallen, aber nicht wegen der Verletzungen. Doch das kann Tori ja nicht wissen. Erschrocken sieht sie mich an. Klar bin ich bei ihr nicht gerade die Nummer eins auf der Beliebtheitsskala, aber sie weiß, dass Nico mich für irgendetwas braucht. Tori, hauche ich. Hol einen Arzt, ich brauche sofort einen Arzt, sonst meine Stimme versagt und ich schließe die Augen. Dann sacke ich in mich zusammen und mime die Bewusstlose. Heimlich blinzle ich, um zu sehen, wie Tori reagiert. Zu ihren Gunsten muss ich sagen, dass sie Cam mit einem Tritt kalt stellt, bevor sie zurück ins Haus stürmt. Ich atme tief ein und aus und versuche nicht, an all das rote Blut zu denken, das aus meinen Wunden sickert. Vorsichtig bewege ich Arme und Beine, aber selbst die kleinste Bewegung löst Schwindel aus. Das kann ich vergessen. Mist. Kurz darauf taucht Dr. Lysander auf. Sie kommt sofort herbeigeeilt, gefolgt von Tori, die ihr die Pistole in den Rücken drückt. Dr. Lysander kniet sich neben mich und untersucht mich. Natürlich muss ihr klar sein, dass ich von den Stichwunden nicht das Bewusstsein verloren haben kann. Tori ist der Blick auf mich durch Dr. Lysander verstellt. Ich schlage die Augen auf und zwinkere ihr zu. Dr. Lysander sieht mich groß an. Ich brauche einen Druckverband und zwar sofort, sagt sie. Hol mir den Erste -Hilfe-Kasten. Tori schwankt. Los, sofort, sonst stirbt sie. Daraufhin flitzt Tori ins Haus. Ich setze mich auf. Hauen sie ab, sage ich und zeige in den Wald. Durch den Wald führt ein Weg, an der Gabelung halten sie sich links. Nicht ohne dich. Los, gehen sie. Ich kann nicht, mir schwindel ich vom Blut. Nein, sie zieht mich hoch. Etwas wackelig bin ich schon auf den Beinen, aber Dr. Dolay Zender legt mir entschlossen den Arm um die Hüfte und humpelnd machen wir uns auf in den Wald. Da kommt Tori aus dem Haus gestürmt, lässt den Verbandskasten fallen und will sich auf ihre Pistole stürzen. Doch bevor sie sie erreicht, knallt es einmal laut und die Äste über uns bersten. Der nächste Schuss landet nicht im Baum, sagt eine Stimme. Eine Stimme, die mich erzittern lässt. Wir bleiben stehen, uns um. Und da ist Nico, die Waffe auf meinen Kopf gerichtet. So, will mir mal jemand sagen, was hier eigentlich vor sich geht? Ich bin ziemlich sauer, sagt Nico. Blick und Stimme sind eisig, kalt wie ein Gletscher. Das büßt mir jemand. Du. Dabei blickt er zu Tori, die Waffe weiterhin auf mich gerichtet. Wenigstens hast du eine Sache richtig gemacht und mich alarmiert. Ich war ohnehin schon fast hier. Da habe ich mich leise angeschlichen, um herauszufinden, was denn so dringend ist. Und was muss ich da sehen? Du hast die Gefangene freigelassen, sagt er zu Tori. Nico dreht sich um und zielt auf Tori. Alle Farbe weicht aus ihrem Gesicht. Nein, Nico, nicht, ich... Willst du etwa abstreiten, dass du die Tür aufgeschlossen hast? Nein, aber... Es war meine Schuld, sage ich. Nun schwenkt er wieder zu mir herum. Und wer ist das? Er deutet auf Cam, der noch immer blutend am Boden liegt. Jemand aus der Schule, aber genau weiß ich es nicht. Da steckt noch mehr dahinter. Er ist mir gefolgt. Eigentlich ist das unmöglich. Dir ist jemand bis hierher gefolgt. Angewidert schüttelt er den Kopf. Wie könnt ihr alle nur so dumm sein? Wer bezahlt dafür? Er seufzt, richtet die Pistole auf mich. Als Dr. Lysander vortritt und die Hand hebt, um etwas zu sagen, halte ich sie zurück. Nico drückt ab. Laut halt der Schuss durch den Wald, über unsere Köpfe hinweg. Wie erstarrt stehe ich da. Bloß nicht zu Cam sehen und dem ganzen Blut an seinem Hinterkopf oder meinem eigenen Blut, denn ich darf auf keinen Fall in Ohnmacht fallen. Ich atme tief durch, versuche nicht daran zu denken, schiebe die blutigen Bilder beiseite, damit ich mich um den jetzigen Moment kümmern kann. Und du, Rain? Dein Verrat trifft mich. Warum bist du nicht wie abgesprochen auf Checkers? Ich konnte es nicht. Ich konnte meine Mutter nicht vor all den Menschen erschießen. Das hat sie nicht verdient. Nico schüttelt den Kopf. Du begreifst auch gar nichts. Ihre Rede, so wie wir es wollten, wäre doch nur das Sahnehäubchen gewesen. Aber du solltest um vier Uhr vor Ort sein, du dummes Stück. vor Zorn bebt er. Aber warum sollte ich um vier Uhr dort sein? Die Sekunden verstreichen. Jetzt ist es zehn vor vier. Was war denn für vier geplant? Nun weiß ich gar nichts mehr. Ich sollte Mom doch während der ersten Feierlichkeit im Haus umbringen. Es sei denn, Nico hat von vornherein gewusst, dass ich es nicht über mich bringen würde. In Nikos Augen spiegelt sich die blanke Wut. Nach allem, was ich für dich getan habe. Er schüttelt den Kopf, richtet die Waffe wieder auf mich. Ich sollte dich gleich jetzt erschießen, aber das tue ich nicht. Weißt du auch warum? fragt er im Plauderton. Du musst leben, um an einem anderen Tag zu sterben. Dein Tod kann noch immer unglaublich wirkungsvoll sein. Heute wäre die ideale Gelegenheit gewesen. Aber was soll's, stirbst du eben ein anderes Mal. Und wenn wir dich dafür betäuben und irgendwo hinsetzen müssen, wir sorgen schon dafür, dass du für die Nachwelt auf Film festgehalten wirst. Das blonde Slater-Mädchen mit dem Engelsgesicht reißt bei einem Selbstmordanschlag unschuldige Menschen in den Tod. Ich bin fassungslos. Vor Entsetzen kann ich mich nicht regen und vor Angst bekomme ich kein Wort heraus. Natürlich. Jetzt verstehe ich es endlich, sagt Dr. Lysander. Sie wollen der Öffentlichkeit beweisen, dass ein Slater gewalttätig sein und gleichzeitig den Lordern einen Schlag verpassen kann. Doch was ist mit all den anderen Slatern? Was würde wohl aus ihnen werden? Langsam wird selbst mir in meiner Panik klar, was das bedeutet. Die Lorder würden in uns allen eine Bedrohung sehen, denn sie wüssten ja nicht, wer als nächstes ausrastet. Wie würden sie darauf reagieren? Jede weitere Gräueltat der Lorder hilft unserer Sache. Verschafft uns weitere Anhänger. Tori bellt er. Sperr die beiden zusammen ein. Tori sieht ihn irritiert an. Aber was geschieht denn mit den Slatern? Nico verdreht die Augen und zielt mit der Waffe auf sie. Da scheint sie irgendetwas hinter ihm zu bemerken, was auch Nico nicht entgeht. Für den Bruchteil einer Sekunde fragt er sich wohl, ob sie ihn nur täuschen will, aber bevor er zu einem Entschluss gekommen ist, fliegt ihm auch schon die Waffe aus der Hand. Katrin. Du Schwein, faucht Katrin. Nico täuscht an und tritt Katrin mit einem Drehkick die Füße weg. Tori, brüllt Nico, entscheide dich für eine Seite. Tori hebt Nikos Waffe auf und starrt sie an. Dann blickt sie zu mir und zurück zur Waffe. Mit unsicheren Schritten gehe ich auf sie zu. Gib sie mir, sage ich. Am Boden ringen Katrin und Nico. Ein Messer blitzt silbern. Katrin schreit auf. Nico hat ihm den Arm aufgeschlitzt. Jetzt rappelt sich Nico hoch, das Messer gezückt. Katrin rollt sich weg, zieht ebenfalls ein Messer, kommt auf die Beine. Ben lebt, brüllt Nico. Sie weiß es. Tori verzieht das Gesicht, legt an. Ich werfe mich auf den Boden. Die Kugel schlägt hinter mir ein. Dr. Lysander ist wie gelähmt. Laufen sie, rufe ich ihr zu. Und diesmal hört sie auf mich, rennt in den Wald und ich hinterher. Immerhin kann ich ihr hinkend folgen, so weit funktionieren meine Beine. Zum Aufholen reicht es nicht. Mit jedem Schritt bringt mich die Sorge um Katrin halb um. Nico kann den Kampf doch nicht gewinnen, oder? Doch dann sind neue Geräusche zu vernehmen, Geschrei, Getrampel. Als ich mich umdrehe, sehe ich sie durch die Bäume. Lorder. Mindestens ein halbes Dutzend marschiert auf das Haus zu. Lauf. Halt, sagt jemand vor mir. Die Stimme kenne ich und ich gehorche. Statt abzutauchen, anzugreifen oder sonst etwas zu tun, halte ich an. Vor mir steht Coulson. Du hättest dir die Sache viel einfacher machen können, wenn du mir nur gesagt hättest, was hier vor sich geht. Zum Glück hat Cam uns Bescheid gegeben und es dir gefolgt. Mir gefolgt? Wie? Coulson tippt sich an die Stirn und lächelt schief. Es wirkt irgendwie falsch. Plötzlich zückt er eine Pistole und richtet den Lauf auf meinen Kopf. Das war es jetzt? Allem, was passiert ist? Die Kampfgeräusche hinter uns ebben ab, die Schreie verklingen. Es gibt nur noch diesen Augenblick. Nur noch den Moment, in dem wir uns ansehen. Ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten, gehe in die Knie. Lassen Sie mich gehen, flüstere ich. Das kann ich nicht. Bitte! Coulson schüttelt den Kopf. Was hinter uns passiert, nehme ich kaum wahr. Es gehört zu einer anderen Welt, losgelöst von dieser. Dennoch dringt ein hartnäckiges Geräusch zu uns durch, kommt näher, bis Coulson nimmt die Pistole in beide Hände und feuert. Die Kugel trifft nicht mich, streckt mich nicht tödlich zu Boden. Das Geräusch des Aufpralls und der Schrei kommen von hinten. Ich fahre herum. Catrin! Er drückt die Hände auf die Brust. Als er nach hinten kippt, spritzt das Blut zwischen seinen Fingern hervor. In meinem Kopf dreht sich alles. Die Welt verschwimmt, entfernt sich, weg von diesem erneuten Grauen und Nein, mit aller Macht kämpfe ich dagegen an. Nein! Ich krieche zu Catrin, nehme seine Hand und schlinge die Arme um ihn. Er zuckt. Rot, rot, rot. Es tut mir so leid, sage ich wieder und wieder. Uns beiden steht der Schock ins Gesicht geschrieben. Catrin ist doch unbesiegbar. Wir können es nicht fassen. Mit einem Mal ändert sich der Ausdruck in seinen Augen. Er will mir etwas sagen, hustet aber nur. Blut fließt aus der Wunde. Die Worte kommen ihm nicht mehr über die Lippen, aber seine Augen sprechen Bände. Liebe steht darin. Nein, Catrin, nicht, verlass mich nicht. Ich bin wie vor den Kopf gestoßen, aber gleichzeitig weiß ich, dass es wahr ist. Schon immer hat er so für mich empfunden, die Gefühle gut verborgen hinter all der Wut, mit der er mich wegstoßen wollte, weg von Nico und Free UK, damit mit mir nichts geschieht. Sein Blick wird leer, sein Körper zuckt nicht mehr. Nein. Nein, nein, nein. Ich schreie und plötzlich erinnere ich mich wieder. An einen anderen Ort und eine andere Zeit, die diesem Moment zu ähnlich sind, als dass ich mich noch länger davor verstecken könnte. Ein Moment, den ich vergessen möchte, aber an den ich immer wieder zurückgezerrt werde. Damals Zunächst habe ich ihn nicht erkannt, nicht äußerlich zumindest. Er war so verändert, sein Gesicht aus meinem Gedächtnis gelöscht, wenigstens bewusst. Doch irgendwas hat er in mir ausgelöst, eine Mischung aus Furcht und Sehnsucht. Ich konnte mir nicht erklären, warum ich ihn immer anstarren musste. Er hat dort Proviant und dergleichen angeliefert, aber er war nicht bloß irgendein Lieferant, er gehörte dazu, das war offensichtlich. Durch die Gitter meines Fensters habe ich gesehen, wie er mit den Wachmännern gesprochen hat. Zwei Jahre war ich schon in dem selben Zimmer. Einmal die Woche kam er und blieb für eine Nacht im Nachbargebäude. Eines Tages bemerkte er, wie ich ihn durch die Stäbe beobachtete. Ein Anflug von Verzweiflung trat auf sein Gesicht, um sogleich von einer Güte und Sanftheit ersetzt zu werden, die unangebracht schienen. Aufgewühlt und verwirrt tauchte ich wieder in mein Zimmer ab. Jede Woche hat er mich mit diesem besonderen Ausdruck angesehen. Ein freundlicher Blick an einem freudlosen Ort. Nach einer Weile fing er an, den Wachen klammheimlich Dinge wie Getränke zuzustecken. In einer Woche waren dann fast alle Wachen sehr krank. Lebensmittelvergiftung. Wir anderen blieben davon verschont. Woche über sprang als Ersatz ein und ich sah ihn häufiger, nicht nur durchs Fenster. Er war dabei, wenn ich zu Dr. Craig gebracht wurde oder zurück kam, beim Waffentraining, das von dem herzlosen Mann mit den seltsamen Augen beaufsichtigt wurde, der auch die Wachen kommandierte. Eines Tages hat er mir etwas zugesteckt. Fast hätte ich erschrocken aufgeschrien, als ich den Zettel sah, eine Nachricht. Doch ich habe sie versteckt und später gelesen. Lucy, auch wenn ich anders aussehe, ich bin es, Daddy. Ich musste mich tarnen. Sobald ich einen Plan habe, hole ich dich hier raus und bringe dich nach Hause. Ich hab dich lieb. Dann habe ich den Zettel in winzige Fetzen zerrissen. Ich habe keine Familie mehr. Das hat mir Dr. Craig eingebläut. Und selbst wenn dieser Mann mein Vater sein sollte, ich halte es kaum aus, in solchen Begriffen zu denken, hat er mich doch weggegeben, hat mich nicht gewollt. Ich wusste, dass ich dem Brief keinen Glauben schenken durfte. Dennoch habe ich mich dabei ertappt, wie ich Hoffnung schöpfte, Gefühle in mir aufkamen. Dinge, die Dr. Eines Nachts, als ich schlief, gelang es dem Mann, der mir den Zettel zugesteckt hatte, sich in mein Zimmer zu schleichen. Mit leiser Stimme sprach er voll Traurigkeit von anderen Zeiten, anderen Orten. Am liebsten hätte ich laut gebrüllt, um die Wachen zu alarmieren, damit die Stimme endlich ein für allemal verstummte. Aber das habe ich nicht getan. Er hat Pläne geschmiedet. Nächste Woche würden wir fliehen. Doch ich habe nur den Kopf geschüttelt. Nein! Wovor habe ich mich eigentlich gefürchtet? Keine Ahnung. Den Ort zu verlassen, den ich abgrundtief hasste? Ich war durcheinander und sehnsüchtig zugleich. Dann hat er die Hand ausgestreckt. Darin lag ein geschnitztes Holzstückchen, das aussah wie ein Turm. Als ich Teddy flüsterte ich und er lächelte selig. Daraufhin nahm er mir den Turm wieder ab. Den bewahre ich lieber auf, damit ihn keiner sieht. Aber wenn du ihn auf deiner Fensterbank findest, ist es das Zeichen, dass wir in der nächsten Nacht abhauen. Halt dich bereit. Jede Nacht habe ich die Fensterbank abgesucht. Dann endlich fand ich den Turm zwischen Gitter und Rahmen, wo ihn keiner sehen konnte und nur kleine Finger ertasten und greifen konnten. In der Nacht, als er meine Tür aufschloss und mich bei der Hand nahm, war alles still. Leise, raunte er, und wir stahlen uns durch den Flur ins Freie. Was war mit den Wächtern? Da waren keine. Doch als wir ums Haus herum gingen, lugten unter der Hecke Füße hervor. Er flüsterte mir ins Ohr, dass am Strand ein Boot für uns bereit läge und wir uns beeilen müssten, um die Flut zu erwischen. Wir hatten die letzten Dünen schon fast hinter uns gelassen und das Meer war nicht mehr weit, da geschah es. Geräusche in der Ferne, Stimmen. Lauf, Lucy! Und wir rannten. Hand in Hand rannten wir fort. Hinter uns Stimmen und Schritte, die näher kamen. Schneller, rief mein Vater und zog mich fort. Immer wieder bin ich im Sand weggerutscht, dann bin ich gestolpert und hingefallen. Er hat noch versucht, mir wieder auf die Beine zu helfen, aber vor Angst und Erschöpfung konnte ich mich nicht mehr rühren. Ich kann nicht weiter, sagte ich weinend. Vergiss es nie, rief er. Vergiss nie, wer du bist. Und dann haben sie uns. Ich werde unsanft weggezerrt. Daddy wird in den Sand gedrückt. Der Herzlose zückt lächelnd eine Pistole. Mach die Augen zu, Lucy, sagt Daddy. Sie weg. Seine Stimme klingt beruhigend. Ich starre auf die Waffe. Nein, bestimmt will er Daddy nur Angst einjagen, wie er es mit mir immer macht. Er wird schon nicht schießen, oder? Sieh weg, Lucy, sagt Daddy. Doch das liegt nicht mehr in meiner Macht. Am ganzen Körper zitternd starre ich ihn mit weit aufgerissenen Augen an, kann mich weder rühren noch den Blick abwenden. Rasch folgt Augenblick auf Augenblick und alles verschmilzt zu einem großen Ganzen. Der ohrenbetäubende Knall, der Turm in meiner Hand, der rote Blutfleck, der größer und größer wird. Als sich der Griff der Hände löst, die mich festhalten, laufe ich zu ihm, sehe meinem Vater noch einmal in die Augen, ehe er sie für immer schließt. Auch wenn man der Angst ins Gesicht blickt, verliert sie ihren Schrecken nicht. Sie bricht einem bloß immer wieder aufs Neue das Herz. Bewegung. Schemenhaft nehme ich sie wahr, reagiere nicht. Bis ich auf einmal hart mit dem Kopf aufschlage und gezwungenermaßen in die Gegenwart in meinen Körper zurückkehre, zur Besinnung komme. Ich öffne die Augen und richte mich mühsam auf. Wie viel Zeit wohl vergangen ist. Ich sitze abgewandt. Ein Sanitäter kümmert sich um seine Kopf verletz Co bringt bringt die eigenen Leute um, nur um weitere Gründe zu haben, die Gegenseite zu töten. Was hat das alles zu bedeuten? Wozu ist das gut? Psst, macht Dr. Lysander und mir wird klar, dass ich die letzten Gedanken laut ausgesprochen habe. Da ist sie ja, sagt Coulson. Kommt sie durch? Bestimmt. Kyla muss mit ein paar Stichen genäht werden. Mit kaltem Blick mustert Coulson mich. So wie ich verstanden habe, hat Dr. Lysander dir ihr Leben zu verdanken. Wir werden der Sache noch auf den Grund gehen. Aber sag, wer ist uns da entkommen? Muss ich jemandem gegenüber loyal sein, der meinen Vater auf dem Gewissen hat? Nein. Nico, Nikolas, Nachname unbekannt. Coulson hält inne, kneift die Augen zusammen. Uns ist er aber bekannt. Er nickt dem Lord dazu, der die Waffe auf mich gerichtet hat. Sie kann gehen. Fürs Erste. An mich gewandt, sagt er. Ich melde mich. Torys Gesicht ist wutverzerrt. Mit einer plötzlichen Bewegung befreit sie sich von ihrem Bewacher. Sie stürmt auf mich zu und ist schon fast bei mir, bevor sie zurückgezerrt wird. Verräterin, kreischt sie. Kyla oder Rain oder wer immer du auch bist, dich kriege ich. Und wenn ich dich habe, dann schlitze ich dir eigenhändig den Bauch auf. Tori wird weggeschleift, in den Van der Lorda verfrachtet. Doch zuvor sehe ich noch den Nach einem kurzen Zwischenstopp im Krankenhaus, wo ich genäht werde, lässt mich Coulson von einem seiner Leute nach Hause fahren. Diesmal sitze ich aber vorn in dem schwarzen Van. Der Lorda ist von meinem Anblick sichtlich angewidert, aber das ist mir egal. Ich bin voll auf mit meinen eigenen Gefühlen beschäftigt. Mittlerweile ist es schon spät am Abend und dunkel. Als wir durch die Hauptstraße in unserem Dorf fahren, frage ich mich gedankenversunken, wer uns wohl alles hinter den Gardinen beobachtet. Der Wagen hält vor unserem Haus. Dads Autopark davor. Die Haustür fliegt auf. Mom, raus mit dir, sagt der Lorda tonlos. Ich steige aus. Und während er davon braust, stakse ich auf unser Haus zu. Oh mein Gott, sagt Mom, was ist denn mit dir passiert? Was haben sie nur mit dir gemacht? Ich schwanke und sie will mich stützen. Ich wehre ab. Mir geht es gut, sage ich. Wohl die dickste Lüge aller Zeiten. Im Flur taucht Amys entsetztes Gesicht in der Küchentür auf. Dad kommt aus dem Wohnzimmer und mustert mich von oben bis unten. Lächelt. Dann klatscht er ein, zwei und dreimal in die Hände, betont langsam. Er weiß es. Irgendwoher weiß er es. Laura schießt es mir durch den Kopf. Dad ist nicht nur ein Informant, er ist einer von ihnen. Mom sieht zwischen uns hin und her. Kyla fragt sie unsicher. Was ist passiert? Doch ich starre bloß Dad an. Du hast mich nicht nur an die Lauder verraten. Du bist einer von ihnen. Darauf antwortet er nicht, doch sein Blick wandert unbehaglich zu Mom. Auch egal, sage ich, und lasse den Gedanken erst einmal sacken. Cam hat sich bei mir schon eingeschleimt, bevor ich das Krankenhaus überhaupt gezeichnet habe. Die hatten mich ohnehin schon im Visier, meinte Colson. Mit seinem Anschwärzen hat mich Dad im Prinzip ja nur gewarnt, sonst hätten die mich nicht geschnappt und ich hätte nicht gemerkt, dass sie mich bespitzeln. Du bist aber nur ein kleiner Fisch. Die haben dir nämlich nicht gesagt, was unter deinem Dach wirklich vor sich geht. Und als es dir dann endlich aufgefallen ist, haben sie dir befohlen, die Klappe zu halten und dich nicht einzumischen. Dad macht nicht jetzt. Tut mir leid, bringe ich noch raus. Ich muss mich dringend waschen. Oben verriegle ich die Badezimmertür. Ich ziehe mich aus und werfe die Klamotten, die mit meinem, vor allem aber mit Catrins Blut besudelt sind, in den Mülleimer. Langsam und mit steifen Gliedern bewege ich mich wie eine Marionette. Meinen Körper habe ich nicht so ganz unter Kontrolle, denn es gibt so viel anderes, das kontrolliert werden muss. Sonst würde ich mich nämlich in einer Ecke hier zusammenrollen und nicht mehr aufhören zu schreien. Blut lässt sich abwaschen, das weiß ich. Bald ist meine Haut wieder sauber und rein. Dank Cam sind ein paar neue Narben dazugekommen. Ein halbes Dutzend Stiche zielt meine Schulter, an der Seite sind es noch mehr. Bislang nichts ausrichten. Doch von nun an werde ich nichts mehr vergessen. Nie wieder. Ganz gleich, was es ist oder wie sehr es mir wehtut. Nico und dieser Arzt Dr. Craig haben mir an jenem Ort, an den ich mich bis heute Nachmittag nicht einmal mehr richtig erinnern konnte, Methoden beigebracht, wie ich vergessen und mich verstecken kann. Und die fehlenden Jahre zwischen der 10-jährigen Lucy und der 14-jährigen Rain? Dort bin ich gewesen. Nico und Dr. Craig haben mich gezwungen, meine Persönlichkeit zu spalten, sodass eine Seite das Slating im Verborgenen überleben konnte. Und jetzt weiß ich auch, was der Ziegel war, der es geschafft hat, mich in zwei Teile zu trennen. Zuzusehen, wie Nico meinen Vater getötet hat. Als Catherine in meinen Armen gestorben ist, kehrten die Erinnerungen zurück. In meinem Zimmer ziehe ich mir einen Schlafanzug an und wickle mich fest in die Bettdecke ein. Es klopft leise an der Tür. Amy steckt den Kopf herein. Darf ich dir Gesellschaft leisten? fragt sie vorsichtig. Ich zucke die Achsel. Sie kommt herein und Sebastian folgt ihr. Er springt aufs Bett und macht es sich auf meinem Schoß gemütlich. Amy setzt dich neben mich und legt den Arm um mich. Ich zucke zusammen, schiebe ihre Hand so hin, dass sie nicht die Naht berührt und lehne mich an sie. Von unten dringen Stimmen herauf, hitzige Wortgefechte. Die haben mich hochgeschickt, sagt Amy. Oh, tut mir leid. Was tut dir leid? Dass ich Dad von den Zeichnungen erzählt habe. Er hat zugegeben, dass er dich verraten hat. Ich fasse es nicht. Amy sieht ehrlich schockiert aus. Was hat er denn noch gesagt? Frage ich. Meine Stimme klingt so fern, als würde ich unter Wasser sprechen. Unglaubliche Sachen. Dass du eine Doppelagentin der Lora bist. Der spinnt doch. Ja, der spinnt total, flüstere ich. Willst du darüber reden? Ich schüttle den Kopf, doch statt mich mit Fragen zu bombardieren, scheint Amy eher erleichtert zu sein und schweigt. Aber sie weicht nicht von meiner Seite. Plötzlich hört man eine Tür eine laut schlagen. Vor dem Haus wird ein Wagen angelassen und fährt mit quietschenden Reifen davon. Anschließend ist lange Zeit nichts zu hören. Dann Schritte auf der Treppe. Mom kommt leise ins Zimmer, betrachtet mich und Amy, wie wir mit dem Kater zusammengekuschelt auf dem Bett liegen. Gute Idee, sagt sie und quetscht sich noch neben mich, drückt mich fest. Irgendwann muss ich eingeschlafen sein. Als ich Stunden später aufwache, ist es dunkel im Zimmer und nur noch der Kater ist bei mir. So langsam fällt die Taubheit von mir ab und der Schmerz trifft mich mit voller Wucht. Ich weine um das kleine Mädchen, das ich einst war und das ich an nichts mehr erinnern kann, außer dass es seinen Vater geliebt hat. Und ich weine auch um ihn, der alles getan hat, um seine Tochter zu retten. Dabei spielt es für mich keine Rolle, wie ich dorthin gelangt bin. Ich weine, weil ich ihn so enttäuscht habe. Vergiss nie, wer du bist, hat er gesagt, und das habe ich doch. Ich weine um Katrin, dessen Schwächen so offensichtlich waren und der seine Fürsorglichkeit gut zu verstecken wusste. Als er, wie Nico, die Chance zur Flucht hatte, ist er meinetwegen zurückgekommen. Den Wunsch, mich zu retten, hat er mit dem Leben bezahlt. Und ich weine um mich, um die, die ich jetzt bin. Wo gehöre ich hin? Ein paar Tage später kommt ein Lorder, um mich zu holen. Wieder hält ein schwarzer Van frühmorgens vor unserem Haus. Am liebsten würde ich wegrennen und mich verstecken. Aber wo soll ich hin? Ich frage mich, ob ich diesmal hinten oder vorn mitfahren darf. Haben Sie herausgefunden, dass Dr. Lysander überhaupt erst meinetwegen in Gefangenschaft geraten ist? Doch der Lorder steigt aus, hält mir die Beifahrertür auf und los geht es. Bring mich zu deinem Anführer, schießt es mir durch den Kopf und fast spreche ich den Gedanken laut aus. Ich muss mir das Kichern verkneifen. Wo geht es denn hin? Frage ich, nachdem wir eine Weile gefahren sind. Aber der Fahrer schweigt. Am Stadtrand von London gelangen wir durch ein Hochsicherheitstor zu einem hässlichen Betonklotz mit dicken Mauern. Es sieht so aus, als solle es aufgebrachten Bürgern standhalten. Ich folge dem Lorder zu einem der Büros. Auf sein Zeichen gehe ich hinein. Hinter mir wird die Tür verriegelt. Im Raum befinden sich Plüschsessel und ein wuchtiger Schreibtisch aus Holz. Ein Moment lang stehe ich unschlüssig herum, kann dann aber der Versuchung nicht widerstehen und lasse mich auf dem riesigen Schreibtischstuhl nieder. Man kann sich darin zurücklehnen und drehen und ich gebe der Versuchung nach und probiere ihn geradeaus, als die Tür aufgeht. Coulson Catrans Mörder Unerschrocken erwidere ich Coulsons Blick, verberge meinen Kummer und meine Angst. Dabei sehe ich seine Hände mit der Waffe noch klar vor mir. Catran Coulson kneift die Augen zusammen und ich springe aus dem Stuhl auf. Du hast Glück. Ich bin heute gut gelaunt, sagt er. Außer der Tatsache, dass ich noch am Leben bin, merkt man davon nichts. Coulsons Blick ist wie immer kalt und ausdruckslos. Setz dich da hin, bellt er und zeigt auf einen Stuhl gegenüber vom Schreibtisch. Wir hatten eine Abmachung, sagt er. Auch wenn du der vielleicht nicht so nachgekommen bist, wie ich es mir gewünscht hätte, lässt sich das Ergebnis sehen. Kurzum, wir werden dich ins Krankenhaus bringen, um dir das Levo abzunehmen. Ich betrachte das nutzlose Teil an meinem Handgelenk. Na toll, da habe ich ja den Hauptgewinn gezogen. Natürlich kann Coulson nicht wissen, dass das Ding ohnehin nicht funktioniert. Er muss glauben, ich halte mich die ganze Zeit mit Happy Pills über Wasser. Aber eine Sache musst du uns noch versprechen. In mir ist alles in Alarmbereitschaft. Was denn? Wenn du Nico siehst oder von ihm hörst, musst du uns umgehend Bescheid geben. Wenn es jemanden gibt, den ich den Laudern mit Freuden ausliefern würde, dann Nico. Dennoch kann ich es nicht glauben. Er wurde nicht gefasst? Auf Coulsons Gesicht zeigt sich ein Anflug von Ärger. Nein, dafür haben wir die meisten seiner teuflischen Pläne aufgedeckt. Grimmig verzieht er die Mundwinkel. Fast alle enden bei dir. Innerlich schüttelt das mich. Sobald ich Nico durchschaut hatte, wollte ich nicht mehr zu Free UK mit all ihren Bomben und Toten gehören. Doch wenn die Pläne von Free UK enttarnt wurden, bedeutet das auch Verhaftungen, Slatings und Todesurteile. Durch mich sind die Lauder mächtiger als zuvor. Meine Schuld. Und Nico, der noch auf freiem Fuß ist und dessen Pläne nun durchkreuzt wurden, wird mich dafür verantwortlich machen. Der wird keine Ruhe geben, ehe er mich hat, sage ich kleinlaut. Ich hasse mich dafür, denn dahinter schwingt ein unausgesprochenes Beschützen Sie mich mit. Von den Laudern will ich keine Hilfe. Wir behalten das im Auge. Aber warum haben die denn nicht gleich alles im Auge behalten? Eine Sache verstehe ich nicht, sage ich und warte ab. Coulson erwidert nichts, also darf ich wohl weitersprechen. Wenn Sie mich die ganze Zeit beobachtet haben, warum dann nicht am Armstrong-Gedenktag? Warum bin ich einfach so reingelassen worden? Keine Fragen, keine Kontrollen, nichts. Sehe ich etwa Wut in seinen Augen aufblitzen? Aber sie ist so schnell verschwunden, dass ich nicht sicher bin. Das geht dich nichts an. Es klopft an der Tür. Du musst jetzt ins Krankenhaus. Da ist noch etwas, getraue ich mich beim Aufstehen zu sagen. Sie wollten mir doch erzählen, was mit meinem Freund geschehen ist. Ben nix. Coulson blickt auf. Ach ja. Ben. Leider gestorben, sagt er. Nichts in seinem Gesicht deutet darauf hin, dass es ihm leid tut. Bestenfalls sieht er gleichgültig aus. Der Boden unter mir scheint nachzugeben. Meine Knie werden weich. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Oder? In der Tür bleibe ich noch einmal stehen. Wie ist das passiert? Presse ich hervor. Anfälle beim Durchtrennen des Levos. Keine Angst, das kann dir heute nicht passieren. Nicht im Krankenhaus. Erleichtert stolpere ich hinter dem Fahrer her. Für einen furchtbaren Moment habe ich geglaubt, Ben sei in den letzten Tagen wirklich etwas zugestoßen. Aber wenn es angeblich geschehen ist, als Bens Levo abgeschnitten wurde, lügt Coulson. Bald darauf befinde ich mich in Dr. Leisenders Büro im New London Hospital. Es tut mir leid, sage ich sofort, doch sie legt die Hand aufs Ohr und formt mit den Lippen. Später. Bestimmt hat sie Wanzen im Büro gefunden. Heute nehmen wir dir das Levo ab. Im Krankenhaus bestehen dabei keine besonderen Risiken. Während sie in einen langatmigen Monolog verfällt, schweifen meine Gedanken ab. Ich fasse das Levo an. Nun trage ich es schon so lange ums Handgelenk. Anfangs hat es mein Leben bestimmt. Sobald ich zu traurig oder wütend wurde, hat es für schmerzhafte Ohnmachtsanfälle gesorgt, die mich hätten umbringen können. Doch irgendwie hatte die Kontrolle auch etwas Beruhigendes. Wenigstens hat das Levo nicht zugelassen, dass man über einen bestimmten Punkt hinaus Schmerzen empfindet. Was, wenn es nun einfach weg ist? Siedend heiß werden mir die Konsequenzen bewusst. Komm mit, Kyla, sagt Dr. Lysander, die schon an der Tür steht. Wir verlassen ihr Büro. Ich will gar nicht, dass das Levo abkommt. Muss das sein? Nein, glaube ich jedenfalls nicht. Ich könnte ja mal schauen, wie verbindlich das Gesuch der Lorda formuliert worden ist. Aber warum willst du es behalten? Dann weiß jeder Bescheid. Ich kann nie wieder die Person sein, die ich vorher war. Nach allem, was passiert ist, könntest du überhaupt wieder diese Person sein? Fragt sie sanft. Wir erreichen den Fahrstuhl. Wieder hält sie sich eine Hand ans Ohr und schüttelt den Kopf. Ist sogar der Fahrstuhl verwandt? Die Behandlungsräume liegen ein paar Stockwerke tiefer. Krankenschwestern wuseln geschäftig umher, schieben Patienten in Rollstühlen oder bewusstlose in Betten durch die Flure. Dr. Lysander lotst mich in ein winziges Büro. Der Mann, der dort tippend am Computer sitzt, schaut auf. Dr. Lysander bedeutet ihm zu gehen. Jetzt können wir endlich reden, sagt sie und setzt sich. Was macht dir Sorgen? Warum willst du das Lervo behalten? Es gibt nur eine Möglichkeit, das Lervo loszuwerden und frei rumzulaufen, nämlich wenn die Lorda es selbst entfernt haben. Doch dann wissen alle Bescheid und sie werden mich für einen Spion der Lorda halten. Da hast du wahrscheinlich recht. Aber meinst du nicht, dass die das sowieso schon glauben? Ich muss an die schwarzen Vans denken, die ständig vor unserem Haus parken und, so ungerecht das auch sein mag, an all die Vermissten in meinem Umfeld. Wachsame Augen und Stimmen hinter vorgehaltener Hand werden sich schon ihren Reim darauf gemacht haben. Mit einem Seufzer sage ich, da haben sie recht. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, sagt sie. Welchen denn? Nico. Meines Wissens ist er noch nicht gefasst worden. Solange du das Lervo trägst, bist du für alle als Slater erkennbar. Er könnte an seinen Plänen festhalten und dich bei einem Anschlag benutzen, um allen zu beweisen, dass Slater gewalttätig sein können. Ohne Lervo kann er das nicht mehr. Nein. Von Nico lasse ich mich nicht mehr benutzen. Dazu müsste ich schon meine Vergangenheit vergessen. Aber ich halte an jedem Erinnerungsfetzen fest. Vor Jahren wurde ich gezwungen, den gewaltsamen Tod meines Vaters zu vergessen. Wie anders wäre doch alles abgelaufen, wenn ich mich erinnert hätte. Nie wäre ich unter Nikos Bann gefallen. Sollen wir es denn jetzt machen? Fragt sie. Vorher habe ich noch eine Frage. Dann mal los. Ich kann mich an ein paar Dinge erinnern, die vor meiner Zeit bei den RT liegen. Aber über mein Zuhause und meine Mutter weiß ich nichts mehr. Kann es sein, dass die Erinnerungen wiederkommen? Es gibt da ein paar Möglichkeiten. An Erinnerungen, die du als Rain bewusst unterdrückt hast, könntest du herankommen. Aber dafür brauchst du die richtigen Reize. Ich weiß nicht, wie weitgreifend deine Persönlichkeitsspaltung ist. Wenn die andere Hälfte geslated wurde, sollten die Erinnerungen eigentlich verschwunden sein. Doch ihre Stimme verliert sich. Sie ist ganz in ihren Gedanken versunken und ich reiße mich zusammen, sie nicht zu unterbrechen. Es gäbe wahrscheinlich auch Mittel und Wege, um sie zurückzuerhalten, sagt sie schließlich. Man müsste mit einem operativen Eingriff die durchtrennten Nervenbahnen wieder zugänglich machen. Theoretisch wäre das möglich. Nur ist es meines Wissens noch nie versucht worden. Was? Bedeutet geslated werden denn nicht, dass die Erinnerungen für immer gelöscht sind? Mir schießen alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Was ist mit Ben? Könnten sie bei ihm auch etwas rückgängig machen? Ben? Ich habe es dir doch schon gesagt, Kyla. Wir haben keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Und ich weiß, wie schwer das für dich sein muss. Aber selbst wenn er noch am Leben sein sollte, ist er für dich verloren. Soll ich es ihr sagen? Auch wenn ich mich schon in so vielen Menschen getäuscht habe, Dr. Lysander vertraue ich. Aller Logik zum Trotz. Ist er nicht? Er ist nicht was. Tot oder verschollen. Ich weiß, wo er ist. Dr. Lysander ist vollkommen schockiert, als ich ihr Bens Aufenthaltsort und die näheren Umstände erläutere, dass er mich nicht erkennt, aber trotzdem nicht wie ein frischer Slater wirkt. Das ist äußerst beunruhigend, sagt sie schließlich. Alles, was dort vor sich geht, ist nicht vom medizinischen Rat abgesegnet. Es ist unmoralisch. Und Slating ist moralisch? Sie schaut auf und blickt mich scharf an. Ja, sagt sie, aber ganz überzeugt sieht sie nicht aus. Wäre dir ein Todesurteil lieber gewesen, wie im Fall meiner Freundin vor vielen Jahren? Woher soll ich das wissen? Ich kann mich ja nicht mehr erinnern. In meiner Stimme liegt Bitterkeit. Aber eigentlich geht es mir gerade mehr darum, was Dr. Lysander davor gesagt hat. Also, könnten Sie Bens Veränderungen rückgängig machen? Nein, ich weiß ja gar nicht, was mit ihm gemacht wurde. Es ist viel zu riskant, um es überhaupt in Erwägung zu ziehen. Riskant, aber möglich? Theoretisch vielleicht. Jetzt aber los. Wir sind schon ewig hier. Nehmen wir das Levo endlich ab. Minuten später ist es ab. An meinem Handgelenk ist nichts als Haut. Irgendwie ein merkwürdiges Gefühl. Nackt. Im Krankenhaus war das Abnehmen des Levos ein simpler Vorgang, den eine Maschine übernommen hat. Nachdem Dr. Lysander ein paar Knöpfe gedrückt hatte, sprang der Verschluss auf. Ohne das Levo komme ich mir so auffällig vor. Als würde über mir ein gigantisches Schild leuchten. Achtung, Spionen der Lorda. Zurück in Ihrem Büro geht Dr. Lysander gleich an Ihren Computer und winkt mich zu sich. Dabei redet sie ununterbrochen belangloses Zeug. Sie lockt sich in meine Akte ein. Meine Levo-Nummer lautet 19418. Auf einer Liste, die eine Reihe inaktiver Nummern enthält, verweilt sie einen Moment, ändert dann meine Nummer in 18736. Fragend sehe ich sie an, weil ich nicht verstehe, was das soll. Auf einem Stück Papier schreibt sie ein einziges Wort. Unauffindbar. Die Bedeutung geht mir erst später auf dem Nachhauseweg im Van auf. Wenn ich jetzt unauffindbar bin, heißt das, dass ich es vorher nicht war. Und dafür musste Dr. Lysander nur meine Nummer im Computer verändern, die auch gleichzeitig die Nummer meines Levows war? Wie hätte man mich denn ohne Levow finden können? Aber da gibt es noch etwas. Der Chip in meinem Gehirn, der mit dem Levow verbunden war. Und der befindet sich nach wie vor dort. Nun wird mir auch klar, warum sich Colson auf meine Frage, wie Cam mich aufgespürt hat, an den Kopf getippt hat. Der Chip muss einen eingebauten Peilsender haben. Wie bei Hunden. Doch da Dr. Lysander meine Akten manipuliert, meine Nummer geändert hat, kann mich niemand mehr aufspüren. Unauffindbar. Du kannst dich doch nicht ewig zu Hause verstecken, sagt Mom. Ich weiß. Sie küsst mich auf die Stirn und marschiert hinaus in den kalten Nieselregen, um mit dem Wagen zur Arbeit zu fahren. Amy und Jess sind schon längst unterwegs zur Schule. Und Mom geht allmählich die Geduld aus, dass ich mich nach wie vor weigere, mitzugehen. Mit einer Tasse Tee ziehe ich mich zurück ins Bett, wo ich momentan viel Zeit verbringe. Ich weiß ja, dass Mom recht hat, aber ich fühle mich wie eine Scheintote. Die Fäden sind gezogen, die Wunden fast verheilt, aber innerlich habe ich noch nicht alles verarbeitet. Muss erst lernen, mit Verlust und Schmerz umzugehen. Mit Erinnerungen. Ungewohnt für jemanden, der zum Vergessen gezwungen wurde. Außerdem quälen mich noch tausend Fragen. Jahrelang habe ich geglaubt, einfach nur Pech gehabt zu haben, dass ich bei einer Aktion von Free UK geschnappt und deshalb geslated wurde. Doch da habe ich mich geirrt. Nico steckt hinter all dem. An Zufälle glaube ich nicht mehr. Dafür hat es zu viele in meinem Leben gegeben. Nach dem Slating soll ich rein zufällig in die Obhut von Sandra Armstrong, der Tochter des Helden der Lorda, gekommen sein? Und es existieren weder Papiere noch DNA-Proben, die mich hätten identifizieren können? Dann haben sie noch rein zufällig einen Fehler bei den Zelltests gemacht, sodass ich trotz meiner 16 Jahre geslated wurde? Ist denn den Lorda'n auf der Webseite der MIA nie das Mädchen aufgefallen, das genauso aussieht wie ich? Und die Vorkommnisse am Armstrong-Gedenktag? Nico überlässt doch nichts dem Zufall. Ausgerechnet an diesem Tag lässt mich Colson ungehindert passieren? Auch wenn es noch viele offene Fragen gibt, schmiede ich schon erste Pläne, in denen notgedrungen auch Ben vorkommt. Irgendwie scheine ich gerade meine Kräfte zu sammeln, auf etwas zu warten. Bloß worauf? Dann geht es los. Bzzz Bzzz Ein leises Geräusch, mehr ein Vibrieren und ganz automatisch fasse ich mir ans Handgelenk, wo sonst mein Levo saß. Bzzz Bzzz Entsetzt reiße ich die Augen auf. Nikos, komm! Das klingt wie ein Levo. Es liegt in der Kommode, wo ich es vor der Befreiungsaktion gelassen hatte, falls es ein Sender war. Bzzz Bzzz Was soll ich denn jetzt tun? Immer besser, man weiß Bescheid. Ich fische das Komm aus den Tiefen der Schublade, wo es vollkommen vergessen gelegen hat und drücke auf den Knopf. Was? Hallo, Rain, sagt eine Stimme, die ich wohl nie vergessen werde. Nikos. So heiße ich nicht. Nicht mehr. Ganz gleich, welchen Namen sie trägt, eine Rose duftet immer lieblich. Den Stoß kannst du dir schenken. Ich weiß, dass du meinen Vater umgebracht hast. Ach. Hast du mich deshalb hintergangen, Rain? fragt er kalt. Macht nichts. Wir können noch einmal von vorn beginnen. Alles wird sein. Niemals. Außerdem haben die Lorda mir das Levo abgeschnitten, also nütze ich dir nicht mehr. Muss dir was Neues ausdenken. Noch bevor er antworten kann, stelle ich zitternd das Kommen aus. Wird er mir glauben und mich in Zukunft in Ruhe lassen? Nicht der Nico, den ich kenne und hasse. Und auf einmal halte ich es nicht mehr aus, auch nur eine Sekunde länger, irgendetwas von ihm in meinem Zimmer, im Haus zu haben. Ich laufe ans offene Fenster und schleudere das Kommen so weit weg, wie ich kann. Im selben Moment wird mir klar, dass ich es später suchen und vernichten muss. Wie blöd. Ich sehe dem Kommen hinterher, wie es im Licht der Morgensonne in einem hohen Bogen glitzernd über den halben Rasen fliegt und vor der Eiche liegen bleibt. Ich mache das Fenster zu und will wieder ins Bett kriechen, da... Boom! Von der Druckwelle werde ich durchs Zimmer geschleudert. Ich lande auf dem Boden. Atemlos. Schmerzend. Ich stöhne. Als ich mich mühsam hochkämpfe, merke ich, dass ich über und über mit Scherben bedeckt bin. Glasscherben vom Fenster. Wankend komme ich auf die Beine und sehe hinaus. Der Baum brennt. Jedenfalls das, was davon noch übrig ist. Derselbe Baum, vor dem Nikos Kommen noch gerade eben gelegen hat. Ungläubig starre ich darauf. Das Kommen diente nebenbei nicht nur als Peilsender, sondern auch als Bombe. Mir ist, als würde sich der Erdboden unter mir auftun. Nico hat die ganze Zeit betont, dass ich ihn nicht enttäuschen würde und war außer sich, dass ich nicht zur zweiten Feierlichkeit auf Checkers geblieben bin. Eine Feierlichkeit, die im Freien stattgefunden und wo es im Gegensatz zum Haus keine Signalsperre gegeben hätte und bei der ich neben meiner Familie und dem amtierenden Premierminister hätte stehen sollen. Inmitten der großen und glorreichen, wie Cam sie genannt hat. Nico hatte nicht nur einen Plan B, sondern auch noch einen Plan C. Ohne mein Wissen hatte er mich zur Selbstmordattentäterin erkoren. Am Ende hätten sie mich unter all dem Schutt geborgen und mit einer Pistole der RT am Arm als Bombenlegerin identifiziert. Und die Sache wäre eindeutig gewesen. Ein gewalttätiger Slater. Alle Lorde hätten sich angegriffen gefühlt. Alle Slater wären zu einem untragbaren Risiko geworden. Nico wollte uns alle während dieser Feierlichkeiten umbringen, doch ich habe ihm seinen Plan verdorben, indem ich Dr. Lysander zu Hilfe geeilt bin. Kein Wunder, dass er so sauer war. Und nun hat Nico den Fernzünder gedrückt, um mich in die Luft zu jagen. Entweder hat er mir abgekauft, dass ich das Level los bin, oder ihm war die Rache an mir wichtiger als alles andere. Vielleicht hat er vorher auch nur angerufen, um sicherzugehen, dass ich das kaum bei mir habe. Ich bekomme einen Lachanfall. Reiß dich zusammen. Aber ich kann mir nicht helfen. Und schon bald liege ich lachend am Boden, obwohl die Stiche noch höllisch wehtun. Nico hält mich für tot. Da muss ich noch mehr lachen. Und für die Lorde bin ich unauffindbar. Dank Dr. Lysander. Bevor ich den Gedanken überhaupt zu Ende denken kann, bin ich auch schon auf den Beinen und stopfe ein paar Habseligkeiten in eine Tasche. Im Spiegel kontrolliere ich noch rasch die Verletzungen. Nur Kratzer. Sie bluten ein bisschen, aber das kann mich nicht mehr schocken. Hastig ziehe ich mich an und beiße die Zähne zusammen, als ich den Pullover über meinen Kopf ziehe. Körperliche Schmerzen kann ich verdrängen. Jetzt aber schnell. Sebastian taucht in der Tür auf, mit gesträubtem Fell und buschigem Schwanz. Der Kater hat einen riesen Schreck bekommen. Als ich ihn auf den Arm nehme und an mich drücke, werde ich traurig. Am liebsten würde ich dich ja mitnehmen, aber das geht nicht. Pass gut auf Amy und Mom auf. Das versetzt mir einen weiteren Stich. Soll ich Mom eine Nachricht hinterlassen? Nein, sonst entdeckt sie womöglich noch jemand anders. Irgendwie werde ich sie schon benachrichtigen. Die Feuerwehrsirenen sind bereits zu hören, als ich mich hinterm Haus durch die Hecke zwänge und Richtung Kanal davon stürme. Was ist mit all den unausgereiften Plänen, die ich vielleicht eines Tages mal umsetzen wollte? Der Tag dafür ist gekommen. Es ist ein weiter Weg durch die Nacht ohne Katrins Motorrad. Stattdessen kämpfe ich mich auf einem uralten Fahrrad über den holprigen Kanalweg. Ich habe mir viel Zeit gelassen und es ist noch dunkel, als ich ankomme. Mac gegenüber habe ich ein schlechtes Gewissen, denn ich habe mich klammheimlich aus dem Haus geschlichen, obwohl er mich doch bei sich versteckt, bis ich weiß, wie es weitergehen soll. Und dann habe ich mir auch noch ungefragt sein klappriges Rad genommen. Aber mir ist klar geworden, dass ich keinen Schritt nach vorn machen kann, ohne noch einmal einen Schritt zurückzugehen. Das Fahrrad verstecke ich im Wald. Diesmal wird es anders sein. Ich werde anders sein, weil ich mir vorher alles genau überlegt habe. Und wenn er gar nicht kommt? Das wird er schon. Muss er. Für mich gibt es keine Alternative, auch wenn ich Angst habe. Ich nehme die Mütze ab, kämme das Haar, bis es glänzt, verstaue die schwarze Tarnkleidung. Darunter trage ich mein blassgrünes Laufshirt, warm, aber figurbetont, von dem Ben einmal gesagt hat, es bringt meine Augen zum Leuchten. Am Himmel zeigt sich das erste Morgenrot, als ich mich aufwärme. In der Ferne auf dem Hügel taucht eine Gestalt auf. Ben. Vor Freude bekomme ich weiche Knie. In mir überschlagen sich die Gefühle. Ich renne den Pfad entlang. Schnell, damit er mich voll im Blick hat, wenn er den Hang hinunterläuft. Bestimmt wird er nicht wieder stehen können und an mir vorbeiziehen wollen, oder? Aber das wird ihm nicht gelingen. Als ich ihn kommen höre, laufe ich schneller, damit er mich nicht überholen kann. Ich spüre die Anstrengung, genieße den Geschwindigkeitsrausch. Sobald ich das Tempo drossle, passiert es. Wir laufen Seite an Seite. Der vertraute Rhythmus unserer Schritte, sein festes Stampfen und dazwischen die Schläge meiner kürzeren Beine. Unsere Blicke treffen sich. Er grinst mich breit an. Und in dem Moment ist er ganz der Ben, den ich kenne. Ich gerate aus dem Takt und er zieht vorbei. Aber um mich nicht abzuhängen, lässt er sich wieder zurückfallen. Irgendwann werden wir langsamer und gehen nebeneinander her. Er lacht. Super Lauf, sagt er, und ich lächle. Ich bin so glücklich, er kann in meinem Gesicht sicher wie in einem offenen Buch lesen. Wie früher. Wie leicht es ist, alles zu vergessen und so zu tun, als wäre nichts geschehen. Dass wir einfach nur Ben und Kyla sind. Freunde und später mehr. Mit unkomplizierten Leben, Familien und eventuell einer gemeinsamen Zukunft. Ich sehne mich danach, seine Hand zu nehmen, stehen zu bleiben, ihn an mich zu ziehen und aber wir sind keine Phantome. Nicht mehr. Du bist doch dieses Mädchen, sagt er und ich warte ab. Erinnert er sich vielleicht doch oder spürt intuitiv, wer ich bin? Dieses Mädchen? Nein, wahrscheinlich entsinnt er sich nur, dass wir uns hier auf dem Pfad schon einmal begegnet sind. Die, die mich angeblich kennt, sagt er und bestätigt damit meinen Verdacht. Aber an dich würde ich mich erinnern. Ach ja? Frage ich lachend. Nun geht die Sonne richtig auf. Ihr helles Licht wärmt unsere Gesichter an diesem kalten Morgen. Ich werde zu spät kommen, die sind viel zu weit gelaufen, sagt er und kehrt um. Wollen wir zurückrennen? Gleich. Erst müssen wir reden. Müssen wir? Worüber denn? Wer bist du? Darf ich nicht sagen. Ich bin auf geheimer Mission. Er sagt es wie zum Spaß, aber ich ahne, dass mehr dahinter steckt. Und wer bist du? Ich bin auch auf geheimer Mission, aber ich kann dir eine Geschichte erzählen. Eine von früher. Schieß los, sagt er und ich sehe den wissbegierigen Ben in seinen Augen, der immer ganz genau erfahren wollte, wie es in mir aussieht. Es war einmal ein Slater namens Ben, der lief für sein Leben gern. Eines Tages traf er ein Mädchen, auch ein Slater, mit ein paar Problemen. Nennen wir sie Kyla. Aber auch sie liebte das Laufen. Sie wurden Freunde. Sogar mehr als das. Nun werde ich rot. Ben, so hast du mich das letzte Mal genannt. Ja. Und da geht ihm ein Licht auf. Ich habe echt einen guten Geschmack beim Mädchen. Sogar im Märchen, sagt er scherzend. Neugierig. Aber nun wird es kompliziert. Mein Lächeln erstirbt. Hör mal, Ben, oder wer du im Moment gerade bist. Du bist noch einmal geslatert worden. Oder die haben irgendetwas anderes mit dir angestellt, damit du deine Erinnerungen verlierst. Glaub nicht alles, was man dir erzählt. Der alte Ben hat dafür gekämpft, selbstständig zu denken. Er hat daran geglaubt, dass es einen besseren Weg gibt als den der Lorda. Er sieht mir direkt in die Augen und einen Moment lang überlegt er. Dann aber erlischt dieser Blick, wie auch sein Lächeln. Das klingt aber wirklich nach einem Märchen, sagt er. Ich muss los, Traummädchen. Und dann läuft er davon, den Weg zurück, den er gekommen ist. Fast wäre ich ihm hinterhergerannt, doch ich tauche im Schatten der Bäume ab. Bens Verschwinden hat eine kalte Leere hinterlassen und ich kämpfe mit den Tränen. Ich habe mein Bestes gegeben. Habe ich damit irgendetwas erreicht? Für einen Augenblick hat er nachdenklich gewirkt. Das habe ich mir doch nicht nur eingebildet. Habe ich in ihm den Zweifel gesät, der eines Tages mächtig genug sein wird, den Manipulationen der Lorda zu widerstehen? Ich ziehe mir die schwarzen Klamotten wieder über, schwinge mich auf das Fahrrad und mache mich auf den langen Rückweg. Unterwegs denke ich darüber nach, was ich besser hätte sagen sollen und fast wäre ich vom Rad gefallen, als mir ein Licht aufgeht. Traummädchen hat er mich genannt. Hat er von mir geträumt? Wie ich von der Vergangenheit und den verlorenen Erinnerungen träume? Existiere ich doch noch verborgen in seinem Unterbewusstsein? In mir gibt es einen winzigen Funken, ein Gefühl, warm und unbekannt und ich halte mich mit aller Macht daran fest. Es ist die Hoffnung. Später am Abend sitze ich vor Max Computer. Groß prangt Lucys Gesicht auf dem Bildschirm, mein Gesicht von früher auf der MIA-Website. Sie war verschollen, aber jetzt nicht mehr. Neben mir sitzt Aiden. Bist du dir auch ganz sicher? fragt er. Mit seinen dunkelblauen Augen sieht er mich eindringlich und freundlich an. Auch wenn er sich das sehr wünscht, setzt er mich nicht unter Druck. Ja, und ich bin ganz sicher. Dad wollte, dass ich nie vergesse, wer ich bin. Doch das habe ich leider. Ich habe ihn im Stich gelassen. Um das wieder gut zu machen, muss ich herausfinden, wer Lucy war. Das bin ich ihm schuldig. Und wie sonst sollte ich die fehlenden Teile meines Selbst aufspüren? Wer hat mich vermisst gemeldet? Da mein Vater fort war, muss es wohl die Mutter gewesen sein, an die ich mich nicht mehr erinnere? Oder doch jemand anders? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich schnappe mir die Maus und klicke das Kästchen an. Lucy Connor wurde gefunden. Das war Zersplittert von Terry Terry Nach dem gleichnamigen Buch erschienen im Koppenrad Verlag Gelesen von Vanida Caron Regie Hanna Rudolph Ton und Schnitt Eric Timmann Eine Produktion von der Audio Verlag Auf Wiederhören bei Audible Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ......